Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte. Band 1. Revolution. Die Geheimnisse, die die Supermächte verbinden und zu Fall bringen können. Bücher behandeln normalerweise nur zwei Kategorien von Geheimnissen, die die Supermächte USA, Russland und China haben. Die gewöhnlichen Geheimnisse und die sogenannten Staatsgeheimnisse. Es gibt aber auch noch eine dritte Kategorie von Geheimnissen, die eine weitaus größere Tragweite hat, die die Supermächte miteinander engstens verbindet, die unser ideologisches Denken kontrolliert, die den Ost-West-Konflikt entscheidet und die die Supermächte allesamt zu Fall bringen kann. Enthüllungsbücher und politische Medien in Ost und West beschränken sich meistens auf gewöhnliche Geheimnisse und berühren auch manchmal Staatsgeheimnisse, wie entweder das Ausmaß der NSA-Überwachung oder die Trexereien, die als Vorwände für Militäraktionen dienen. Selbst die klassischen Verschwörungsmedien beschränkten sich auf Staatsgeheimnisse und arbeiteten immerzu mit Mythen, Legenden und gefälschten Quellen. Solche Verschwörungsmedien konzentrierten sich auch fast vollständig auf die Supermacht, USA und vernachlässigten dabei Russland und China. Der Historiker Anthony Sutton von der Stanford University war fast der einzige nennenswerte Experte, der die dritte Kategorie von Geheimnissen erforschte, indem er aufzeigte, wie westliche Top-Konzerne und Geheimdienstkreise systematisch und über Jahrzehnte hinweg die Sowjetunion mit Technologie aufgebaut hatten. Sein geplantes Buch über das kommunistische China konnte er zu Lebzeiten leider nicht mehr realisieren und er untersuchte auch nicht die Rolle des Hochhadels. Dennoch war sein Lebenswerk richtungsweisend. Die Supermächte bestimmen auch unser ideologisches Denken, die Grundannahmen der Politikwissenschaft und somit die Identität und das Selbstverständnis der Bürger. Das angloamerikanische Imperium präsentiert sich als demokratisch und kapitalistisch, China hält am Kommunismus fest und Russland pflegt inzwischen eine rechtsextreme, autokratische Linie. Alle drei Supermächte stehen in einem äußerst seltsamen Verhältnis zueinander, denn sie förderten und bekämpften sich gleichzeitig. Sie brauchen sich gegenseitig als Bedrohung und als Rechtfertigung für Rüstung und Spionage. Wenn Russland plötzlich an der eigenen wirtschaftlichen Schwäche zerfallen und 95% seiner Atomwaffen verschrotten würde und wenn Chinas Kommunismus an den eigenen Konstruktionsmängeln zerbreche, dann würde die NATO schrumpfen wie ein Ballon, aus dem man die Luft herausgelassen hat. Die Bürger würden nicht mehr die hohen Verteidigungsbudgets und Steuern akzeptieren und hätten endlich Zeit und Möglichkeiten, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Es erinnert an die Situation in George Orwells Roman 1984, wo die Welt von drei Supermächten beherrscht wird, die sich damit abgefunden und sich vielleicht heimlich abgesprochen haben, dass sie einen nie endenden, schwelenden Krieg gegeneinander führen. Kein Steuerzahler und fast kein Militäroffizier, Geheimdienstler, Verwaltungsbeamter oder Politiker würde es akzeptieren, dass die Spitzen der drei Supermächte sich miteinander heimlich absprechen, um einen verheerenden Dauerkonflikt oder sogar größere militärische Konfrontationen zu orchestrieren. Die Wurzeln der drei Supermächte liegen erschreckend nahe beisammen und haben sehr viel zu tun mit den Revolutionen, aus denen die Supermächte entstanden sind. Bei dem Wort Revolution denken wir heute nicht mehr an schöne Slogans von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern an fragwürdige und schmutzige Regimewechsel, an den islamischen Staat, an das Chaos in Nordafrika, den Syrienkrieg oder die Ostukraine. Wir verbinden Revolutionen heute nicht nur mit maßloser Gewalt, sondern vor allem mit Fremdsteuerung. Die Rebellen in Libyen hatten Großbritannien und die USA im Rücken, die Aufständischen in der Ostukraine waren von Russland angeleitet und ausgerüstet und im Syrienkrieg sind die Rebellen abhängig von der NATO und das Assad-Regime von Russland. Die Revolutionskriege, aus denen die drei Supermächte hervorgegangen waren, sind verklärt worden zu romantisierten Mythen und gelten als Fundamente der modernen Zivilisation und der modernen Ideologien. Die Historiker kratzen sich heute noch am Kopf darüber, dass der britische General Howe im amerikanischen Revolutionskrieg mehrere ideale Gelegenheiten verstreichen ließ, George Washington und dessen Continental Army zu besiegen. Wir erfahren von CIA-Historikern, dass die Geheimdienste damals bereits deutlich weiterentwickelt waren, als man bisher dachte, aber es werden immer nur dieselben Informationen präsentiert über Major John Andres' Anwerbung von General Benedict Arnold als Verräter sowie über Washingtons Culper-Spionage-Ring. Anstatt dass man die führenden US-Revolutionäre und Gründerväter gründlich durchleuchtet. Großbritanniens Hauptkonkurrent Frankreich ließ sich in den Konflikt hineinlocken, geriet dadurch an den Rand des Bankrotts und musste kurz darauf gigantische Gebiete in Amerika an die neue Regierung der USA zum Sportpreis verkaufen. Genauso geben sich Historiker und Militärexperten verblüfft darüber, dass die USA krachend dabei gescheitert waren, die chinesischen Nationalisten gegen die Kommunisten zu unterstützen. Genügend Geld, Kriegsgerät und Militärberater waren durchaus vorhanden, um den Nationalisten zum Sieg zu verhelfen. Mao Zedong, seine Parteikader und seine Kämpfer bekamen mehrmals Verschnaufpausen zugestanden und ließen sich dermaßen stark von Sowjet-Russland unterstützen, aufbauen und infiltrieren, dass man eher von einer russischen Revolution in China sprechen muss, statt von einer chinesischen Revolution. Historiker wissen, dass die russischen Zaren engstens mit dem britischen Thron und diversen einflussreichen Welfenfamilien verwandt waren und können nicht überzeugend erklären, wieso Britannien nicht entschieden seinen Verwandten zu Hilfe kam, um die kommunistischen Revolutionäre frühzeitig zu eliminieren. Die Zaren hatten längst begriffen, dass ihr altmodischer Herrschaftsstil zu gefährlich geworden war. Die Grundannahme der Ermordung des letzten Zaren und dessen unmittelbaren Angehörigen basiert auf wenig überzeugenden DNS-Analysen von uralten, zerfallenen und höchstwahrscheinlich kontaminierten sterblichen Überrissen. Führende Wissenschaftler hatten von Anfang an ihre Zweifel geäußert und wenn der DNS-Beweis nicht überzeugt, dann haben wir keine bestätigten Leichen und somit keinen bestätigten Mordfall. Die meisten Großfürsten der Romanovs waren einfach auf britischen Schiffen nach England, Dänemark und Frankreich gereist. Bei den wenigen Großfürsten, die angeblich von den Kommunisten getötet wurden, identifizierte man die entstellten Leichen nur anhand von Ausweisdokumenten in den Taschen oder es sind nie Leichen aufgetaucht. Für all diese Geschehnisse gibt es eine Reihe an schwachen Ausreden. Historiker wollen uns die Geschichte erzählen, ohne dabei wirklich die Ebene der Geheimdienste und des Hochadels zu berühren. Sobald man seine Forschung auf die Rolle der Geheimdienste und des Hochadels fokussiert, ergeben sich erstaunliche neue Erkenntnisse, die tiefsten Geheimnisse der Supermächte werden greifbar. Die amerikanische Revolution, ein Schwindel, der uns alle heute noch im Griff hat. Die amerikanische Revolution, das waren doch George Washington und ein paar andere steife Staatsmänner mit lustigen Hüten und Mänteln, die ihre Steuern nicht mehr an den britischen König zahlen wollten und dabei die Demokratie erfanden. Wir denken bei dem Revolutionskrieg hauptsächlich an Soldaten mit altmodischen Mosketen und Säbeln, die zu Flötenmusik und Getrommel zum Schlachtfeld marschierten. Irgendwann waren so viele britische Rotröcke erschossen worden, dass der britische König einen Rückzieher machte. Heute feiern die Amerikaner jeden 4. Juli mit wässrigem Leitbier und Feuerwerkskörpern die freieste Nation der Welt zu sein, obwohl in den USA prozentual mehr Menschen in Gefängnissen sitzen als in jedem anderen Land und die USA sich weltweit wie eine knallharte Kolonialmacht benehmen. Ende der Geschichte. Oder war da noch was? Erst im 20. Jahrhundert wurde der Öffentlichkeit teilweise enthüllt, dass es sich bei der Revolution damals um einen Spionage-Thriller handelte, dass Geheimdienste zu jener Zeit bereits hoch entwickelt waren und dass Agenten den gesamten Verlauf bestimmten. Inzwischen haben wir ausführliche Geschichtsbücher wie Spies, Patriots and Traders von Kenneth Daigler, ein ehemaliger Case Officer der CIA, der auch einen Universitätsabschluss in Geschichte hat. Gewöhnliche Historiker haben normalerweise wenig bis gar keine Ahnung von geheimdienstlichen Angelegenheiten, weil sie darüber nichts gelernt haben. Historiker ohne tiefgründige Kenntnisse von Geheimdiensten sind nicht qualifiziert, um weite Teile der Geschichte wirklich zu beschreiben und zu erklären. Sie sind eher Sammler und Auswerter von alten Briefen und Akten. Erfahren wir also von spezialisierten Historikern wie Daigler die ganze unverfälschte Wahrheit über die Revolution? Sicherlich nicht. Auch Alexander Rose, dessen Buch Washington Spies – The Story of America's First Spyring als Vorlage diente für die beliebte TV-Serie Turn, beschränkt sich auf den Culper-Spionagering, Benedict Arnolds Verrat und eine Reihe anderer Vorgänge, ohne jemals die richtig heißen Eisen anzufassen. Rose studierte an der elitären Cambridge-Universität in Britannien, die eng mit dem Geheimdienst MI6 verbunden ist. Wir können nur mutmaßen, ob Daigler und Rose deutlich mehr wissen und ahnen, als sie uns erzählen wollen bzw. erzählen dürfen. Ihre begrenzten Forschungen und die dazugehörigen TV-Programme zeichnen ein heldenhaftes und patriotisches Bild von den damaligen US-Geheimdiensten. Das Publikum soll möglichst glauben, dass auch die heutigen Geheimdienste wie CIA, NSA oder DIA patriotisch sind und die Freiheit im Inland und Ausland verteidigen. Was dem Publikum an Tradecraft, also an geheimdienstlichen Methoden, enthüllt wird, galt die längste Zeit als geheim, ist inzwischen aber jedermann zugänglich, höchst unvollständig und stark veraltet. Sicherlich gibt es auch heute noch tote Briefkästen. Es werden immer noch Leute als Informanten angeworben und umgedreht zu Doppelagenten. Es gibt immer noch verschlüsselte Botschaften und Codebücher. Letztendlich entscheiden die Geheimdienste die hohe Politik und die Gerichte, welche Informationen von der Geheimhaltung befreit und veröffentlicht werden. Und es scheint, als gibt man uns eine verfälschte und unvollständige Darstellung zur amerikanischen Revolution. Abgesehen von einer alten, längst vergessenen Studie über Benjamin Franklin gab es praktisch nie umfassende und knallharte Untersuchungen über die einzelnen prominenten Revolutionsführer, um die Frage zu klären, ob es sich bei jenen um britische Agenten handelte, die nach der Revolution im Sinne der britischen Krone die Regierung der USA führten. Historiker behandeln immer nur den Verrat von Benedict Arnold, die Spione im Umfeld von Benjamin Franklin und so weiter. Alles, was darüber hinausgeht, wird nicht angefasst. Die Revolutionsführer gelten als unantastbar, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein muss, das Leben dieser Männer bis in die hintersten Winkel mit höchstem Misstrauen zu durchleuchten. Warum muss diese verspätete Untersuchung heute unbedingt geleistet werden? Kann es uns heute nicht egal sein, für welche Seite die Gründerväter damals wirklich gespielt hatten? Wir können uns diese verspätete Spionageabwehr heute nicht sparen, weil unsere gesamten politischen Grundannahmen, Ideologien und Strategien auf die amerikanische Revolution zurückgehen. Egal, ob man sich heute zur demokratischen Mitte zählt, zu den Libertären, zu Sozialdemokraten, Kommunisten, Rechtskonservativen, zu Neonazis oder Verschwörungstheoretikern. Unsere ganzen verschiedenen Grundüberzeugungen und politischen Strategien haben erstaunlich viel mit der amerikanischen Revolution und der weiteren Entwicklung der USA zu tun, ohne dass dies den meisten Menschen überhaupt bewusst ist. Jemand aus der politischen Mitte betrachtet die gängige Geschichtsschreibung und Interpretation als Fundamente für seinen Glauben an die westliche Demokratie. Aus der Sichtweise der Linken kam durch die amerikanische Revolution nur eine ausbeuterische, imperialistische, bürgerliche Klasse an die Macht und dies sei folglich der Beweis dafür, dass die Ausbeutungsverhältnisse auf der Welt nur durch den Sozialismus beendet werden können. Libertäre betrachten die amerikanische Geschichte als Bestätigung für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Überzeugungen von Limited Government, laissez-faire und freier Marktwirtschaft. Die Rechtskonservativen weltweit sind beeindruckt von der militärischen und wirtschaftlichen Macht Amerikas, angeführt von alteingesessenen weißen Familien, fürchten aber den Verfall durch die demokratische Gleichmacherei und den überzogenen Individualismus in Amerika. Aus der Sicht von Rechtsextremen und einigen Autoren klassischer Verschwörungsmedien wurden die USA übernommen von der jüdischen Weltverschwörung. Wir sehen also, dass die amerikanische Revolution und die entscheidende frühe Geschichte der USA völlig unterschiedlich betrachtet und interpretiert werden. Irrt man sich dabei als Demokrat, als Linker, Rechter, Libertärer oder als Interessierter an geschichtlichen Verschwörungen, hat das weitreichende und fatale Konsequenzen. Der typische Demokrat aus der politischen Mitte oder ein Libertärer übersieht das Ausmaß der damaligen Geheimdienstaktivitäten und versäumt es heute wie auch rückwirkend, die Feinde der Rechtsstaatlichkeit und der Marktwirtschaft zu enttarnen. Ein strammer Linker erkennt nicht die wahren Ursachen für Ausbeutung und Unterdrückung in den USA, sondern bekämpft einfach Individualismus und unternehmerische Freiheit der bürgerlichen Klasse. Ein Rechtskonservativer kann sich wegen seines ungenügenden Geschichtsverständnisses nicht entscheiden, ob er seine Interessen am besten im Rahmen einer Demokratie, einer Monarchie oder einer Diktatur verfolgen soll. Ein Rechtsextremer oder Verschwörungstheoretiker isoliert sich mit seinen Proklamationen darüber, dass die USA von jüdischen Illuminaten kontrolliert seien. Und natürlich stehen sich diese verschiedenen ideologischen Lager heute äußerst misstrauisch bis feindselig gegenüber. Klassische Verschwörungstheoretiker trauen eher den Rechten, aber nicht den Linken. Linke und viele Leute aus der Mitte trauen den klassischen Verschwörungstheoretiker nicht. Linke und Rechte hassen sich sowieso aus Prinzip und Leidenschaft und buhlen um das Vertrauen der Mitte. Die Mitte weiß nicht so recht, inwiefern sie den Linken oder den Rechten trauen kann und hält stärkere Abweichungen von der Mitte für Teufelszeug. Die Libertären wollen die linken und rechten Ideologien ausbremsen und möglichst viele Menschen von Freiheit überzeugen, während Linke und Rechte die Libertären missgünstig betrachten. Diese ideologischen Konflikte begünstigten nicht nur die Entstehung zweier Weltkriege und des Kalten Kriegs, sondern werden auch einen hohen Anteil haben an den künftigen Konflikten zwischen den drei Supermächten. Die USA und die EU im Rahmen des NATO-Blocks geben sich demokratisch-kapitalistisch, Russland kann als rechtsextrem und autokratisch bezeichnet werden und China ist eine klassische kommunistische Diktatur. Es ist also höchst überfällig, die amerikanische Revolution und frühe Geschichte der USA unvoreingenommen, tiefgründig und professionell zu untersuchen. Mit allen modernen Werkzeugen, die uns heute zur Verfügung stehen. Zu diesen Werkzeugen zählen längst nicht nur die Standardgeschichtsforschung und die altbackene Politikwissenschaft, sondern auch die Forschungsgebiete über Geheimdienste, Psychopathologie und Kriminologie. Es fehlt den allermeisten Historikern die Kompetenz, um komplexere und höher angesiedelte geheimdienstliche Operationen zu verstehen. Es gibt nur wenige spezialisierte Geheimdiensthistoriker, die es im begrenzten Umfang und unter dem wachenden Auge der Behörden wagen, mehr über das geheimste Geschäft der Welt zu schreiben. Und deshalb sind praktisch alle Bücher über die amerikanische Revolution kaum mehr als Faktensammlungen und Interpretationen diverser Schlachten und politischer Reden. Nach der Revolution wurden die USA verwaltet von einem Netzwerk aus stinkreichen und arroganten Familien, die keine Hemmungen hatten, heftige Steuerzahlungen aus den Bürgern zu pressen, als Kolonialmacht zu agieren und mit den entsprechenden Techniken die Indianer zu vernichten und den Franzosen und Spanien riesige Gebiete abzujagen. Versetzen wir uns geistig für einen Moment in die Lage des ersten Präsidenten George Washington, der es gewohnt war, wie ein Aristokrat im Luxus zu leben und der auffällige familiäre Verbindungen aufwies zu den höchsten Ebenen des britischen Königreichs. Warum sich Britannien zum Feind machen, wenn man gemeinsam die Welt regieren könnte? Und schließlich dominieren ja heute die USA und Großbritannien gemeinsam die NATO-Sphäre und den westlichen Handel. Wie konnten Männer wie Washington, Jefferson, Franklin und Hamilton damals überhaupt eine groß angelegte Verschwörung gegen den britischen Thron anzetteln, ohne sofort erwischt zu werden? Die erfahrene Kolonialmacht Britannien musste zwangsläufig ein Spionagenetz in ihren 13 amerikanischen Kolonien haben, die 40 Prozent des BIPs des britischen Imperiums erwirtschafteten. Jeder Trottel hätte absehen können, dass früher oder später die Versuchung in den 13 Kolonien aufkeimen würde, sich selbstständig zu machen. Die britischen Geheimdienste hatten damals noch keine öffentlich bekannten Namen und Verwaltungsgebäude in London so wie heute. Stattdessen nutzte man Adelige, Militäroffiziere, reiche Großgrundbesitzer, Freimaurerlogen und diverse andere Organisationen für Spionage. Warum hatten Agenten der Krone nicht einfach frühzeitig George Washington und die anderen führenden Revoluzzer enttarnt, eingeschüchtert oder gleich aus dem Verkehr gezogen? Es ist weitestgehend bekannt, dass der britische Spion Edward Bancroft mühelos den berühmten Benjamin Franklin bei dessen diplomatischen Tätigkeiten in Frankreich abschöpfte und haufenweise geheime Informationen darüber erbeutete, welche Rüstungskäufe die amerikanischen Revolutionäre in Europa tätigen wollten und welchen Support sie bei den Franzosen anfragten. War Franklin einfach so naiv und unerfahren, um einem dahergelaufenen Kerl mit einem unechten akademischen Titel wie Bancroft Zugang zu geheimsten Informationen zu verschaffen? Oder spionierte Franklin selbst für die Briten? Wir wissen auch, dass sein Sohn Informationen an die Briten weiterreichte. Ein Analyst des CIA stufte vor wenigen Jahren Franklin im Rückblick als Sicherheitsrisiko ein, wagte aber nicht, ihn der Spionage zu verdächtigen. Der britische Spion Bancroft war Teil eines ganzen Spionage-Rings von Paul Wentworth. Baron William Eden war während des Revolutionskriegs zuständig dafür, in Europa die Amerikaner und deren Kontakte auszuspionieren. Britannien interessierte sich dafür, welche heimlichen Käufe die Amerikaner in Europa durchführten und was die Amerikaner heimlich mit den Franzosen und Spanien verhandelten. Eigentlich hätte es für Britannien selbstverständlich sein müssen, so schnell wie möglich George Washington und dessen Continental Army zu vernichten, bevor sich die Franzosen im großen Stil beteiligen. Stattdessen ließ der britische General Howe mehrere ideale Gelegenheiten verstreichen, Washington zu schlagen. Benjamin Franklin hatte die Franzosen überredet, die amerikanische Revolution zu unterstützen und damit vielleicht im Auftrag der Briten in eine teure Falle gelockt. Immerhin war Frankreichs Verschuldung wegen der Kredite an die amerikanischen Revolutionäre einer der entscheidenden Faktoren für den Untergang der französischen Monarchie im Zuge der französischen Revolution. Zudem tummelte sich Franklin in höchstverdächtigen Freimaurerlogen in Frankreich, die in die französische Revolution verwickelt waren. Auch interessant war Franklins Mitgliedschaft im britischen Hellfire Club, wo sich einflussreiche Mitglieder der britischen Obrigkeit dem Alkohol und Orgien hingaben. Waren die Briten so naiv, sich von ihm ausspionieren zu lassen? Oder war Franklin selbst ein Agent der Briten? Diese Frage ist besonders wichtig, weil Franklin für George Washington einen ganzen Geheimdienst leitete namens Committee of Secret Correspondence. Es gab Spione und Spitzel in den Landhäusern der bedeutenden Familien Amerikas, an den wichtigen Häfen, an den Höfen der verschiedenen Monarchen in Europa. In Freimaurerlogen, bei Händlern, Firmen und Kirchen. Zudem rekrutierten beide Seiten im Revolutionskrieg viele Frauen als Spitzel, die zu Hause oder woanders mithören konnten, was die Männer miteinander besprachen. Diese Patriotinnen in Petticoats waren überall und lieferten haufenweise Informationen. Weibliche Agenten nutzten auch Wäscheleinen, um kodierte Botschaften zu senden. Je nachdem, welche Kleidungsstücke in welche Anordnung aufgehängt wurden, konnte die Kontaktperson erkennen, wo ein wichtiges Treffen stattfinden sollte. Anne Bates verkleidete sich als kleine Händlerin und verkaufte diverse Utensilien in Rebellencamps und zählte dort die Männer und Waffen. Unter Washingtons Führung wurden weitere Geheimdienste geschaffen wie das Committee for Detecting and Defeating Conspiracies. Die Briten waren sehr organisiert aufgestellt und hatten beispielsweise Major John Andre das Kommando gegeben für Geheimoperationen in New York. Er konnte den Rebellen-General Benedict Arnold rekrutieren und abschöpfen, flog dann aber auf. Der Name Benedict Arnold gilt seitdem als Synonym für Verrat. Die Geschichtsforschung misst im Fall Arnold keine allzu große Aufmerksamkeit bei. Es sei eine simple nachrichtendienstliche Operation der Briten gewesen. Geld gegen Informationen. Die Historiker haben hingegen gar kein Interesse daran, richtig schmutzige und höher angesiedelte Rekrutierungstaktiken zu untersuchen. Oder die Verbindung von George Washington zu dem britischen Thron und sein Netzwerk mit den einflussreichsten Familien in Virginia auf Spionage abzuklopfen. Welche Gründe könnte Britannien gehabt haben, den Revolutionskrieg zu inszenieren? Wenn die gewöhnlichen Amerikaner und die restliche Welt dachten, dass die USA und das britische Kolonialreich voneinander getrennt waren, hatte das bedeutende strategische Vorteile. Es erweckte den Eindruck einer Machtverteilung und eines Gleichgewichts statt Übergewichts. Andere Großmächte wie Frankreich, Spanien, Portugal oder Preußen hätten sich viel eher zusammengeschlossen gegen Großbritannien, wenn Britanniens Kolonien in Amerika nie ihre Unabhängigkeit erklärt hätten. Die Welfen aus dem Haus Hannover hatten zu der damaligen Zeit mit George III erst den dritten König auf dem britischen Thron. Man hatte noch nicht das russische Zarenhaus nachhaltig infiltriert und es gab ernsthafte Konkurrenten wie die Bourbonen, Habsburger und Hohenzollern. Die amerikanische Revolution verlockte die Franzosen, sich mit großen Krediten zu beteiligen in der Hoffnung, damit den Erzfeind Großbritannien zu schwächen. Die Franzosen schwächen sich damit selbst in erheblichem Umfang und das französische Königshaus verlor wenige Jahre später die Macht. Die Revolution war eine ideale Gelegenheit für den britischen Thron, das Ausmaß der eigenen Macht weiter zu verschleiern. Die Könige aus der Hannoveraner Linie hatten sich bereits zunehmend versteckt hinter einer Phalanx aus Politikern, Unternehmern und anderen Marionetten. Für König George III muss es verlockend gewesen sein, mit vergleichsweise billigen Geheimdienstmethoden das Gebiet in Amerika zu kontrollieren, anstatt mit teuren Truppen und unpopulärem bürokratischen Zwang. Der Normalbürger der USA durfte sich fortan selbst als frei betrachten, konnte aber gleichzeitig nicht mehr den britischen König für Missstände verantwortlich machen. Mehr politische und unternehmerische Freiheit für die Bürger würde für mehr Produktivität, industriellen Fortschritt und somit für mehr Steuergelder und Vermögen für die Eliten sorgen. Die Mythen der Revolution bestimmen unsere heutigen Ideologien. Praktisch alle wichtigen Ideologien heute basieren auf einer unvollständigen und falschen Einschätzung über die amerikanische Revolution und die Entwicklung der USA, auch wenn es den Vertretern der jeweiligen Ideologien meist gar nicht richtig bewusst ist. Irrt man sich, was die Geschichte anbetrifft, hat das fatale Konsequenzen. Die heutige politische Mitte, die sich als Verfechter der demokratischen Republik betrachtet, verlässt sich bewusst und unbewusst auf die gängige Geschichtsbetrachtung über die amerikanische Revolution und die Entwicklung der USA. Dass das Konzept einer demokratischen Republik überhaupt nicht vollständig entwickelt ist und weder wirksame Schutzmechanismen vor geheimdienstlicher Kontrolle bietet, noch Psychopathen und Narzissen davon abhält, Ämter zu besetzen, versteht der Normalbürger aus der politischen Mitte heute nicht. Die Verfassung der USA ist ein unausgereiftes Sammelsurium aus netten Ideen, die teils seit Jahrtausenden bereits in Büchern und anderen Texten zirkulieren. Der Normalbürger glaubt nicht, dass es sich bei dem Regierungssystem der USA oder anderer westlicher Länder um eine Kryptokratie handeln kann, also um die verdeckte Herrschaft geheimdienstlich agierender Eliten, weil der Normalbürger gar keine ausreichende Bildung über das Wesen und die wahre Geschichte der Geheimdienste besitzt. Klassische Verschwörungstheorien zu der amerikanischen Revolution und der Entwicklung der USA sind widersprüchlich, spammig und fehlerhaft, weshalb sie bei den Bürgern aus der politischen Mitte wenig Anklang finden. Auch Bürger aus dem linken politischen Lager verlassen sich bewusst und unbewusst auf die Mythen der amerikanischen Revolution und der weiteren Entwicklung der USA. Die Linken betrachten die Ablösung der königlichen Kolonialherrschaft durch das kapitalistische, republikanische US-System lediglich als Fortführung des Klassenkampfes zwischen den unterdrückten Massen und den begüterten Schichten. Schließlich waren die Gründerväter der USA vorwiegend wohlhabende Unternehmen aus reichen Familien und benutzten Sklavenarbeiter. Die Normalbürger mussten als Bauern ums Überleben kämpfen. Später kam die Ära der großen Raubbarone und natürlich betätigten sich die USA international als imperialistische Kolonialmacht. Zwar waren die USA nach der Revolution offiziell nicht mehr Kolonialbesitz eines Königs, aber dies änderte aus Sicht der Linken nichts an den generellen Ausbeutungsverhältnissen. Und so folgerten die Linken, dass eine nationalstaatliche Republik mit hohem Maße an unternehmerischer Freiheit und einer starken bürgerlichen Klasse zwangsläufig in Bösartigkeit und Unterdrückung enden müsse. Demzufolge sei der einzige Weg, um Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen, eine internationale sozialistische Bewegung zu etablieren und mit dieser die Macht über die Nationalstaaten zu gewinnen. Ist aber die Sichtweise der Linken über die US-Revolution und die Geschichte der USA falsch, so sind entscheidende Grundüberzeugungen der Linken und dadurch auch ihre Schlussfolgerungen falsch. Bürger aus dem rechtskonservativen politischen Lager verlassen sich ebenso unbewusst und bewusst auf unvollständige und irreführende Sichtweisen über die amerikanische Revolution und die Geschichte der USA. Für manche Rechte gilt es als eine schlechte Sache, dass damals eine monarchische Herrschaft abgelöst wurde durch eine Demokratie, also die Herrschaft des Pöbels. Die Demokratie und die gleichen Rechte für Frauen, Afroamerikaner und Migranten hätten zu Überfremdung und Verfall geführt. Ergo müsste man die demokratische Republik überführen in ein autokratisches System, das von rechtsgesinnten und vor allem weißen Eliten geführt wird. Andere Rechte wollten ihre Interessen im Rahmen einer demokratischen Republik verfolgen, in der durch die Verfassung klare Rahmen vorgegeben sind. Neonazis und andere Faschisten sehen den Moloch-USA als Beweis dafür, dass in einer Demokratie zwangsläufig jüdische Verschwörer an die Spitze gelangen und dann das Land mit Hilfe des Sozialismus und Überfremdung zersetzen. Ergo, so die Schlussfolgerung, brauche es einen faschistischen Staat. Irren sich aber die verschiedenen Gruppen aus dem rechten Spektrum, was die amerikanische Revolution und Entwicklung der USA anbetrifft, sind ihre Interpretationen falsch, ihre wichtigen Grundüberzeugungen, ihre Schlussfolgerungen und dadurch auch ihre Taktiken. Für Libertäre ist das Thema der amerikanischen Revolution und der Geschichte der USA ebenso ein Fundament ihrer Denkweise und ihres Handelns. Viele Libertäre preisen vor allem die relative Freiheit in der Frühphase der USA, bevor die Regierung immer größer und verschwenderischer wurde und bevor jeder Aspekt des Lebens und Handelns durch Gesetze reguliert wurde. Dann gibt es in libertären Kreisen einen hohen Respekt und sogar Verehrung für amerikanische Raubbarone, die angeblich mit Tatendrang und Intelligenz die Zivilisation voranbrachten und dabei vom niederträchtigen und dummen Staat ausgebremst wurden. Gerade der Millionenbestseller Der Streik von Ayn Rand glorifiziert Raubbarone als Übermenschen. Radikale Libertäre, die überhaupt keinen Staat wollen, beklagen, dass die US-Verfassung und das Republikprinzip die Gründe waren, warum die Freiheit in den USA im Laufe der Zeit zugrunde ging. Hätte man damals gar keine Republik aufgezogen und keine Verfassung geschaffen, wäre alles viel besser gelaufen, heißt es. Wenn aber die amerikanische Revolution heimlich von den Briten gesteuert war, dann müssen auch die Libertären heute ihr Verständnis von reale existierenden demokratischen Staaten überdenken und sich fragen, welchen Einfluss adelige Geheimdienste auf die Staaten und vor allem auch auf die Privatwirtschaft hatten. Ohne erhebliche Kapazitäten im Bereich Spionageabwehr können freiheitlich gesinnte Bürger keine Freiheit erlangen und verteidigen. Leider fehlt es bisher in libertärer Literatur an geheimdienstlichem Denken. Gerade die radikalen Libertären müssen aufhören, parteipolitische Arbeit, Verfassungen und das Konzept einer Republik als Urkeime des Bösen zu betrachten. Radikal-Libertäre favorisieren eine staatenlose Gesellschaftsordnung, in der Justiz, Polizei und äußere Verteidigung eine Ware sind wie jede andere auch. Solange alles privatwirtschaftlich sei, könne das Böse gebannt werden. Im Endeffekt sind aber die gehassten Staaten nicht wirklich Staaten, sondern der Privatbesitz des Hochadels gewesen. Wegen dieser gravierenden Bildungslücken zerbröselt das Fundament der radikal-libertären Lehre. Auch der gewöhnliche Libertäre muss verstehen, dass die Grenzen zwischen staatlich und privat von Anfang an in unserer modernen westlichen Zivilisation fließend verliefen und meist sogar geheim waren. Bizarrerweise predigen manche prominente Libertäre heute, dass man übergangsweise Aristokratien der Demokratie vorziehen müsse, weil Aristokraten auf ihren Besitz besser und langfristig erachten würden als demokratische Politiker auf ihren Amtsbereich. Die irreführende Verschwörungsliteratur über die Revolution und die USA. Eigentlich stellt man sich vor, dass die Verschwörungsliteratur viele tiefgreifende Studien hervorgebracht haben müsste über die amerikanische Revolution. Aber stattdessen finden wir nur bruchstückhafte und widersprüchliche Versuche, die Ereignisse zu analysieren und zu interpretieren. Der klassische Verschwörungsautor Des Griffin beschreibt in seinem Buch Die Absteiger, im Original Descent into Slavery, die 13 Kolonien in Amerika in schillernden Farben und spricht von Fleiß, moralischem Rückgrat und dynamischen Führungspersönlichkeiten. Die britische Krone hätte dann versucht, die Kontrolle über die Reichtümer der Kolonien an sich zu reißen und wurde daraufhin aus Amerika vertrieben. Später, so beklagt Griffin, hätten bösartige Kräfte die wundervollen USA schleichend infiltriert und zersetzt, indem sie beispielsweise die Rassentrennung an den Schulen aufhoben. Diese bösartigen Kräfte seien natürlich jüdische Banker wie die Rothschilds. Diese hätten mit Adam Weishaupt die Illuminaten aufgebaut und die Welt erobert. Griffin stellt die Situation dar, als hätten Meyer Amschel Rothschild und seine fünf Söhne einfach so ungestraft das britische Kolonialreich und die Welfen bestehlen können. Obwohl Meyer Rothschild noch im Ghetto aufgewachsen war, hätte seine winzig kleine Familie nur eine Generation später das britische Kolonialreich einfach so durch Bankgeschäfte und ihre Kontrolle gebracht, während die Adeligen mit offenen Mündern dumm zuguckten und keine Anstrengungen unternahmen, um die Emporkömmlinge zu verhaften, zu enteignen oder umzubringen. Fünf Rothschild-Brüder sollen das britische Imperium gestohlen haben. Ein Imperium, welches jeden Trick des Bankwesens kannte und über die Kapazitäten verfügte, um sogar konkurrierende Imperien wie Frankreich zu zerstören. Fünf Brüder, die jederzeit hätten ermordet werden können durch Agenten der Krone. Die Verschwörungsliteratur benutzt zur Untermauerung von diesem Unsinn gerne das gefälschte Zitat, laut dem Nathan Rothschild Britanniens Geld kontrollierte und sich deshalb nicht darum geschert hätte, wer auf dem Thron Englands säße. Außerdem wird immer wieder das Märchen verbreitet, wie Nathan nach Napoleons Niederlage bei Waterloo sein Vermögen an der Börse explosionsartig vermehrt haben soll. Nichts davon ist wahr. Auf Basis der Fakten können die Rothschilds nicht mehr gewesen sein als Marionetten der Adelshäuser, um Geldströme zu tarnen und die Macht des Adels zu verschleiern. Für Des Griffin und viele andere Verschwörungsautoren schufen die Rothschilds den bayerischen Illuminatenorden, führten auf eigene Faust die französische Revolution durch und übernahmen auch schleichend die Macht über die USA. Über den Strom an Nicholas Biddle wollten die Rothschilds Ende der 1820er und in den 1830er Jahren in den USA ihre Zentralbank verteidigen, was US-Präsident Andrew Jackson aber heldenhaft verhindert hätte. Jackson sei quasi der strahlende Held des Guten gewesen, die Zentralbank Second Bank of the United States hingegen der Hort satanischer Juden. Die US-Regierungen waren aber von Anfang an bankrott gewesen. Die Second Bank of the United States war 1816 nicht von bluttriefenden teuflischen Juden geschaffen worden, sondern von US-Präsident James Madison, einem der Gründerväter der USA, der noch direkt als Berater von George Washington gedient hatte. US-Präsident James Monroe, der im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatte, ernannte Nicholas Biddle als Chef der Zentralbank. Biddles Familie war in hohem Umfang an der Revolution beteiligt gewesen und Nicholas diente danach in einer Diplomatenfunktion. Der Vorläufer der Second Bank of the United States war die First Bank of the United States, die noch unter der Administration von Präsident George Washington geschaffen worden war. Die Second Bank war kein Vehikel einer jüdischen Weltverschwörung, sondern einfach ein korrupter Saftladen, der die Wirtschaft destabilisierte. Präsident Jackson war kein Gegner von Zentralbanken allgemein, sondern nur ein Gegner der Second Bank. 20% der Bankenanteile waren im Besitz der amerikanischen Bundesregierung. Der Rest verteilte sich auf 4000 Privatinvestoren, von denen 1000 Europäer waren. Ein paar hundert reiche Amerikaner besaßen den Großteil der Anteile. Präsident Jackson zog die Regierungsgelder aus der Second Bank of the United States ab und verringerte die Staatsschulden auf Null, was zwar respektabel war, ihn aber nicht zum strahlenden Ritter machte im Kampf gegen eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Die Attentatsversuche gegen ihn werden in der Verschwörungsliteratur den Rothschilds zugeschrieben, ohne dass es dafür irgendeinen Beweis gibt. Alexander Hamilton, der für die erste amerikanische Zentralbank mitverantwortlich war, wurde in der Verschwörungsliteratur als Rothschild-Agent beschrieben, weil er jüdische Wurzeln hatte und seine Frau Elizabeth Schuyler irgendwie mit den Rothschilds verwandt gewesen sein soll. Es gibt aber keine ansatzweise überzeugende nähere Verbindung zwischen Schuyler und den Rothschilds. Die Verschwörungsliteratur versucht konstant den falschen Eindruck zu erwecken. Gier und Verschlagenheit seien bei Juden besonders ausgeprägt. Zentralbanken seien prinzipiell die Vehikel von Juden. Die erste Zentralbank der USA war noch zu einem hohen Anteil im Besitz von britischen Investoren. Damals dominierten die Rothschilds im britischen Privatbanking, aber es gab auch sehr große nicht-jüdische Bankhäuser. Und wir müssen beachten, dass der winzige Rothschild-Clan von dem mächtigen Adelshaus Hessen-Kassel und dem mit Hessen-Kassel eng verwandten britischen Thron aufgebaut worden war. Das sogenannte Rothschild-Geld war wahrscheinlich Geld des Adels und die Rothschilds dienten als Mittelsmänner um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Dass der Adel ein paar Juden als Strommänner benutzte, lag wohl daran begründet, dass Juden gemäß den weit verbreiteten Klischees als wurzellose Kapitalisten galten, denen es nur um Zinsgewinne ging und die auch anderweitig nur ihre eigene Agenda im Sinn hatten. Im Laufe der Zeit entstanden dann die Theorien, laut denen die Rothschilds und ein Geheimbund der Juden, das Komitee der 300 oder der Ältestenrat von Zion usw. heimlich die Welt regieren. Die Verschwörungsliteratur interessiert sich fast überhaupt nicht für den Adel und für eine sachliche Analyse geheimdienstlicher Vorgänge, sondern ist fanatisch fixiert auf Juden und pflegt simple irreführende Schwarz-Weiß-Malerei. Nathan Rothschild wird immer wieder in der Verschwörungsliteratur zitiert mit der Drohung, er werde die USA in einen Krieg verwickeln, wenn die US-Zentralbank nicht weiter bestehen darf. Nathan hätte dann den Briten befohlen, Amerika 1812 anzugreifen. Für diese Zitate wurde noch nie eine glaubhafte Quelle geliefert und wir können davon ausgehen, dass es sich um eine Erfindung handelt. Diese Verschwörungsmythen täuschten im Laufe der Zeit viele Menschen und sogar die Führung der deutschen Nationalsozialisten, die sich davon vereinnahmen. Hitler wollte unbedingt ein Bündnis mit Großbritannien und ging fälschlicherweise davon aus, dass die USA getrennt von Britannien seien und sich in keinen weiteren Krieg in Europa einmischen würden. In dem Glauben, genügend Sympathisanten in Britanniens Oberschicht zu haben, unterließ Hitler eine Invasion der britischen Inseln und griff stattdessen das kommunistische und in seinen Augen jüdisch kontrollierte Russland an. Nicht alle Verschwörungsliteratur traut jedoch den Gründervätern der USA und feiert jene als strahlende Helden im Kampf gegen Satans Horden. Adam Weishaupt vom bayerischen Illuminatenorden hätte George Washington umgebracht und dessen Identität gestohlen, liest man immer wieder. Solche Thesen sind entweder unsinnig oder sehr schwammig und unausgereift. Die angloamerikanischen Machtzirkel verbreiteten nach der amerikanischen und französischen Revolution die ersten Bestsellerbücher mit Verschwörungstheorien, die von den Aktivitäten des Hochadels ablenkten. Der königstreue britische Freimaurer John Robeson veröffentlichte das Werk Proofs of a Conspiracy, in dem er die französischen Logen und den von den bayerischen Behörden enttarnten und verbotenen Illuminatenorden als Drahtzieher der französischen Revolution bezeichnete, ohne auch nur mit einem einzigen Satz darauf einzugehen, dass die britische Krone das Hauptmotiv besaß, um das französische Königshaus zu zerstören. Robesons zweifelhaftes Buch wurde in alle Windrichtungen verbreitet und stieß auch in den USA auf Gehör bei George Washington und dem Senator Seth Payson, der 1802 den an Robeson angelehnten Text Proof of the Illuminati veröffentlichte. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein bezogen sich andere Verschwörungsautoren explizit auf Robeson, ohne dabei wirklich eine kritische Hinterfragung vorzunehmen und die britische Spur zu verfolgen. Fast gleichzeitig war damals das Werk History of Jacobinism von Abbé Baruel erschienen, das im Prinzip das gleiche wie Robinsons Buch schilderte, aber eher auf ein katholisches Publikum zugeschnitten war. In den USA sorgte die vierbändige Reihe für einige Aufregung und sogar Thomas Jefferson geriet unter Verdacht, ein heimlicher Agent der Illuminaten zu sein. Robeson erweiterte sein Buch in späteren Auflagen um Zitate von Baruel. Erst professionelle Historiker wie Anthony Sutton und Gary Allen im 20. Jahrhundert sorgten für einen Quantensprung in unserem Verständnis des amerikanischen bzw. angloamerikanischen Establishments. Sutton konnte Primärquellen der höchst einflussreichen Geheimgesellschaft Skull & Bones auswerten, deren Gründer und wichtigste Mitgliederclans ihr Vermögen gemacht hatten mit dem Opiumhandel in China und dafür die Erlaubnis der britischen Krone hatten. Dieses Establishment konzentrierte sich lange Zeit auf die US-Ostküste, also auf das Gebiet der ehemaligen 13 Kolonien Großbritanniens. Und man muss zwangsläufig mehr erforschen, welche geheimdienstlichen Netzwerke die britische Krone von Anfang an in den Kolonien geschaffen hatte, um die Kontrolle zu wahren. Game of Thrones in Amerika. Amerika war ein begehrtes Kolonialgebiet und dementsprechend Tatum kämpft von Britannien, Frankreich, Spanien, Holland, Mexiko und sogar Russland. Der heutige US-Bundesstaat Alaska und ein Küstenstreifen bis hinunter zu Kalifornien gehörten zeitweise den russischen Zaren aus dem Haus Romanov. Eine ernsthafte Besiedelung begann unter Peter dem Großen und Katharina, wobei man aber die größte Fläche Alaskas landeinwärts vermied, weil sie zu gefährlich war. Die berühmten 13 Kolonien Großbritanniens, die 1776 ihre Unabhängigkeit programmierten, befanden sich an der Ostküste und stellten nur einen kleinen Teil dar von dem, was wir heute als die USA kennen. Der britische König George III entstammte dem Haus Hannover und damit den Welfen. Weiter im amerikanischen Inland befand sich das riesige Neu-Frankreich der Bourbonen. Und weiter westlich sowie im Süden waren riesige Gebiete unter Kontrolle des Spanischen Reichs, dessen Monarchen lange Zeit Habsburger waren und später, ab dem 18. Jahrhundert, dann Bourbonen. Kurz nach der amerikanischen Revolution geschah die französische Revolution, bei der die Bourbonen in Frankreich ihre Herrschaft einbüßten. Die Welfen konnten erst im Laufe der Zeit nachhaltig zusammenwachsen mit den russischen Zaren des Hauses Romanov. Im Jahr 1770, also kurz vor der amerikanischen Revolution, entsprach die Wirtschaftsleistung der 13 britischen Kolonien in Amerika ca. 40% des BIPs des gesamten britischen Imperiums. Massen von Sklaven mussten im Süden die Felder bewirtschaften und der weitverzweigte Handel mit Europa wurde immer bedeutender. Der spanische Erbfolgekrieg wirkte sich auch auf die Situation in Amerika aus und der britische König George III konnte die Spanier dort zurückdrängen. Später kam es im Zuge des weltweit ausgefochtenen Siebenjährigen Krieges zu einem Kampf der 13 britischen Kolonien gegen Frankreichs Kolonialpräsenz in Amerika. Britannien benötigte für seine 13 Kolonien in Amerika nicht nur klassische Kontrollstrukturen wie das Militär, den Handel und die bürokratische Verwaltung, sondern auch geheimdienstliche Netzwerke. Es war keine besondere Schwierigkeit, ein effektives Frühwarnsystem in den amerikanischen Kolonien zu etablieren. Denn aus geheimdienstlicher Sicht hatte der britische König von Anfang an alle Karten in der Hand und konnte loyale Personen in alle möglichen Positionen bringen, die wiederum das Netzwerk erweiterten durch Handel und familiäre Bindungen. Überall waren Augen und Ohren, die regelmäßig Bericht erstatten konnten über die Stimmung in der generellen Bevölkerung und über mögliche Spione der Spanier und Franzosen. Wenn also Männer mit Einfluss plötzlich begannen, sich in ihren Landhäusern ernsthaft zu unterhalten über eine Revolution, weil man dadurch zu mehr Einfluss und Geld gelangen wollte, dann wäre es für die Geheimorganisationen des Königs leicht gewesen, davon Wind zu bekommen. Gerade die Freimaurerlogen eigneten sich für geheimdienstliche Operationen, weil sich dort diejenigen Männer tummelten, die über Einfluss verfügten und Zugang zu Informationen hatten. Man darf nicht alle Freimaurer unter Generalverdacht stellen und widerlegte Mythen aus der klassischen Verschwörungsliteratur hervorkamen, sondern man muss eine sachlich nüchterne Einschätzung treffen, wie logischen Systeme zweckentfremdet wurden. Das moderne Freimaurertum begann in London fast zeitgleich mit der Hannoveraner Königsdynastie und war konstruiert als eine Art inoffizieller zweiter Adelsstand. Der gewöhnliche Adel war natürlich immer eingebunden gewesen in geheimdienstliche Strukturen und erhielt dafür Privilegien. Aber als die Gesellschaften immer größer und komplexer wurden, entstand der Bedarf für einen zusätzlichen Adel. Gewöhnliche Historiker widerlegen schlechte Mythen über die Freimaurer, weigern sich aber das Freimaurertum kritisch zu hinterfragen. Nicht alle Gründerväter der USA waren Freimaurer, wie immer wieder behauptet wurde, aber britische Geheimdienste konnten prinzipiell jedes Vehikel nutzen, um Operationen durchzuführen. Ein gewöhnlicher amerikanischer Bauer oder Kleinhändler hatte extrem schlechte Chancen in eine Freimaurerloge aufgenommen zu werden, wo sich die begüterten Leute trafen, die oft direkt für das britische Kolonialreich arbeiteten und teils auch mit dem britischen Adel verwandt waren. In diesen begüterten Schichten und Logen pflegte man den typisch britischen überheblichen Stil, der den gewöhnlichen Amerikanern ziemlich fremd wurde. Wegen den vermehrt sichtbaren britischen Soldaten und Verwaltungsbeamten in den 13 britischen Kolonien Amerikas während den Kämpfen gegen das weiter westlich gelegene Neufrankreich wurde dem gewöhnlichen Bürger in den britischen Kolonien überhaupt erst deutlich, wie stark die Kontrolle des britischen Königs war. Britische Offiziere bildeten Amerikaner wie George Washington aus und gleichzeitig wurde die britisch-amerikanische Verwaltung ausgebaut. Der Krieg gegen die Franzosen erforderte ein hohes Maß an zentraler Verwaltung und die britischen Kolonialherren merkten schnell, dass sich die gewöhnlichen Amerikaner und die Briten fremd geworden waren. Nach dem Krieg gab es für die 13 Kolonien keine ernste Bedrohung mehr durch die Franzosen und deshalb sahen die gewöhnlichen Amerikaner keinen Grund mehr für die Präsenz der britischen Truppen und Beamten und erst recht keinen Grund mehr für die hohen Steuern, die nach dem Krieg nochmal massiv erhöht worden waren. Am bekanntesten ist das Gesetz für eine T-Steuer, die dazu führte, dass Männer aus der Gruppe Sons of Liberty bei der sogenannten Boston Tea Party kistenweise Tee in den Hafen kippten. Die Kolonien erklärten ihre Unabhängigkeit, obwohl sie finanziell und militärisch der britischen Krone hoffnungslos unterlegen waren, obwohl die Bürger kriegsmüde waren und obwohl nur etwa ein Drittel der Kolonisten überhaupt an dem Versuch interessiert war, die Unabhängigkeit zu erlangen. Die erfahrenen Militäroffiziere des britischen Königs George III machten schließlich bewusst Fehler, sodass der erfahrene George Washington den Sieg davontragen konnte. Die amerikanische Revolution war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Es gab keine unterdrückten Bauernsklaven wie in Europa und Russland. Es resultierte nicht in einer offenen Diktatur. Es gab hinterher keine Selbstzerfleischung der Revolutionsführer. Keine Massenhinrichtungen. Es hatte alles einen gemäßigt intellektuellen Charakter. Es gab keinen ausgeprägten Klassenkampf und damit auch kein Umwerfen von Klassenverhältnissen. George Washington und der königliche Torbogen In seinem Buch Spies, Patriots and Traders bezeichnete Historiker Kenneth Daigler von der CIA George Washington als den Gründervater der amerikanischen Geheimdienste. Denn jener sei immerhin der Geheimdienstchef der Continental Army gewesen, der die vielen Informationen über seinen Gegner sammeln ließ und auswertete. Washington hätte den üblichen schwärmerischen Biografien zufolge fast übermenschliche Ausdauer und Intelligenz besessen, um neben seinen Aufgaben als Oberkommandierender auch noch Geheimdienstchef und Politiker zu sein. In der TV-Serie Turn, die auf dem Buch von Alexander Rose von der Cambridge University basiert, wirkt Washington wie die pure Selbstsicherheit und Überlegenheit. Fast so, als würde er über dem Boden schweben oder im nächsten Moment wie Albus Dumbledore den Zauberstab zücken. In Wirklichkeit hatten aber seine Kollegen immer große Zweifel an seinen militärischen Fähigkeiten und ebenso große Zweifel sind in der Rückbetrachtung angebracht an seinen geheimdienstlichen Fähigkeiten. Beinahe wären der Verräter Benedict Arnold gar nicht enttarnt und der britische Geheimdienstoffizier John Andre nicht geschnappt worden. Ein britischer Spionagering konnte mühelos die wichtigsten Geheimnisse von Benjamin Franklin abschöpfen und kontrollierte höchstwahrscheinlich sogar Franklin selbst. Washington hatte, soweit wir wissen, nie Agenten in die höheren Ebenen von Großbritannien einschleusen können. Umgekehrt hatten die Briten in den 13 amerikanischen Kolonien von Anfang an alle Zeit der Welt ein Agentennetz aufzubauen. Washington gewann nicht deshalb den Krieg, weil er ein brillanter Geheimdienstler gewesen war, sondern weil sein Gegner, der britische General Howe, mehrmals ideale Gelegenheiten verstreichen ließ, den Sieg zu holen. Der Historiker Kenneth Daigler erklärt schmallippig, dass Washington in den vorherigen Kämpfen gegen Indianer und Franzosen die Grundlagen der militärischen Aufklärung gelernt hätte. Im Unabhängigkeitskrieg hätte er dann fortschrittlichere Methoden erlernt und im Zusammenspiel mit seinen Mitstreitern eingesetzt. Über das Freimaurertum, dem Washington angehörte und das eine Art Grundausbildung in Geheimniskrämerei bot, schweigt sich Daigler aus. Hoff die Idee zu untersuchen, ob Washington selbst ein britischer Spion gewesen sein könnte, kommt Daigler nicht oder er will dieser Frage überhaupt nicht nachgehen. George Washington war in die Elite der wohlhabenden Plantagenbesitzer von Virginia hineingeboren worden. Sein Vater zählte schon zum kolonialen Landadel, starb aber bereits als George elf Jahre alt war. Das Erbe teilte sich auf acht Leute auf, was für George nur eine Handvoll Sklaven und ein paar hundert Hektar Land bedeutet hätte. Seine kümmerliche Schulbildung bedeutete zudem, dass er ohne einflussreiche Gönner und Kontakte kaum einen bedeutenden gesellschaftlichen Status erhoffen konnte. Er lernte den jungen Nachbarin Sally kennen aus der einflussreichen Familie Fairfax, deren Patriarch für die britische Krone arbeitete und prächtig daran verdiente. Sallies Ehemann verschaffte George einen recht einträglichen Job als Landvermesser. Georges Halbbruder Lawrence heiratete sogar in die Familie Fairfax ein, starb aber relativ bald an Tuberkulose und Pocken, worauf George zum Verwalter des Washington Familienbesitzers werden konnte. George blieb mit den Fairfaxes verbunden und durfte wohl wegen dieser Kontakte Mitglied der Freimaurer werden. Lawrence Washington war Mitglied der Koloniallegislative von Fairfax County gewesen und hatte unter dem britischen Marineadmiral Edward Vernon gedient. Nach Vernon benannten Lawrence und George seltsamerweise ihren Landsitz, Mount Vernon. Vernons Vater war Secretary of State gewesen für König William III. von Oranien-Nassau, der einst mit einer Invasionsarmee an der Südküste Englands gelandet war und den britischen Thron eroberte, worauf dann kurze Zeit später die Ära der Hannoveraner begann. Washington wurde 1752 im Alter von 20 Jahren bei den Freimaurern aufgenommen, in der Loge Number 4 in Fredericksburg, Virginia. Dort traf er auf einflussreiche Bürger Virginias, die später mit ihm in der britischen Kolonialarmee und dann auch in der Continental Army während dem Unabhängigkeitskrieg dienten. Hugh Mercer aus der Loge war beispielsweise als Offizier bei den Briten im siebenjährigen Krieg tätig gewesen. Er diente mit Washington unter dem britischen General John Forbes, der die Stadt Pittsburgh nach dem britischen Secretary of State William Pitt The Elder benannte. Mercer wurde sogar Logenmeister in Fredericksburg. Neben Washington gingen aus dieser Loge noch ein weiterer späterer US-Präsident James Monroe sowie mindestens acht Generäle der amerikanischen Revolution hervor. Der Freimaurer Thomas Posey wurde immerzu vermutet als heimlicher Sohn von George Washington und er heiratete in die Matthews-Familie ein, die adelige Wurzeln hatte. Das Freimaurertum mag noch so sehr als harmloser Club zur moralischen Veredelung der Mitglieder beworben werden, aber im britischen Kolonialreich wurden die Logen vom Adel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit benutzt, um Kontrolle auszuüben, Informationen zu sammeln, Mitglieder zu beeinflussen und geeignete Kandidaten zu finden für eine Verwendung zu wichtigeren Zwecken. In Britannien wurde erwartet, dass Freimaurer dem König und den Kolonialismus und den Imperialismus unterstützten, sich gegenseitig bevorzugten und vor allem Geheimnisse wahrten. So konnte man Loyalität prüfen und testen, ob Mitglieder das Zeug hatten für Agenten. Es gibt viele deutliche Hinweise darauf, dass Washington nach dem Erreichen des dritten Freimaurergrades eines Master Masons noch weitere höhere Grade des Systems Royal Arch verfolgen durfte. Rund 80 Prozent der Freimaurer verblieben ihr Leben lang im dritten Grad. Die klassische Verschwörungsliteratur brachte allerhand unbelegte Mythen und Fälschungen über die Freimaurer hervor. Der Vatikan produzierte Gruselpropaganda über die Freimaurer am laufenden Band und die ein oder andere Desinformation wird auch von den Freimaurern selbst in Umlauf gebracht worden sein, um Kritiker pauschal zu diskreditieren. Qualitative und gleichzeitig kritische Fachliteratur über die Freimaurer, wie beispielsweise Inside the Brotherhood von Martin Short oder The Brotherhood von Stephen Knight ist äußerst selten. Fast der gesamte Rest der Literatur ist entweder freimaurerische Propaganda oder schlechte Verschwörungsliteratur. Stephen Knight starb 1985 an einem Gehirntumor, nur ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Werks. Zwar hatte er schon Jahre zuvor Probleme mit Epilepsie, aber dies begann alles erst, als er sein Buch über Jack the Ripper veröffentlichte, in dem er die berühmte Mordserie zu den Freimaurern und dem britischen Thronzeug verfolgte. In der heutigen Zeit hat das Freimaurertum nicht mehr den Stellenwert wie früher, was zu einem Großteil daran liegt, dass die Menschen heute überwiegend nüchtern den technischen Fortschritt anerkennen, anstatt Faszination aufbringen für altmodisches mystisches Brimborium. Damals verliefen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Mystik noch fließend. Inzwischen sind auch viele Mitgliederlisten und Texte der Freimaurer nicht mehr geheim, sondern zirkulieren im Internet und auf dem Buchmarkt, was die Anziehungskraft der Organisation weiter verringert hat. Freimaurer, die zu Lebzeiten die Geheimnisse der Organisation leidenschaftlich geschützt hatten, vergassen manchmal vor ihrem Tod ihre Büchersammlung zu Hause zu verbrennen oder an andere Freimaurer oder an ihre Loge zu stiften, sodass Angehörige die Bücher fanden und lesen konnten. Wir sehen auf den inzwischen bekannten Mitgliederlisten die einflussreichsten Namen aus der angloamerikanischen Sphäre, die den gesamten gesellschaftlichen Bereich abdecken, von Business über Politik hin zu Geheimdiensten. Für den Normalbürger damals waren die Logen ein großes Fragezeichen und suspekte Einrichtungen für die reichen Leute. Für die Aufsteiger in der Gesellschaft war das Freimaurertum eine Mischung aus Trachtenverein, mystischer Sekte und Gentleman-Exklusivclub für Funktionäre des britischen Imperiums. Selbstverständlich werben die Freimaurer heute noch mit dem Glanz von George Washington, dem Geist der Demokratie und moralischer Veredelung, aber jeder müsste sofort erkennen, dass Washington immer über seine Connections gierig in die eigene Tasche wirtschaftete, sich immer ins gemachte Nest hockte, nur in gehobenen Kreisen verkehrte und keine Hemmungen hatte, reihenweise Indianerstädte niederzubrennen. George Washington schwor dem Freimaurertum seine Loyalität und bestätigte in den Aufnahmeritualen der Einzelnen gerade, dass ihm fürchterliche Strafen und der Tod drohen, falls er die Geheimnisse Unberechtigten verrät. Selbst wenn man dies nur als zeremonielle Theatralik betrachtet, so existierte doch ein erheblicher Sanktionskatalog für illoyale Verräter. Der Ausschluss aus der High Society und die soziale Ächtung, der Wegfall attraktiver Geschäftsmöglichkeiten oder Bestrafungen durch korrupte Freimaurer bei der Polizei und Justiz. Washington musste für die Initiation des dritten Freimaurergrades die Legende nachspielen von Hiram Abiff, der angebliche Architekt von König Solomons Tempel. In der Rolle von Abiff starb Washington in dem Ritual, weil er sich weigerte, die Geheimnisse der Freimaurerei zu verraten und wurde wiedergeboren als Meister der Freimaurerei. Das Ganze hat den Charakter einer Taufe. Es wurde im Nachhinein veröffentlicht, dass Washington den dritten Grad des Meisters erreicht hätte, der Rang, den die allermeisten Freimaurer innehaben. Es existieren aber verschiedenste weitere Grade darüber, die nur wenigen Freimaurern zugänglich sind und wir wissen nicht, wie tief er wirklich in die Organisation gelangte. Der 31. Grad ist begrenzt auf rund 400 Männer, der 32. Grad auf 180 und der 33. Grad auf nur 75. Bekannt wurde beispielsweise, dass besonders die höchsten militärischen Offiziere Britanniens solche Grade erreicht hatten. Ein hoher Freimaurer erklärte anonym in dem Buch The Brotherhood, dass rund 5% der Freimaurer bösartige und korrupte Figuren gewesen seien, was dem gesellschaftlichen Durchschnitt entspricht und dass sich dieser Prozentsatz seiner Einschätzung nach in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mindestens verdoppelt hätte. Das Freimaurertum könne wie ein nachrichtendienstliches Netzwerk benutzt werden, da Brüder in allen möglichen Berufen arbeiten, in denen sie Zugriff auf vertrauliche Daten haben. So lässt sich bei Bedarf schnell ein Profil einer Zielperson erstellen mit allen möglichen verwundbaren Stellen. Oftmals weiß dabei ein Freimaurer, der Informationen für seine Brüder beschafft, gar nicht für was die Informationen wirklich letztendlich benutzt werden. Am einfachsten kann der Anwalt der Zielperson benutzt werden, um die Zielperson in Schwierigkeiten zu bringen. Oder ein Polizist missbraucht die Macht seines Amtes, um Beweise gegen die Zielperson zu fälschen. Formell entstanden nach der amerikanischen Revolution neue Großlogen in den USA und es ist Freimaurern des dritten Grades formell gestattet, nach Lust und Laune neue Logen zu formen, ohne unbedingt die Anerkennung durch beispielsweise die ursprünglichen britischen Großlogen zu benötigen. Das änderte aber nichts an möglichen geheimdienstlichen Verbindungen zwischen einzelnen wichtigen Freimaurern der USA und London. Nach der amerikanischen Revolution bestanden die Regierung und Oberschicht der USA aus miteinander verfilzten Freimaurern, die sich die Taschen vollstopften. Als Stephen Knight begonnen hatte, an seinem Buch The Brotherhood zu arbeiten und als ein TV-Programm kritische Debatten über die Vereinbarkeit von Freimaurertum und Christentum führte, verbreitete die Vereinigte Großloge von England eine Warnung an die Logen, dass kein Freimaurer mit Außenseitern wie zum Beispiel Journalisten und Buchautoren sprechen solle. Der Pro-Grandmaster Earl of Cadogan hatte die Warnung formuliert. Sein Vorfahre, ebenfalls adelig, hatte einst eine Tochter, die Sir Hans Sloan heiratete, den Leibarzt von mehreren britischen Königen, Präsident der königlichen Wissenschaftsvereinigung Royal Society und Förderer eines jungen Mannes namens Benjamin Franklin, der später eine führende Rolle spielte in der amerikanischen Revolution. Wir müssen also die Freimaurerstrukturen nüchtern untersuchen auf geheimdienstliche Vorgänge, um die amerikanische Revolution besser einschätzen zu können. Freimaurer kultivierten allerhand schwurbelige Mythen über ihre Ursprünge und vermischten die Legenden aus den Jahrtausenden in einer fiktiven Entstehungsgeschichte des Freimaurertums. Wirklich bedeutend und nachvollziehbar ist die Gründung der ursprünglichen Großloge in London im Jahr 1717, also drei Jahre nach der Thronbesteigung von König George I aus dem Haus Hannover. Der sogenannte Royal Arch wurde eine besondere freimaurerische Linie, die zunehmend einen okkultistischen Charakter hatte und sich vom Christentum entfernte. Hunderte Freimaurer wandten sich an den Autor Stephen Knight und beklagten, dass sie hin- und hergerissen seien zwischen ihren christlichen Überzeugungen und den Ritualen in den Logen. Auch wenn Freimaurer nach außen behaupten, dass jede Religion eines Bruders völlig vereinbar sei mit der Logenarbeit, so treffen sich Freimaurer eben doch als exklusive Bruderschaft in uniformer Zeremonialkleidung vor einem Altar in einem Tempel, der oft genau nach Prinzipien der Zahlenmystik gebaut bzw. eingerichtet worden ist. Das Initiationsritual des dritten Grades ähnelt einer Taufe. Es gibt Rituale für alles Mögliche, wie zum Beispiel den Tod eines Bruders. Es gibt spezielle freimaurerische Namen für Gott sowie freimaurerische Legenden dazu und so weiter. Es sieht aus wie ein Orden oder Kult, klingt so und muss sich auch so anfühlen. Allerdings sind die Rituale und Inhalte im Freimaurertum bewusst vage gehalten und bedienen sich in den ersten drei Graden bei alttestamentarischen Mythen, sodass das Freimaurertum immer darauf beharren kann, keine separate eigene Lehre oder einen eigenen Gott zu haben. Wer aber für die Mitgliedschaft im Royal Arch auserwählt wurde, der erfährt im Ritual, dass es einen geheimen Namen Gottes bzw. des großen Architekten des Universums gibt, Jabul On. Dieser Name ist eine Kombination aus dem hebräischen Gott Yahweh, Baal von den Kanaanitern sowie Osiris, ägyptischer Gott der Unterwelt. Sogar der US-General Albert Pike, der den 33. Grad im schottischen Ritus erreicht hatte und als ein herausragender Gelehrter des Freimaurertums gilt, gab sich enttäuscht und irritiert über Jabul On. Für die Mitgliedschaft im Royal Arch bekommt der Freimaurer noch einen Code zum Verschlüsseln von Botschaften. Seitdem die Details an die Öffentlichkeit durchgesickert sind, versuchen Freimaurer händeringend Verwirrung zu stiften und erklären, sie selbst wüssten nicht genau, was Jabul On bedeutet, dass es diverse Theorien darüber gebe und dass die Nicht-Freimaurer nur dumme, bösartige Unterstellungen machen würden. Es ist leicht zu erkennen, dass im höheren Freimaurertum eine Faszination existiert für alte babylonische, kabbalistische, rosenkreuzerische und ägyptische Mysterien und Symbole. Je mehr man sich mit alttestamentarischer Mythologie befasst, umso mehr stößt man auf die Verbindungen der Stämme Israels mit Babylon, Rom und Ägypten. Als Stephen Knight bei den Arbeiten zu seinem Buch The Brotherhood mit 57 Freimaurern aus dem Royal Arch sprach, wurden diese bei der Erwähnung von Jabul On sehr nervös, beendeten das Gespräch, versuchten von der Kontroverse abzulenken, spielten Ahnungslosigkeit vor oder erklärten das Thema für unwichtig. Zugegeben, viele Freimaurer sind bei den Ritualen völlig ausgelastet damit, sich an den ganzen auswendig gelernten Text zu erinnern und ihnen entgehen dabei die tieferen Bedeutungen. Das Freimaurertum brüstet sich mit der Toleranz, dass jeder aufgenommen werden kann, solange er an irgendeine Religion beziehungsweise Gottheit glaubt. In manchen französischen Logen werden sogar Atheisten und Agnostiker aufgenommen. Das würde aber logischerweise bedeuten, dass auch jemand bei den Freimaurern willkommen ist, der an alte ägyptische, römische, griechische, kabbalistische oder sonstige Mysterien glaubt und oder an eine bestimmte Interpretation von Baal und ähnlichen heidnischen Figuren. Mittlerweile sind Bücher wie The Secret Teachings of All Ages von anerkannten freimaurerischen und rosenkreuzerischen Gelehrten wie Manly Hall bekannt, die offen und ausführlich erklären, wie ein Sammelsurium an esoterischen, okkulten und uralten Mysterien die freimaurerische Symbolik beeinflusst hat. Dass jeder heute Halls Schriften im Internet finden kann, gilt bei vielen Freimaurern als großes Ärgernis und führt zu händeringenden Erklärungen und Ausreden. Sicherlich sprach Hall nicht für alle Maurer, aber er war eben auch keine unbedeutende Person. Verschiedene christliche Kirchen auf der ganzen Welt erklärten, dass Freimaurertum für inkompatibel mit dem Christentum. Die sogenannte Demokratie und die sogenannte freie Marktwirtschaft der frisch geschaffenen USA waren unter Kontrolle eines Netzwerks aus Freimaurern, die sich gegenseitig Posten, Geschäfte und andere Vorteile zuschanzten. Freimaurer erklären immer wieder öffentlich, dass bei den Logentreffen generell keine Geschäfte gemacht werden. So etwas wäre Geschäftsmaurerei und in anständigen Logen völlig unerwünscht. Was die Freimaurer dabei nicht erzählen, ist, dass sie sich nach den Ritualen in der Loge häufig gerne noch woanders zum Trinken treffen und dabei fieberhaft Geschäftliches besprechen. Der stellvertretende Gouverneur von Virginia, Robert Dinwiddie, hielt den jungen George Washington für vertrauenswürdig genug, um ihn im Herbst 1753 auf eine diplomatische Mission zu den Franzosen zu schicken, um jenen eine Drohung auszuhändigen. Ohne seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern, ohne die Verbindung zur Familie Fairfax und ohne das Vertrauen, welches die britische Kolonialmacht in seinen Halbbruder Lawrence gehabt hatte, wäre Georges Karriere wohl deutlich weniger spektakulär verlaufen. Er wäre Landvermesser geblieben und oder einer von vielen Farmern mit ein paar Sklaven. Dinwiddie und Washington hielten Anteil an einer Firma namens Ohio Company, die den betreffenden Landstrich besiedeln sollte. Georges Brüder Lawrence und Augustine waren auch in diese Firma verwickelt gewesen. Die britische Krone gestattete der Unternehmung, weite Ländereien zu besiedeln, selbstverständlich mit Gewalt. Der spätere US-Gründervater und US-Präsident George Mason war sogar 40 Jahre lang Schatzmeister der Ohio Company bis zu seinem Tod. Auch der Gründervater Benjamin Franklin war in diese Geschäfte involviert. Bei einem Überfall auf den französischen Offizier Joseph Coulon de Villiers de Jumonville und 35 Kanadier hatten sich Washington und seine Männer angeschlichen wie ein modernes Sonderkommando für illegale Operationen. Jumonvilles Auftrag war gewesen, herauszufinden, ob Washington sich auf Territorium der Franzosen aufhielt und ihm gegebenenfalls eine offizielle Aufforderung auszuhändigen, aus der Gegend zu verschwinden. Die Franzosen sagen, dass Washington die Männer niederschießen ließ, nachdem sie sich ergeben hatten. Die Leichen wurden einfach liegen gelassen. Gouverneur Dinwiddie beglückwünschte Washington und beförderte ihn zum Colonel. Die Freude wehrte aber nicht sonderlich lange, denn der erwartete Gegenangriff der Franzosen und Indianer überwältigte Washington und er war gezwungen, sich zu ergeben. Er hatte das Glück, nicht erschossen zu werden, sondern musste eine Kapitulationsurkunde unterzeichnen, in der er zugab, Jumonville gezielt ermordet zu haben. Historiker nahmen Washington später in Schutz und versuchten es mit der Ausrede, jener hätte die Kapitulationsurkunde nur deshalb unterschrieben, weil ihm der französische Text schlecht übersetzt wurde. Da Jumonville mit seinen Begleitern in einer diplomatischen Rolle unterwegs war, war die französische Regierung besonders wütend und der Vorfall eskalierte die Situation zwischen Frankreich und Großbritannien erheblich. Bald darauf folgte der international ausgefochtene siebenjährige Krieg. Die Briten suchten diese große Auseinandersetzung sowieso und sie hätte auch ohne Washingtons Tötung von Jumonville stattgefunden. Aber es sieht aus, als hätte sich Washington mit einer gezielten Ermordung an der Eskalation beteiligt. War dies eine der inoffiziellen Prüfungen, die Washington bestehen musste, um aufzusteigen? Ein Massenmord und Kriegsverbrechen im Tausch für eine Beförderung, den nächsten Grad im Freimaurerorden und noch mehr Geld? Washington wollte als nächstes der regulären britischen Armee beitreten im Kampf gegen die Franzosen und bekam einen Wutanfall, weil ihm dies nicht ohne weiteres erlaubt wurde. Als Offizier aus einer der Kolonien wäre jeder noch so niederrangige reguläre britische Offizier sein Vorgesetzter gewesen. Dinwiddie verschaffte ihm stattdessen eine unbezahlte Stelle als Berater des britischen Major General Braddock. Die Braddock-Expedition begann langsam und zäh und Washington fiel eine ganze Weile wegen einer Krankheit aus. Die Unternehmung endete im Desaster, als die britischen Truppen am Fluss Monongahela von Franzosen und Indianern beschossen wurden und ins Chaos verfielen. Der schwer verwundete Braddock befahl Washington zurückzureiten und den Rest der Truppen zu holen, die nur langsam vorangekommen waren. Nach dem Rückzug schrieb Washington Briefe an Gouverneur Dinwiddie, in denen er die Schuld für den Misserfolg auf die britischen Soldaten schob, die er feige Hunde nannte. Die Soldaten aus seiner Heimat Virginia hingegen seien wie er selbst auch Helden gewesen. Er ließ sich als Held von Monongahela feiern, weil er angeblich einen hervorragenden Rückzug organisiert hätte. Auf Dinwiddie war wieder einmal Verlass, denn er lobte Washington als galant und gab ihm ein 1200 Mann starkes Regiment zur Verteidigung der Kolonie Virginia. Er ließ die Männer für Disziplinmangel auspeitschen und Deserteure hängen, auch wenn diese Deserteure aus der Unterschicht stammten und eigentlich gar kein Interesse daran hatten, in einem Konflikt der Imperien ihr Leben zu riskieren. Washington verlor in anderthalb Jahren ein Drittel seiner Männer im Kampf und beschwerte sich leidenschaftlich darüber, dass er weniger Geld bezahlt bekam als die regulären britischen Offiziere. Zu dem Zeitpunkt verwaltete er bereits den Familienbesitz und war alles andere als arm. Zudem war ihm als Bonus für seinen Militärdienst ein Haufen Land versprochen worden. 1757 schrieb er schleimig unterwürfige Briefe an den Earl of Ludun, um eine königliche Kommission zu bekommen, aber ohne Erfolg. Später war Washington in einen Vorfall verwickelt, bei dem seine Soldaten und die Soldaten eines befreundeten Kommandanten aus Versehen aufeinander das Feuer eröffneten. Dabei starben 40 Mann. Washington behauptete, sofort dazwischen gegangen zu sein. Captain Thomas Bullitt erklärte in seinem Bericht hingegen, dass Washington schuld gewesen sei einem tödlichen Vorfall und dass andere Offiziere dies bestätigen würden. Anscheinend half George wieder einmal sein Freimaurer-Bonus dabei, aus der Angelegenheit ungeschoren herauszukommen. Selbst später im Unabhängigkeitskrieg waren seine Kollegen entsetzt über seine schwachen Leistungen als Feldherr. Er konnte nur deshalb den Unabhängigkeitskrieg gewinnen, weil der britische General Howe ihn mehrmals absichtlich entkommen ließ. Washington kämpfte auch mit brutalster Härte gegen Indianer, was ihm den Spitznamen der Stadtzerstörer einbrachte, bevor er 1758 aus dem Militärdienst austrat. Zu dem Zeitpunkt war er bereits ein gemachter Mann mit viel Landbesitz und einigen Sklaven. Als Ehefrau wählte er sich die wohlhabende Witwe Martha Custis, deren verstorbener Ehemann Daniel Custis gewesen war und von dem sie vier Kinder hatte. Der Custis-Clan war einer der reichsten und prominentesten von ganz Virginia. George Washington und Martha hatten keine eigenen Kinder, sondern zogen Marthas Kinder von Daniel Custis auf, wie zum Beispiel John, der in den britischen Adelsclan Calvert einheiratete. Johns Schwiegervater Benedict Calvert war der Sohn von Charles Calvert, 5th Baron Baltimore, Lord Proprietor der Kolonie Maryland und könnte sogar der Enkel gewesen sein des britischen Königs George I. Benedicts Mutter war wahrscheinlich Melusina von der Schulenburg gewesen, eine illegitime Tochter des Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg, also Hannover, und späteren Königs George I. Im Mindesten stammte Benedict ab vom britischen König Charles II. John soll später im Revolutionskrieg für seinen Vater George Washington gearbeitet haben, als Emissär Botschaften an die britischen Truppen überbracht haben, was sehr verdächtig ist. Falls George Washington immer ein britischer Agent gewesen war, hätte er definitiv genügend Möglichkeiten gehabt, geheime Kommunikationen zu seinen britischen Kontaktleuten übermitteln zu lassen. Warum George mit Martha keine eigenen Kinder hatte, ist ein Rätsel. Man vermutete Unfruchtbarkeit bei ihm wegen einer früheren Krankheit. Es kursierten aber auch Gerüchte, er sei homosexuell oder bisexuell und würde in seiner Freimauerloge mit anderen Logenbrüdern sexuellen Ausschweifungen mit Holzdildos frönen. Es ist unmöglich im Nachhinein zu bewerten, ob dies nur Geschwätz war oder doch mehr. Seinen unzähligen Briefen ist zu entnehmen, dass mit seiner Frau sexuell sehr wenig lief und es ist rein gar nichts von Wert in den historischen Quellen überliefert von irgendwelchen außerehelichen Affären. Selbst seine frühe Bekanntschaft mit Sally Fairfax aus der Nachbarschaft scheint eine platonische Angelegenheit gewesen zu sein, auch wenn Historiker krampfhaft versuchen, eine unerfüllte Romanze hineinzudeuten. Anekdoten, die auf den ein oder anderen frühen Umgang mit Frauen hindeuten, sind unzuverlässig und beschreiben eher, wie sich junge Damen für ihn interessiert hatten, nicht wie er irgendein echtes Gegeninteresse an den Damen hatte. Sein Vertrauter Alexander Hamilton war höchstwahrscheinlich bisexuell und hatte eine Beziehung mit John Lawrence, dem Sohn eines wichtigen Landbesitzers aus South Carolina und späteren Präsidenten des Continental Congress. Washington stellte den beiden sogar ein privates Quartier zur Verfügung. Dazu kam noch der junge, möglicherweise bisexuelle französische Adelige Marquis de Lafayette, der zu einem Generalmajor in Washingtons Continental Army aufsteigen durfte, weil er dringend benötigtes Geld mitbrachte und wichtige Kontakte in Frankreich hatte. Der höchstwahrscheinlich als britischer Spion tätige Benjamin Franklin hatte den Marquis explizit empfohlen. Lafayette hatte sich zuvor sogar mit dem britischen König George III getroffen und verbrachte drei Wochen in London. Der anerkannte schwule Historiker Randy Schiltz fand heraus, dass Washington 1778 einem Soldaten in Valley Forge nicht im geringsten belangen wollte, nachdem jener beim Sex mit einem anderen Soldaten erwischt worden war. Die üblichen Strafen der damaligen Zeit für gleichgeschlechtlichen Sex waren Auspeitschungen, Haft oder in extremen Fällen Kastration. Es gab weitere solche Vorfälle und die laxen Reaktionen von Washington lagen nicht einfach nur daran, dass man die Soldaten brauchte. In Valley Forge hielt sich Generalmajor Friedrich Wilhelm von Stäuben auf, ein militärisches Genie aus Preußen. Bekanntermaßen ein Homosexueller und ihn umgaben auch Gerüchte über Pädophilie. Von Stäuben machte aus unerfahrenen Bauern und Kleinhändlern die Armee der Revolutionäre und seine Ausbildungsmethoden wurden für die nächsten 150 Jahre zum Standard der US-Streitkräfte. Washington gab ihm und dessen jungen französischen Assistenten ein gemeinsames Quartier. Von Stäubens Englischkenntnisse waren sehr begrenzt und Washington schickte ihm zwei seiner Vertrauten, die schwulen Lover Alexander Hamilton und John Lawrence. Von Stäuben war übrigens auch von Benjamin Franklin, einem höchstwahrscheinlichen britischen Agenten und sexuell sehr aktiven Mann, siehe auch Hellfire Club London, angeworben worden für die amerikanischen Revolutionäre. Von Stäuben durfte später zwei junge Soldaten adoptieren, von denen einer, William North, ein Senator wurde und es gab mit John Mulligan noch einen dritten jungen Mann, der sich in diesem Kreis bewegte. Zuvor lebte Mulligan bei Charles Adams, dem Sohn des Vizepräsidenten und späteren Präsidenten der USA John Adams und Bruder von Präsident John Quincy. John Adams gefiel nicht, wie nahe sein Sohn und Mulligan sich standen und er befahl, dass sie jene getrennte Wege gehen. Charles Adams und John Mulligan zogen beleidigt zu von Stäuben. Historiker sprechen bei der Revolution, wenn überhaupt nur über einen begrenzten Personenkreis, der schwul war und dann auch nur im allgemeinen Kontext der Geschichte der Homosexualität in den USA, ohne die geheimdienstliche Komponente zu erforschen. Wegen den barbarischen Gesetzen damals mussten Homosexuelle Geheimhaltung praktizieren und gegebenenfalls Schutz suchen durch einflussreiche Familienangehörige und Freunde. Keine Frage, dass skrupellose Spione dem Thema Homosexualität besondere Aufmerksamkeit widmeten. Man konnte einen Homosexuellen durch die Drohung, ihn zu outen, zur Zusammenarbeit verpflichten oder man konnte auf die nette und romantische Tour einen Homosexuellen rekrutieren und ganze Spionageringe etablieren. Jeder Historiker für neuere und neueste Geschichte sollte zumindest davon gehört haben, dass der KGB im Kalten Krieg einige seiner besten Agenten in homosexuellen Akademikerkreisen Englands angeworben hatte. Besonders junge schwule Männer aus betuchten Familien waren gesucht. Schwule Historiker und LGBT Medien widmen der amerikanischen Revolution besondere Aufmerksamkeit, um heute mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Wenn Schwule wie der Baron von Stäuben unersetzlich waren für den Sieg der amerikanischen Revolution, müssen Erzkonservative heute ihre starre Meinung überdenken. Die Geschichtsbücher, die sich überhaupt mit den geheimdienstlichen Aspekten der Revolution beschäftigen, behandeln den Culper-Spionagering von George Washington sehr ausführlich. John Jay, der bereits nicht sonderlich vertrauenswürdig war und eine Art Geheimdienst leitete, schickte Nathaniel Sackett zu Washington, um Missionen zu planen gegen die Briten in New York City. Sackett hatte etwas Erfolg damit, Agenten mit verschiedenen Legenden in die Stadt zu schicken, um Informationen zu beschaffen, aber letztendlich wurde er abgesägt. Ähnliche Operationen verschafften Washington militärische Aufklärung, aber auch dies war noch recht primitiv. Es folgte der Aufbau des Culper-Spionagerings, der in der TV-Serie Turn übertrieben und schmeichelhaft dargestellt wird. Washington war der Leiter, Major Benjamin Talmadge sein Case Officer und Abraham Woodhull einer der wichtigsten Agenten. Im Fernsehen sieht es hochdramatisch und professionell aus, aber in der Realität war der Ring trotz solider Tradecraft recht amateurhaft. Woodhulls Tarnung war die eines Händlers, der Waren lieferte an die Briten in New York City. Er beobachtete britische Truppen und klapperte diverse Quellen für weitere Informationen ab. Ein Agent namens Rivington soll sogar Informationen aufgeschnappt haben von den britischen Generälen Howe und Clinton. Der Agent Mulligan war ein Schneider mit einflussreichen britischen Kunden. Es kann aber durchaus sein, dass es sich bei den beiden um Doppelagenten gehandelt hat, die für die Briten arbeiteten. Für die Fernsehserie Turn wurden die Ereignisse um den Culper-Ring mit viel Fantasie aufgepeppt. Eine Geliebte von Woodhull erhält geheime Informationen von einer afroamerikanischen Bediensteten, die im Haus des britischen Majors John Andrey arbeitet. Andrey leitete äußerst wichtige Spionageoperationen und rekrutierte beispielsweise den Rebellen-General Benedict Arnold als Agenten. Hätten die Drehbuchschreiber sich strikt an die Geschichtsbücher gehalten, wäre die Serie wohl deutlich weniger spannend und unterhaltsam gewesen. Denn der Erfolg des Culper-Rings war sehr begrenzt. Die Spionage der Rebellen war insgesamt recht primitiv. Das wirkliche Ausmaß der britischen Spionage damals ist nach wie vor geheim. Falls es Washington gelungen sein sollte, höhere Ebenen der Briten zu infiltrieren, wären Erkenntnisse darüber wohl im Laufe der Zeit an die Öffentlichkeit gelangt. Sicherlich hätte Washington oder einer seiner Nachfolger in solchen Fällen versucht, solche Top-Quellen zu bewahren und unbedingt geheim zu halten, aber die Briten hätten wohl ohne allzu große Schwierigkeiten wegen ihren Quellen in den USA von solchen Operationen Wind bekommen. Selbst der CIA-Historiker Kenneth A. Daigler gibt zu, dass die Spionageabwehr der Rebellen vor und während der Revolution ziemlich schlecht war. Und dass nach der Revolution keine Anstrengungen in den USA unternommen wurden, um eine tragfähige Spionageabwehr aufzubauen. Wenn schon bei der Spionageabwehr so versagt wurde, wieso sollen wir dann glauben, dass die Führung der Rebellen große Erfolge erzielte bei der offensiven Spionage gegen Großbritannien? Washington erzielte frühzeitig Einkünfte als Leiter einer Sklavenfarm im Umfang von 73 Quadratkilometern, bekam für seinen Kriegsdienst für die britische Krone nochmal 94 Quadratkilometer und kaufte noch mehr Land dazu. Abgesehen von der Phase des Unabhängigkeitskrieges lebte er den Lifestyle eines Adeligen und verschuldete sich mit Luxusgütern, die er aus England importieren ließ. Seine Sklaven ließ er schlagen und er nutzte später Gesetzeslücken aus, um sie nicht befreien zu müssen und verkaufte manche sogar als Strafe in die Karibik, sodass sie ihre Familien nie wieder sahen. Mit dem Rückzug der Briten wurde er zum Superstar, zum neuen Staatsoberhaupt und zu einem der reichsten Männer der USA. Washington blieb sein Leben lang überzeugter Freimaurer, auch wenn seine Logenbesuche später nicht mehr so regelmäßig waren. Charles Lee, der beinahe Oberkommandant der Rebellen. Charles Lee hatte adelige Vorfahren, eine teure Ausbildung genossen, diente den britischen Kolonien Amerikas im Kampf gegen die Franzosen und Indianer und kämpfe dann in Europa unter dem britischen General John Burgoyne, der später im Unabhängigkeitskrieg enorm wichtig wurde. Er soll der Legende zufolge Sympathien entwickelt haben für die amerikanischen Kolonisten und zog nach Amerika, um sich dort mit Patrioten anzufreunden und ihnen seine militärischen Dienste anzubieten. Seine Fähigkeiten waren allen Revolutionären überlegen und er visierte das Oberkommando an über die Continental Army. Wäre dem zugestimmt worden, hätte ein wahrscheinlicher britischer Agent die Armee der Rebellen geleitet. Stattdessen ging das Oberkommando an George Washington, der zumindest unter dringendem Verdacht steht, ein britischer Agent gewesen zu sein. Man könnte Lee also als eine Art Selbstanbieter oder Überläufer bezeichnen. Normalerweise gehört es zum Standardrepertoire jeder Spionageabwehr, bei solchen Selbstanbietern und Überläufern äußerst misstrauisch zu sein und diese einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Dummerweise stammten die ganzen wichtigen Anführer der Revolution aus Kreisen, die mit dem britischen Empire zusammenhingen. Das Militär der britischen Krone, Kolonialmilizen, Universitäten wie Yale oder King's College oder die wohlhabende High Society der Ostküste. Man hätte sich für eine echte Revolution eher verlassen müssen auf Militäroffiziere, die aus den Kolonien stammten, die einem bekannt waren und die nie im Ausland gedient hatten. Denn die Revolutionäre hatten schließlich, soweit bekannt, keine bedeutenden Spione einschleusen können in die höheren Ebenen des britischen Establishments und konnten demnach nicht herausfinden, welche Agenten die Krone unter den Revolutionären hatte. Charles Lee zu vertrauen war von Anfang an ein bizarrer Fehler. Washington und er stritten sich dermaßen leidenschaftlich um Entscheidungen im Unabhängigkeitskrieg, dass Lee sogar vor einem Kriegsgericht wegen Befehlsverweigerung landete. Selbst in dem Fall, dass beide britische Agenten waren, ist es durchaus realistisch, dass sie sich nicht ausstehen konnten und jeweils nicht darüber eingeweiht waren, dass der andere ein Agent war. Bei der Schlacht von Monmouth machte Lee einen Rückzieher entgegen der Befehle von Washington. Manche Historiker werteten dies als möglichen Hinweis auf einen Verrat von Lee. Als Lee zeitweise gefangen in der Briten war, unter dem Kommando des britischen Generals Howe, entwarf Lee militärische Pläne gegen die Rebellen. Die handschriftlichen Pläne von Lee sind später in einem Archiv von Howe aufgetaucht. Alexander Hamilton, der schwule Briten-Sympathisant mit hochverdächtigen Verwandten. Alexander Hamilton hatte keine behütete Kindheit, sondern musste sich seinen gesellschaftlichen Aufstieg hart erkämpfen. Nach seiner Schulzeit gelang es ihm, ohne dass wir genau wissen wie, den einflussreichen William Livingston als Förderer zu gewinnen, der abstammte von Adligen und bedeutenden Clans wie Schuyler und Van Rensselaer. Der Vorfahre Robert Livingston, die Elder, hatte noch vom britischen König George I ganze 650 Quadratkilometer Land, das sogenannte Livingston Manor, zugesprochen bekommen, wo heute New York und New Jersey liegen. Warum war der junge Hamilton so beliebt bei Livingston? Es gibt Primärquellen wie eine Reihe an Liebesbriefen, die zeigen, dass Hamilton bisexuell war und Affären mit Männern pflegte, wie dem Revolutionär John Lawrence. Für junge Homosexuelle und Bisexuelle aus einfachen Verhältnissen ermöglichten gleichgeschlechtliche Beziehungen zu einflussreichen Männern den gesellschaftlichen Aufstieg. William Livingston hatte seinen Universitätsabschluss an der Elite-Universität Yale gemacht, die auf das britische Establishment zurückgeht. Neben Elihu Yale, der sein Vermögen in der British East India Company verdient hatte, gab es weitere einflussreiche Gründer wie James Pierpont, Vorfahre des berüchtigten Bankies John Pierpont Morgan. 1832 entstand die Studentenverbindung Skull & Bones, hinter der sich die einflussreiche Loge eines breiteren Systems angloamerikanischer Elitefamilien verbarg, deren Zentrum an der US-Ostküste lag, also dem Territorium der ursprünglichen 13 britischen Kolonien. William Livingston wurde später zu einem der Unterzeichner der Verfassung der USA und seine Familienangehörigen übernahmen wichtige Posten in dem neuen Staat, wie unter anderem Secretary of State oder Richter am Supreme Court. Ohne seinen Gönner und Förderer hätte der mittellose Alexander Hamilton nie die Elite-Universität King's College besuchen dürfen, heute bekannt als Columbia University, die von dem britischen König George II gegründet worden war. Dort startete er mit anderen Studenten eine literarische Gesellschaft, die ein Vorläufer gewesen war von der Philolexian Society, zu deren Mitglieder später Männer zählten aus Familien wie Astor und Roosevelt. Solche Gesellschaften waren ideal, um andere Studenten auszuhorchen, kennenzulernen und gegebenenfalls für diverse Pläne zu rekrutieren. Ausgestattet mit diesem noblen Bildungshintergrund durfte Hamilton sogar noch Elizabeth Schuyler heiraten, Tochter von General Philip Schuyler und Catherine von Rensselaer. Die Schuylers stammen ursprünglich aus Holland und sind verwandt mit Familien wie Livingston, Roosevelt und Bush. Gerade der Bush-Clan war über mehrere Generationen hinweg verwickelt in die Geheimorganisation Skull & Bones, aus der im 20. Jahrhundert der Geheimdienst CIA hervorging. George H.W. Bush diente als CIA-Direktor und US-Präsident, sein Sohn George als Präsident. Die van Rensselaers stammen aus Holland und wurden sehr bedeutend in der amerikanischen Politik. Kylian van Rensselaer war einer der Gründer und Leiter der Dutch West India Company, die wiederum in Amerika die Kolonie Neuen Niederlande etabliert hatte, die später an die britische Krone fiel. Holland und das Haus Oranien-Nassau standen dem britischen Thron nahe. Der Stadthalter Prinz Maurice von Oranien-Nassau hatte genügend militärischen Druck gemacht, um den Waffenstillstand mit Spanien aufzugeben, was die Schaffung der Dutch West India Company ermöglichte. Die Mutter von Maurice war Anna von Sachsen, Tochter des Kurfürsten Moritz von Sachsen und Agnes von Hessen. Wilhelm III. von Oranien-Nassau war 1688 mit einer Invasionsarmee in Südengland gelandet, übernahm den britischen Thron und bereitete den Weg für das Haus Hannover, das auf das Haus Hessen zurückgeht und mit dem das Haus Sachsen verwandt ist. Als nach der Revolution Hamiltons Freund, der Marquis de Lafayette, nach Frankreich zurückkehrte und dort in Gefangenschaft landete, organisierte Hamilton eine Befreiungsaktion mit der Hilfe seiner Schwägerin Angelica Shuler Church und deren Mann John Barker Church. Letzterer ist hochverdächtig, da er während der Revolution die Armee der Rebellen mit Gütern belieferte, danach nach England zurückkehrte und dort Abgeordneter werden durfte im britischen Parlament House of Commons. Später ging er wieder in die USA und war beteiligt an der Manhattan Company, eine Bank aus der später die Chase Manhattan Bank und JP Morgan Chase & Co. wurde und diente bei der Bank of North America, einem Vorläufer der ersten Zentralbank der USA. William Bingham, einer der reichsten Männer Amerikas, der mit konspirativen Methoden für die Revolution Nachschub von den Franzosen beschafft hatte, kaufte fast 10% der Shares an der Bank. Seine Tochter heiratete in die britische adelige Bankerfamilie Baring ein. Ihr Mann Alexander Baring, First Baron Ashburton, war sogar Mitglied im britischen Kronrat und hatte eine bedeutende Karriere als Politiker und bei der britischen Münzprägeanstalt. Baring Brothers, später Baring's Bank, war eine der einflussreichsten Banken der damaligen Zeit und ein Konkurrent der Rothschilds, die aber letztendlich genauso der britischen Krone unterstanden und von Hessen Kassel aufgebaut worden waren. Der Nachfolger der Bank of North America, die First Bank of the United States, war das Werk von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA. Dass Alexander Hamilton bei der Revolution nicht sofort überall als britischer Spion verschrien war, lag wohl daran, dass alle führenden Revolutionäre solche seltsamen Verbindungen und Vergangenheiten aufwiesen. Hamilton diente George Washington in der Continental Army als ranghoher Berater, gilt als einer der Väter der Verfassung und schmiedete aus Mitgliedern der begüterten Schicht die Partei namens Federalist Party zusammen. Sein Vertragswerk J Treaty förderte nach der Revolution wieder den Handel mit Großbritannien. Wenige Jahre bevor Napoleon Bonaparte zum französischen Diktator avancierte, Europa überfiel und die Macht der Welfen in Deutschland und auf dem britischen Thron bedrohte, wurde Hamilton zum Kommandanten der neu geformten und modernisierten US Army und wollte die militärische Konfrontation mit Frankreich. Hamilton wollte für Amerika ein Finanzsystem nach byzantinischer Art etablieren, welches für den Normalbürger unverständlich kompliziert wirkt. Er befürwortete auch, Präsidenten und Senatoren auf Lebenszeit zu ernennen und eine autokratische Zentralregierung zu schaffen, während seine Vorstellung einer Zentralbank eine Abwandlung des Systems der britischen Bank of England war. Britannien war bald der größte Handelspartner des unabhängigen Amerikas geworden und Hamilton setzte sich mit seiner Gruppe der Federalists dafür ein, diesen Handel noch mehr auszuweiten. Benedict Arnold, der Ertappte Arnolds gleichnamiger Urgroßvater war Präsident und Gouverneur der britischen Kronkolonie Rhode Island and Providence Plantations gewesen, eine von den 13 berühmten ursprünglichen Kolonien in Amerika. Sein gleichnamiger Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann, plante für ihn einen Besuch einer elitären Yale Universität, wurde aber dann zum Alkoholiker und verlor eine Menge Geld. Der junge Benedict versuchte sich kurz als Soldat, dann erfolglos als Geschäftsmann und trat der Geheimorganisation Sons of Liberty bei. Seine Ehe mit der Tochter des Sheriffs Samuel Mansfield von New Haven, der Freimaurer war, lohnte sich doppelt. Er konnte sich an den Familiengeschäften beteiligen und den Schwiegervater benutzen, um die Männer abzuwimmeln, bei denen er verschuldet war. Im Revolutionskrieg hatte er einen Draht zu George Washington und General Philip Schuyler, dem Schwiegervater von Alexander Hamilton. Im Rang eines Generals angekommen galt Benedict Arnold als der gefeierte Held, der das Fort Ticonderoga erobert und Schlachten wie bei Saratoga gewonnen hatte. Er übernahm das Kommando von West Point, der zukünftigen Ausbildungseinrichtung für Offiziere. Er wurde anscheinend bei Beförderungen wegen seiner schwierigen Persönlichkeit mehrfach übergangen. Seine Geschäfte nebenher liefen nicht gut und er hatte mit seinem verschwenderischen Lebensstil einen Berg Schulden bei Finanziers in London angehäuft. Zudem war er in den Schlachten verwundet worden. In Philadelphia verkehrte Arnold mit der High Society, obwohl diese zu einem signifikanten Teil auf der Seite Britanniens standen, und heiratete Peggy Shippen, die wiederum den britischen Major John Andre kannte, der die gesamten Spionageoperationen in New York leitete. In der TV-Serie Turn haben Andre und Shippen eine stürmische Affäre, wie in einem James-Bond-Film. Die geschichtliche Quellenlage zeigt aber, dass die beiden höchstwahrscheinlich nur befreundet waren. Peggy Shippen verhandelte mit Andre über die Details des anvisierten Verrats von Arnold. Ein Mittelsmann von Arnold kontaktierte zusätzlich den britischen General Henry Clinton. Arnolds Mittelsmann weite zusätzlich noch einen Kollegen von William Franklin ein, der Kolonialgouverneur von New Jersey und Sohn des berühmten Benjamin Franklin, der wiederum einer der Anführer der Rebellen war, aber höchstwahrscheinlich heimlich für die Briten arbeitete. Die Briten rekrutierten Arnold und Peggy Shippen schließlich für 20.000 britische Pfund Bezahlung, heute rund 3,5 Millionen Dollar. Und der Plan war gewesen, dass Arnold die Anlage West Point systematisch schwächt und sie damit den Briten aushändigt. Da die Rebellen sich keine allzu große Mühe gaben mit Spionageabwehr, verfolgten sie nur Arnolds fragwürdige Buchführung und beschuldigen ihnen, Geld unterschlagen zu haben, das er für die Durchführung von militärischen Operationen hätte verwenden müssen. Eine richtige Spionageabwehr hätte spätestens Alarm geschlagen, als er nach seiner Heirat mit Peggy Shippen sein Land und sein Haus verkaufte und die Finanzabteilung des Kongresses berichtete, Arnold habe 70.000 Dollar Schulden bei der Regierung. Die Briten hingegen waren außerordentlich gründlich bei ihrer Arbeit und prüften sorgfältig, ob Arnold vielleicht nur zum Schein als Spion für die Briten arbeiten wollte. Major John Andre wurde durch Zufall von drei Militionären aufgegriffen und durchsucht, was heikle Dokumente zutage förderte. Andre konnte sich zunächst noch herausreden und der Offizier der Revolutionsarmee Lieutenant Colonel John Jameson, ein Freimaurer, wollte ihn zu General Arnold schicken, der noch nicht aufgeflogen war. Auch George Washington ließ sich erst einmal Zeit. Jameson informierte Arnold, der sich sofort aus dem Staub machte. Man muss sich zwangsläufig fragen, ob es außer Arnold noch weitere britische Spione in den höchsten Ebenen der Continental Army gab und ob deshalb Arnold entkommen konnte. In einem Folterverhör hätte Arnold möglicherweise weitere hohe Spione verraten. George Washington und Alexander Hamilton durchsuchten das Fort von dem geflüchteten Arnold und schimpften deutlich hörbar auf den Verräter. Die beiden waren allerdings höchstwahrscheinlich selbst britische Agenten und durchkämmten das Fort, um Beweismaterial zu vernichten, das vielleicht sogar sie selbst und weitere britische Agenten belastete. Manchen Quellen zufolge hätte Washington geheult wegen Arnolds Verrat, anderen Quellen zufolge blieb er erstaunlich gelassen und ließ Arnolds Frau Peggy unbehelligt. In der Rebellenführung gab es die Überlegung, den verhafteten John Andre gegen Arnold zu tauschen. Daraus wurde aber nichts. Andre wurde hingerichtet. Benedict Arnold und seine Frau zogen 1782 nach London und hatten den Segen von König George III, aber die britische Krone vertraute den beiden keine wichtigen Aufgaben mehr an. Anscheinend war das Risiko zu groß, dass die beiden erneut für Geld die Seiten wechseln könnten. Arnolds Name wurde zum Synonym für Verrat. Man darf dabei nicht vergessen, dass der Verrat auch hätte funktionieren können, ohne Arnolds Tarnung dabei aufzugeben. Wäre John Andre nicht zufällig geschnappt worden, würde Arnold vielleicht heute in den Geschichtsbüchern stehen als Held der Revolution, der leider West Point verloren hatte. Wie viele andere vermeintliche Helden der Revolution arbeiteten heimlich für Britannien? Benjamin Franklin, der offensichtliche Verräter. Benjamin Franklins Vater und alle vier Großeltern stammten aus England. Lust auf Schulbildung hatte er keine und so begann er mit nur zehn Jahren, sich mehr schlecht als recht im schwierigen Zeitungsgeschäft abzurackern. Ungefähr als er 18 Jahre alt war, wurde der adelige Vize-Gouverneur von Pennsylvania und Delaware namens Sir William Keith aus undurchsichtigen Gründen auf ihn aufmerksam. Angeblich seien Franklins Schreibkünste der Auslöser gewesen, wobei einem auch vielfältige andere mögliche Erklärungen einfallen würden. 1724 reiste Franklin nach London, weil ihm William Keith versprochen hatte, dass dort Geld und Kontakte im Druckereigeschäft auf ihn warten würden. In London konnte er Verbindungen aufbauen zu Sir Hans Sloane, der später Präsident der Royal Society wurde, der wichtigsten Assoziation von Wissenschaftlern der britischen Krone. Franklin wurde später als Erfinder berühmt und Fellow der Royal Society. Sloane hatte seinen Doktortitel gemacht an der University of Orange Nassau im Jahr 1683. Das Adelshaus Oranien-Nassau eroberte den britischen Thron und gab diesen dann weiter an das deutsche Haus Hannover. Sowohl Königin Anne, deren Schwester mit Wilhelm III. von Oranien-Nassau verheiratet war, als auch ihre Verwandten und Nachfolger auf dem Thron George I und George II von Hannover nutzten persönlich die Dienste des Arztes Sloane. Sloane wurde zum Präsidenten des Königlichen Ärzteverbandes und zum Chef für medizinische Angelegenheiten bei der Königlichen Armee. Er wurde 92 Jahre alt und verstand offenbar seinen Beruf tatsächlich sehr gut. Ob es eine verwandtschaftliche Beziehung gab zu dem Clan Sloane Coffin, der später in die Geheimorganisation Skull & Bones und die CIA verwickelt war, ist unbekannt. Hans Sloanes Tochter Elizabeth heiratete den Baron Charles Cadogan, ein Militäroffizier, dessen Karriere davon profitierte, dass sein Bruder einen Draht hatte zum Duke of Marlborough, der wiederum dem König von England Wilhelm III. von Oranien-Nassau diente. Erinnern wir uns, Hans Sloane hatte seinen Doktortitel gemacht an der Universität von Oranien-Nassau. Der Duke of Marlborough, John Churchill, war der Sohn von Sir Winston Churchill von 1620 bis 1688, Vorfahre des bekannten gleichnamigen britischen Premierministers während dem Zweiten Weltkrieg. John Churchill diente als Diplomat, Offizier und wohl gleichzeitig als Spion. Er heiratete eine Freundin von Königin Anne und die gemeinsamen Kinder heirateten in die wichtigsten Familien Großbritanniens ein. Es ist möglich, dass er katholische Kreise infiltrierte und ausspionierte, die versuchten, wieder auf den Thron Britanniens zu gelangen. Denn Königin Anne überhäufte ihn später mit den höchsten Titeln und einem Berg Geld. Auch unter den hannophischen Monarchen florierte seine Karriere. Benjamin Franklin kaufte sich aus London eine Druckereiausrüstung mit Geld unbekannter Herkunft und machte sich selbstständig, avancierte zum Zeitungsverleger mit der Pennsylvania Gazette und schuf ein ganzes Netz aus Druckereien an der Ostküste. Die Möglichkeit von Hintermännern muss dabei selbstverständlich in Betracht gezogen werden. Er war bekannt für sexuelle Abenteuer, musste aber dann 1730 heiraten, weil dies gesellschaftlich von ihm erwartet wurde. Sein uneheliches Kind namens William von einer anderen Frau stieg später zum Gouverneur von New Jersey auf, blieb auf der Seite der Königstreuen und informierte die Briten über seine Aktivitäten. 1731, im Alter von 25 Jahren, war er ein aufstrebender Unternehmer, durfte den Freimaurern beitreten und 1734 sogar Logenmeister werden. Seine Karriere machte so dann immer größere Sprünge. Er übernahm das Amt des Postmeisters von Philadelphia und hätte den Briefverkehr ausspionieren können. Er gründete eine Bürgermiliz, vergrößerte sein Druckerbusiness, beschäftigte sich als nächstes mit allerhand Erfindungen, obwohl er fast keine Schulbildung besaß und ging schließlich in die Politik, die natürlich von den wohlhabenden Clans nominiert war. Thomas Penn, Sohn von William Penn, dem Gründer von Pennsylvania, schrieb in einem Brief über Franklin folgendes. Er ist ein gefährlicher Mann und ich wäre froh, wenn er in einem anderen Land lebte, denn ich glaube, dass er von überaus ruhelosem Geiste ist. Es ist gut möglich, dass Franklins Hintermänner bzw. seine Kontakte aus dem Freimaurertum und der Royal Society ihm das Wissen zugeschanzt hatten über Elektrizität, mit dem Franklin internationale Bekanntheit erlangte. 2016 wurde in dem alten Haus von Benjamin Franklin in London eine Grube ausgehoben, in der man rund 1200 Knochen von insgesamt 15 Menschen fand. Man erklärte sich dies damit, dass Franklins Freund, der berühmte Mediziner William Hewson, dort heimlich die menschliche Anatomie an gestohlenen Leichen studiert hätte. Einige Knochen waren zersägt oder zerhackt und Schädel wiesen mehrere Bohrlöcher auf. Franklin verbrachte mehrere Jahre in London und war sogar anwesend bei der Krönung von König George III. Er trat einem sogenannten Gentleman's Club bei, in dem sich radikale Denker und Mitglieder der Wissenschaftsvereinigung Royal Society bewegten, die sich auch für eine Unabhängigkeit Amerikas einsetzten. Es kann sich bei diesem Club um eine Falle der britischen Geheimdienste gehandelt haben, um rebellische Denker anzulocken. Der Club kann aber genauso gut einfach infiltriert worden sein von britischen Spionen. Und natürlich ist denkbar, dass Franklin den Club infiltrierte. Da er zuvor schon einflussreiche Freunde aus der Royal Society hatte, konnte er schnell das Vertrauen des Gentleman's Club gewinnen. Zudem ist relativ gut gesichert, dass Franklin in London Mitglied des sogenannten Hellfire Clubs wurde, der alkoholisierte Sexorgien abhielt, von den britischen Geheimdiensten benutzt wurde und Gerüchen zufolge in einer höchst geheimen und elitären Organisation namens The Order of the Second Circle verbunden war. Der Vorsitzende von Hellfire, Baron Francis Dashwood hatte alle typischen Verbindungen, war auch Mitglied in der Royal Society und freundete sich mit Franklin an. Horace Walpole erklärte, dass die Riten von Hellfire heidnisch waren und beispielsweise griechischen und römischen Gottheiten gehuldigt wurde. Die Forschungen für das Geschichtsbuch A History of the British Secret Service ergaben, dass Dashwoods unehrliche Tochter Rachel Antonina Lee später dem Historiker Thomas de Quincy verrät, dass Franklin tatsächlich ein Agent mit dem Decknamen Benjamin of Cookham gewesen wäre. Der Dashwood habe regelmäßig auf Franklin angestoßen, den heimlichen Verbündeten im Feindeslager. Franklin habe seine geheimen Korrespondenzen auf verschiedenen Umwegen nach London transportieren lassen. Es ist bestätigt, dass Franklin durch die Revolution hindurch finanziell beteiligt war an der Ohio Company, die neben George Washington einflussreiche Briten investiert hatten. Die neuen Steuern, die den Kolonien auferlegt wurden, wie etwa durch den Stamp Act, erzeugten sehr viel Unzufriedenheit. Nach der Protestaktion, die als Boston Tea Party berühmt wurde, schickte man Franklin vor den Kronrat und machte ihm lautstark Vorwürfe. Bei seiner Rückkehr nach Amerika waren die Kämpfe zwischen Briten und Revolutionären bereits ausgebrochen und er gab sich als glühender Verfechter von Amerikas Unabhängigkeit, was aber längst nicht alle Kolonisten für glaubhaft hielten. Die Verhaftung seines Sohnes, der Gouverneur von New Jersey war, ließ ihn kalt. Er traf auf George Washington und nahm die Rolle eines Beschaffers und Botschafters für die Revolution ein. Zu diesem Zweck reiste er mit Silas Dean und Arthur Lee nach Frankreich, um verdeckte Käufe von Waffen und Munition durchzuführen für Washingtons Armee und um finanzielle Unterstützung für die Revolution zu ergattern. Silas Dean hatte einen Abschluss von der Yale-Universität und er war der Lehrmeister für Edward Bancroft, der während der amerikanischen Revolution in Frankreich für Benjamin Franklin arbeitete und dabei als britischer Spion einen ganzen Spionagering etablierte und alle Geheimnisse Franklins über die verdeckten Käufe und Verhandlungen mit Frankreichs Monarchie abschöpfte. Dean vermittelte auch Lafayette, den schwulen Militärausbilder Baron von Stäuben und andere Figuren an die amerikanische Revolution. Zudem hatte Dean Kontakte zu dem Verräter Benedict Arnold. Arthur Lee, der andere wichtige Partner von Franklin in der Delegation für Frankreich, hatte seine Universitätsausbildung an Elite-Schulen in England wie Eton erworben, die für Spionage berüchtigt sind. Trotzdem war er derjenige gewesen, der Silas Dean misstraute und den britischen Spion Edward Bancroft enttarnte. Franklin wollte nichts von den Anschuldigungen gegen Bancroft hören, obwohl klar war, dass die Briten jedes Detail kannten von Franklins Waffenkäufen und Korrespondenzen mit den Franzosen. Ein Artikel aus der CIA-internen Fachpublikation Studies in Intelligence, der von der Geheimhaltung befreit wurde, beschreibt im Rückblick, dass Franklins Sicherheitsvorkehrungen praktisch non-existent waren. Die Botschaft war leicht zugänglich, geheime Dokumente lagen überall ungeschützt herum und wichtige Gespräche fanden nicht abgeschirmt statt. Arthur Lee war damals entsetzt gewesen über die Zustände. In Frankreich wurde Franklin Meister der Freimaurerloge Les Neufsers, die zur Großloge Grand-Orient der France zählte und später in die Französische Revolution verwickelt war. Britische Geheimdienste hatten die Französische Revolution nach Kräften gefördert. Eine Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes war der Bayerische Illuminatenorden, der formell von Adam Weishaupt geführt wurde, aber bei dem die Adelsfamilien Hessen-Kassel und Sachsen-Koburg-Gotha die Fäden zogen. Silas Dean wurde nach Amerika zurückbeordert und ersetzt durch John Adams, der Franklin nicht leiden konnte. Der Sohn von Adams war schwul und bewegte sich in den Kreisen von Alexander Hamilton und Baron von Stäuben. John Adams war verwundert, wie faul und vergnügungssüchtig Franklin in Paris agierte, obwohl die Revolution in Amerika auf Messers Schneide stand. Der Tagesablauf von Franklin bestand zum Großteil aus nutzlosen, aber unterhaltsamen Meetings und Abendessen, die ihn zunehmend übergewichtig machten. Während Männer in Amerika auf den Schlachtfeldern starben, fraß und vögelte sich Franklin durch das Nachtleben. Es gelang Franklin, die Franzosen zu überreden, die amerikanische Revolution im großen Stil zu unterstützen, was Frankreich letztendlich in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten brachte. 1782 endeten schließlich die Kampfhandlungen in Amerika. 1775 waren die Rebellen bereit, um sich mit den Briten anzulegen, aber es fehlte den Rebellen an Waffen, Schießpulver, Zelten und Uniformen, um überhaupt auch nur den Hauch einer Chance zu besitzen, in einem längeren Krieg die britische Armee abzuwehren. Es war bei Ausbruch der Kämpfe noch überhaupt nicht klar, ob Frankreich sich in größerem Umfang in den Konflikt hineinziehen lassen würde. Im Dezember 1775 erklärte ein Agent des französischen Außenministeriums gegenüber Benjamin Franklin die Bereitschaft, die amerikanischen Rebellen verdeckt materiell zu unterstützen. Aber erst als George Washington 1776 in Trenton einen Sieg holte, der ihm wahrscheinlich von den Briten zugeschanzt wurde und sich 1777 der britische General Burgoyne mit tausenden Soldaten ergeben musste, was höchstwahrscheinlich ebenfalls Absicht der Briten war, glaubten die Franzosen, dass es lohnenswert sei, die amerikanischen Rebellen offen zu unterstützen und dem Krieg gegen Britannien beizutreten. Der französische Agent Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais gründete zu Beginn des Jahres 1776 mit Geld der französischen Regierung die Tarnfirma Rodrigue Hortales Isier. Es war bekannt, dass die Rebellen leere Kassen hatten und deswegen musste das Geld vorgestreckt werden von Frankreich und Spanien. Ende 1776 waren 200 Kanonen, 300.000 Musketen, 100 Tonnen Schießpulver, 3000 Zelte, eine Menge Munition und 30.000 Uniformen geschafft worden. Die Rebellen waren auf diese Unterstützung auf Gedeih und Verderb angewiesen, weil sie selbst nicht in der Lage waren, bedeutende Mengen an Waffen in Amerika herzustellen. Die Briten waren zu jedem Zeitpunkt, also auch von Anfang an, informiert über die französischen Lieferungen. Vor diesem Hintergrund hätte es eigentlich selbstverständlich sein müssen für Britannien, möglichst schnell und entschlossen, den militärischen Sieg gegen die Rebellen zu erringen. Stattdessen trat der britische General Howe auf die Bremse, gab Washington Zeit, ließ ihn entkommen, verzögerte mehrfach die Verfolgung und ließ mehrere ideale Gelegenheiten verstreichen, Washington und dessen Continental Army zu vernichten. Mit jedem Monat der Verstrich erhielten die Rebellen mehr und mehr Schießpulver, Gewehre und Kanonen. Es scheint, als wollte Großbritannien die Rebellion am Leben erhalten und Frankreich immer tiefer und tiefer in den Konflikt hineinziehen. John Adams und die Mechanics John Adams war kein Militäroffizier, sondern ein typischer Anwalt aus der wohlhabenden Schicht. Er studierte an Harvard und verkehrte zunehmend in rebellischen Zirkeln. Zu Beginn der Revolution war Adams einer der Leiter der subversiven Gruppe Sons of Liberty in Boston, wo die Situation durch Propaganda und Provokationen zur Eskalation getrieben wurde. Adams war einer der wichtigen Schreibtischtäter und Politiker, während die gewöhnlichen Leute die anstrengende Arbeit auf den Straßen erledigten, britische Funktionäre zu bedrohen und Protestaktionen durchzuführen. Man muss sich fragen, woher John Adams die Fähigkeiten nahm, eine solche Bewegung zu leiten, die Aktivitäten, die militärischen Vorbereitungen und vor allem die Provokationen genau zu planen und zu koordinieren mit vielen anderen führenden Revolutionären im Land. Solche professionellen Aufstandstechniken erwartet man von Geheimdiensten, nicht von Anwälten. Bei dem sogenannten Boston-Massaker war es zu offenen Auseinandersetzungen gekommen zwischen britischen Soldaten und den Bürgern. Fünf Bürger wurden dabei erschossen und die verantwortlichen Soldaten wurden ausgerechnet von John Adams vor Gericht vertreten. Vielleicht war das Massaker wirklich spontan entstanden und vielleicht war es das Ergebnis von gezielten Provokationen. Es gehört zu den Standardtechniken für Aufständische, die Autoritäten zu reizen und zur Gewalt zu verleiten und hinterher die Gewalt propagandistisch auszuschlachten, um die Stimmung in der Bevölkerung zu manipulieren. Es gehört zu den großen Rätseln, warum John Adams als Anwalt die Verteidigung der britischen Soldaten vor Gericht übernahm und Freisprüche erwirkte. Der Historiker Hillard Sobel vermutet, dass er als Gegenleistung mit einem Posten der Legislative belohnt wurde. Wieso ging Adams aber das Risiko ein, sich die Bürger zum Feind zu machen? Die Briten schickten sicherheitshalber Truppen nach Boston, wo sie letztendlich mit den bewaffneten Sons of Liberty zusammenstießen. Die obere Kaste der Sons of Liberty formte eine Art Geheimdienst namens The Mechanics, der sich wie ein Haufen Amateure immer am selben Ort traf, nämlich die Taverne zum Grünen Drachen. Und natürlich war die Führungsebene der Organisation von mindestens einem britischen Agenten infiltriert. Dr. Benjamin Church, der später der Chefmediziner für Washingtons Continental Army wurde, war ein Verräter. Die Mechanics verwendeten keine angemessenen Methoden, um ihre Mitglieder zu prüfen, sondern man ließ die Männer auf eine Bibel schwören, die Geheimnisse der Gruppe zu wahren. Hätte man halbwegs gründliche Hintergrundprüfungen vorgenommen, wären die offensichtlichen Sicherheitsrisiken schnell aufgefallen. Dr. Church leistete sich ab 1772 eine teure Geliebte und ein teures Haus, was mit seinem Einkommen als Arzt nicht vereinbar war. Sein zweites Einkommen als Spion für die Briten war recht einträglich. Der Geheimdiensthistoriker Kenneth Daigler, ehemals CIA, schreibt in seinem Buch Spies, Patriots and Traders, dass die Rebellen von kleinen Ausnahmen abgesehen über keine richtige Spionageabwehr verfügten. Diesen Satz muss man dreimal lesen und im Gesamtkontext betrachten, um dessen wahre Bedeutung zu verstehen. Britannien hatte von Anfang an in den 13 Kolonien jede Gelegenheit, um ein Spionage- und Spitzelnetz aufzubauen und brauchte infolgedessen keine allzu große Truppenstärke in den 13 Kolonien. Ein geheimdienstliches Netz war billiger und effektiver und eleganter als ein großes stehendes Heer, um Kontrolle zu wahren. Die bedeutenden Rebellen hatten ihre Universitätsabschlüsse an elitären Einrichtungen wie Yale, Harvard oder King's College gemacht, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von britischer Spionage durchzogen waren. Die Umstände an den Universitäten waren optimal für geheimdienstliche Netzwerke und es war praktisch garantiert, dass ein als Agent neu angeworbener junger Mann mit guten Noten später einen Beruf ausüben würde in der Politik, Verwaltung, Justiz, in der Geschäftswelt und so weiter. In moderneren Zeiten galt es als selbstverständlich, dass die Geheimdienste an den Universitäten neue Agenten anwarben. Auch Geheimdienste wie der KGB versuchten nach Kräften, die Top-Universitäten Britanniens und Amerikas zu infiltrieren und junge Männer als Agenten anzuwerben, die dann später wichtige Jobs ergattern würden. Die amerikanischen Rebellen hingegen verfügten nie über ein richtiges System der Spionageabwehr und der Gegenspionage. Dieses völlig asymmetrische Verhältnis hätte eigentlich dazu führen müssen, dass jede Rebellion im Keim erstickt worden wäre. Die Tatsache, dass die Rebellen mit ihrer stümperhaften Vorgehensweise überhaupt so weit kamen, deutet stark darauf hin, dass die britische Führung die Rebellion zugelassen hatte. Paul Revere, ein berühmter Anführer aus dem Umfeld der Sons of Liberty, hatte seine Zweifel an Dr. Benjamin Church in einem Brief geäußert. Ich war ein unablässiger, kritischer Beobachter, was ihn anbetraf. Und ich muss sagen, dass ich ihn nie für einen prinzipientreuen Mann hielt und dass ich immer stark angezweifelt habe, dass er ein echter Whig war. Ich wusste, dass er sich abgab mit Captain Price, einem britischen Offizier, der auf halbiertem Sold war, und dass er regelmäßig mit ihm und Robinson zu Abend aß, einem der Commissioner. Revere glaubte dennoch, dass Church ein echter Unterstützer der Rebellen war, bis zu dessen Enttarnung als Verräter. 1775 wurde eine der verschlüsselten Botschaften von Church an seinen britischen Kontaktmann abgefangen und entziffert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er so früh wie möglich die geheimdienstlichen Aktivitäten der Sons of Liberty verraten hatte. Besonders verheerend, Agenten der Sons of Liberty übernahmen immer wichtigere Missionen und formten unter anderem den berühmten Koper-Spionagering. Weiteste Teile der Geheimdienstaktivitäten der Rebellen waren wohl von Anfang an kompromittiert. Der Verräter Church wurde verbannt in die West Indies, aber auf der Reise dorthin versank sein Schiff, und man hörte nie wieder von ihm. Normalerweise hätte die Continental Army nach dem Verrat von Church eine gründliche Untersuchung durchführen müssen, welchen Umfang sein Verrat hatte. Gesichert war, dass er den Briten militärische Geheimnisse der Rebellen übermittelte. Aber er hätte als Führungspersönlichkeit der Sons of Liberty zudem noch Agenten der Rebellen verraten und theoretisch auch einen ganzen Spionagering bei den Rebellen etablieren können. Es ist nichts darüber bekannt, dass George Washington eine breite Untersuchung durchführen ließ. John Adams, so es überliefert, schlug das britische Angebot aus für einen Haufen Geld und einen königlichen Kolonialverwaltungsposten, seine aufrührerischen Umtriebe einzustellen. Die Mechanics bekamen, hauptsächlich durch Observationen und einfache Spitzel, vorzeitig Wind von dem Plan der Briten bei Lexington und Concord einzufallen, um dort Waffen und Munition zu beschlagnahmen. Zwar hatten die Rebellen möglicherweise eine Quelle im Umfeld des britischen Kommandeurs Gage, aber die Briten hatten mit Church mindestens einen Top-Agenten in der Führung der Sons of Liberty und der Mechanics. Warum verhaftete Gage dann nicht einfach komplett die Führung der Sons of Liberty und der Mechanics? Der CIA-Historiker Kenneth Deigler vermutet, dass Gage es für taktisch klüger hielt, dies nicht zu tun. Adams diente zweimal als Vizepräsident der USA, unter George Washington und einmal als Präsident. Während seiner Tätigkeit als Diplomat verhandelte er den fragwürdigen Frieden mit Großbritannien und sicherte für die USA Darlehen von Bankiers aus Amsterdam. John Adams galt während seiner Zeit als Präsident als egomanischer Quasimonarchist und er forderte, dass der Präsident nur mit Eure Hoheit angesprochen werden dürfe. Als Präsident später verabschiedete er die Alien and Sedition Gesetze, die Kritik an der Regierung praktisch unter Strafe stellten. John Jay und die krassen Versäumnisse John Jay entstammte einer wohlhabenden Familie mit Verbindungen zu den Schuilers und von Rensselaers, siehe auch Alexander Hamilton. Er besuchte King's College und befreundete sich dort unter anderem mit Robert Livingston, dessen Cousin William Livingston der Förderer von Alexander Hamilton war. Als Jurist und dann auch Politiker wurde Jay immer prominenter in den Kreisen der Revolutionäre. Kurz vor Ausbruch der Revolution heiratete er Sarah Van Brew Livingston. Im Unabhängigkeitskrieg leitete er in New York State einen Geheimdienst namens Committee and First Commission for Detecting Conspiracies. Zu Beginn handelte es sich dabei um eine recht bürokratische, unspektakuläre Angelegenheit. Hunderte Fälle von möglichen und tatsächlichen Sympathisanten und Zuträgern der Krone wurden bearbeitet und genau auf Papier festgehalten. Dann begann Jay offensive Spionage Operationen. Sein Personal hatte eine Stärke von ein paar Dutzend Mann und die Ergebnisse waren durchwachsen. Im Revolutionskrieg beklagte George Washington die Spionagekapazitäten der Briten, während den Rebellen höchstens auf lokaler Ebene etwas Spionageabwehr und Gegenspionage gegen die Briten gelang. Nach der Revolution war John Jay beauftragt, mit den Briten zu verhandeln. Später diente er noch als erster Chief Justice am obersten Gerichtshof der USA. Seltsamerweise gab es in den USA nach dem Unabhängigkeitskrieg keine überlieferten Anstrengungen, die Versäumnisse nachzuholen und endlich einen zentralisierten, professionellen Dienst zur Spionageabwehr zu schaffen. Es gab auch keine Säuberungsaktionen, wie sie nach Revolutionen eigentlich üblich sind, um verbleibende Spionagenester des geschlagenen Gegners auszuräuchern. Der CIA-Historiker Kenneth Daigler müsste eigentlich höchst misstrauisch sein, wenn er dies so in seinem Buch erklärt. Wie soll es den Rebellen gelungen sein, die Revolution ohne substanzielle Kapazitäten in der Spionageabwehr und Gegenspionage zu gewinnen? Und wie soll es möglich gewesen sein, dass die Rebellen nach der Revolution die Kontrolle über die USA behielten, obwohl sie es versäumten, eine substanzielle Spionageabwehr und Gegenspionage aufzubauen? Sicherlich hatten nach der Revolution bekannte königstreue Funktionäre die USA verlassen und es formten sich neue freimaurerische Großlogen, aber auch das sind keine gründlichen Aufräumarbeiten. Der Handel mit Britannien ging weiter, Güter und Personen flossen hin und her. Thomas Jefferson, der Kryptoman Jefferson gilt in Amerika bei Patrioten, Konservativen und Libertären als eine Art Moses der Demokratie und die von ihm maßgeblich entworfene Verfassung als heilige Schrift. Sogar Sozialdemokraten zollen teilweise ihren Respekt und mehrere Rechtsterroristen zitierten ihn. Sein Vorfahre mütterlicherseits Peyton Randolph hatte in London Jura studiert und arbeitete als Staatsanwalt der britischen Kolonie Virginia und als Abgeordneter. Der Gouverneur Robert Dinwiddie, der auch den jungen George Washington förderte, war quasi sein Vorgesetzter. Später schloss sich Randolph der Revolution an. Jefferson wirkt in vielerlei Hinsicht mehr wie ein angepasster Snob und bequemer Bürokrat als ein flammender Revolutionär. Er genoss die privilegierte Kindheit wohlhabender Kolonialfamilien, wurde auch Anwalt und Politiker, heiratete standesgemäß und zeugte Kinder. Leidenschaft hatte er hauptsächlich für sein geliebtes Virginia, weniger für die anderen Kolonien. Warum wurde ausgerechnet eher zu einer Führungspersönlichkeit der Revolution? Seine Schriften wie A Summary View of the Rights of the British America lesen sich recht langweilig und hätten auch von vielen anderen Personen verfasst werden können. Militärische Fähigkeiten hatte er keine und von geheimdienstlichen Fähigkeiten ist äußerst wenig überliefert. Er war ein Amtsstubenhocker, der nach der Revolution US-Botschafter in Paris und Außenminister werden durfte und die französische Revolution unterstützte, was im Interesse Großbritanniens lag. Normalerweise haben diese Posten einen erheblichen geheimdienstlichen Bezug, was darauf hindeutet, dass Jeffersons Verdienste und Fähigkeiten wohl doch eher im Bereich der Geheimdienstarbeit lagen. Jeffersons Kollegen in Europa waren der höchst Suspekte Benjamin Franklin und John Adams. Später diente er als US-Vizepräsident und Präsident, wobei er einerseits den Eindruck aufrechterhielt, die USA eigenständig zu halten gegenüber Großbritannien, andererseits aber den Franzosen massiv schadete, was im Interesse der Briten lag. 1798 kam es zum sogenannten Quasi-Krieg auf den Meeren zwischen den USA und Frankreich. Denn die USA weigerten sich hartnäckig ihre Schulden bei den Franzosen zu begleichen. Die monarchische Regierung Frankreichs hatte sich schließlich Jahre zuvor von Benjamin Franklin überreden lassen, einen Haufen Geld zu investieren in die amerikanische Revolution, um damit Großbritannien zu schaden. Dann hatten britische Geheimdienste und höchstwahrscheinlich auch die USA verdeckt die französische Revolution gefördert. Hinterher erklärten die neu geformten USA, dass man die Kredite an Frankreich nicht zurückzahlen werde, da die Kredite ja von der alten untergegangenen französischen Monarchie gewährt worden waren. Die wütenden Franzosen beschlagnahmten daraufhin hunderte amerikanische Handelscheffe und die USA schufen ihrerseits die US-Kriegsmarine. Die Kämpfe endeten erst, als Napoleon Bonaparte einen strategischen Rückzieher machte und einen Vertrag aushandelte. Jefferson schickte 1801 Robert R. Livingston nach Frankreich, um über Gebietskäufe zu verhandeln. Frankreich besaß immer noch gigantische Gebiete auf amerikanischem Boden, während die USA noch auf die Ostküste beschränkt waren, hatte aber nicht das Geld und den Willen, um das Territorium zu halten und zu entwickeln. Livingston galt ebenfalls als einer der Gründerväter der USA und war an der Ausarbeitung der Unabhängigkeitserklärung beteiligt gewesen. Er entstammte der höchst einflussreichen und verdächtigen Livingston-Familie, die adelige Wurzeln hatte und mit Clans wie Schuyler und von Rensselaer verbunden war. Robert hatte am King's College, später Columbia University studiert, das vom britischen König etabliert worden war und übte als Freimaurer die Position des Großmeisters der Großloge von New York aus. Die USA konnten schließlich den Franzosen riesige Gebiete in Amerika für einen Sportpreis abkaufen und damit das US-Gebiet verdoppeln. Innenpolitisch verfolgte Jefferson das Ziel, Schulden abzubauen und Korruption zu bekämpfen, um das Land einigermaßen stabil zu halten, denn die offiziellen Währungen und privaten Banken taugten meistens nichts. Dafür wird Jefferson heute noch gefeiert und als Vorbild betrachtet, obwohl klar ist, dass er zuallererst der Vertreter der Interessen einer wohlhabenden Schicht war. Ein deutlicher Hinweis auf einen geheimdienstlichen Hintergrund ist das fortschrittliche Chiffriergerät WheelCypher, das Jefferson erfunden haben soll. Die zylindrische Form mit den einzelnen Scheiben, durch die ein hoher Grad an Verschlüsselung erreicht werden kann, war für die damalige Zeit eine absolute Sensation. Fast baugleiche Geräte wurden noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den USA benutzt. Es heißt, Jefferson und die damaligen US-Behörden hätten diese Errungenschaft aber nicht eingesetzt, sondern sich auf altbackene Codes verlassen. Erst rund 100 Jahre nach Jefferson seien solche Geräte verwendet worden bei Streitkräften, Geheimdiensten und Diplomaten. Die zu Jeffersons Zeit und der amerikanischen Revolution gängigen Verschlüsselungsverfahren waren Substitutionschiffren, die schon über 2000 Jahre lang auf der Welt zum Einsatz kamen. Bekannte historische Beispiele sind Cäsars Geheimbotschaften, der jüdisch-kabbalistische Adbasch-Code sowie das Freimaurer-Alphabet. Nach einem bestimmten Muster werden dabei die Buchstaben einer Botschaft ausgetauscht. Wer dieses Muster kennt, kann die Botschaften wieder lesbar machen. Schon um das Jahr 800 herum gelang es arabischen Mathematikern, solche Verschlüsselungen zu brechen, also eine abgefangene Botschaft durch Berechnungen lesbar zu machen. Unser westliches Standard-Alphabet konnte verschlüsselt werden mit 4 mal 10 hoch 26 Möglichkeiten, was zwar einem 88-Bit-Schlüssel entspricht und durch simples Herumprobieren unmöglich zu brechen war, aber Mathematiker waren in der Lage, statistisch die Häufigkeit bestimmter Buchstaben zu erfassen und abzugleichen mit der Häufigkeit, mit der bestimmte Buchstaben in der jeweiligen Sprache verwendet wurden. Konnte man herausfinden, dass ein bestimmter Buchstabe in der verschlüsselten Botschaft für den Buchstaben E im Klartext steht, konnte man sich weiter voranarbeiten. Auch typische Buchstabenkombinationen boten Angriffsfläche. Die Coder verbesserten im Laufe der Zeit die Komplexität, mit der die Buchstaben ersetzt wurden und ersetzten Buchstaben zunehmend mit Zahlen, aber dennoch blieben bei dem Verfahren die typischen Schwächen erhalten. Sowohl George Washington und die Rebellen als auch die Briten verließen sich im Unabhängigkeitskrieg auf Substitutionsschiffen. Washingtons Culper-Spionagering benutzte im Laufe der Zeit ein komplexes Codebuch, das zwar eine stärkere Verschlüsselung ermöglichte, aber auch höchst riskant war, da ein Verräter im Besitz des Codebuches katastrophale Folgen gehabt hätte. Die Culper-Organisation sah vor, dass nicht einmal Washington die Identität der ganzen Spione kennen sollte. Erst im Jahr 1930 wurde die Existenz des Culper-Rings öffentlich bekannt. Eine weitere altmodische Technik, die zur amerikanischen Revolution im Einsatz war, ist der Buchcode. Die verschlüsselte Geheimbotschaft besteht aus einer Zahlenkombination und der Empfänger muss die Zahlen abgleichen mit einem bestimmten Buch. Eine Zahlenkombination wie beispielsweise 650101 ist nicht entzifferbar, denn man nicht weiß, welches Buch zur Entschlüsselung gebraucht wird. Mit dem passenden Buch entsprechen die Zahlen Seite 65, die erste Zeile und das erste Wort. Der Verräter Benedict Arnold kommunizierte mit dem Briten John Andre in einem Buchcode. Die verwendeten Bücher waren Commentaries on the Laws of England und Nathan Bailey's Dictionary. Typisch für die amerikanische Revolution waren auch unsichtbare Tinte, die erst durch Chemikalien lesbar wurde, sowie Signale, die mit Kleidungsstücken auf Wäscheleinen kodiert waren. Die damaligen Chiffrierverfahren wurden mehrfach gebrochen. 1775 konnten Albridge, Gary und andere Männer einen Brief entschlüsseln, dessen Inhalt den Verdacht nahelegte, dass der Chefmediziner von Washingtons Armee Benjamin Church ein britischer Spion war. Church hatte eine geliebte Beauftragte, den Brief an einen britischen Major zu übergeben, aber die Botschaft wurde abgefangen. Historiker fanden später heraus, dass Church tatsächlich über einen längeren Zeitraum Geheimnisse für Geld an die Briten übermittelt hatte. Der Codebrecher Albridge, Gary war zusammen mit mehreren Kongressabgeordneten und Militäroffizieren Teil der Gruppe Conway Cabal, die mit George Washingtons Leistung unzufrieden war und ihn ersetzen wollte. 1781 erzielte James Lovell bedeutende Erfolge bei der Kryptoanalyse britischer Kommunikationen. Thomas Jefferson soll seine hochmoderne Walzenschiffriermaschine im Jahr 1795, also kurz nach den Code-Debakeln des Unabhängigkeitskrieges erfunden und dann als Kuriosität ins Regal gestellt haben. Wir sollen denken, dass er den Einsatz des Geräts nicht durchgesetzt hatte für geheime Kommunikationen der USA, sondern dass er seine einsatzfähige Erfindung als Spielerei betrachtete. Erst rund ein Jahrhundert später erfand ein Franzose ein ähnliches Gerät und das Konstruktionsprinzip setzte sich durch. War Jefferson vielleicht gar nicht der Erfinder? Gab es diese Schiffriermaschine bereits im Unabhängigkeitskrieg? Kommunizierte er damit heimlich mit irgendwelchen Personen? Mit den höchsten Ebenen der britischen Spionage? Wenn im Kalten Krieg bei einer wichtigen Person eine bis dato unbekannte, höchst fortschrittliche Schiffriermaschine gefunden worden wäre, hätten sofort die Alarmglocken geschrillt. Man hätte sich nicht mit der Erklärung zufrieden gegeben, dass es sich dabei nur um eine technische Spielerei handelt. Man fand angeblich erst im 20. Jahrhundert zufällig in überlieferten Papieren von Jefferson den Bauplan für die Schiffriermaschine, also 200 Jahre nach der angeblichen Erfindung durch Jefferson. Die US-Streitkräfte verwendeten von 1922 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs die Schiffriermaschine M94, die fast baugleich war zu Jeffersons ursprünglichem Design. Genau dann, als die M94 zum Einsatz kam, sollen die uralten Papiere von Jefferson gefunden worden sein. Seltsames Timing. Es ist nichts bekannt darüber, dass er irgendeinen Hintergrund als Kryptografieentwickler oder Codebrecher hatte. In einem Haus auf seinem riesigen Hof Monticello fand man angeblich eine funktionsfähige Schiffriermaschine mit 36 Scheiben in französischer Sprache, die man heute im Kryptomuseum der NSA begutachten kann. Deutsche Codebrecher konnten im Jahr 1944 die Verschlüsselung der amerikanischen Schiffriermaschine M94 bzw. der Variante M138 bezwingen, aber zu dem Zeitpunkt verfügten die Amerikaner bereits über deutlich fortschrittlichere Verschlüsselungstechnologien. Es scheint, als waren die Amerikaner immer ein paar Schritte voraus. Stellen wir uns einen Moment lang vor, dass Jeffersons Schiffriermaschine bereits zu seiner Zeit im Einsatz war. Man hätte für eine lange Zeit über eine absolut sichere Form der Kommunikation verfügt. Wäre eine verschlüsselte Botschaft abgefangen worden und in den Händen eines Gegners oder Unbefugten gelangt, wäre der Gegner bzw. der Unbefugte davon ausgegangen, dass es sich um einen gewöhnlichen Substitutionscode handelt. Jeder Versuch, die Verschlüsselung zu brechen, wäre ins Leere gelaufen. Stellen wir uns weiterhin vor, dass die allerhöchsten Ebenen der amerikanischen und britischen Eliten im 19. Jahrhundert sowohl modernere Varianten der Schiffriermaschinen entwickelten, als auch herausfanden, wie man einfachere Varianten knackt. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Franzosen eine Maschine erfanden, die vergleichbar war mit Jeffersons altem Gerät, waren die Amerikaner und Briten vielleicht schon in der Lage, die französische Maschine und alle anderen baugleichen bzw. ähnlichen Maschinen auf der Welt zu brechen. 1922 wurden, angeblich aus Zufall, Jeffersons alte Dokumente zu seiner Maschine gefunden, in der Library of Congress und der Bauplan wurde verwendet für die M94 des US-Militärs. Als die Nazis 1944 die M94 brechen konnten, waren die USA längst technisch weiter. Vielleicht hatten die USA sogar in Kauf genommen, dass die Deutschen die M94 irgendwann brechen würden und benutzten Kommunikationen mit der M94 gezielt, um die Deutschen zu täuschen. Die deutsche Enigma-Schiffriermaschine, die eine deutliche Weiterentwicklung des alten Jefferson-Prinzips war, wurde der gewöhnlichen Geschichtsschreibung zufolge während dem Zweiten Weltkrieg mit hohem Aufwand von den Briten gebrochen. Die Geschichte dazu ist mittlerweile bekannt, aber nicht unbedingt die ganze unverfälschte Geschichte. Bereits im Ersten Weltkrieg versagte das deutsche Codiersystem, weil die Briten ein deutsches Codebuch aus einem gesunkenen Schiff bergen konnten und mehrere Schritte voraus waren. Die Enigma wurde 1923 und 1924 noch auf Messen frei zum Kauf angeboten und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass die Briten und oder Amerikaner relativ früh Exemplare in die Hände bekamen und genauestens untersuchten. 1973 wurde der Öffentlichkeit enthüllt, dass die geheime britische Einrichtung Bletchley Park mitten im Zweiten Weltkrieg die sogenannte Touring-Maschine entwickelt hätte. Eine Art früher Computer zum brechende Enigma. Die Erzählungen dazu, die auch mehrfach verfilmt wurden, muss man misstrauisch betrachten. Wir sollen glauben, dass Amerika und Großbritannien die Entwicklung der Kryptographie verschlafen hätten und quasi erst im letzten Moment mit äußerster Kraftanstrengung den Sieg errangen. Als man in Deutschland 1923 problemlos eine hochmoderne Enigma kaufen konnte, hatten die Amerikaner für ihre Streitkräfte gerade erst die M94 eingeführt, ein Nachbau des uralten Designs von Thomas Jefferson aus den 1790er Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass die Eliten des angloamerikanischen Imperiums in den 1920er Jahren bereits mehrere Schritte voraus waren. Falls irgendwelche angloamerikanischen Geheimdienstler oder Militäroffiziere versucht hätten, sich zu verschwören gegen ihre obersten Herrscher, hätten die Verschwörer für ihre Kommunikation wohl die M94 oder etwas Vergleichbares verwendet. Die Herrscher hätten Botschaften der Verschwörer abfangen und entschlüsseln können. Das verlockendste Konzept ist, in Sachen Verschlüsselung und Codebrechen immer mehrere Schritte voraus zu sein und diesen Vorsprung absolut geheim zu halten. Die britische Royal Society und die American Academy of Arts and Sciences, bei der Jefferson Mitglied war, brachten seit Ewigkeiten die besten Wissenschaftler zusammen und es ist zu vermuten, dass dabei auch geheime Netzwerke existierten, um den Eliten den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Die Eliten der USA mussten sich voll und ganz bewusst gewesen sein, dass früher oder später die Deutschen oder die Japaner Chiffriergeräte erfinden werden, die deutlich fortschrittlicher sind als Jeffersons altes Chiffriergerät und die M94. Der polnische Mathematiker Marian Rajewski hatte mit seinen Kollegen bereits im Jahr 1932 entscheidende Durchbrüche erzielt und musste sein Exemplar der Enigma für seine Forschungen nicht mit irgendwelchen halsbrecherischen Geheimoperationen beschaffen, sondern kaufte es einfach rechtzeitig, bevor das Gerät vom freien Markt verschwand. Er erriet und errechnete die von den Deutschen für die militärische Variante der Enigma gewählte Verdrahtung der Walzen, was einer der wichtigsten kryptografischen Mechanismen der Maschine war. Die Deutschen stellten um auf Enigmas mit vier und fünf Walzen und so sahen sich die Polen gezwungen, ihre Erkenntnisse über die Walzenverdrahtungen und die Schwächen der Geräte mit den Briten zu teilen. Wenn die Polen auf eigene Faust bereits so weit gekommen waren, was war dann wirklich der wahre Forschungsstand der Angloamerikaner? Bis heute scheinen die USA einen Vorsprung zu haben und immer erst dann eine neue Verschlüsselungstechnologie einzuführen bei ihrem eigenen Militär und ihren eigenen Geheimdiensten und wenn eine ultrageheime Codebrechereinheit in der Lage ist, diese Verschlüsselungstechnik zu brechen bzw. durch Ausnutzung geheimer Schwachstellen hinter Türen verschlüsselte Botschaften mit vertretbarem Aufwand zu entziffern. In den 1970er Jahren führte die US-Regierung den Verschlüsselungsstandard DES für Behörden ein. Eine Entwicklung der NSA und IBM, die geringe Schlüssellänge von 56 Bits und das Design der für Substitutionen zuständigen S-Boxen, führten zu Spekulationen über mögliche Hintertüren. Alan Cronheim, einer DES-Entwickler, berichtete, dass er die S-Boxen nach Washington geschickt und stark verändert zurückbekommen hätte. Wissenschaftler, die nicht an der Entwicklung beteiligt waren, konnten DES lange Zeit nicht brechen, was zu erwarten war. Theoretisch hätte jemand, der Hintertüren kannte, mit geringem Aufwand verschlüsselte Botschaften entziffern können. Mitte 1998 konnte die Organisation Electronic Frontier Foundation mit Kosten von 250.000 Dollar mit der schieren Rechenpower von 1.800 Prozessoren innerhalb von drei Tagen einen DES-Schlüssel brechen, das sogenannte Bruteforcing. Jemand mit mehr Ressourcen hätte so etwas deutlich früher schaffen können. 2006 gelang deutschen Forschern dieses Kunststück für 10.000 Dollar. Die seltsamen Hintergründe des DES-Nachfolgers AES habe ich auf recenter.com und in meinem Buch Zivilschutz und Konflikt im 21. Jahrhundert beschrieben. Thomas Jefferson wurde berühmt für seine toll klingenden Reden, aber es ist die Chiffriermaschine, über die er spätestens in den 1790er Jahren verfügte, die wesentlich interessanter ist. Hatte der gelernte Jurist sie wirklich erfunden und sie dann ins Regal gestellt, ohne dass er dafür sorgte, dass seine Vertrauten die Technologie weiterentwickeln und einsetzen? Der Franzose Etienne Baserie soll 100 Jahre nach Jefferson eine fast identische Chiffriermaschine erfunden haben. Er war ein gewöhnlicher Militäroffizier, der aus dem Nichts heraus verschlüsselte Botschaften der französischen Streitkräfte entzifferte und die Schwächen der Kryptografie darlegte. Dies verschaffte ihm einen Job in dem Bureau du Chiffre, wo er für diverse Verbesserungen warb. Besondere Aufmerksamkeit erhielt er für das Brechen der berühmten großen Chiffre aus dem 17. Jahrhundert, die als unbezwingbar galt. Die Zahlen des Codes standen für Silben, nicht für Buchstaben und er erriet, dass eine bestimmte Zahlenfolge für Les Enemies stand, worauf er schrittweise den gesamten Code erschließen konnte. War Etienne Baserie ein Genie oder eher ein Agent der Anglo-Amerikaner, der mit dem entsprechenden Wissen versorgt wurde, um das französische Bureau du Chiffre zu infiltrieren und den Franzosen eine Chiffriermaschine anzudrehen, wie sie Thomas Jefferson bereits 100 Jahre früher besessen hatte. Mit einer solchen Infiltration hätte man für die nächsten Jahrzehnte alle abgefangenen und abgehörten Botschaften der Franzosen entschlüsseln können. Historiker wehrten vor wenigen Jahren neue Primärquellen aus über Jeffersons Privatleben und Ruhestand auf seinem riesigen Landgut Monticello in Virginia. Das Ergebnis, der Lebensstil von Jefferson war genau das Gegenteil von den berühmten Reden, die er schwang. Er predigte, dass alle Menschen gleich erschaffen worden seien, aber er war in die Ostküsten-Elite hineingeboren worden und lebte im Luxus wie ein Aristokrat mit vielen Sklaven. Er predigte Demokratie, aber die USA wurden beherrscht von einer kleinen Kaste an ultrareichen Familien. Er predigte Sparsamkeit und wettete gegen Verschuldung, war aber selbst verschwenderisch und ständig verschuldet. Er predigte Freiheit, beutete aber seine teils minderjährigen Sklaven rücksichtslos aus, als Arbeitskräfte und für Sex. Die Zustände auf seinem Landgut wurden von schmierigen Historikern als harmonisch und fortschrittlich beschrieben, obwohl er beispielsweise in einem seiner Betriebe männliche Kindersklaven unter Gewaltandrohung zwang, tausende Nägel pro Tag herzustellen. Wer 10.000 Nägel schaffte, bekam mehr Essen und Privilegien. Wer unter 5.000 Nägeln lag, wurde geschlagen und bekam die Essensrationen gekürzt. Es gab einen ähnlichen Betrieb für Mädchensklaven. Als zwischen zwei Jungen ein Streit ausbrach und ein Bündel Nägel verloren ging, wurde der eine Junge ausgepeitscht und der andere in den Süden verkauft. Der Historiker Winczek zitiert aus einem Report von der Plantage an Jefferson, dass die Nagelfabrik gut laufen würde, weil die Kleinen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren vom Aufseher ausgepeitscht würden, wenn sie die Arbeit schwänzen. Als Machtpolitiker äußerte sich Jefferson eine Weile lang öffentlich gegen die Sklaverei, bevor er zu Beginn der 1790er Jahre zu dem Thema immer schweigsamer wurde. Wenn Zeitungen über ihn die Tatsache berichteten, dass er eine seiner Sklavinnen mehrfach geschwängert hatte, hetzte er seine Anwälte auf diese Zeitung, was ihn viel zu viel Geld kostete. Sein Ausspruch, laut dem der Baum der Freiheit von Zeit zu Zeit gedüngt werden müsse mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen, ging in die Geschichte ein und wird heute immer noch von Patrioten und sogar Terroristen zitiert. Aber jedes Mal, wenn Truppen des britischen Königs sich näherten, nahm der Bürokrat Jefferson schnellstmöglich die Beine in die Hand und türmte auf dem schnellsten Pferd, das ihm zur Verfügung stand. Das Sklavenmädchen Sally Hemmings zog mit nur 14 Jahren bei ihm in der Residenz in Paris ein. Ihr wichtigster Job war nicht Kaffee zu kochen. Aufzeichnungen aus Monticello deuten stark darauf hin, dass er mit mindestens einem weiteren Sklavenmädchen eine sexuelle Beziehung hatte. Ab welchem Alter er sich an den Mädchen verging und auf welche Art dies ablief, können wir nur vermuten. Die weniger hübschen Mädchen mussten in der Spinnerei arbeiten. Der Historiker Wienczek schrieb, dass Monticello bald bevölkert war von einer Reihe von Leuten, die zur Hälfte aussahen wie Jefferson und zur anderen Hälfte wie die Sklaven. Ob irgendein Mädchen bei einer der Geburten ums Leben kam, wissen wir nicht. Es wäre nicht schwierig gewesen, eine Leiche zu beseitigen. Auch wenn seine beiden Neffen Lilburn und Isham Lewis genau daran scheitern sollten. Die zwei waren Farmer in Kentucky, die zu viel Soffen und trotz ihrer wohlhabenden Herkunft ständig in finanziellen Schwierigkeiten waren. Am 15. Dezember 1811 ließ ihr 17-jähriger Sklave einen Krug Wasser fallen, worauf sie ihn in die Küche schleiften, am Boden festketteten und zerhackten. Den anderen Sklaven wurde befohlen, die Leichenteile im großen Kamin zu verbrennen. Durch Zufall ging das Feuer zu früh aus und später wurde in der Umgebung ein Hund gesichtet mit dem Schädel des Toten. Die beiden Brüder wurden des Mordes angeklagt, flüchteten, einer erschoss sich selbst, der andere wurde wieder verhaftet, floh aber erneut und wurde nie wiedergesehen. Ob ihm von einflussreichen Verwandten und Freimauern in den Behörden geholfen wurde, unterzutauchen, ist eine interessante Frage. Jefferson schwieg zu der Affäre. Er bekannte sich nie zu einer Freimauer-Loge und er tritt nicht in den Mitgliederlisten von Virginia auf. Aber Dr. Joseph Guillotin berichtete, dass Jefferson bei Logentreffen anwesend war, der berüchtigten Pariser Loge Les Neufsers, wo sich auch Benjamin Franklin herumgetrieben hatte und die in die französische Revolution verwickelt war. Eine Loge in Virginia hieß Jefferson Lodge No. 65. Nach seinem Tod veranstalteten zwei Großlogen zu seinen Ehrentotenrieten. Der Revolutionskrieg Von vornherein wirkte die Revolution wie ein Himmelfahrtskommando. Und man muss sich fragen, deshalb so viele Männer aus einflussreichen, wohlhabenden Clans sich überhaupt daran beteiligten. Und dann auch noch zu diesem Zeitpunkt. Die reichen Snobs aus Virginia um den anderen Kolonien hatten wie ihre Vorfahren prächtig profitiert durch ihre Stellung im britischen Imperium. Und keiner von ihnen konnte wissen, wer alles für die britischen Geheimdienste spionierte. Die Briten hatten gezielt solche Familien in den 13 amerikanischen Kolonien gefördert, deren Loyalität mehrfach getestet worden war. Und es müssen auch zwangsläufig geheimdienstliche Kontrollmechanismen installiert worden sein. Das Risiko für die Revolutionäre war enorm, denn die Revolutionäre hatten keine große Streitmacht, kein Geld, um jahrelang Krieg zu führen, keine internationalen Partner und keine etablierten Geheimdienststrukturen. Die Briten wiederum hatten Geld, hochprofessionelle Truppen, internationale Bündnisse und die besten Geheimdienste der Welt. Vor diesem Hintergrund muss man sich die Gespräche vorstellen zwischen den echten und falschen Revolutionären. Wie sollen wir das hinbekommen? Was passiert, wenn wir auffliegen, bevor wir überhaupt ein paar tausend Soldaten zusammen haben? Was ist, wenn die britische Marine unseren Handel blockiert? Warum riskieren, alles zu verlieren und am Galgen zu enden? So mancher hatte sich vielleicht vorgestellt, dass es nicht unbedingt zu einer gewaltigen, langjährigen Konfrontation mit den Briten kommen werde, sondern eher zu einem begrenzten Krieg, der in einer akzeptablen Verhandlungslösung endet. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den Kolonien unterstützte die Unabhängigkeit, ein weiteres Drittel blieb passiv und das verbleibende Drittel wollte Anhänger der Krone von König George III bleiben. Die Briten hatten zu dem Zeitpunkt in Kolonien nur rund 10.000 Soldaten und Beamte stationiert, also eine eher überschaubare Zahl. In der Stadt Concord, Massachusetts, rückten 700 britische Soldaten an, um die Waffen der aufmüpfigen Milizen zu konfiszieren. Es brachte offenen Kampf aus und die Kampfhandlungen verlagerten sich zunehmend auf die bedeutende Stadt Boston. Die mäßig ausgestatteten und trainierten Rebellenmilizen karrten immer mehr Männer heran und George Washington übernahm das Kommando der Rebellenarmee. Die Briten boten zunächst 4.500 Soldaten auf und schickten die Generäle William Howe und Henry Clinton, die die nächsten Jahre entscheidende Rollen spielten im Unabhängigkeitskrieg. Howe, der den Adelstitel eines Viscount trug, sowie Mitglied war im Order of the Bath, gegründet von König George I, und sogar im britischen Kronrat, hatte noch zwei Brüder, die ebenfalls bedeutende Militäroffiziere waren. Howes Großmutter Sophia von Kielmanns Eck war eine Halbschwester von König George I und seine Mutter war ein regelmäßiger Gast an den Höfen der Könige George II und George III. General Henry Clinton war ebenfalls im Order of the Bath, hatte aber keine familiäre Bindung zum britischen Königshaus wie Howe. Dieser Unterschied ist bedeutsam. Howe schien eingeweiht zu sein in größere Pläne und machte allerhand seltsame Dinge in dem Konflikt, während Clinton wirkte wie ein gewöhnlicher Kommandant, der den gewöhnlichen Verhaltensmustern folgte. In Boston hätte General Howe die Revolution sehr schnell abwirken können, aber Howe entschied sich komischerweise gegen einen Angriff. Die britischen Truppen zogen sich weit zurück in den Norden nach Halifax in Nova Scotia, während Washington sich mit seinen Truppen in New York verbarrikadierte. Natürlich wurde argumentiert, dass Howe einfach nur vorsichtig gewesen wäre und warten wollte, bis weitere 32.000 Soldaten an Verstärkung eintrafen. Wie bereits erwähnt, hatte Britannien beim Ausbruch der Kämpfe in den amerikanischen Kolonien nur ein paar tausend Soldaten stationiert. Aber wenn sich Britannien traute, dermaßen wenige Truppen in den Kolonien vorrätig zu halten, bedeute das zwangsläufig, dass Britannien zur Absicherung ein dichtes Spionagenetz etabliert hatte. Alles andere würde dem Modus operandi der Briten und auch der grundlegendsten Logik völlig zuwiderlaufen. Washington hatte zunächst nur ein paar tausend Soldaten und holte sich Nachschub aus den Milizen, die Kriegserfahrung gesammelt hatten gegen die Franzosen und Indianer. Howe segelte mit seiner Armee auf New York zu, wo Washingtons Continental Army genügend Zeit gehabt hatte, sich einzugraben. Die anrückenden Briten machten ein Friedensangebot, das aber von der Rebellenführung abgelehnt wurde. Die Continental Army musste flüchten und Howe lehnte die Verfolgung ab. Zu diesem Zeitpunkt könnte man auch schwach argumentieren, dass Howe vielleicht unter dem Befehl stand, nicht Volldampf zu geben, um vielleicht doch noch eine Verhandlungslösung zu erreichen. Howe eroberte ganz New York und hatte damit den idealen Brückenkopf für weitere Vorstöße und den perfekten Hafen, auf dem Truppenverstärkungen und mehr Waffen angeliefert werden konnten. Die nächsten Aktionen von Howe waren halbherzig und sogar sinnlos, wie zum Beispiel die Einnahme eines strategisch unbedeutenden Hügels. Es gelang den Briten schließlich 3000 Rebellen gefangen zu nehmen. Washingtons Continental Army war auf dem Rückzug und der britische General Clinton wollte schnellstmöglich die Verfolgung aufnehmen. Clinton hatte 6000 Soldaten unter seinem Kommando und war entsetzt, dass ihm stattdessen befohlen wurde, Newport, Rhode Island einzunehmen. Da die Gefangenen Rebellen unter entsetzlichen Bedingungen gehalten wurden und viele davon starben, ist klar, dass Britannien von Anfang an auch auf Terrortaktiken setzte und keine Hemmungen hatte. Wie ist es aber dann zu erklären, dass Howe so viel bremste und zögerte? Wenn Britannien bereit war, tausende und abertausende Gefangene verrecken zu lassen, dann hätte man gleich mit voller Härte Washingtons Armee besiegen können, ohne Nettigkeiten und ohne sich auf eine Verhandlungslösung einzulassen. Auch der berühmte britische General Charles Cornwallis, Mitglied des Order of the Garter und des Kronrats, hielt es für offensichtlich, Washington zu verfolgen. Aber er wurde ausgebremst von Howe, sodass Washington und die übrig gebliebenen 5000 Soldaten der Continental Army entkommen konnten. Sollen wir glauben, dass die Briten sich zu dem Zeitpunkt bereits als Gewinner wähnten und sich nicht die Mühe machten, sich vor der Winterpause sonderlich zu beeilen? Es war klar und bekannt, dass die Rebellen internationale Unterstützung suchen würden, wie etwa von den Franzosen. Weiter landeinwärts in Amerika befanden sich die gigantischen Gebiete der Franzosen. Vielleicht hatte die Führung von Britannien zu Beginn des Unabhängigkeitskriegs entschieden, die Rebellion weiterlaufen zu lassen, um die Franzosen und Spanier hineinzuziehen und in den Bankrott zu treiben. Vielleicht hatten die Briten einen solchen Plan bereits schon eine Weile früher ausgeheckt. General Howe von den Briten wäre noch am ehesten in einen solchen Plan eingeweiht gewesen, wegen seinen familiären Bindungen zum britischen Thron. Er kann aber auch in Unkenntnis über einen solchen Plan nur Befehle befolgt haben, wie seine Kollegen Clinton oder Cornwallis. Washington galt als Verlierer und die Franzosen waren höchst skeptisch. Ein Sieg musste her und das dringend. Am 25. Dezember 1776 überquerte Washington mit einem Truppsoldaten heimlich den Fluss Delaware und besiegte in einem Überraschungsangriff eine Garnison hessischer Söldner in Trenton, New Jersey, die der Landgraf von Hessen-Kassel vermietet hatte an seine Verwandten vom britischen Thron. Dieser Sieg Washingtons verlieh den Rebellen neue Hoffnung und man muss sich fragen, ob die Briten Washington absichtlich diesen Sieg zuschanzten. Es gelang Cornwallis seltsamerweise nicht, Trenton zurück zu erobern und Washington konnte sein Image als erfolgreiche Feldherr aufbauen. Von diesem Image zeigten sich dann auch Frankreich und Spanien mehr und mehr beeindruckt. Howe hatte seine Armee extra so aufgeteilt, dass die einzelnen Truppenverbände sich nicht gegenseitig decken konnten. Deshalb war es Washington möglich gewesen, in Trenton und dann auch bei der Schlacht von Princeton zu gewinnen. Howe wurde aus den eigenen Reihen wegen solchen Entscheidungen immer wieder als Verräter bezeichnet, aber es ist um Welten wahrscheinlicher, dass Washington heimlicher Agent der Briten war, als dass Howe der Agent der Rebellen war. Washington ging als nächstes mit seinen Soldaten in die Winterpause und Howe ließ ihn dabei in Ruhe, anstatt endlich die Entscheidung in dem Krieg herbeizuführen. Im nächsten Jahr der Kämpfe musste sich der britische General John Burgoyen ergeben und über 6000 seiner Soldaten wurden Gefangene. Sein Kollege Howe hatte ihn wahrscheinlich mit Absicht ans Messer geliefert. Hätte Howe Philadelphia auf dem Landweg über New Jersey angegriffen oder auf dem Seeweg über die Delaware Bay, dann wäre es ihm möglich gewesen, Burgoyen zu unterstützen, falls nötig. Stattdessen wählte Howe für seine Truppen eine unsinnige, zeitraubende Route durch Chesapeake Bay und war somit nicht in der Lage, seinem Kollegen zur Hilfe zu kommen. Howes Entscheidung führte zu entsetzten Reaktionen und ihm wurde abermals Verrat vorgeworfen. Es sieht aus, als hätte Howe in voller Absicht seinen Kollegen im Stich gelassen, um Washington einen Sieg zu schenken. Dieser Sieg überzeugte die Franzosen, offiziell dem Krieg beizutreten auf der Seite der Rebellen, große Kredite bereitzustellen und Militärberater zu schicken. Howe ließ etwas später nach einem Sieg am 11. September 1777 eine weitere günstige Gelegenheit verstreichen, Washingtons Armee zu vernichten und holte sich stattdessen Philadelphia. Im Oktober wehrte er einen Vorstoß von Washington ab, ließ dessen Armee intakt und ordnet einen Rückzug nach Philadelphia an, anstatt Washingtons schwache Rückseite anzugreifen. Offiziere auf beiden Seiten waren absolut verblüfft von dieser absurden Entscheidung. Historiker zucken mit den Schultern oder verweisen darauf, dass Howe zu viel Zeit mit Privatvergnügen verplemperte, aber keine von solchen Ausreden überzeugt. Die einzige wirklich logische Erklärung ist, dass Howe Washington absichtlich wieder und wieder entkommen ließ. Am 19. Dezember ging Washington mit seiner Armee in Valley Forge in Winterpause, wo ihm 2500 Soldaten wegen den schlechten Bedingungen wegstarben. Howe befand sich nur schlappe 30 Kilometer entfernt und hätte einfach einen Angriff durchführen müssen, um den Krieg für Britannien zu entscheiden. Aber er blieb inaktiv und ließ sich wenige Monate später ablösen durch General Clinton, dem dann befohlen wurde, Philadelphia aufzugeben und sich nach New York zurückzuziehen. Die Franzosen konnten nicht widerstehen, sich einzumischen. Die Politiker in Großbritannien boten den amerikanischen Rebellen an, deren ursprüngliche Forderung hinsichtlich Besteuerung und Verwaltung in den Kolonien zu erfüllen, aber die Rebellen schlugen das Angebot aus. Frankreich und Spanien belieferten die amerikanischen Rebellen und traten offen in einen Krieg ein gegen Großbritannien, der auch in Europa, Mittelamerika und an weiteren Schauplätzen geführt wurde. Britannien musste dem Anschein nach allein gegen mehrere Gegner kämpfen. Holland verweigerte den Briten Hilfe, sondern ließ sogar noch zu, dass über holländische Häfen und karibische Kolonien Waffen geliefert wurden an die amerikanischen Rebellen. Die Briten verloren in Europa einen ganzen Konvoi mit 52 Schiffen, 80.000 Musketen, Ausrüstung für 40.000 Soldaten, 300 Kanonen und rund 3.000 Männern. Die französischen Kredite konnten damals nicht einfach per Knopfdruck überwiesen werden, wie im heutigen digitalen Zeitalter, sondern es handelte sich um einen sehr komplizierten Vorgang, für den die Continental Army abermals Hilfe brauchte. Instrumentell für den Geldtransfer wurde Haim Salomon, der Jude der Amerika rettete. Er war polnischer Abstammung, reiste durch Europa, ging 1770 nach England, migrierte 1775 nach New York City, trat den Sons of Liberty bei, wurde als Spion verhaftet und musste dann auf einem britischen Boot 18 Monate lang als Übersetzer dienen für Söldner aus dem deutschen Hessen, die der Landgraf von Hessen-Kassel für viel Geld an seine engen Verwandten vom britischen Thron vermietete. Angeblich regte Salomon die Hessen zum Desertieren an, wurde dafür zum Tode verurteilt, entkam wie durch ein Wunder und flüchtete mit seiner Familie nach Philadelphia, dem Zentrum der Rebellen, wo er als Broker mit Robert Morris zusammenarbeitete, um mit französischem Geld die Ausstaffierung der amerikanischen Armee sicherzustellen. Die Publikation Jewish Magazine hielt fest, das völlig unbekannt ist, der Salomon ursprünglich ausgebildet und finanziert hatte. Autoren der klassischen Verschwörungsliteratur wie beispielsweise Tex Morris nannten ihn einen Agenten der Rothschilds und verknüpften dies mit der Theorie der jüdischen Weltverschwörung. Zu dem Zeitpunkt der Revolution war Meyer Amschel Rothschild aber noch eine unbedeutende Figur und musste sich erst langsam und stetig das Vertrauen des Landgrafen von Hessen-Kassel verdienen. Weitaus realistischer ist die These, dass der Landgraf von Hessen-Kassel Salomon als Agenten nach Amerika geschickt hatte und dass Salomons Ausbildung und Expertise auf die Kreise um den Landgrafen zurückgingen. Historiker finden fast keine Fakten zu seinem Lebenslauf vor seinen Aktivitäten in der Revolution. Hessen-Kassel steuerte wahrscheinlich auch Weishaupts Illuminatenorden, der wiederum gewisse Operationen unternahm, um die französische Monarchie zu destabilisieren. Dem Mythos zufolge konnte Salomon nach seiner zweiten Verhaftung durch die Briten einen Gefängniswärter mit versteckten Goldmünzen bestechen und flüchten. Diese Geschichte ist weder wirklich dokumentiert, noch ist sie glaubwürdig. Wenn ein Gefangener andeutet, verstecktes Gold zu haben, würde ein Wärter ihn einfach ausrauben. Ob er zuvor wirklich hunderte Hessen zum Desertieren überredet hatte, ist ebenso unklar wie der gesamte Rest seiner Vorgeschichte. Salomons Beitrag für die Revolution im finanziellen Bereich war genauso wichtig wie das, was Baron von Stäuben im militärischen Bereich leistete. Der wohl wichtigste Kollege Salomons war Robert Morris, der nach der Revolution formell der zweitmächtigste Mann der USA war, später aber sein persönliches Vermögen verzockte. Der Krieg gegen Washingtons Armee in Amerika ging hin und her und entwickelte sich zu einem Abnutzungskampf und einer Materialschlacht. Washingtons Camp in der Winterpause war trotz französischer Hilfen in einem desaströsen Zustand, was den Briten sicherlich bekannt gewesen sein muss. Trotzdem drosselte die britische Seite ihre Ressourcen für den Krieg, sodass General Cornwallis nichts anderes übrig blieb, als im Oktober 1781 eine Kapitulation auszuhandeln. Die Politiker in Britannien, die hauptsächlich als Ablenkung dienten von der wahren Macht des Throns, erklärten den Krieg für beendet. Frankreich war bankrott und hoffte vergebens auf die Rückzahlung der Kredite, die man den amerikanischen Revolutionären gegeben hatte. Der britische Premierminister Earl of Shelburne hoffte darauf, dass Amerikas Bevölkerung künftig stark wachsen und britische Produkte kaufen werde, was im Prinzip genau die Vorstellung war von Washingtons engstem Vertrauten Alexander Hamilton. Der Vertrag von Paris regelte die Friedensordnung. Britannien behielt seine Kolonien weiter nördlich der USA, beide Seiten zahlten sich gegenseitig Schulden zurück, das zurückgelassene britische Kriegsgerät wurde nicht zerstört. Beide Seiten hatten jeweils in etwa 50.000 Tote zu verzeichnen und die ganze Aktion kostete Britannien 80 Millionen Pfund. Man muss dabei berücksichtigen, dass der darauf folgende Handel zwischen Britannien und den USA einige Kosten wieder wettmachen würde und dass die Führung der USA höchstwahrscheinlich aus britischen Agenten bestand, sodass sich inoffiziell viele Wege finden ließen, um die britischen Kosten zum Teil aufzufangen. Wenige Jahre nach der Revolution kauften die USA den bankrotten Franzosen gigantische Gebiete in Amerika zu einem Spottpreis ab, worauf sich das US-Gebiet verdoppelte. Das effiziente Steuersystem der Briten konnte die Kriegskosten auf den Steuerzahler abwälzen, ohne das Volk übermäßig wütend zu machen. Wenn man all diese Faktoren zusammen betrachtet, war der Unabhängigkeitskrieg für das britische Kolonialreich kein allzu schlechtes Geschäft. In den neuen USA waren viele gewöhnliche Bürger nicht unbedingt in Partystimmung, weil 50.000 Männer tot und weitere verletzt waren, die Wirtschaft zum Teil kollabiert war, die Inflation der Währung abstruse Ausmaße angenommen hatte, Schulden sich anhäuften und die neue US-Regierung gnadenlos Steuern eintrieb. Die wohlhabendere Schicht Amerikas stopfte sich die Taschen voll und überlegte, wie man am meisten aus der Sache profitieren könne. Während für die einfache Bevölkerung die Zustände so unerträglich wurden, dass tausende Männer zu den Waffen griffen und einen Aufstand versuchten in Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, Virginia, South Carolina, Maryland und New Jersey. Die Clique der Gewinner, also die wohlhabende Schicht, baute ihre familiären, geschäftlichen, politischen und geheimen Strukturen weiter aus, damit man das gewöhnliche Volk auf Abstand halten und die Illusion der Demokratie aufrechterhalten konnte. Damit der Schwindel überzeugender wurde, erlaubte man einzelnen ausgewählten Personen aus dem Volk in die bessere Gesellschaft aufzusteigen, Freimaurer zu werden und mit Wohlstand zu prahlen. So schuf man den Mythos, dass es im Prinzip jedem theoretisch möglich war, durch harte Arbeit und Cleverness vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Sicherlich gab es einen gewissen Spielraum, um auf ehrliche Weise in einem begrenzten Umfang den amerikanischen Traum zu leben. Aber der amerikanische Kapitalismus war im Großen und Ganzen von Anfang an ein abgekatertes Spiel. Jeder im Land wusste, dass die Gründerväter in den Wohlstand hineingeboren worden waren, viel Land besaßen und dass die alteingesessenen Familien, die ihr Vermögen von Anfang an dank der britischen Krone gemacht hatten, untereinander heirateten und sich die besten Positionen zuschanzten. Die gefeierte neue Gewaltenteilung des amerikanischen Systems war nicht sonderlich überzeugend, wenn man bedenkt, dass miteinander Verwandte, Freimaurer und Bonzen die Polizei, Justiz und Politik in ihren Händen hatten. Um die Glaubwürdigkeit der neuen Pseudodemokratie nicht zu zerschießen, brauchte es einerseits Geheimhaltung über die wahren Verhältnisse und andererseits die Illusion, dass man selbst als mittelloser Migrant zum reichsten Mann werden konnte. Zum scheinbar reichsten Mann Amerikas wurde nach der Revolution nicht einer der Gründerväter oder ein Schüler oder Livingston, sondern Johann Jakob Astor, ein mittelloser Migrant aus Deutschland. Er wurde ein mächtiger transatlantischer Pelzhändler, Immobilienhai und Opiumhändler mit einem Vermögen, das heute über 100 Milliarden Dollar entspreche. Keiner fragt, ob er nur ein Strohmann dieser Unternehmen und dieser Reichtümer war, obwohl wir solche Standardfragen selbstverständlich stellen müssen, angesichts der mafiösen damaligen Verhältnisse und der geheimdienstlichen Strukturen. Astor durfte frühzeitig in die New Yorker Freimaurerloge Holland Lodge No. 8, wurde dort Meister vom Stuhl und später sogar Finanzverwalter der Großloge von New York. Diese Logen zählten wichtige Clans des angloamerikanischen Imperiums zu ihren Mitgliedern, wie Baron von Stäuben, den Marquis de Lafayette, Governor David Clinton, Edward H. Harriman und Franklin D. Roosevelt. Der schwule Baron von Stäuben lebte den Rest seiner Zeit von seinen Lorbeeren. Er diente fast zehn Jahre lang als Präsident der German Society of the City of New York, die sich um Migranten aus Deutschland und deren Papierkram kümmerte. Nach von Stäubens Tod wurde Astor Präsident der Organisation und spendete großzügige Summen. Aus geheimdienstlicher Sicht wäre es selbstverständlich, gewesen, die Organisationen für Spionagezwecke zu gebrauchen, vor allem, weil es sehr viele deutsche Migranten gab. Heute leben allein in New York City 500.000 Deutschstämmige und jedes Jahr feiert man dort auf der Fifth Avenue in Trachtenkleidung die German American Stäuben Parade. Der Schlusspunkt der Parade, die 86. Straße, wurde einst scherzhaft Sauerkraut Boulevard genannt, weil dort so viele deutsche Geschäfte waren. Zu den Ehrengästen der Parade zählten Donald Trump, Henry Kissinger, Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl. Der Marquis de Lafayette beteiligte sich nach der amerikanischen Revolution an der französischen Revolution. Er war mittendrin in den Ereignissen in Frankreich, was den Briten sehr gefallen haben muss. DeWitt Clinton wurde zum Meister der Großloge von New York, die formell unabhängig geworden war unter dem Großmeister und US-Gründervater Robert Livingston. Er hatte eine höchst erfolgreiche Karriere als Gouverneur von New York und wäre fast US-Präsident geworden. Edward H. Harriman wurde zum mächtigsten Eisenbahnmogul mit der Hilfe der Rockefellers, Khans, Schiffs und Warburgs. Er heiratete in die Bankerfamilie Averill ein und mehrere Nachkommen wurden Mitglied der Geheimgesellschaft Skull & Bones an der Universität Yale. Aus Bones erwuchs im 20. Jahrhundert der Geheimdienst CIA. In der Eisenbahnindustrie und Waffenindustrie stiegen Samuel Bush und dessen Sohn Prescott Bush auf, wonach letzterer Mitglied bei Bones werden durfte, wie auch dessen Sohn George Herbert Walker Bush, späterer CIA-Direktor und US-Präsident, und Enkelsohn George Walker Bush, späterer US-Präsident. Die Waffenfirma Remington, die von Samuel Bushs Kontaktleuten Percy Rockefeller und Samuel Pryor geleitet wurde, produzierte Millionen Gewehre und Pistolen für das zaristische Russland. Über die Hälfte der Gewehre und Pistolen und Munition für die Alliierten der Anglo-Amerikaner im Ersten Weltkrieg und fast 70 Prozent der Gewehre der Amerikaner. Das Bones-Netzwerk wurde später bedeutend beim Aufbau der Sowjetunion und des Dritten Reichs. Franklin D. Roosevelt wurde der 32. Präsident der USA in der Zeit von 1933, Hitlers Machtergreifung, bis 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs. Er entstammte einer einflussreichen Familie. Sein Cousin Clinton Roosevelt verfasste das Buch The Science of Government Founded on Natural Law, das sozialistische Ideen bewirbt. Clinton bejammerte die korrupten Großkonzerne und Banker, die Regierungen, die Religion, die Konkurrenz zwischen den Menschen und die Ausbeutung der Arbeiter- und Bauernklasse. Die Regierungsform der USA sei im Großen und Ganzen einer Aristokratie zu ähnlich und basiere zu stark auf den Traditionen von Großbritannien und dem alten Rom. Politiker seien entweder Demagogen oder schlaffe Libertäre, die kein anderes Konzept hätten als laissez-faire. Das Bankensystem sei sowieso der tatsächliche Herrscher. Clinton Roosevelt warb dafür, die Interessen der Menschen durch eine Organisationsform zu harmonisieren, bei der es im unmittelbaren Eigeninteresse des Einzelnen liegt, dem Gemeinwohl zuzuarbeiten. Für ein solches System sei es notwendig, die Anreize für Ausbeutung und Konkurrenzverhalten abzuschaffen. Was im Endeffekt bedeutet, unternehmerische Freiheit und das Recht auf Besitz zu beschneiden. Eine zentralistische Planwirtschaft sei vonnöten, denn der Kapitalismus sei der Ursprung des Bösen. Ein Großmarschall, seine untergebenen Offiziere und ein Expertenrat sollen planwirtschaftlich abschätzen, wie viel von was produziert werden muss, Aufgaben und Ressourcen verteilen, sodass dem Allgemeinwohl gedient sei und jeder nach seinen Wünschen und Bedürfnissen leben könne. Roosevelt lieferte sogar eine Arbeitswerttheorie, ähnlich zu der von Karl Marx, wenn gleich auch in viel einfacherer Sprache. Gewaltverbrecher sollen laut Roosevelt in psychiatrische Einrichtungen gesperrt, umerzogen, zu Zwangsarbeit verpflichtet und auf eine dünne Gemüse-Diät gesetzt werden. Ob Roosevelt, der zu einem reichen kapitalistischen Clan und damit zu der herrschenden Klasse in Amerika gehörte, wirklich ein solches sozialistisches System befürwortete, ist fraglich. Letztendlich scheint es, als hätte die reiche Herrscherklasse Amerikas, die sozialistische Ideologie verbreitet als Scheinlösung für das Problem der Ausbeutung, als Irreführung für die Massen. Der Sozialismus hat gravierende Konstruktionsmängel und spaltet die Gesellschaft, was man im 20. Jahrhundert deutlich sehen konnte, bei dem ideologisch-politischen Kampf zwischen Links und Rechts sowie beim Ost-West-Konflikt des Kalten Krieges. Der Sozialismus wurde in Großbritannien von der Fabian Society und deren reichen kapitalistischen Gönnern gefördert. Einflussreiche angloamerikanische Kreise verhalfen dem Sozialismus schließlich in Russland zum Durchbruch. Man sieht sehr deutlich, dass die politische und wirtschaftliche Elite Amerikas ein von Anfang an eingeschworener bzw. verschworener Club war. Es gab nicht, wie die Verschwörungstheoretiker behaupten, eine Machtübernahme internationaler jüdischer Banker und eine jüdische Weltverschwörung in Amerika. Bankiers aus Europa mit jüdischem Hintergrund, wie etwa die Rothschilds, waren vom Adel aufgebaut worden und kontrollierten definitiv nicht das gesamte britische Imperium, inklusive britischer Zentralbank. Die Vorstellung, dass fünf Rothschild-Brüder, deren Vater noch im Frankfurter Ghetto gelebt hatte, einfach so durch Banking ungehindert die Macht über das britische Kolonialreich übernommen haben sollen, ist gröbster, absurdester Unfug. Dennoch verbreitete die Verschwörungsliteratur genau dieses Märchen. Die religiösen Geheimnisse der Supermächte Die Supermächte haben nicht nur militärische Geheimnisse, Nachrichtendienstliche und solche, die die wahre Macht des Adels betreffen, sondern auch religiöse Geheimnisse. Mit George I auf dem britischen Thron begann nicht nur die Ära der Hannoveraner, sondern auch die organisierte Verbreitung des modernen Freimauertums. Natürlich gab es nach der 1717 geschaffenen ersten Großloge von England im Laufe der Zeit verschiedene Abspaltungen an Konkurrenten. Es gab neue Logensysteme und Riten, beispielsweise bei den Schotten und 1773 startete in Frankreich die Großloge Grand Orient de France. Es gibt also nicht das eine Freimaurertum und die britische Krone kontrollierte nie die gesamten Freimaurer weltweit und selbstverständlich gibt es genügend langweilige Logen. Man braucht aber kein Freimaurer oder Historiker zu sein und zu begreifen, dass das angloamerikanische Imperium immer von Personen geführt wurde, die eine tiefe Faszination hatten für geheime freimaurische Lehren, Symbole und Organisationsstrukturen. Aus einer nüchternen Sicht betrachtet, ließ sich das Freimaurertum ganz einfach vom britischen Thron als eine Art alternativer, paralleler Adel benutzen, sowie für nachrichtendienstliche Zwecke. Der Sinn und Zweck eines Adels ist, dass die Monarchen ein Netzwerk an loyalen Verwaltern brauchen, weil sie nicht alles selbst verwalten können. Wenn jemand herausragende Leistungen vollbringt, die den Monarchen nützen, dann bekommt derjenige einen ersten kleinen Adelstitel und kann dann versuchen, immer höhere Titel oder gerade zu erreichen. Der Monarch gibt dem Adeligen Privilegien und einen gewissen Freiraum. Die gewöhnliche Bevölkerung auszubeuten, verlangt aber vom Adeligen gleichzeitig Treue und nachrichtendienstlich relevante Tätigkeiten, wie etwa die Überwachung der Bevölkerung. Gewisse Mechanismen können sicherstellen, dass der Adelige sich nicht zu sehr die Taschen vollstopft und die Bevölkerung in Aufruhr versetzt oder dass der Adelige sich nicht irgendwie gegen den Monarchen verschwört. Je komplexer und größer die Gesellschaften wurden, umso weniger reichte es aus, den gewöhnlichen Adel zu benutzen, weil es schlicht zu wenige Adelige gab, um alle Ebenen der Gesellschaft zu steuern. Was lag also näher, als einen zweiten, verdeckten, inoffiziellen Adel zu etablieren? Die Rekrutierungsmasche ist die gleiche. Wer dem Imperium genehm und nützlich ist, der bekommt den Titel eines Freimaurer Lehrlings verliehen und kann sich dann hocharbeiten zum dritten Grad eines Meisters und unter Umständen auch zu höheren Gradern. Besonders gefragt waren Polizisten, Anwälte, Staatsanwälte, Richter, Leiter von Postämtern, Banker, Firmenbosse, einflussreiche Priester, Militäroffiziere und so weiter. Männer traten der Loge bei, weil sie neugierig waren auf mysteriöses Geheimwissen, weil sie gesellschaftlich aufsteigen wollten und weil sie zu einer mächtigen, exklusiven Gruppierung gehören wollten und weil es von ihnen erwartet wurde und sie ihre Freunde nicht enttäuschen wollten. Als Freimaurer hatte man Privilegien und Pflichten, genau wie ein Adeliger, aber in kleinerem Stil. Man wurde bevorzugt behandelt von der Polizei, man konnte sich durch freimaurerische Vetternwirtschaft die Taschen vollstopfen, man konnte Konkurrenten ausbremsen, man konnte vor Gericht seine geheimen Zeichen machen und mit Verbrechen davon kommen und so weiter. Zu den Pflichten zählte, den Brüdern zu helfen, auf Anfrage Informationen zu beschaffen und falls nötig, andere Missionen durchzuführen. Die Geheimniskrämerei war einfach notwendig dafür, damit die generelle Bevölkerung nicht so deutlich merkte, dass ein zweiter Adel existierte und nach einem System agierte. Wozu aber das aufwendige religiöse Brimborium in den Logen? Warum hatte man den ausgewählten Leuten nicht einfach gerade verliehen und fertig? Das Brimborium und das Geheimnisvolle waren wichtige Anreize. Die gemeinsamen rituellen Aktivitäten und freimaurerischen Uniformen schufen Gruppenloyalität und waren ideal, um die Ausdauer, Psyche und Zuverlässigkeit der Männer zu testen. Man konnte auch mehr oder minder subtil bei manchen Männern Einfluss nehmen auf deren Grundüberzeugungen von Glauben und Moral. Die zumeist freimaurischen Gründerväter der USA lebten und verhielten sich, wie bereits erklärt, wie Adelige. Während George Washingtons Präsidentschaft waren die Staatskassen leer und sein eigenes Whiskygeschäft erfuhr zunehmend Konkurrenz durch kleine Betriebe, sogenannte Moonshiner. Washington kontaktierte andere einflussreiche Whiskyhersteller, um eine Whiskysteuer auf den Weg zu bringen, die die kleinen Betriebe benachteiligte. Man muss sich das nochmal im Kontext vor Augen halten. Washington und seine reichen Bonzenfreunde hatten gerade erst einen Krieg mit 100.000 Toten geführt, weil man die T-Steuer und andere Steuern der britischen Krone nicht akzeptieren wollte. Und nun benahmen sich die Gründerväter der USA genauso wie die britische Krone. Die Situation eskalierte zu der sogenannten Whisky-Revolte und Washington schickte eine Streitmacht von 13.000 Milizionären, um die Macht der Bundesregierung zu demonstrieren. Kein Wunder, dass in den neu gegründeten USA sofort neue Freimaurer-Großlogen geschaffen wurden und die US-Elite dafür sorgte, dass das ganze Land von Logen durchzogen war. Die Oberschicht brauchte einen inoffiziellen Adel, um das Land kontrollieren zu können und um frühzeitig gewarnt zu sein vor Aufständen unzufriedener Bürger. Natürlich war nicht jeder Maurer automatisch und bewusst Teil einer amerikanischen Stasi, aber selbst naive Brüder konnten informationstechnisch abgeschöpft werden. Es überraschte nicht, dass aus elitären Freimaurerkreisen und anderen Geheimgesellschaften wie Skull and Bones im Laufe der Zeit die modernen Geheimdienste wie die CIA oder die NSA hervorgingen. In Britannien war die Entwicklung des Secret Intelligence Service und anderer Geheimdienste ebenso mit dem Freimaurertum verbunden. Die wichtigsten Gründe, warum die gewöhnliche Geschichtsforschung und Politikwissenschaft diese Zusammenhänge nicht wirklich erforscht haben, sind, die Universitäten sind in der Hand des Adels und der Geheimgesellschaften. Die schlechte Verschwörungsliteratur hat seriöse Wissenschaftler abgestoßen und abgeschreckt und die Historiker und Politikwissenschaftler bekamen eine zu dünne Ausbildung, bei der geheimdienstliche Zusammenhänge fehlten. Wir müssen professionell untersuchen, welche Bedeutungen die spirituellen Inhalte des Freimaurertums und ähnlicher Geheimgesellschaften wirklich hatten. Bereits in gewöhnlichen Logen, denen die allermeisten Freimaurer angehören, finden wir typische Elemente einer eigenständigen Kirche, wobei die Riten und Lehren bewusst schwammig gehalten wurden, sodass viele Mitglieder keinen eigenständigen religiösen Charakter des Freimaurertums bemerken. Wer einer Freimaurerloge beitrat, konnte und sollte auch nicht plötzlich aufhören, sonntags in seine gewohnte christliche Kirche zu gehen und mit seinen Nachbarn zu beten. Die meisten Freimaurer betrachten die Loge und das Christentum als kompatibel und komplementär. Nur ein Bruchteil der Freimaurer erhält die Chance, weitere freimaurerische Grade zu erreichen, wie etwa die des sogenannten Royal Arch. Hier stoßen wir dann auf die bereits in einem früheren Kapitel genannte Kontroverse um den geheimen Namen Gottes Jabul On. Es überrascht nicht, dass Freimaurer aus diesen höheren Graden sehr nervös werden, wenn Nicht-Maurer und Maure aus den gewöhnlichen drei Graden den Eindruck gewinnen, dass im Royal Arch und anderen exklusiveren Systemen eine Art eigener freimaurerischer Gott angebetet wird oder dass zumindest religiöse Konzepte zunehmend im Mittelpunkt stehen, die mit dem Christentum unvereinbar sind. Praktisch die gesamte Bevölkerung Amerikas war christlich und hätte wenig bis kein Verständnis gezeigt für Jabul On, ägyptische Mysterien, kabbalistische Zahlenmagie und ähnliches. George Washington wird heutzutage von verschiedenen Gruppierungen auf verschiedene Weise opportunistisch interpretiert, je nachdem wie politisch am meisten Nutzen daraus zu schlagen ist. Leute aus dem Mainstream und Rechtskonservative sehen ihn als Helden und in einer aufklärerischen freimaurischen Tradition, womit der heutige Status quo bekräftigt werden soll. Linke betrachten ihn häufig als gierigen Kapitalisten und Sklavenhalter, der Indianer umbrachte, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ein Bonze, dessen freimaurische Betätigung nur dem eigenen Geldbeutel diente. Die Verschwörungstheoretiker preisen ihn entweder als Helden, dessen Lebenswerk später von der jüdisch-satanisch-freimaurischen Weltverschwörung zerstört wurde, oder als Mitglied dieser Verschwörung. Die Verschwörungstheoretiker und regierungskritischen Patrioten versuchten immer den Eindruck zu erwecken, dass Washington nur den dritten Grad des Freimaurertums erreicht hätte und relativ bald das Interesse an der Organisation verlor. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er aber in höhere und heiklere Grade des Royal Arch aufgestiegen. Die berühmte Loge in Fredericksburg, Virginia hatte spätestens 1753 den Grad des Royal Arch verliehen. Es gab ein Royal Arch Chapter 1769 in Boston, Massachusetts und so weiter. Die wichtigen Orte der amerikanischen Revolution haben also eine Verbindung zum Royal Arch. In Alexandria, Virginia steht heute das George Washington Masonic National Memorial, ein 100 Meter hohes freimaurisches Monument, das dem Leuchtturm von Alexandria nachempfunden ist und hunderte Millionen Dollar gekostet hat. Es hat einen speziellen Royal Arch Raum und Logen des Royal Arch stifteten Geld für den Bau. Der Freimaurer C.C. Hunt, Grand Secretary of Iowa, forschte zu Washington und vermutet stark, dass jener wahrscheinlich damals in den Royal Arch aufgenommen worden war, weil er den gleichen gesellschaftlichen Status hatte wie seine Freimaurerbrüder aus seiner Loge, die bestätigter Maßen später dem Royal Arch angehörten. Der Manquis de Lafayette schenkte Washington später mit viel Pomp einen Lendenschutz mit Symbolen des Royal Arch. Es existiert ein Gemälde, auf dem Washington in der Kluft eines Freimaurers des Royal Arch zu sehen ist. Zudem erklären die Maurer heute, dass er damals mehrere Artefakte besaß, die zum Royal Arch gehören. Sogar während dem Unabhängigkeitskrieg besuchte er freimaurische Veranstaltungen und förderte Logen in den Regimentern der Armee. Der Royal Arch ist Serubabel gewidmet, dem Stadthalter der Provinz Judah, der Zehntausende Juden leitete, die aus der babylonischen Gefangenschaft kamen. Babylon war zu Beginn von einem semitischen Stamm geschaffen worden. Später wurde Marduk, der Stadtgott von Babylon, zum Hauptgott des ganzen Landes erklärt. Im Laufe der Zeit errangen unterschiedliche Dynastien die Kontrolle über Babylonien. Das Freimaurertum wurde so konstruiert, dass es insbesondere in den ersten drei Geraden einen starken Bezug hatte zu jüdischer Geschichte bzw. alttestamentarischer Mythologie. Der naheliegendste Grund dafür ist, dass man so den Freimaurern einen spannenden, aber nicht zu provokant wirkenden Bezug zu den Wurzeln des Christentums und des Alten Testaments präsentieren konnte und gleichzeitig die Tür offen gehalten wurde zu diversen Mysterien und Legenden der vorchristlichen Zeit. Das Aufnahmeritual für den dritten Freimaurergrad beinhaltet das Rollenspiel als Hiram Abiff, der von drei Männern bedroht wird, die seine freimaurischen Geheimnisse erfahren wollen. Hiram bewahrt seine Geheimnisse, wird von den Männern getötet und wiedergeboren als erleuchtete Person. Mit solchen Schauspielen wird der Eindruck erweckt, die Geschichte des Freimaurertums reiche tausende Jahre zurück oder sogar bis zu Adam und Eva und hätte besondere Geheimnisse oder Erkenntnisse zu bieten. Wo doch in Wirklichkeit das Freimaurertum im Großen und Ganzen auf die 1717 geschaffene erste Großloge von England zurückgeht. Die typischen antisemitischen Verschwörungstheorien deuten immer wieder auf die jüdischen Mythologien im Freimaurertum hin, um zu argumentieren, dass es eine jüdische Weltverschwörung gäbe. Aber letztendlich wurden für das Freimaurertum alle möglichen alten Mythologien verwurstet. Sobald man sich als Historiker oder Freimaurer in uralte jüdische Geschichte und Mythologie einliest, merkt man schnell, dass die Stämme Israels keine allzu große Macht besaßen. Sie waren umringt und stark beeinflusst von verschiedenen Großreichen mit unterschiedlichsten Göttern und Geheimlehren. Für einige Personen bzw. Freimaurer sind diese anderen Großreiche wie Babylon, Rom oder Ägypten genauso spannend oder sogar deutlich spannender als das kleine Reich der Juden. Wenn also ein Freimaurer des dritten Grades sich tiefer in jüdische vorchristliche Mythologie einliest und sich dann weiter vertieft in babylonische oder ägyptische Mythologie, dann würde er in höheren Freimaurergraden Gleichgesinnte finden. Und hier beginnen die Probleme, denn vorchristliche Götter und Mythen der Ägypter oder Babylonier sind im Christentum mit dem Neuen Testament verboten. In den frühen Großreichen wie Babylon gab es unter anderem Menschenopfer, mit der die herrschenden Kasten ihre Macht legitimieren wollten. Ein Mensch mit einer normalen Persönlichkeitsstruktur mag sich für verschiedenste Aspekte der alten Großreiche begrenzt interessieren, aber jemand mit einer narzisstischen und oder psychopathischen Persönlichkeitsstruktur begeistert sich eher für die damaligen Methoden der Machtausübung, die exklusiven Herrscher- und Priesterklassen und für Ideen der Selbstvergöttlichung und Magie. Besonders vor dem 20. Jahrhundert war es üblich, dass selbst Wissenschaftler an magische Konzepte glaubten. Der britische adelige Sir Francis Bacon, einer der wichtigsten Wissenschaftler aller Zeiten, hüllte seine Gedanken in einen okkult-religiösen Kontext und war zudem noch ein Pädophiler, der im Alter von 45 Jahren ein 14-jähriges Mädchen heiratete. Seine Vorstellung über eine ideale Zivilisation ähnelt Texten der Geheimgesellschaft der Rosenkreuzer und beinhaltet die Herrschaft erleuchteter Despoten über die Bewohner eines neuen Atlantes. Innerhalb von Geheimgesellschaften konnte das angloamerikanische Imperium subtil, behutsam und effizient suchen nach Individuen, die sich begeisterten, für antidemokratische Herrschaftsformen. Die gängigen Ritualtexte der Freimaurer sind uns inzwischen zugänglich. Irgendwelche möglichen weiteren, expliziteren und heikleren Rituale mit der Einbeziehung von Sex und Drogen wären nie in dem Umfang schriftlich verbreitet worden wie die gewöhnlichen Texte. Aus Rauschnings Überlieferungen seiner Gespräche mit Hitler wird klar, dass die Nazis gewisse Ideen bei Geheimgesellschaften abkupferten, um beispielsweise die SS zu einer Art Elite-Orden zu machen. Die Wurzeln der NSDAP liegen bekanntermaßen in völkischen Logen, also Geheimgesellschaften, die auf das deutsche rechtskonservative Zielpublikum zugeschnitten waren. Hitler und führende Nazis begeisterten sich in einem gewissen Umfang für rechtsesoterische okkulte Ideen, die zusammengemischt waren aus der britischen Theosophie und den Schriften von einflussreichen angloamerikanischen Rassentheoretikern. Tanzen also um manche höhere angloamerikanische Freimaurer, wie es die Verschwörungsliteratur seit hunderten Jahren behauptet, um Statuen des Teufels herum und praktizieren dabei Menschenopfer wie im alten Babylon oder Ägypten? Der Faktenlage zufolge lässt sich das nicht belegen. Was wir hingegen deutlich belegen können, ist wie beispielsweise George Washington in seiner militärischen und politischen Karriere immer wieder Menschen opferte, um dem britischen Imperium zu gefallen und um schließlich Präsident der USA zu werden. Je mehr Menschen er tötete und töten ließ, umso mehr kam seine Karriere voran und umso mehr Geld wurde in seiner Kasse gespürt. Er blieb Zeit seines Lebens ein stinkreicher Snob, der über eine Menge Leichen gegangen war. Zusammen mit seinen stinkreichen Freunden und Verwandten, die ebenfalls über eine Menge Leichen gegangen waren, bildete er das Fundament der USA. Er und seine Vertrauten stehen unter dringendem Verdacht, die ganze Zeit über als Agenten der Briten gearbeitet und unnötig einen Krieg geführt zu haben, an dem über hunderttausend Menschen starben und bei dem noch viele weitere verwundet wurden. Ausgehend von dieser ursprünglichen Ostküsten-Mafia gab es eine lineare Entwicklung hin zum Zeitalter der großen Oligarchen und letztendlich zu den Strukturen des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Vorstellung, dass die USA zu Beginn frei und harmonisch gewesen wären und dann von einer jüdisch-freimaurisch-satanischen Weltverschwörung übernommen wurden, ist lächerlich. Die Verschwörungsliteratur betreibt seit hunderten Jahren eine amateurhafte Jagd nach einem Teufelsphantom, ohne jemals an ihrem Ziel angekommen zu sein, eine satanische Verschwörung belegen zu können. Wir werden wohl nie herausfinden, ob George Washington in irgendeiner Loge oder einem Landhaus in Freimaurerkluft um eine Statue des Teufels herumgetanzt ist. Was wir stattdessen dokumentieren können, ist wie einflussreiche Freimaurer und Funktionäre des britischen Kolonialreichs ihn schrittweise anwarben, einwickelten, beeinflussten, förderten und kontrollierten. Diese Connections waren das Fundament seiner Karriere und diese Connections hätten ihn auch jederzeit vernichten können. Wegen seiner mäßigen Leistungen als Offizier war klar, dass er ohne Hilfe des Netzwerks auf ewig ein Nichts bleiben würde. Trotz seiner riesigen Ländereien und Sklavenarbeiter hatte er Probleme mit Schulden, was zeigt, dass er auch als Unternehmer nicht viel taugte. Bei dem Jumonville-Massaker, das er während seiner Phase als Offizier der britischen Kolonialmacht begangen hatte, könnte es sich um eine besondere Prüfung gehandelt haben. Einen Vertrauensbeweis als Voraussetzung, um weiter aufzusteigen. Vielleicht war Washington einfach nur inkompetent und vorschnell und wurde vom Freimaurernetz und seinen familiären Bindungen geschützt. Aber wir sehen den deutlichen Trend. Je mehr er mordete, umso höher kletterte er auf der freimaurerischen und gesellschaftlichen Leiter. In der Kriminologie finden wir interessante Parallelen zwischen Mafia-Gruppen und Geheimgesellschaften. Die italienische Mafia beispielsweise sucht sich mögliche neue Beitrittskandidaten sehr genau aus und führt dann konspirative Anwerbeversuche durch. Der Kandidat muss sich bereits bewährt haben, als Krimineller oder anderweitig seine Gesinnung nachweisen können. Ein gewisser Beobachtungszeitraum ist dann notwendig, indem der Rekrut weiter getestet wird, im Hinblick auf seine Fähigkeiten, seine Loyalität und seine Persönlichkeit. Der FBI Special Agent Joseph Pistoni alias Donnie Brasco ermittelte verdeckt in der New Yorker Mafia-Familie Bonanno und fand heraus, dass von Rekruten auch Auftragsmorde verlangt wurden. Nur wer tötet, wird ein Vollmitglied. Beweise für den Mord landen in irgendwelchen Tresoren der Mafia, um notfalls als Erpressungsmaterial benutzt zu werden. Das Aufnahmeritual ist eine Art Taufe und wird beobachtet von einer zweistelligen Anzahl an Mafiosi, der neuen Familie. Der Neuling muss etwas Blut abgeben und auf Symbolen wie Totenschädeln, Messern und Pistolen seine Treue zur Organisation schwören. Es sind Fälle dokumentiert, bei denen der Neuling gefragt wurde, ob er sogar bereit sei, seinen Bruder zu töten. Die Regeln beinhalten selbstverständlich die absolute Verschwiegenheit. Die italienische Mafia schuf eine hierarchische Struktur mit den Associates ganz unten, den Soldati weiter oben als Vollmitglieder, den Kapos als leitenden Offizieren und den Bossen darüber. 2014 wurden Videoaufnahmen der italienischen Polizei veröffentlicht, auf denen die Bosse der mächtigen Mafiagruppen Drangheta zu sehen sind. Mehrere Mafiosi werden im Zuge eines Rituals aufgenommen in die heilige Eliteeinheit Santa. Man gedenkt dabei feierlich den historischen Figuren Giuseppe Garibaldi und Giuseppe Mazzini, zwei einflussreiche Freimaurer und Revolutionäre, die 150 Jahre zuvor an Italiens Wiedervereinigung beteiligt waren. In den 1970er Jahren habe sich die Drangheta dem Freimaurertum angenähert. In der Vergangenheit benutzten die in Drangheta und die Cosa Nostra subtile und weniger subtile Tätowierungen, an denen sich Mitglieder erkennen konnten. Inzwischen sind eher Code-Phrasen und Handgesten im Gebrauch oder die Vorschrift besagt, dass zwei bestätigte Mafia-Mitglieder, die sich noch nicht kennen, nur durch ein drittes bestätigtes Mitglied zusammengebracht werden dürfen. Als Mafioso hat man die Lizenz, gewöhnliche Menschen auszubeuten durch Erpressung, Diebstahl und Betrug. Man kann sich darauf verlassen, dass man durch das Mafia-Netzwerk bevorzugte Behandlung erfährt und nach Möglichkeit geschützt wird vor strafrechtlicher Verfolgung durch die Behörden. Die Kriminologie bemerkte recht bald, dass die italienische Mafia einen extremen Fetisch hatte für katholische Symbolik und sich aus den Versatzstücken der katholischen Lehre eigene spirituelle Konzepte zusammenbastelte. Selbstverständlich bricht die Mafia regelmäßig christliche Gebote und ist somit inkompatibel zum Christentum. Es ist Ausdruck der Arroganz bzw. des Narzissmus der Mafia, sich mit Jesus, Maria, den Heiligen und mit diversen Elementen des Katholizismus zu schmücken, anstatt einfach nur organisiertes Verbrechen zu sein. William Morgan, der in Virginia geboren war und in New York lebte, plante ein Enthüllungsbuch in den 1820er Jahren über die Freimaurer, wurde unter Vorwänden verhaftet und verschwand spurlos. Es gab auch einen Versuch, die Druckerei niederzubrennen. Er hatte 1825 in einer Loge im Dorf Leroy im State of New York den Grad des Royal Arch erhalten, nicht zu verwechseln mit dem gesamten Royal Arch System. Und es schien einigen seiner Brüder zweifelhaft, ob ihm wirklich alle benötigten Vorherigen gerade verliehen worden waren. Morgan behauptete, in Kanada ein Master Mason, also dritter Grad geworden zu sein, wofür es aber keinen Beweis gibt und er hätte durchaus auf anderen Wegen an die geheimen Passwörter und Texte herankommen können. Die Logen hielten ihn von einem Hochstapler, der sich den Grad des Royal Arch erschlichen hatte und schlossen ihn weitestgehend aus der Gemeinschaft aus. Es ist nicht bekannt, ob die Freimaurer ihn zu diesem Zweck bereits anderweitig bestraften oder bedrohten, aber es ist sehr wahrscheinlich. Morgan war zutiefst beleidigt und kündigte ein Enthüllungsbuch an, worauf dann eine Reihe von Attacken auf ihn folgte. Unbekannte Täter versuchten die Bücherei niederzubrennen. Morgan wurde zweimal unter Vorwänden verhaftet und verschwand dann spurlos. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass eine Gruppe an alarmierten Freimaurern Kontakt aufgenommen hatte zu Freimaurerbrüdern bei der Polizei und den Behörden, um Morgan einzusperren und das Erscheinen des Buches zu verhindern. Letztendlich fand man eine Leiche am Lake Ontario, die als Morgan identifiziert wurde und es entstand ein öffentlicher Skandal, den die Freimaurer nicht mehr unter den Teppich kehren konnten. Mehrere Freimaurer, darunter der Sheriff von Niagara County, wurden wegen Kidnapping zu relativ moderaten Strafen verurteilt. Sie konnten darauf zählen, wegen ihrer Mitgliedschaft bei den Freimaurern nicht wegen Mordes dran zu kommen. Morgans Buch wurde posthum veröffentlicht und erreichte den Status eines Bestsellers. Es wäre naiv, Morgan als einen Helden zu präsentieren, der aus der Güte seines Herzens den Kampf gegen korrupte Freimaurer bis zum letzten Atemzug geführt hätte. Wäre er in Kanada tatsächlich ein Master Mason geworden, hätte er später im State of New York, nach der Verleihung des Royal Archgrades, wohl keine großen Schwierigkeiten erfahren, sich weiter in der Freimaurergesellschaft zu etablieren und gierig diverse Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. Morgan wäre wohl ein Unternehmer oder Politiker geworden, der bevorzugte Behandlung genossen hätte im Vergleich zu Nicht-Freimaurern. Die Enthüllungen von Morgan betrafen nur die rituellen Texte der verschiedenen Freimaurer gerade. Es gab wohlgemerkt keine Enthüllungen über irgendwelche kriminellen Handlungen von Freimaurern und keine geheimdienstlich relevanten Informationen. Mit Büchern von Morgan konnte prinzipiell jeder eine eigene Loge starten und hätte exakt die Rituale und Inhalte abbilden können. Allerdings wäre man mit einer solchen irregulären Loge wohl auf sehr viel Gegenwind gestoßen von echten Freimaurern. Die Texte sind langatmig, schwubbelig und voller Pathos und nirgends darin ist die Rede von Teufelsanbetung. Dennoch entschieden sich Freimaurer anscheinend, Morgan zu töten. Die gewöhnliche Geschichtsforschung hat praktisch null Interesse, anhand von mittlerweile verfügbaren Mitgliederlisten aufzudröseln, wer in welchem Umfang in den USA von seiner Mitgliedschaft profitiert hat und wer von der Bruderschaft abgestraft oder benachteiligt wurde. Ohne erst recht vermeidet die Geschichtsforschung eine Untersuchung der fragwürdigen religiösen Inhalte im höheren Freimaurertum. Die klassische Verschwörungsliteratur hat nicht viel von Wert hervorgebracht und bediente sich bei allerhand Fälschungen und unbestätigten Behauptungen. Leo Taxil hatte teilweise großen Erfolg mit seinen Büchern und die darin enthaltenen dreist zusammengefälschten Informationen wurden vielfach abgeschrieben und weitergesponnen von anderen Autoren. So glauben Verschwörungstheoretiker heute noch felsenfest, dass der Freimaurer Albert Pike in einem Briefwechsel mit dem italienischen Revoluzzer Giuseppe Marzini frühzeitig drei Weltkriege angekündigt hätte. Der Briefwechsel hat aber nie existiert, sondern basiert auf einer uralten Lüge von Taxil. Der Status des Freimaurertums, die Geheimhaltung und der schräge mythologische Mix, der in den Logen zelebriert wurde, wirkte früher schon auf so manche besorgte Christen wie eine verschwörerische Mischung aus Satanismus und Mafia. Figuren wie Leo Taxil, William Guy Carr oder Fritz Springmeier brauchten nicht viel Fantasie, um sich entsprechende Legenden auszudenken. Solche Fakes und Mythen näherten zwar das Interesse an der Bevölkerung an eine Aufdeckung der geheimen Vorgänge in den Logen, stellten aber keine professionelle Untersuchung dar und wurden relativ schnell widerlegt. Damit sank die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien ins Bodenlose. Wie ich bereits in meinem vorherigen Buch Adel, Geheimdienste, Militär ausgeführt habe, sind die bekanntesten Verschwörungsautoren recht suspekt. Die einen haben hauptsächlich für mehr Aufmerksamkeit und mehr Buchverkäufe alte Mythen abgeschrieben und neue ersponnen. Andere wiederum hatten auffällige Verbindungen zu angloamerikanischen Elitekreisen und könnten bewusst Falschinformationen verbreitet haben. Leo Taxil, der mit seinem Bart und seiner Brille aussah wie das Klischeebild eines weißen Professors, holte sich Ideen von Eliphazlevi und dem Mysterium Baphometis Revelatum von Hammerpurgstall. Die katholische Kirche verbreitete lange Zeit eine Mischung aus Fakten und Fakes über Freimaurer. Im englischsprachigen Raum konterten Autoren mit einem Berg aus Propagandabüchern über eine vermeintliche katholisch-satanische Weltverschwörung. Noch heute kursieren erfundene Zitate im Internet, die dem Hochgrad Freimaurer Albert Pike angedichtet wurden. Die freimaurerische Religion sei die Doktrin Luzifers. Albert Pikes berühmtes Buch Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry verrät keine freimaurerischen Geheimnisse, sondern bespricht alte Mysterien und bezieht manche Einflüsse peinlicherweise von dem Okkultisten Eliphazlevi. Der Autor Manly Hall, der gerne von Verschwörungsliteratur zitiert wird, schrieb bereits vor seinem Eintritt ins Freimaurertum Bücher zu den Mysterien und listete allerhand esoterische Interessensgebiete auf. Man sieht also deutlich, dass höhere Freimaurer tatsächlich Interesse hatten an okkultem Bremborium und alten Mysterien, aber uns fehlen klare Hinweise auf Satanismus und dazugehörige illegale Ritualaktivitäten. Himmel und Hölle Jeder, der auch nur etwas kritisches Denken beherrscht und die einfachsten Grundlagen der Propaganda flüchtig kennt, weiß, dass Regierungen gerne Schwarz-Weiß-Malerei betreiben und die Religion für ihre Zwecke missbrauchen. Man selbst sei das von Gott geküsste und gesegnete Reich des Guten, während die Gegner im Inland und Ausland die Ausgeburt des Teufels wären, die sich gegen alles Gute verschworen haben und die man mit allen Mitteln bekämpfen müsse. Adolf Hitler war bei einer NSDAP-Versammlung am 1. Mai 1923 in München im Zirkus Krone besonders kreativlos mit seiner Propaganda und erklärte, der Jude ist wohl Rasse, aber nicht Mensch. Er kann gar nicht Mensch im Sinne des Ebenbildes Gottes des Ewigen sein. Der Jude ist das Ebenbild des Teufels. Das Judentum bedeutet Rassentuberkulose der Völker. Noch platter geht es nicht. Der Kommunismus sei laut Hitler ebenfalls das Werk der satanisch-jüdisch-illuministischen Weltverschwörung gewesen. Umgekehrt gab es populäre Theorien, laut denen Hitler Satanist gewesen sei. Nach dem Krieg wurde in Büchern wie The Spear of Destiny von Trevor Ravenscroft der Mythos gestrickt, Hitler sei von Dietrich Eckart und Karl Haushofer rekrutiert worden für satanische Aktivitäten der völkischen Thuleloge. Beweise dafür gibt es keine. Die völkischen Logen wie Thule waren auf das rechtskonservative Zielpublikum zugeschnitten worden und bedieten sich bei Texten der britischen Theosophie, bei Büchern von einflussreichen angloamerikanischen Rassentheoretikern und bei Verschwörungsmythen wie den Protokollen von Zion, die insbesondere durch bedeutende angloamerikanische Kreise in der westlichen Welt verbreitet worden waren. Sogar Winston Churchill äußerte in aller Öffentlichkeit Verschwörungsmythen über Adam Weishaupts Illuminaten und Juden. Darüber hinaus bewahrt er die Autorin Nesta Webster, die sich in faschistischen Kreisen bewegte und deren Schriften großen Einfluss hatten auf die klassische Verschwörungsliteratur. Eine explizit satanische Verschwörung bei den Nazis ist nicht zu belegen, aber wir sehen natürlich recht deutlich, dass die Nazis bereit waren, jede Menge Menschen zu opfern, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Bewegung mit klassischen Kultmechanismen führten. Wir kennen die sakral wirkenden Prachtbauten, die größenwahnsinnigen Bauvorhaben, die nie realisiert wurden, die Massenaufmärsche und natürlich die nationalsozialistische quasi-Befreiungstheologie, laut der es vor Urzeiten perfekte arische Gesellschaften voller Magie und übermenschlicher Fähigkeiten gegeben hätte und man diesen verlorengegangenen paradiesischen Zustand wieder erreichen könnte durch Krieg und Rassenselektion. So manche führenden kommunistischen Revolutionäre und Vordenker waren Mitglieder von Freimorallerlogen gewesen und ihre Äußerungen geben recht deutliche Hinweise auf eine antichristliche, okkultistische Gesinnung. Aber auch hier existieren keine handfesten Beweise für satanische Rituale, die heimlich in irgendwelchen Logen durchgeführt worden sein sollen. Stattdessen sahen wir kommunistische Funktionäre, die Millionen Menschen opferten für ihre ideologische Agenda. Auch der Kommunismus bediente sich bei Kulttechniken und bot eine quasi-Befreiungstheologie an, um das Böse auf der Welt zu tilgen. Alles, was im Kommunismus nützte, galt bildlich gesprochen als heilig und alles, was im Kommunismus schadete, als Teufelszeug. Die gnadenlose Verfolgung von Andersdenkenden, insbesondere in der Phase des russischen Bürgerkriegs, mit bestialischen Foltermethoden, erinnerte an die Inquisition und die Hexenverbrennungen. Die Schriften von Karl Marx hatten fast den Status eines heiligen Textes. Besonders antikommunistischen christlichen Autoren war früh aufgefallen, dass Marx in seiner Studienzeit okkultistisch klingende antichristliche Gedichte verfasst hatte. Über eine Mitgliedschaft in einer Loge wissen wir nichts Konkretes, genauso wenig wie über satanische Aktivitäten. Seine jüdische Abstammung und seine möglicherweise freimaurische Pose auf einer berühmten fotografischen Aufnahme gelten in der Verschwörungsliteratur als Beweise dafür, dass er der satanisch-jüdischen Weltverschwörung angehörte. Zudem werden übertriebene Zahlen präsentiert über den Anteil an Juden bei der kommunistischen Oktoberrevolution. Und es erfolgt auch immerzu der Hinweis auf die jüdische Abstammung von Lenin, Trotzki und manchen Bankiers. Hingegen wird die Rolle von Slaven und Bankiers mitteleuropäischer Abstammung systematisch untertrieben und verschleiert. Seit jeher kursieren Gerüchte und Theorien über satanische Verschwörungen. Die Hexenverfolgungen und die Inquisition sind historische Beispiele dafür, wie etablierte Mächte offen solche Theorien vertraten und als Grundlage für brutale Säuberungsaktionen benutzten. Bei vielen Pogromen gegen Juden in verschiedenen Ländern spielte der Mythos eine Rolle, laut dem Juden heimlich Babys ermorden und deren Blut in Teig mischen würden. Erst vor wenigen Jahren erklärten einflussreiche Funktionäre der russischen orthodoxen Kirche und der Behörden, dass man den Mord am letzten Zaren und dessen Angehörigen neu untersuchen möchte. Der Grund? Man hätte Anlass für den Verdacht, dass die Zarenfamilie in einem jüdisch-satanischen Ritual getötet worden sei. Im Kalten Krieg bezeichnete die amerikanische Propaganda die Sowjetunion als Reich des Bösen und als gottlose, gemeinten satanische Kommunisten. Die US-Administration von George W. Bush spielte nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 die religiöse Karte und porträtierte mehr oder minder unterschwellig den Krieg gegen islamischen Terror, die Taliban und Saddam Hussein als gottgewollte Offensive gegen die Kräfte des Bösen. In der islamischen Welt hält ein gewisser Prozentsatz die USA für den großen Satan und für die Bastion der jüdischen Weltverschwörung, passend zu den über 100 Jahre alten Beschreibungen in den Protokollen von Zion. Präsident Bush kam selbst wegen seiner Mitgliedschaft in der Geheimgesellschaft Skull and Bones unter Satanismusverdacht. Wir sehen also, dass Theorien über Satanismus nach wie vor kursieren und einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben. Die allermeisten Menschen sind religiös und haben ein Konzept vom Teufel, von Dämonen und wie jene die Menschheit irreführen, korrumpieren oder gar von ihnen Besitzer ergreifen können. Innerhalb jeder Religion gibt es unterschiedliche Auffassungen über den Teufel und satanische Mächte. Man betrachtet das Thema normalerweise getrennt von der Wissenschaft. Wie soll also eine religiöse Person das einschätzen, was ein Priester oder Imam von sich gibt zu dem Thema? Oder ein US-Präsident George Bush? Oder die russischen Obrigkeiten? Oder die Verschwörungsliteratur? Zunächst einmal sollte man akzeptieren, dass religiöse Ansichten und wissenschaftliche Analysen zu dem Thema sehr wohl nebeneinander existieren können und man sich nicht 100% für das eine oder das andere entscheiden muss. Wir müssen zuerst saubere und greifbare Definitionen basteln, bevor wir im nächsten Schritt untersuchen, ob bestimmte Individuen oder Gruppierungen die gewählten Kriterien erfüllen. Folgendes sind die Eigenschaften, die alle erfüllt sein müssten bei einer echten, bedeutenden satanischen Verschwörergruppe. Strukturiertes, metaphysisches Konzept. Die Gruppe muss eine einigermaßen zusammenhängende und konsistente Lehre haben, die sich auf diverse Ideen vom Teufel, Dämonen und dunkle Kräfte bezieht. Diese Lehre muss einen hohen Stellenwert in der Gruppe besitzen. Hoher Einfluss und Organisationsgrad. Die Gruppe muss einen signifikanten Organisationsgrad und Einfluss erreicht haben, unabhängig davon, wie viele Mitglieder sie hat. Die Gruppe muss in der Lage sein, effektiv Entscheidungen zu treffen, Strategien zu wählen, die Strategien umzusetzen, neue Mitglieder anzuwerben und auszubilden und eine stabile innere Ordnung zu wahren. Beständigkeit. Die Gruppe muss ein hohes Maß an Fähigkeiten beweisen, die eigenen Aktivitäten geheim einzuhalten. Kriminalität. Die Handlungen der Gruppe müssen regelmäßig grundlegende Gesetze brechen. Und schließlich Psychopathie und Narzissmus. Die Gruppe muss gekennzeichnet sein von Persönlichkeitsstörungen wie Psychopathie, Narzissmus, Sadismus und so weiter. Diese Kriterien müssen bei einer Gruppierung alle erfüllt sein. Erst dann können wir sie als Gruppe des hochorganisierten kriminellen Okkultismus bezeichnen. Wenn bei einer Gruppierung eines dieser Merkmale fehlt oder sogar mehrere davon fehlen, handelt es sich nicht um eine bedeutende satanische Verschwörergruppe. Wenn also beispielsweise eine zusammenhängende Lehre fehlt oder der Okkultismus nur Beiwerk ist, dann ist die Gruppe eher dem gewöhnlichen organisierten Verbrechen zuzuordnen. Ohne hohen Einfluss, Organisationsgrad und Beständigkeit hat eine Gruppe keine größere Bedeutung. Ohne nennenswerten Tradecraft ist eine Gruppe ein offenes Buch und somit unfähig zur Verschwörung. Ohne Kriminalität, Psychopathie und Narzissmus handelt es sich nur um harmlose okkultistische Betätigung. Es gibt Personen, die im Privatbereich verschiedene Formen von rituellem Satanismus bzw. Okkultismus praktizieren, ohne dabei jemandem zu schaden. Dann gibt es Leute, die sich öffentlich zu Satanismus bekennen und sich sogar um Anerkennung bemühen für Organisationen wie die Church of Satan in Amerika. Pentagramme aus Kreide, Kerzen und Anrufungen an Satan mögen auch viele Menschen beunruhigend und verstörend wirken, sind aber noch lange kein Verbrechen. Umgekehrt gibt es Menschen, die in der Öffentlichkeit den braven Christen mimen, aber ein Doppelleben als Serienkiller führen und sich für ihre Taten einen spirituellen Überbau zusammenreimen. Gerade die Rockmusik war jahrzehntelang eine Diskussion um provokante Liedtexte und Bühnenshows. Die meisten Rockmusiker, die in irgendeiner Form mit satanischer Symbolik, satanischen Texten oder sogar einem tatsächlichen satanischen Glauben auftraten, waren nicht kriminell, nicht psychopathisch oder narzisstisch und nicht signifikant organisiert. Aber eben nicht alle. Jon Nerdveit, der Anführer der schwedischen Metalband Dissection, war Mitglied des Temple of the Black Light und tötete 1997 im Alter von 22 Jahren zusammen mit einem befreundeten Mitglied der Gruppe, einen homosexuellen Algerier in Göteborg. Jahre zuvor gab es in der norwegischen Black-Metal-Szene eine Reihe an Morden und Selbstmorden, die zusammen mit krimineller Brandstiftung bei mehreren Kirchen auf enormes Medieninteresse stieß. Letztendlich fanden sich keine Belege dafür, dass Satanismus in den jeweiligen Musikszenen Schwedens und Norwegens hoch organisiert war oder irgendeine größere Macht über die breitere Gesellschaft hatte. In manchen Logen gibt es Riten mit Sex und Drogen, die auf alte Mythologien zurückgehen, ohne dass dabei irgendwelche Menschen zu Schaden kommen. Dann existieren wahre Monster, die in ihrem Leben über Leichen gehen oder Kinder sexuell ausbeuten, aber keinen Funken von irgendwelchen okkult-religiösen Überzeugungen haben. Nun, da wir eine greifbare und konkrete Definition haben von hoch organisiertem kriminellem Okkultismus, müssen wir untersuchen, ob wir dies tatsächlich in der Geschichte oder in der heutigen Welt finden. Zumindest müssen wir eine Einschätzung vornehmen, wie wahrscheinlich es ist, dass bestimmte Gruppierungen hoch organisierten Kriminell und Okkultismus praktizierten bzw. praktizieren. Es ist seit langem bekannt, dass verschiedene alte Zivilisationen Menschenopfer praktizierten und die Wissenschaft geht davon aus, dass damit die herrschende Klasse ihren Herrschaftsanspruch festlegen wollte. Diese banalen Gründe wurden natürlich dem gewöhnlichen Volk nicht unbedingt verraten, sondern man erzählte den Menschen einen Haufen Brimborium, laut dem die Menschenopfer die Götter besänftigen würden und zum Wohle aller stattfinden. Spanische Eroberer, die Zeit in Mittel- und Südamerika verbracht hatten, berichteten vor hunderten Jahren bereits von gigantischen Monumenten der Azteken aus Zement und bis zu 130.000 Totenschädeln. Man dachte lange Zeit, dass diese Schilderungen übertrieben waren, aber inzwischen zeigen Ausgrabungen tatsächlich gewaltige Strukturen mit massenhaft Schädeln von rituell getöteten Personen. 2015 war ein Trophäen auf bausamen Türmen gefunden worden in der Nähe des Aztekentempels Templo Mayor. Inzwischen weiß man nach weiteren Ausgrabungen, dass die Anlage ungefähr die Ausmaße eines Basketballfeldes hat. Science Magazine berichtete, dass Häftlinge zum großen Tempel gebracht und ihnen dort bei lebendigem Leibe die Herzen herausgeschnitten wurden. Die Schädel wurden zunächst für Monate oder Jahre an einem Trophäenaufbau aufgehängt und später dann mit Mörtel an einem der beiden Türme daneben befestigt. Drei Viertel der Schädel stammten von Männern, der Rest von Frauen und Kindern. Diese Menschenopfer waren keine heimliche Angelegenheit und wir können spekulieren, ob die Priester hinter verschlossenen Türen vielleicht noch weitere rituelle Handlungen praktizierten. Es wäre naiv zu denken, dass die Zivilisation der Azteken einfach nur deshalb so gehandelt hat, weil sie nicht den christlichen Glauben hatte. Die spanischen Eroberer begingen in Mittel- und Südamerika praktisch Völkermord und bei dem britisch dominierten Sklavenhandel starb eine zweistellige Millionenzahl an Afrikanern auf dem Schiffstransport und diese Toten wurden einfach über Bord geworfen. Satanic Panic Der Siegeszug der rebellischen Rockmusik in den 1960er, 1970er Jahren war Teil einer größeren Gegenkulturbewegung und brach mit den gesellschaftlichen Konventionen sowie mit den Regeln der Musikindustrie und des Fernsehens. Vorher mussten Rockbands fürs Fernsehen adrette Kleidung und ordentliche Haarschnitte tragen. Ihre Texte wurden heftig zensiert und sie mussten ihre Privatvergnügen privat halten. Die rebellischen Rockbands hingegen sahen deutlich anders aus und jeder wusste, dass sie Orgien mit Groupies und Drogen feierten. Sie sprachen in ihren Texten provokant über den Teufel und gegen die Obrigkeit. Anton LaVey gründete seine Kirche Satans und warb im Dracula-Kostüm öffentlich um Anerkennung. Es gab eine Kontroverse um das erfolgreiche Buch der Exorzist, um die dazugehörige Verfilmung. Die Filmindustrien international sprangen auf diesen Zug auf und produzierten massenhaft Werke, die sich um satanische Verschwörungen drehten. Mike Warnke verkaufte sich erfolgreich in christlichen Zirkeln als einer der Top-Experten zum Thema Satanismus. 1972 erschien sein Buch The Satan Seller, in dem er erzählte, wie er selbst früher satanische Hohepriester gewesen sei und dann zu Gott gefunden habe. Er verdiente Millionen und wurde immer populärer, bis 1991 das Magazin Cornerstone ihn als Spindler entlarvte. John Todd behauptete von sich, ein ranghoher Satanist der Illuminati gewesen zu sein und Mitglied des Druiden-Großrats von Raymond Buckland, ein Vertrauter von Philipp Rothschild. Die Schwester von US-Präsident Jimmy Carter hätte ihm weitere Magie gelehrt. Mit 18 Jahren soll er bereits ein Elite-Kämpfer bei den Green Berets gewesen sein, obwohl seine Militärpapiere zeigen, dass er nur ein Jahr lang in der Army im Büro gearbeitet hatte. Eine psychologische Untersuchung ergab, dass er emotional instabil war, ein pathologischer Lügner und ein Drogenkonsument. Wir sehen auch bei ihm den Einfluss von klassischer Verschwörungsliteratur. Eine ganze Reihe an weiteren Hochstaplern nutzte immer die gleichen Versatzstücke für ihre Geschichten. Aber die verschiedenen selbsternannten Aussteiger aus satanischen Kreisen widersprachen sich dennoch in zahlreichen wesentlichen Punkten. Man brauchte nur ein paar Verschwörungsbücher lesen und schlechte Kinofilme anzuschauen, um sich als Experte und als Aussteiger inszenieren zu können. Selbst im Internetzeitalter funktionierte diese Masche. Der Italiener Leo Zagami jobbte als DJ, war kurzzeitig in einer Freimaurer Loge, wurde rausgeworfen, versuchte es dann bei ein paar irregulären Logen und wurde möglicherweise auch beim OTO rausgeworfen. Hinterher präsentierte er sich im Netz als Adliger und Illuminaten-Experte. Besondere Geheimnisse hat er nicht anzubieten, sondern nur, was man auch auf Wikipedia erfahren kann, über Dinge wie den Skandal um die Freimaurer Loge Propaganda Due. Nach seinem Ausstieg will er den Illuminaten 2008 wieder beigetreten sein, allerdings als Führungsfigur einer guten Fraktion namens Illuminaten-Widerstand. 2009 landete er aber in Italien in der Psychiatrie. In den 80er Jahren gab es erneute Aufmerksamkeit für Satanismus durch Geraldo Riveras extrem erfolgreiche Fernsehdokumentation Devil Worship – Exposing Satan's Underground und durch das Phänomen des rituellen Missbrauchs. 1980 erschien das Buch Michelle Remembers von Michelle Smith und ihrem Psychiater und späteren Ehemann Lawrence Pazda. Unter Hypnose hätte sie sich erinnert an satanisch rituellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Das Buch erzeugte viel Wirbel, auch wenn sich die darin enthaltenen Behauptungen nicht verifizieren ließen. Reporter suchten ausführlich nach Spuren, möglichen Zeugen und Akten, fanden aber nur Dinge, die Michelle Smiths Darstellungen widerlegten oder in Zweifel zogen. Lawrence Pazda fand dennoch eine lange Zeit Anerkennung als Experte für rituellen Missbrauch. Es erschienen viele sehr ähnliche Bücher wie zum Beispiel Satan's Underground im Jahr 1988, dessen Schilderungen von der christlichen Zeitschrift Cornerstone als falsch entlarvt wurden. Die wahre Identität der Autorin Laurel Rose Wilson wurde enthüllt, sowie ihre psychischen Probleme und diversen Fabrikationen. Eine erstaunlich hohe Anzahl an Menschen in den USA und anderswo auf der Welt sprach zunehmend davon, Opfer von rituellem Missbrauch in der Kindheit gewesen zu sein. Immer wieder handelte es sich dabei um Menschen mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Eine solche Störung entsteht durch gravierenden Missbrauch in der frühen Kindheit und kann extreme Formen annehmen, wie zum Beispiel die Spaltung in multiple Persönlichkeiten. Medizinisch lässt sich festhalten, dass solche Menschen höchstwahrscheinlich als Kinder extremem Missbrauch ausgesetzt waren, aber ihre Erinnerungen an das Erlebte können stark verfälscht sein durch Dinge, die sie in Filmen gesehen oder in Büchern gelesen haben. Gerade Hypnose kann dann verschiedenartigste Fantasien hervorbringen. Weder die Therapeuten noch die Strafverfolgungsbehörden und Kriminologie hatten ein stimmiges Konzept, wie sie mit den Aussagen von solchen Leuten umgehen sollen und was von dem Phänomen ritueller Missbrauch insgesamt zu halten ist. Auch im europäischen Fernsehen gab es Doku-Beiträge über möglichen rituellen satanischen Missbrauch durch Sekten. Deutsche Fernsehreporter interviewten Frauen mit dissoziativer Identitätsstörung, die behaupteten, früher in einer satanischen Sekte gefangen und Opfer von Missbrauch gewesen zu sein. Die Geschichten klangen so, wie man es sich klischeehaft vorstellt, mit schwarzen Messen, Blutopfern und sogar dem rituellen Töten von Babys. Durch die traumatischen Erlebnisse hätten die Opfer die dissoziative Identitätsstörung entwickelt, beziehungsweise die Satanisten hätten es sogar gezielt darauf angelegt, dass sich diese Störung entwickelt und die Opfer regelrecht programmiert. Die Ermittler der Polizei konnten die Vorwürfe nicht bestätigen und erklärten zudem, dass die kriminologische Forschung zu dem Thema äußerst schlecht aufgestellt ist, weil in Deutschland ein okkult-ritueller Hintergrund bei einer Tat gar nicht statistisch erfasst wird. Eine rituelle Vergewaltigung würde demnach wie jede andere Vergewaltigung behandelt werden und aus diesem Grund gibt es nicht einmal eine ausführliche Datenbank zu satanischen Verbrechen. Kripobeamte und Staatsanwälte haben es natürlich schwer, Zeugenaussagen zu verwerten von Menschen, die an einer dissoziativen Störung leiden, sich quasi als Ansammlung unterschiedlicher Persönlichkeiten betrachten und immer zwischen den einzelnen Persönlichkeiten hin und her springen. Für gefährliche Kriminelle wäre es theoretisch durchführbar, Kinder unter Drogen zu setzen, sie mit konspirativen Methoden zu geheimen Treffpunkten zu bringen und mit diversen Tricks zu verwirren, so dass die Opfer nie imstande sind, glaubhafte, verwertbare Aussagen zu machen. Gleichzeitig können natürlich Individuen mit dissoziativer Störung wilde Behauptungen erfinden und sich daran orientieren, was sie im Fernsehen gesehen oder im Internet aufgeschnappt haben. Die Rolle der Therapeuten wird in den TV-Beiträgen kritisch beäugt, denn sie könnten ja, ähnlich wie es bei Fällen in den USA unterstellt wurde, unbeabsichtigt die Fantasien ihrer Patienten nähren. Bei einer dissoziativen Amnesie können Betroffene echte Erinnerungen unbeabsichtigt vermischen mit falschen und sind nicht mehr unbedingt in der Lage zu unterscheiden, was nun stimmt und was nicht. Dissoziation kann durch Trauma hervorgerufen werden, aber auch kurzzeitig durch bestimmte Chemikalien. Die dissoziative Identitätsstörung ist die schwerste Form der Dissoziation und man kann bei betroffenen Erwachsenen tatsächlich bei Gehirnscans Anomalien im Gehirn nachweisen. Man schätzt, dass bis zu 3% der Bevölkerung in unterschiedlichem Umfang von dissoziativen Identitätsstörungen betroffen sind. Bei schweren Fällen kann tatsächlich ein Wechsel in der Gehirnaktivität nachgewiesen werden, wenn die Person zwischen ihren einzelnen fragmentierten Persönlichkeiten hin und her wechselt. Es ist nicht vorstellbar, dass alle oder die meisten Menschen mit einer schweren dissoziativen Persönlichkeitsstörung Opfer von hochorganisierten satanischen Gruppen waren und dann auch noch irgendwie entkommen konnten. Wenn also eine Person mit schwerer dissoziativer Identitätsstörung von rituellem Satanismus und Menschenopfern spricht, dann muss man diesen Fall neutral, nüchtern und professionell untersuchen. Man darf nicht von vornherein ausschließen, dass die Person so etwas tatsächlich erlebt haben könnte, aber man muss gleichzeitig die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Person ihre Erinnerungen vermischt hat mit Dingen, die sie im Fernsehen oder im Internet aufgeschnappt hat. Es gibt heute eine Reihe an selbsternannten Experten, die angeblich in der Lage seien, Opfer von satanischem Missbrauch zu therapieren und zu deprogrammieren. Hierbei kann es schnell passieren, dass einer psychisch gestörten Person Dinge eingeredet werden, die nicht stimmen. Manche dissoziativen Menschen möchten gehört werden und je abenteuerlicher ihre Geschichte ist, umso mehr wird ihnen zugehört und umso mehr Bedeutung wird ihnen zuerkannt. In den Verschwörungsmedien wurden höchst spekulative Vorstellungen von satanisch-rituellem Missbrauch immer weiter und weiter gesponnen, bis hin zu der Theorie, dass Satanistenfamilien und Kulte prinzipiell ihre Kinder foltern und programmieren und dass diese Kinder später dann ihre Kinder foltern und programmieren. Eine solche Vorgehensweise ist höchst unrealistisch, da die Betroffenen schlicht zu instabil wären und alle möglichen anderen Störungen zusätzlich entwickeln würden. Die Studie Occult Crime – A Law Enforcement Primer ist eine gute Zusammenfassung der Materie und beleuchtet fair beide Seiten der Debatte mit Verweisen auf viel Fachliteratur. Es gibt auch einen Leitfaden für Ermittler, auf was besonders zu achten ist, wenn der dringende Verdacht besteht auf einen rituellen, okkulten Aspekt bei einem Verbrechen. Der Mythos von MK Monarch In den klassischen Verschwörungsmedien ist in diesem Zusammenhang immer wieder die Rede von MK Monarch, ein angebliches Geheimprojekt des CIA, das bei Kindern durch schweren Missbrauch eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hervorrufen soll und diese Kinder dabei nach einem bestimmten irgendwie satanischen Muster programmiert, um später als Sexsklaven oder Attentäter zu arbeiten. MK Monarch soll ein Teilprojekt der CIA-Forschung zur Bewusstseinskontrolle sein. Die Faktenlage zeigt, dass der Geheimdienst über Jahrzehnte hinweg unter verschiedenen Projektnamen wie Bluebird, Artichoke und MK Ultra allerhand schmutzige Tricks erforschte, mit Drogen experimentierte und sogar durch Gehirnwäsche dressierte Killer schuf. Aber es finden sich keine gesicherten Erkenntnisse zu einem MK Monarch-Programm, bei dem Kinder durch Folter dissoziative Persönlichkeitsstörungen entwickeln und bei dem die verschiedenen gespaltenen Persönlichkeitsfragmente nach einem bestimmten Muster programmiert werden. Praktisch alle Informationen zu Monarch stammen von höchst fragwürdigen Autoren der klassischen Verschwörungsliteratur, die sich auf geheime Quellen berufen, auf angebliche Aussteiger der Illuminaten und auf die Aussagen von Personen mit dissoziativer Identitätsstörung. Einerseits fehlt es Verschwörungsautoren in aller Regel an den Qualifikationen, um organisiertes Verbrechen zu erforschen und andererseits versuchen die Verschwörungsautoren krampfhaft, mit scheinbaren Sensationen und exklusivem Wissen hervorzustechen, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten und mehr Geld zu verdienen. Der Autor Fritz Springmeier galt lange Zeit in der Szene als eine Art Autoritätsfigur und prägte nachhaltig die Vorstellungen des Publikums über satanische Gehirnwäsche. In seinem Buch Bloodlines of the Illuminati schrieb über 13 Familien, die angeblich die Welt beherrschen und in satanische Aktivitäten verwickelt sind. Belege für den Satanismus lieferte er keine, sondern sprach nur von anonymen Insiderquellen. Inzwischen gilt Springmeier als diskreditiert und seine Popularität ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Aber seine Bücher zum Thema Monarch beeinflussen immer noch indirekt die Szene der Verschwörungstheoretiker. Seine Co-Autorin war Cisco Wheeler, die nach eigenen Angaben sowohl ein Opfer war von Gehirnwäsche als auch selber Gehirnwäscherin der Illuminaten, ohne dafür Belege zu liefern. Die beiden bezogen sich auch auf die Erzählungen von Kathy O'Brien, die für ihre hochtrabenden Geschichten noch nie einen überzeugenden physischen Beweis vorzeigen konnte. Die äußerst einflussreiche TV-Schauspielerin und Moderatorin Roseanne Barr hielt 2009 die Eröffnungsrede bei der Konferenz Out of the Darkness and Into the Light in Los Angeles, wo Kathy O'Brien und andere angebliche Opfer von Monarch und MK Ultra auftraten. Das Buch The Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave von Springmeier und Wheeler gilt als Standardwerk der Verschwörungsliteratur zu dem Thema. Und die darin enthaltenen Ideen wurden endlos von anderen Autoren abgekupfert und weitergesponnen. Die Autoren beginnen mit der Warnung, dass das Lesen des Buchs gefährlich sei für Leute, die selbst einmal Opfer von Gehirnwäsche waren. Unzählige Videos zu dem Thema im Internet beginnen mit einer ähnlich dramatisch klingenden Warnung wie Vorsicht, dieses Video kann Opfer von Mind Control triggern. Josef Mengele, der durchgeknallte Nazi-Wissenschaftler, hätte laut dem Springmeier-Buch angeblich erfolgreich mit Programmierung experimentiert. Sei vertieft gewesen in kabbalistische Magie und wäre später in den Rang eines Großmeisters der Illuminati erhoben worden. Beweise? Null. Die amerikanische Militärspezialeinheit Delta Force bestünde laut Springmeier praktisch komplett aus Monarch-Sklaven, also aus Opfern von Folterprogrammierung. In Wirklichkeit ist das First Special Forces Operational Detachment Delta Airborne einfach eine Anti-Terror-Einheit, wie es sie weltweit viele gibt. Für solche militärischen Einheiten werden stabile Männer gebraucht und keine dissoziativen Wracks. In der Szene der Verschwörungstheoretiker wurden solche unbewiesenen Märchen fleißig weitergesponnen. So behaupteten angebliche Monarch-Opfer, sie seien selbst in irgendwelchen Eliteeinheiten gewesen und an wichtigen Operationen beteiligt gewesen. Springmeier und Wheeler nennen eine Reihe an kompliziert klingenden Fachbegriffen, um Kompetenz vorzutäuschen, und behaupten dann auch noch, dass die Opfer von Programmierung wiederum ihre Kinder programmieren lassen und diese dann wieder ihre Kinder programmieren lassen und so weiter. Für ihre Berge an konkreten Behauptungen liefern Springmeier und Wheeler keine Beweise. Stattdessen nennen sie zwischendurch immer wieder einzelne, längst öffentlich bekannte Informationen zu MKUltra. Cisco Wheeler, deren echter Name nicht einmal zweifelsfrei geklärt ist, erzählt die hochtrabende Geschichte, dass sie als Sexsklave einige der prominentesten Politiker und Adeligen bedient hätte. Es gibt noch eine Reihe ähnlicher Frauen mit fast identischen Behauptungen und typischerweise heißt es, dass sie sich nur durch Hypnose und andere Techniken sowie durch die Hilfe von Therapeuten überhaupt erst wieder an die schreckliche Vergangenheit erinnern konnten. Diese Therapeuten bzw. selbsternannten Experten für Deprogrammierung von Opfern von Mind Control begleiten meistens die vermeintlichen weiblichen Opfer bei öffentlichen Auftritten und Interviews, schreiben an den Büchern mit und heiraten sie in manchen Fällen sogar. Es besteht die Gefahr, dass fragwürdige Männer labilen Frauen solche Fantasien einreden, um diese Frauen zu kontrollieren und um mit ihnen Geld zu verdienen. Cisco Wheeler hielt sich selbst weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Onkel ihres Vaters soll General Earl Grant Wheeler gewesen sein, ein Nachfahre von Ulysses Grant, dem damaligen US-Präsidenten, was aber nicht stimmen kann. Im Alter von 40 Jahren soll sie mit einer dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert worden sein und daraufhin habe sie mit der Hilfe von Springmeier überhaupt erst begonnen, sich an ihre Vergangenheit als Mind Control-Sklave der Illuminaten zu erinnern. Möglicherweise hatten Typen wie Springmeier unbeabsichtigt Fantasievorstellungen genährt bei labilen Frauen mit dissoziativer Störung. Möglicherweise schielten Typen wie Springmeier auf möglichst hohe Buchverkäufe und Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall wurden manchen Frauen von skrupellosen Betrügern gezielt Fantasievorstellungen suggeriert. Das wäre dann die größtmögliche Ironie. Angebliche Therapeuten für Opfer von Gehirnwäsche betreiben selbst Gehirnwäsche. Es wird in der Szene der Verschwörungstheoretiker heute geglaubt, dass Popstars und diverse Politiker gehirngewaschene Sklaven seien, die in ihrer Kindheit von Monarch bzw. den Illuminaten mit satanischer Folter programmiert wurden. Mit geheimen Code-Phrasen ließen sich diese Personen aktivieren und wie Roboter dirigieren. Als Beweise müssen Videos herhalten, auf denen beispielsweise ein müde, abwesend wirkender Bill Clinton zu sehen ist oder eine wirre Britney Spears, als sie psychische Probleme hatte und diverse Tabletten nahm. Berühmte Musiker bekennen sich seit Jahrzehnten zu esoterischen und okkulten Ideen. Die größten Rockbands bekannten sich zu dem Okkultisten Alyssa Crowley und dessen Lehre, genauso wie heutige Popstars oder Rapper. Die entsprechenden und teils expliziten Symboliken finden sich auch auf Albumcovern und in Musikvideos. Auf dem Cover des Albums Their Satanic Majesties Request sieht man die Rolling Stones in lächerlichen bunten Kostümen. Mick Jagger trägt einen spitzen Hexenhut und sieht aus wie ein Schulkind auf dem Kostümball. Ursprünglich war geplant, Jagger nackt auf einem Kreuz zu zeigen. Hinten ist ein Gemälde mit den vier Elementen, Erde, Wasser, Feuer und Luft. Innen ist eine Fotokollage mit dem Planeten Saturn und einem Irrgarten, bei dem man nie ans Ziel gelangen kann. Das war in der damaligen Zeit bereits kontrovers genug und näherte die Paranoia über satanischen Rock'n'Roll. Manche Leute spielten Liedstellen rückwärts auf Plattenspielern ab und behaupteten satanische Botschaften zu hören. Heutzutage geht es nicht mehr so harmlos zu wie auf dem Stones Cover, in dem wenige Jahre alten Musikvideo Monster beispielsweise, sieht man Kanye West, Nicki Minaj, Rick Ross und Jay-Z in einem gruseligen, noblen Anwesen, wie sie verstörende Texte rappen und dabei die Leichen von toten Models auf dem Bett oder dem Sofa drapieren. Vampire und Zombies sind zu sehen, jemand hält den abgeschnittenen Kopf eines Models, wir sehen einen Folterkeller und so weiter. Die Atmosphäre dabei ist nicht harmlos wie im Video von Michael Jacksons Thriller, sondern enorm angespannt, ohne Humor und Ironie. So in etwa würde man sich psychopathische reiche Satanisten vorstellen. Aber ein Musikvideo ist kein verwertbarer Beweis und kein Richter würde auch nur einen einzigen lausigen Durchsuchungsbeschluss deswegen unterschreiben. 2013 wurde die junge Frau Amanda Bynes nach einer Brandstiftung in die Psychiatrie eingeliefert. Die Ärzte vermuteten Schizophrenie. Solche Fälle gibt es jeden Tag. Die Verschwörungstheoretiker vermuteten aber Monarch. Jeder psychische Zusammenbruch eines Popstars wird im Internet als Hinweis oder Beleg gedeutet für satanische Gehirnwäsche. Bei jedem Tod eines Pommis wird behauptet, er bzw. sie sei von den Satanisten ermordet worden. Monarch-Theorien können mit allen anderen Theorien beliebig verwoben werden. So wird heute beispielsweise geglaubt, dass US-Präsident Donald Trump einen Geheimplan hätte, um die Mitglieder der satanischen Illuminati zu verhaften. Trumps Gegner, insbesondere aus dem Lager der demokratischen Partei, seien satanische Pädophile, die auch das Monarch-Programm leiten, während Trump der strahlende Held des Guten sei. Dass Trump sich früher auf Sexpartys mit jungen Models vergnügte und Kontakte hatte zu dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein, interessiert nur einen Bruchteil der Verschwörungstheoretiker. Diverse Skandale in der Unterhaltungsindustrie von Los Angeles zeigen, dass Pädophile gezielt Jagd machen auf Kinderschauspieler. Ein verwertbarer strafrechtlich nutzbarer Beleg für eine große satanische Verschwörung ist dies aber noch lange nicht. Weil der bekennende Satanist Michael Aquino, Church of Satan, später Temple of Seed, für den US-Militärgeheimdienst im Bereich psychologische Kriegsführung gearbeitet hatte, wurde er im Netz wiederholt als Programmierer des Programms MK Monarch bezeichnet. Mit was genau er tatsächlich beschäftigt war im Hinblick auf psychologische Kriegsführung ist praktisch komplett geheim. Und es kann sich dabei auch um eher wenig spannende Aufgaben gehandelt haben. Mit seiner Frau, die szenetypische Klamotten und Make-up trug, trat er in der Öffentlichkeit auf. Er selbst war es gewohnt, seine Augenbrauen im Stil von Teufelshörnern zu drapieren und man sieht dies sogar auf seinen offiziellen Fotos in Uniform vom US-Militär. Auch in bekannten TV-Sendungen wie der Oprah Winfrey Show trat er auf und wirkte dabei etwas schmierig, aber businesslike. Ihm konnten nie kriminelle Handlungen nachgewiesen werden. Er soll den Vorwürfen von Kindern zufolge an sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein, an der Kindereinrichtung Presidio Child Development Center. Es gab in den USA und Europa während den 80er und 90er Jahren mehrere unzusammenhängende Skandale um Kindergärten und ähnliche Einrichtungen, bei denen organisierter sexueller Missbrauch durch satanische Gruppen stattgefunden haben soll. Diese Fälle wurden im Nachhinein als Satanic Panic abgetan, als völlig übertriebene Hysterien und Hexenjagden. Dazu gleich mehr. Bei diversen bestätigten schweren Missbrauchsskandalen in Kinderheimen von Großbritannien waren keine okkultistischen Spuren erkennbar. Bei dem Casa Pia-Skandal in Portugal wurden sogar prominente Täter nach Jahren an Gerichtsverhandlungen verurteilt, aber es gab dabei anscheinend keinen Bezug zum Okkultismus. Bei dem Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska wurden einflussreiche Personen beschuldigt, Kinder aus einem Heim missbraucht und zu Sexpartys im ganzen Land vermittelt zu haben. Es kam nicht zu Verurteilungen wegen Missbrauch, sondern nur wegen finanzieller Verbrechen, aber die Faktenlage ähnelt stark dem Fall Casa Pia und ist recht überzeugend. Kinder beschrieben in ihren Aussagen zu einer bizarren Veranstaltung in den Wäldern Nordkaliforniens geflogen worden zu sein. Gemeint war der Bohemian Growth Club, dessen einflussreiche Mitglieder aus Politik, Wirtschaft und Militär jeden Sommer unter anderem ein kompliziertes Ritual betrachten, bei dem Männer in druidischen Roben vor einem Steingötzen in Form einer Eule eine Puppe auf dem Altar symbolisch durch Verbrennung opfern. Bei dem Dutroux-Fall führten die Spuren und insbesondere Zeugenaussagen zu einer Vielzahl an verdächtigen Personen, Orten und Tatbeschreibungen, sodass Mark Dutroux nur noch wie einer von vielen Männern in einem sehr großen Netzwerk schien. Die Behörden waren unter Druck, spalteten Dutroux von den ganzen anderen Teilen der Ermittlungen ab und erklärten ihn zu einem Täter, der auf eigene Rechnung handelte und keinem Netzwerk angehöre. Die vielen Ermittlungsergebnisse und Zeugenaussagen, die über die Person Dutroux hinausgingen, waren nicht ohne weiteres öffentlich verfügbar. Neben stark zensierten Zusammenfassungen gab es das ausführliche Buch The Ex-Dossiers, das man heute kaum noch irgendwo bekommen kann, und es zirkulierten Leaks von den Dossiers, in denen die einflussreichen Beschuldigten mit Klarnamen genannt werden. Eine zusätzliche Komplikation war, dass vieles von dem Material in französischer und holländischer Sprache vorlag. Das Institute for the Study of Globalization and Covert Politics machte sich die aufwendige Arbeit, die wichtigsten Teile zu übersetzen, zu ordnen und zusammenzufassen, in der Studie Beyond the Dutroux Affair. Darin findet man auch eine Liste der Beschuldigten. Teile der Ex-Zeugenaussagen handeln von Satanismus. Dutroux erzielte früher ein beträchtliches Einkommen mit dem Handel gestohlener Fahrzeuge und mit jungen Prostituierten in Polen und der Slowakei. Er besaß nicht weniger als sieben Häuser in Belgien, die meisten davon leerstehend oder nur für die Logistik junger Mädchen und illegaler Pornovideos benutzt. In einem dermaßen winzigen Land hätte er in den 90er Jahren nach dem Verschwinden von Kindern sofort als einer der Top-Verdächtigen gelten müssen. Immerhin war er schon einmal für den Missbrauch von fünf Kindern verurteilt worden. Justizminister Vartelet hatte aber ein Herz für die belgischen Pädos und so kam Dutroux nach nur drei Jahren von einer ursprünglichen 13-jährigen Strafe auf freien Fuß. Ein Informant stieß 1993 auf null Interesse bei der Polizei, obwohl ihm Dutroux umgerechnet bis zu 5000 Dollar angeboten hatte für das Entführen junger Mädchen. 1995 wandte sich sogar seine eigene Mutter ohne Erfolg an die Behörden. Der Spitzel von 1993 meldete zwei Jahre später, dass Dutroux einen geheimen Kellerraum gebaut hatte. Später bei einer Hausdurchsuchung überhörte der leitende Polizeibeamte die Hilferufe eines Mädchens hinter einer falschen Wand. Dutroux zweite Frau Matin und der Geschäftsmann Michel Nihoul sprachen von einer Sexparty für enorm einflussreiche Figuren. Nihoul wurde zwar verurteilt, aber die Behörden hatten seltsam wenig Interesse an seinen Kontakten. Eine Reihe an Frauen meldete sich bei den Behörden, um Aussagen zu machen und man vergab für jede Frau einen Codenamen, bestehend aus einem X und einer Nummer. Später ergab sich, dass manche dieser Frauen sich anscheinend von früher kannten. X1 wurde mit einer dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert und weitere Zeuginnen wie X7 hatten wahrscheinlich ebenfalls eine dissoziative Störung, womit wir wieder bei dem typischen Problem angelangt sind, dass die Personen einerseits in ihrer Kindheit wahrscheinlich schwerer Missbrauch ausgesetzt waren, aber dass andererseits ihre Aussagen nicht unbedingt verlässlich sind. Die Art und Weise, wie bei X1 beispielsweise die Befragung durchgeführt wurde, ist sehr chaotisch. Man unterhielt sich im Prinzip mit einer ihrer vielen fragmentierten Identitäten. Wie wir in anderen Fällen bereits gesehen haben, können Aussagen verfälscht sein durch Fantasie, Suggestionen durch Therapeuten oder durch Dinge, die in Büchern und Filmen aufgeschnappt wurden. X1, X2, X3, X4 und weitere Zeugen sprachen von Satanismus, Morden und Missbrauch, was zum Teil auf Video festgehalten worden sein soll durch die Täter. Eine Sendung der BBC, Belgium's X-Files, Anno Lenker Frankier Investigation, zeigte, dass die Zeuginnen durchaus glaubwürdig waren und Wissen besaßen über Tatorte, das nie der Öffentlichkeit zugänglich war. Die Behörden blockierten, wo sie nur konnten, ignorierten Beweismittel, versteckten sich hinter Verwirrungstaktiken und stellten sich dumm. Bilder, die im Dossier angehängt sind, zeigen Kinder beim Sex mit Tieren. Es gibt Bilder, die sich als Standbilder von Horrorfilmen entpuppten und es gibt Verweise auf unechte Snufffilme, die so aussehen, als würde darin jemand umgebracht werden. Die Frage, ob es tatsächlich gesicherte Erkenntnisse gibt über einen nennenswerten kommerziellen Handel mit echten Snufffilmen, wird unterschiedlich beantwortet. Ab und an berichteten Zeugen von echten Snufffilmen konnten aber von diesen keine Kopien beschaffen oder den Beamten soweit helfen, ein Exemplar als Beweismittel zu beschaffen. In manchen Personen kommen natürlich schwere Psychopathie, Sadismus und Pädophilie zusammen und solche Personen hätten Interesse daran, ihre Taten zu filmen. Der mit Preisen ausgezeichnete Journalist Nick Davies ermittelte gegen organisierte Pädophilie in England und Holland und stieß dabei auf einen Mann, der angeblich ein echtes Snuff-Video gesehen hätte. Warwick Spinks erzählte einem verdeckten Ermittler, der sich als pädophiler Kunde ausgab, dass er Leute in Amsterdam kannte, die Snuff-Videos produzierten und in streng limitierter Auflage an amerikanische Kunden für 5000 Dollar pro Stück verkaufte. Beschaffen konnte Spinks solche Ware aber nicht. Auch andere Ermittlungen auf der Suche nach Snuff-Videos liefen ins Leere. Im Mai 1995 erklärte der Interpol-Chef Björn Eriksson, dass rund 30.000 organisierte schwerkriminelle Pädophile in Europa ihr Unwesen treiben würden. Im Jahr 2000 stoppten italienische Polizisten einen Postversandhandel mit extremen Pädovideos aus Russland. Eine der angebotenen Produktkategorien waren Snuff-Videos, deren Echtheit aber zweifelhaft ist. Kunden beschwerten sich laut einem Zeitungsbericht, dass sie nur Fakes geliefert bekamen. Die Kinderschutzorganisation Werkgröb Morkhoven behauptete, die Kopie eines echten Snuff-Videos beschafft zu haben. Eine der Personen aus der Organisation starb bei einer Kollision ihres Autos mit einem Brückenpfeiler. Ein echtes Snuff-Video ist nicht aufgetaucht. Über 20 Zeugen starben bei den Ermittlungen gegen Dutroux, was sicherlich kein Zufall mehr sein kann. Es gibt also eine Verschwörung, aber die Aussagen der Frauen aus den Ex-Dossiers sind schwierig zu beurteilen und müssen von Ermittlern verifiziert oder falsifiziert werden durch greifbare Beweise. Dummerweise müssen die Ermittler sich an die Vorgaben ihrer Vorgesetzten halten, auf die vielleicht von weiter oben Druck ausgeübt wird. Die Beschreibungen aus den Ex-Dossiers lesen sich wie die sadistischen Taten eines Serienkillers wie Ed Kemper und es gibt auch Aussagen über Satanismus. 1996 fand eine polizeiliche Durchsuchung statt bei der satanischen Gruppe Abrasax in Forchilla-Marche, nahe der belgischen Stadt Charleroi. Der Verdacht war, dass eine Verbindung bestehen könnte zum Dutroux-Fall, denn bei dem Fund der zwei Kinderleichen auf einem Grundstück Dutroux war noch die Leiche eines Mannes gefunden worden, der möglicherweise Kontakt hatte zu Abrasax. Die Behörden hatten hauptsächlich unbedeutendes Material bei Abrasax erbeutet und sich gleichzeitig geweigert, Durchsuchungen durchzuführen bei Personen, die von Zeuginnen der Ex-Dossiers beschuldigt wurden. Zu den Beschuldigten zählten Mitglieder des europäischen Hochadels, Industriebosse und hohe Beamte. Beispielsweise sprach Zeugin X4 von satanischen schwarzen Messen, aber diese Schilderungen alleine haben keine Beweiskraft. Für einen Täter oder eine Tätergruppe mag sexueller Missbrauch von Kindern als Sexualmagie interpretiert werden. Da natürlich gibt es organisierten Kindesmissbrauch, der in bekannt gewordenen Kriminalfällen keinen sichtbaren, okkulten Hintergrund hatte, sondern nur den Sadismus und den Trieb der Täter befriedigen sollte. Ted Gunderson war Special Agent der Bundespolizei FBI und leitete zeitweise die FBI-Abteilung in Los Angeles. Er publizierte später viel zu dem Thema Satanismus. Nachdem er das FBI verlassen hatte, arbeitete er als Privatermittler und hatte Kunden wie die Anwälte des Militärarztes Jeffrey R. McDonald, der wegen dem Mord an seiner schwangeren Frau in seinen beiden Töchtern verurteilt wurde. McDonald behauptete, von mehreren Personen, die etwas über die Droge LSD gerufen hätten, überwältigt und bewusstlos geschlagen worden zu sein. Seine Angehörigen waren bestialisch ermordet worden, während er selbst nur überschaubare Verletzungen davon trug. Als erfahrener Arzt hätte er natürlich genau gewusst, wie er sich selbst diese Verletzungen gezielt zufügen konnte. Ermittler zweifelten an seiner Darstellung, weil die Spuren am Tatort eher auf ihn deuteten. Es wurde vermutet, dass er im Streit außer Kontrolle geriet und nach der ersten Tötung auch noch die anderen Angehörigen tötete, damit es keine lebenden Zeugen geben würde. Im Wohnzimmer lag eine Ausgabe der Zeitschrift Esquire mit einem Artikel über die Mordserie der Gruppe Manson Family. Dies hätte ihn auf die Idee gebracht, eine ähnliche Geschichte zu erfinden. Sein Anwalt bemängelte die Spurensicherung durch die Criminal Investigation Division der Armee und lenkte die Aufmerksamkeit auf Helena Stuckley, die drogensüchtige Tochter eines Militäroffiziers vom Rang eines Lieutenant Colonel, von der es später hieß, sie hätte in Kreisen von Satanisten verkehrt. Eine Jury erklärte McDonald am Ende eines Gerichtsprozesses letztendlich für schuldig. Der Autor Joe McGuinness schrieb ein Buch zu dem Fall und bezeichnete ihn als einen narzisstischen Soziopathen. Ted Gunderson ermittelte für eine Bezahlung von 100 Dollar pro Stunde einen Auftrag von McDonalds Anwälten. Bereits nach einem Tag soll er sich sicher gewesen sein, dass McDonald unschuldig sei. Er suchte Helena Stuckley auf und zeichnete eine Aussage auf, die nicht gerichtlich verwertbar war. Sie sei eine Hexe in einer Sekte gewesen, im Umfeld von Militäroffizieren, und habe mit ihren Mitstreitern das Haus von McDonald aufgesucht, um jenen zu konfrontieren, weil jener Programme zur Behandlung von Drogensüchtigen betrieben hätte, die gegenüber Heroinabhängigen diskriminierend wären. Die Situation sei außer Kontrolle geraten und die Sektenmitglieder hätten die Morde begangen. Helena Stuckley sei nur Zeugin gewesen und bitte im Gegenzug für ihre Aussage um strafrechtliche Immunität. Gunderson hatte ihr einen Platz im Zeugenschutzprogramm versprochen, inklusive Haus und Job, lukrative Buchverträge und Deals für die Verfilmung ihrer Geschichte. Die Aussage wurde verworfen. Gunderson beharrte auf ihrer Glaubwürdigkeit. Sie hätte zum Beispiel akkurat Details des Tatorts beschrieben, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen wären, wie etwa ein Schaukelpferd mit einer kaputten Feder. Tatortfotos zeigten aber, dass keine Feder beschädigt waren. Die Männer, die sie als Mörder benannt hatte, waren nicht mit dem Tatort und der Tat in Verbindung zu bringen. Sie starb später an Ursachen, die wahrscheinlich ihrer Drogensucht geschuldet sind. Aber theoretisch könnte sie auch gezielt vergiftet worden sein. McDonald sei verurteilt worden, weil die Armee und die Behörden eine satanische Sekte decken wollten. Gunderson vertiefte sich in der Folgezeit immer mehr in Verschwörungstheorien und wurde zu einer Szenegröße. Später beteiligte sich Gunderson an den Untersuchungen des Anwalts und ehemaligen State Senators John DeCamp im Fall des Franklin-Skandals in Omaha, Nebraska. Außerdem spielte Gunderson eine Rolle bei dem Fall des McMartin-Kindergartens. Es gab immer wieder auch harsche Kritik an Gunderson aus der Szene der Verschwörungsmedien und sogar Anschuldigungen. Er hätte in all den bekannten Kriminalfällen nicht wirklich im Interesse der Opfer gehandelt, sondern nur die Rolle des hilfreichen Ermittlers gespielt, um die Ermittlungen zu sabotieren. Als er noch beim FBI war, hatte er nichts am Hut mit Verschwörungstheorien und verteidigte die krummen FBI-Programme wie Co-Intelpro, mit denen in Extremistengruppen aber auch legitime Dissidenten bekämpft wurden. 1977 fühlte er sich persönlich bedroht von den Black Panthers und den Sowjets. Erst nach seinem Ausscheiden vom FBI kam er in Kontakten mit Verschwörungsliteratur und arbeitete als Privatermittler an diversen bekannten Kriminalfällen, wo er satanische Verschwörungen vermutete. Ironischerweise ermittelte das FBI gegen ihn wegen seiner betrügerischen Investmentfirma namens Deckler International Incorporated, die er zusammen mit zwei vorbestraften Partnern betrieb. Sein Erweckungserlebnis will er gehabt haben mit dem Buch Pawns in the Game von dem ehemaligen britischen Offizier William Guy Carr, der sich großzügig bei alten Mythen und Fake-Dokumenten bedient hatte. Anscheinend fiel Gunderson auch auf die rechtsrevisionistische Literatur herein, denn er besuchte 2006 eine entsprechende Konferenz voller Holocaust-Leugner und Neonazis. In Kalifornien entstand in den 1980er und 1990er Jahren ein Medienhype um den Gerichtsprozess über angeblichen organisierten Kindesmissbrauch und Satanismus an der McMartin-Vorschule. Am Ende des sechs Jahre dauernden Prozesses, der 15 Millionen Dollar gekostet hatte und bei dem 400 Kinder aussagten, standen Freisprüche für alle Angeklagten. Einige Beobachter und involvierte Personen betrachten die Freigesprochenen bis heute als schuldig, während die Massenmedien, die damals einen riesigen Wind machten um Satanismus, seitdem von einer ungerechtfertigten Hexenjagd, der sogenannten Satanic Panic, sprechen. Judy Johnson, die Mutter eines der Vorschulkinder, brachte den Stein ins Rollen mit ihrer Aussage bei der Polizei, dass ihr Sohn missbraucht worden sei von ihrem getrennt lebenden Ehemann und dem McMartin-Lehrer Ray Bucky. Die Polizei schickte Briefe an insgesamt 200 Eltern der Vorschule mit der Bitte um Informationen, ob möglicherweise weitere Hinweise auf Missbrauch existieren. Judy Johnson schien psychisch immer labiler zu werden und Ärzte diagnostizierten sie mit einer paranoiden Schizophrenie. Theoretisch könnten ihr heimlich Drogen untergejubelt worden sein, um sie zu diskreditieren, aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur schwer psychisch krank war. 1986 fand man sie tot in ihrem Zuhause und es heißt, sie sei an den Folgen von chronischem Alkoholismus verstorben. Auch dies könnte theoretisch bedeuten, dass jemand sie heimlich vergiftete. Ein ehemaliger Polizist namens Paul Bynum, der von mehreren Eltern als privater Mittler angeheuert worden war, verstarb kurz vor seiner gerichtlichen Aussage. Er habe sich mit einer Pistole selbst umgebracht. Charles Bucky, der der Vater eines Angeklagten war und als Zeuge aussagte, arbeitete für Hughes Aircraft, eine Firma, die mit der CIA verbunden sein soll. Mehrere hundert Kinder wurden befragt in der Klinik Children's Institute International in Los Angeles unter der Leitung von Key McFarlane. Sie sagte später vor dem US-Kongress aus, dass es eine landesweite Verschwörung von Pädophilen und Satanisten gäbe, konnte aber keine Beweise liefern. Die Klinik war angewiesen auf Zuschüsse und dadurch ergab sich ein Interessenkonflikt. Sie könnte mehr oder minder bewusst die Angelegenheit aufgeblasen haben, um mehr Zuschüsse zu bekommen. Die Befragungsmethoden, die bei den Kindern angewandt wurden, waren suggestiv und aggressiv. Die Kinder erzählten von sexuellem Missbrauch, Drogen und satanischen Ritualen durch Kindergärtner und andere unbekannte Personen. Die Aussagen waren zu einem signifikanten Teil wirr und unrealistisch, aber insgesamt war die Jury überzeugt davon, dass es sexuellen Missbrauch gab. Die Jury konnte aber keinen speziellen Täter konkrete Missbrauchsfälle eindeutig zuordnen und musste sich deshalb für Freisprüche entscheiden. Die Suche nach vermeintlichen unterirdischen Räumen und Gängen, wo ritueller Missbrauch stattgefunden haben soll, ergab nichts. Das Ehepaar Paul und Shirley Eberle veröffentlichte das Buch The Abuse of Innocence, The McMartin Preschool Trial, welches in der Folgezeit von den Massenmedien als Referenz benutzt wurde. 1986 hatten sie bereits The Politics of Child Abuse herausgebracht, über Personen, denen zu Unrecht Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde. In den 1970er Jahren hatten die beiden noch ein pornografisches Magazin mit dem Titel Finger herausgegeben, in dem diverse, teils extreme Sexpraktiken zu sehen waren oder zumindest besprochen wurden, wie SM, Sex mit Tieren oder Golden Showers. Überall in den USA hieß es später von verschiedenen Kinderschutzorganisationen, dass Finger explizite Kinderpornografie beinhaltet hätte. Die Polizei von Los Angeles versuchte tatsächlich hartnäckig die Eberles vor Gericht zu bringen und die Publikation von Finger zu stoppen. Aber ohne Erfolg. Es gab zwar Fotos in den Magazinen von Personen, die minderjährig aussahen, aber man konnte den Eberles nichts nachweisen. Abgedruckt wurden Erzählungen oder Fantasiegeschichten von Lesern über Inzest und auch Pädophilie. Im Endeffekt wurde der juristische Kampf um die Vorgänge in der McMartin-Vorschule überlagert, verzerrt und beeinflusst durch einen klassischen ideologisch-politischen Konflikt zwischen Linken und Rechten. Die Linken schreiben sich seit Jahrzehnten sexuelle Befreiung auf die Fahne und kämpfen gegen eine altmodische, restriktive Sexualmoral. Zwar gelangen dadurch tatsächlich gesellschaftliche Fortschritte wie etwa die Abschaffung von Gesetzen gegen Homosexualität, die gesellschaftliche Anerkennung von Transsexuellen und eine generell liberalere, entkrampfte Haltung zur Sexualität. Andererseits gab es dabei leider auch gefährliche, pädophile Trittbrettfahrer, die einfach nur ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen wollten. Linke Experimente in Kommunen mit freiem Sex für alle, inklusive Kindern, gelten längst als gescheitert. Kindern unter 14 wird nicht zugestanden, sexuelle Entscheidungen zu treffen. Kaum irgendwelche Eltern würden ihren Kindern Sex mit fremden Erwachsenen gestatten und Sex mit Kindern ist nach wie vor illegal. Auch wurden diverse linksideologische pädagogische Broschüren ankassiert, laut denen Kinder extrem früh über das ganze sexuelle Spektrum aufgeklärt werden sollen und sogar regelmäßige sexuelle Handlungen mit anderen Kindern vornehmen sollen. Laut der linken Ideologie soll die kindliche Sexualität quasi verhindern, dass die Kinder in irgendeiner Form zu rechtskonservativen oder gar faschistischen Bürgern heranwachsen. Die Konservativen vertreten die gegenteiligen Positionen zu den Linken und tendieren eher zu einer restriktiven Haltung zur Sexualität. Teils haben die Konservativen damit recht, teils schließen Konservative aber auch weit übers Ziel hinaus und agitieren gegen Homosexuelle und würden gerne die Zeit zurückdrehen und wieder Verbotsgesetze einführen. Eine strikte Haltung zur Sexualität soll laut dem rechtskonservativen Denken verhindern, dass die Kinder später einmal gottlose Kommunisten werden. Es ist eigentlich nicht sonderlich schwer, anhand von seriöser Wissenschaft und gesundem Menschenverstand das Thema Sexualität zu betrachten, aber die ideologischen Kämpfe sorgen bei diesem Thema ständig für Chaos und Verzerrungen. Wenn es um Pädophilie geht, haben Studien einerseits gezeigt, dass es einige harmlose Pädophile gibt, die keinen Sex mit Kindern suchen, aber andererseits gibt es tatsächlich ein gewaltiges Problem mit Pädophilen, die Kinder mit Manipulationstechniken, Drohungen und Gewalt zu ihren Sexpartnern machen. Bei Fällen wie der McMartin-Vorschule scheint es Missbrauch gegeben zu haben, aber nicht unbedingt in dem Ausmaß, wie es Key McFarlane von der Klinik Children's Institute International behauptete und nicht unbedingt mit kinoreifem Satanismus. Die Todesfälle von Judy Johnson und dem Privatermittler Paul Bynum sind durchaus verdächtig und es könnte sich um Morde handeln, mit denen die Ermittlungen manipuliert werden sollten. Aber selbst dann haben wir keinen Beleg für eine groß angelegte landesweite satanische Verschwörung. Man ist bei einer oberflächlichen Lektüre natürlich versucht, Key McFarlane als strahlende Heldin zu betrachten, der es nur um das Wohl der Kinder und die Bekämpfung der Kindesmissbraucher ging. Aber wegen ihren unzulässigen und irreführenden Befragungsmethoden waren die Aussagen der Kinder kaum verwertbar und sie hatte den Interessenkonflikt, Millionen Dollars an Fördergeldern für ihre Klinik abzustauben. Eine scheinbare satanische Verschwörung kann auch in christlichen Zirkeln Amerikas sehr viel Aufmerksamkeit erhalten und zusätzliches Geld einbringen. Erwähnenswert ist noch Key McFarlanes Lover, der Reporter Wayne Satz, der als erster den Fall McMartin sensationalistisch aufbereitet ins Fernsehen gebracht hatte. Zehn Jahre zuvor war er ein Verdächtiger im Fall der Hillside Strangler-Morde. Prostituierte sagten aus, dass er sadistische und okkultistische Sexpraktiken bevorzugte und ein ungewöhnliches Interesse zeigte an den Leichen der Mordserie. Bei dem Satanismus-Missbrauchsskandal um das Presidio Child Development Center an der US Army Base in San Francisco in den 1980er Jahren wurden unter anderem Lieutenant Colonel Michael Aquino beschuldigt, ein bekennender Satanist, Church of Satan und Temple of Seed, der im Bereich psychologische Kriegsführung gearbeitet hatte. Eine ganze Reihe an Kindern machten Aussagen über sexuellen Missbrauch in der Kindertagesstätte und in verschiedenen anderen Gebäuden, zu denen sie gebracht wurden. Die Aussagen wurden zunehmend bizarrer und beinhalteten auch rituelle Aspekte. In einem Bunker am Presidio hinter dem Gebäude für militärische Nachrichtendienstler fanden sich tatsächlich okkulte Symbole und Graffiti an den Wänden. Ein dreijähriges Mädchen identifizierte Gary Willard Hambright sowie Lieutenant Colonel Michael Aquino und dessen Frau als Täter und sie erkannte Aquinos Haus. Aquino erklärte in einem Buch und in einem TV-Programm von Oprah Winfrey, dass diese Identifizierung durch das Kind ein Hirngespenst sei, das auf einen Therapeuten und eine nicht verwertbare Aussage zurückgehe. Einem Richter war die Aussage aber Anlass genug, einen Durchsuchungsbeschluss auszustellen und so gab es eine Durchsuchung durch Beamte des FBI und der Polizei von San Francisco bei dem Haus von Aquino. Es kam nicht zu einer Anklage. Ein Gebäude neben dem Child Center mit Akten brannte nieder am Tag der Autumnal Equinox, der für Satanisten als hoher Feiertag gilt. Drei Wochen später gab es ein Feuer an der Kindertagesstätte. Die Behörde BATF, die sich unter anderem mit Alkoholschmuggel, Waffen und Sprengstoff beschäftigt, erklärte nach einer Untersuchung, dass es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelte. Medizinische Untersuchungen ergaben physische Spuren von sexuellem Missbrauch bei mehreren Kindern. Die Army und die zuständigen Behörden bewegten sich sehr langsam. In mehr als 30 von 300 solchen Einrichtungen, die die Army betrieb, gab es seit 1984 Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauch. Das FBI, die Army und die Staatsanwälte wollten angeblich verhindern, dass zu viele abstruse Aussagen der Kinder verworfen werden und der Prozess dadurch scheitert. Die Eltern, ihre Anwälte und manche Medien unterstellten eine breite Vertuschung. Mehrere beschuldigte Personen wurden nie angeklagt. Die Anklage gegen Gary Willard Hambright wurde fallen gelassen, dann wurde er erneut angeklagt, allerdings in deutlich geringerem Umfang. An vielen Stellen verliefen die Ermittlungen schleppend oder seltsam inkompetent. Army Criminal Investigative Special Agent Mark Ramson machte sich nicht die Mühe, die Aussage des Hauptkinderzeugen auf Videoband festzuhalten. Und er hatte keine vorherige Erfahrung mit Zeugen, die jünger waren als 8 Jahre. Gerade diejenigen Kinder mit den deutlichsten physischen Spuren wurden nicht Teil der Anklage gegen Hambright. Bei manchen der Kinder war die sexuell übertragbare Krankheit Chlamydia nachgewiesen worden, aber bei dem Letterman Army Medical Center wurden die falschen Proben bzw. Kulturen entnommen und somit galt das Beweismaterial als unzulässig. Neue Proben wurden abgelehnt. Diverse Aussagen der Kinder wurden verworfen und so blieb nichts mehr übrig für die Anklage gegen Hambright. Die Behörden erklärten, dass sie zu wenig Erfahrung hatten mit Kindesmissbrauch und dass zu wenige Standards für Ermittlungen etabliert waren, besonders wenn es Aussagen gibt über rituelle Handlungen. Ganz vom Tisch wischen kann man das nicht, aber der Verlauf des Falls roch für viele nach gezielter Vertuschung. Was besonders deutlich wurde ist, dass Aussagen von jungen Kindern vor Gericht fast nicht zählen und dass fast jede Schilderung von rituellen Aspekten dazu führt, dass Aussagen verworfen werden und Anklagen scheitern. Demzufolge ließe sich schlussfolgern, dass pädophile Satanisten prinzipiell Lücken in dem Behördenapparat ausnutzen können, indem sie sehr junge Opfer auswählen und dem Missbrauch einen rituellen Charakter verleihen. Auch der Einsatz von leichten Dosen an Alkohol, Medikamenten oder Drogen könnte sehr gut funktionieren, um zu verhindern, dass die Opfer gerichtlich verwertbare Aussagen machen. Dennoch bleibt die Frage, warum organisierte pädophile Satanisten ausgerechnet Kinder in Kindertagesstätten als Opfer auswählen. Denn Missbrauch kann nicht ewig unentdeckt bleiben und selbst Vertuschungen im Nachhinein in den Behörden sorgen nicht dafür, dass die Täter unbekannt bleiben. Von einer hochprofessionellen, weitverzweigten und übermächtigen satanischen Verschwörung erwartet man eher, dass sie Kinder entführt oder zumindest Opfer sucht, die Waisenkinder sind oder deren Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist fast 100%, dass Kinder aus der Presidio-Kita sexuell missbraucht wurden. Die offene Frage ist, ob Satanisten beteiligt waren und ob es sich um ausgereifte Satanisten handelte oder nur um gewöhnliche Verbrecher, die ein paar Pentagramme malten und sich eine Kutte anzogen, weil sie sich damit wichtiger fühlten. Lieutenant Colonel Aquino beteuerte immerzu seine Unschuld, dass er das Opfer von fiesen christlichen Fanatikern und Betrügern wurde. Nichtsdestotrotz ist das Internet voll mit Artikeln und Theorien über ihn und die Tage, in denen er völlig unbeschwert im Fernsehen auftreten konnte, sind vorbei. Er erhielt auch bestimmt eine Menge Drohbriefe, Drohanrufe und konnte sich nicht mehr ohne weiteres in der Öffentlichkeit bewegen wie vorher. Wir finden auch in dem Presidio-Skandal keine Hinweise darauf, dass er beteiligt gewesen wäre an Gehirnwäsche im Zuge eines Monarch-Programms. Es gab viele weitere Fälle weltweit, die sich um organisierten Kindesmissbrauch in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen drehten und alle von diesen Fällen waren geplagt von ähnlichen Problemen wie die Fälle McMartin und Presidio. Die Medienbehörden und viele Experten hakten den ganzen Themenkomplex ab als Satanic Panic. In den 2010er Jahren gab es eine Explosion von Gerichtsfällen in Großbritannien wegen längst vergangenen organisierten Missbrauchsfällen. Der krasseste von diesen Fällen betraf den Fernsehstar Jimmy Savile, der mit Prinz Charles befreundet war und Adelstitel erhalten hatte. Andere Fälle drehten sich um Opfer in Schulen und Kinderheimen. Auch der verstorbene ehemalige Premierminister Edward Heath geriet posthum unter Verdacht und es gab weitreichende Ermittlungen, weil einige Zeugen Aussagen machten. Bei jedem Fall gab es deutliche Hinweise darauf, dass damals bereits wiederholt Ermittlungen gebremst und gestoppt wurden. Bei einem der betroffenen Einrichtungen fand man Berichten zufolge vergrabene Knochen, aber es hieß nach einem Wechsel des leitenden Ermittlers, dass keine bedeutenden Funde gemacht wurden. Es gab vereinzelte Aussagen über rituelle Aktivitäten von Savile, aber nichts, was sich dahingehend weiter verfolgen ließ. Die Studie The Forensics of Sacrifice, A Symbolic Analysis of Ritualistic Crime von Dr. Dawn Perlmutter wurde unter anderem deshalb angefertigt, damit die verschiedenen Strafverfolgungsbehörden nicht erst im Dunkeln tappen müssen, falls beispielsweise rituell getötete Tiere aufgefunden werden oder falls ein Mord passiert, bei dem rituelle Symboliken am Tatort oder der Leiche zu finden sind. Es gibt eine überraschend große Bandbreite an Glaubensgemeinschaften wie Palomayombe oder Santeria, die beispielsweise rituell Tiere opfern und die lokale Polizei soll möglichst schnell abschätzen können, ob es sich nur um solche Praktiken und damit nur um kleine Vergehen handelt oder ob beispielsweise Satanisten, Vickers oder Vampirgruppen am Werk sind, die Tiere aufwendig quälen und letztendlich vielleicht auch Menschen ermorden wollen. Schändungen von Gräbern können das Werk von Teenagern sein, die sich wichtig machen wollen oder ein Hinweis dafür sein, dass eine gefährliche, instabile Person in der Gegend ist, die als nächstes eine Brandstiftung in einer Kirche begehen will. Immer wieder werden noch Gräber geöffnet und Knochen gestohlen. Satanische rituelle Morde werden in den allermeisten polizeilich bekannten Fällen von Einzeltätern oder Kleinstgruppen begangen. Es handelt sich in aller Regel um psychisch labile, psychopathisch-narzisstische Täter, die sich aus den Versatzstücken von Satanismus und Okkultismus ihr spirituelles Konzept zusammenbasteln und den Mord aus Neugier, Geltungssucht oder wegen Animositäten begehen. Oft sind die Täter verhältnismäßig jung und unfähig, die Leiche und Spuren gründlich zu beseitigen. Mal wurde eine Nonne tot geprügelt, dann mussten Angehörige dran glauben. Es gab Morde von Gruppen des organisierten Verbrechens, die beispielsweise von Voodoo oder einer gängigen Form des Okkultismus beeinflusst waren. Die Kriminologen versuchen dabei zu trennen, ob der rituelle Aspekt nur Beiwerk war oder ein leitendes Motiv für die Tat. Adolfo de Jesus Constanzo war nicht nur Drogenboss, sondern auch Leiter einer besonders fanatischen Palo Mayombe-Gruppe. Seine Opfer wurden in aufwändigen Zeremonien hingerichtet, Organe wurden bei lebendigem Leib entnommen und manche Opfer wurden gehäutet. Diverse Serienkiller wie Richard Ramirez oder Ed Kemper kleideten ihre Taten in ein spirituelles, okkultes Konzept. Täter beabsichtigen einen magischen Transfer von Energie, das Erlangen von Rauschzuständen, die Vermehrung der eigenen Kräfte und die Erlangung neuer magischer Kräfte bis hin zur Unsterblichkeit. Manche Täter betrachten ihr Verbrechen als Teil eines großen Werks, wie die Zerstörung der sichtbaren Welt, um Platz zu machen für eine neue oder als Anrufung von Dämonen oder als Loyalitätsbeweis gegenüber dem Teufel. In verschiedenen okkulten Systemen werden Definitionen von Gut und Böse verdreht oder komplett abgelehnt. Offiziell präsentiert sich das russische Regime als das dritte Rom und das Zentrum christlicher Moral in der Welt. Sieht man genauer nach, gibt es nur einen überschaubaren Prozentsatz an wirklich aktiven Christen dort und es wuchert der Okkultismus überall. Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti zitierte Experten des Innenministeriums, laut denen Satanismus eine größere Bedrohung für die nationale Sicherheit geworden sei als islamische Radikalisierung. In einem anderen Report von Ria Novosti erklärt ein führender russischer Psychologe, dass es im Land mehr okkulte Heile als echte Ärzte gibt. Man schätzt 800.000 Magier. In russischen Zeitungen finden sich unzählige Kleinanzeigen, in denen die Mystiker und Okkultisten ihre Dienste anbieten oder neue Leute für ihre Gruppe anlocken wollen. Laut einer Erhebung des Levada Meinungsforschungsinstituts haben 20% aller Russen bereits auf solche Anzeigen geantwortet. Okkultismus in Russland ist ein sträflich vernachlässigtes Forschungsgebiet und erfährt inzwischen glücklicherweise vermehrte Aufmerksamkeit. Ein äußerst lesenswerter wissenschaftlicher Artikel ist The Occult Revival in Russia Today and Its Impact on Literature von Birgit Menzel. Sie arbeitet an der Johannes Gutenberg Universität Mainz im Fachbereich Translation, Sprache und Kultur. Zitat, in den 1990ern handelten nicht weniger als 39% aller Sachbücher in Russland im Bereich Geisteswissenschaften von okkultesoterischen Themen. Zitat Ende. Bereits die Zaren und der Adel vertieften sich in die Kabbalah und andere mystische Glaubenssysteme. Dem stinkenden, sexbesessenen Guru Rasputin gelang es sogar, das letzte Zarenpaar von sich abhängig zu machen. Ironischerweise war es ein Netzwerk aus esoterischen Logen im ganzen Land, das sich an der Revolution beteiligte. Die sowjetische Akademie der Wissenschaften beschäftigte sich mit okkulten Steckenpferden wie Telepathie, Hypnose, Parapsychologie, Intergalaktischen UFOs, Yetis und dem Tungus Meteoriten. Die Theosophie hatte einen gewaltigen Einfluss auf die russische Literatur und Kunst. Stars der marxistischen Kultur wie Anatoly Lunacharsky, Maxim Gorky und Sergei Eisenstein waren begeistert von den Lehren. Dies zeigen Studien wie die von Maria Carlson, Bogomolov, Obadnin und Stahlschwätzer. Bernice Rosenthalts Studie The Occult in Russian and Soviet Culture konzentriert sich auf bestimmte Phasen der Sowjetzeit. Allerdings muss noch viel Forschung geleistet werden im Hinblick auf den Okkultismus in der poststalinistischen Zeit, der die sowjetische Wissenschaft infiltrierte. Nach dem Verbot in den 1930er Jahren emigrierten viele Theosophen und Anthroposophen ins Ausland. Nichtsdestotrotz blieben die Verbindungen aktiv. Der geheime Rosenkreuzer Templerorden in Moskau existierte bis 1937. Der sowjetische Geheimdienst hatte sogar Spezialagenten für okkulte Angelegenheiten, um Verhöre durchzuführen. Der Maler und mystische Theosoph Nikolai Rörig wurde zu einer international bedeutsamen Figur. Er brachte orientalische Einflüsse in den russischen Okkultismus und übersetzte Helena Blavatskys Werk The Secret Doctrine ins Russische. Nach seinem Tod 1947 war er eine offiziell gefeierte Figur in der Sowjetunion und gilt heute als Kultfigur. Yuri Mamlev entdeckte in den 1950er Jahren die westlichen Klassiker okkulte Literatur in der Moskauer Lenin-Bibliothek. Evola, Levi, Papus, Düprel. In der Untergrundliteratur gab es auch Texte von Blavatsky, Steiner und Ospensky. Nach einem Boom der Parapsychologie, UFOs, Aliens und Yetis in den 60er Jahren wurden diese Themen 1977 wieder höchst offiziell verboten. In den 80er Jahren kam dann die starke Verbreitung des Neuheitentums. In den 1990ern fielen dann alle Begrenzungen weg. Es gab eine Explosion der Popularität fanatischer Ideologen und Okkultisten, die ein russisch-europäisches Großreich anstreben, wie Gaidar Cemal, der durch das Buch von Paulvel und Bergier seine okkulte Karriere startete und ein enger Freund des berüchtigten Alexander Dugin und von Mamlev ist. Dieses Neuheitentum ist eine Renaissance alter slawischer Glauben. Alexander Dugins Überzeugungen basieren auf der Vorstellung einer indo-arischen Rasse und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer unter russischen Politikern, Militärs, Intellektuellen und vielen Extremisten. Er steht nun an der Administration von Präsident Putin nahe und beeinflusst auch das Denken europäischer politischer Kreise. Er bewundert Hitler und huldigt Nazi-Esoterikern wie Karl Haushofer. 2003 gründete er die internationale eurasische Bewegung, inspiriert von esoterischen Faschisten wie Julius Evola und Alain de Benoit. Seine Texte sind schwer beeinflusst von Astrologie, Atlantis-Mythen und Kabbala-Symbolik. Eine außerwählte indo-arische Rasse, geleitet von mystischem Geheimwissen, soll nach Meinung vieler Anhänger des russischen Okkultismus die Welt säubern von wertlosen Menschen. Klassiker-Autoren wie Gurdjieff und Rörich hielten die Mehrheit der Menschen schon für absolut unerleuchtet und praktisch kaum lebendig. Machtambitionen Russlands in Bezug auf Europa sollen nicht nur mit militärischen, politischen und wirtschaftlichen Methoden verfolgt werden, sondern auch mit Hilfe der Verbreitung esoterischer Kreise. Europa ist längst durchsetzt mit New Age und Okkultismus. Die russische orthodoxe Kirche wurde von Überläufern als KGB-Vehikel bezeichnet. Die Geheimdienste werden auch kaum ein Problem damit gehabt haben, Kontrolle über die esoterischen Bewegungen zu erlangen. Nichts in Putins Russland darf ungehindert Verbreitung finden, das nicht den Segen von oben genießt. Das angloamerikanische Kolonialreich und der Geheimdienst der Zaren als Drahtzieher der kommunistischen Bewegung. In der gewöhnlichen Geschichtsbetrachtung entwickelte sich die kommunistische Bewegung auf organische Weise als Gegenreaktion auf den frühen ausbeuterischen Kapitalismus in Europa und die Macht des Adels, wuchs zu einem internationalen Massenphänomen heran und konnte in Ländern wie Russland und China sogar Revolutionen durchführen. Die Schätzungen, wie viele Menschen im 20. Jahrhundert kommunistischen Regimen zum Opfer fielen, reichen bis zu 200 Millionen Menschen. Der Gegensatz zwischen Kommunismus und Kapitalismus links und rechts wurde der Mittelpunkt der politischen, kulturellen, militärischen und geheimdienstlichen Auseinandersetzungen. Sieht man ein wenig tiefer nach und berücksichtigt die geheimdienstliche Ebene, dann wirkt der Aufstieg des Kommunismus alles andere als organisch. Wie wir bereits gesehen haben, entwickelten einflussreiche Amerikaner wie Clinton Roosevelt frühzeitig die Grundzüge des Sozialismus als Scheinlösung für die Ausbeutung, die überall auf der Welt vor sich ging. Als Grundursache des Bösen wurden Grundrechte identifiziert, wie zum Beispiel das Recht auf Besitz und das Recht mit seinem Besitz oder mit seiner Arbeitskraft freiwillige Tauschgeschäfte durchzuführen. Die Lösung sei ein Regime, in dem Funktionäre bestimmen, was von wem produziert werden müsse und wie die Produkte zu verteilen seien. Auf diese Weise könne man sämtliche Anreize abschaffen, andere Menschen auszubeuten. Ein sozialistisches System lässt sich entweder durch eine gewaltsame Revolution etablieren oder man konvertiert eine bestehende demokratische Republik schrittweise durch Steuern und Regulierungen in ein sozialistisches Regime. Die reichen Familien und Adligen, die die USA und Großbritannien beherrschten, hatten die Absicht, den generellen Pöbel immer mehr zu besteuern und zu regulieren, sodass nicht zu viele gewöhnliche Menschen zu größeren Reichtümern gelangten. Sozialistische Ideen eigneten sich auch hervorragend, um die Bevölkerung und die Politik ideologisch zu spalten, in links und rechts. Da die USA offiziell unabhängig waren von Großbritannien und da in Britannien die Monarchie zunehmend aus dem Rampenlicht verschwinden wollte, konnte man die ideologisch-politische Sphäre nicht mehr aufteilen in Anhänger und Gegner des britischen Königs. Etwas Neues musste her. Die Welfen beherrschten Großbritannien als konstitutionelle Monarchie, also als Monarchie mit demokratischem, kapitalistischem Antlitz. Die USA wurden, wie wir gesehen haben, aller Wahrscheinlichkeit nach von den Welfen über ihr Geheimdienstnetz kontrolliert und man gab dem Ganzen den Anstrich einer demokratischen Republik. Russland währenddessen war in der Hand der Romanovs und diversen Clans des gewöhnlichen Adels. Das russische System war extrem altmodisch, im Prinzip fast mittelalterlich und konnte weder seine Bevölkerung effizient verwalten noch langfristig konkurrieren mit den westlichen Mächten. Die Zaren hatten zudem nur begrenzte Kontrolle über den gewöhnlichen Adel, der starr festhalten wollte an der Leibeigenschaft der Bauern. Frankreich, Preußen und Großbritannien versuchten immer wieder die Romanovs zu infiltrieren mit Spionen und durch strategische Eheschließungen, wobei sich letztendlich die Briten dabei durchsetzen konnten. Wieso konnte in Russland 1917 die kommunistische Oktoberrevolution geschehen? Warum sahen wir keine kommunistische Revolution in den USA oder in Großbritannien? Und warum halfen die USA und Britannien nicht entschiedenen Romanovs, die kommunistischen Revolutionäre zu besiegen? Der Geheimdienst Ochraner der russischen Zaren steuerte im Inland praktisch alle sozialistischen Gruppen, um diese überwachen und lenken zu können. Auch im Ausland war die Ochraner aktiv in der kommunistischen Bewegung. Historiker gehen davon aus, dass die Ochraner schließlich die Zaren verriet und der kommunistischen Revolution zum Erfolg verhalf. Praktisch kein Historiker hat untersucht, ob die Zaren vielleicht einfach bewusst aus dem Rampenlicht verschwinden wollten und zu diesem Zweck die Kommunisten geheimdienstlich steuerten. Die meisten aus der Familie Romanovs verließen Russland über britische Marineschiffe und ließen sich bei den Verwandten in Dänemark oder anderswo in Europa nieder. Nur die unmittelbare Familie des Zaren und ein paar wenige Großfürsten sollen getötet worden sein, wobei die Beweislage dazu nicht überzeugend ist. Ein Nebeneffekt der Kommunistischen Revolution und des darauf folgenden Bürgerkriegs war, dass der gewöhnliche Adel Russlands vertrieben oder zerstört wurde. Hunderte Jahre lang waren die Romanovs dabei gescheitert, die Macht des gewöhnlichen Adels zu brechen. Erst der Kommunismus machte dies möglich. Die Briten und Amerikaner brachten wie üblich Verschwörungstheorien in Umlauf, laut denen eine mysteriöse jüdische Weltverschwörungsgruppe hinter dem Kommunismus stecken würde. Besonders nach der Oktoberrevolution in Russland verbreitete sich in Windesale die Propaganda, dass der Illuminatenorden und die Weisen von Zion die Fäden gezogen hätten. Ungefähr um das Jahr 1900 herum hatte der russische Geheimdienst Ochrana die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion über eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung in Umlauf gebracht. Kurz darauf begannen die britischen und amerikanischen Geheimdienstnetzwerke, diese Fälschung im Westen stark zu verbreiten. Es ist zwar zutreffend, dass manche einflussreiche Figuren der Kommunisten jüdische Vorfahren hatten, dass ein gewisser Teil der unterdrückten jüdischen Bevölkerung in Russland an der Revolution teilnahm und dass ein geringer Teil der Bankiers, die die Revolution mitfinanziert hatten, auch jüdisch waren. Aber man sieht sehr deutlich, dass alles, was mit Juden zu tun hatte, in der Propaganda stark übertrieben und alles andere stark untertrieben wurde. Die Verschwörungsmedien behandelten die chinesische kommunistische Revolutionen oberflächlich und betrachten China heute einfach als Konkurrent der jüdisch kontrollierten NATO. Weder die gewöhnliche Geschichtsliteratur noch die Verschwörungsliteratur hat es bisher gewagt, den Einfluss angloamerikanischer Geheimdienste und deren Tarnorganisationen auf die chinesischen Kommunisten, die chinesischen Nationalisten und den Revolutionskrieg tiefgreifend zu untersuchen. Als eine Ausnahme könnte man den Historiker Anthony Sutton betrachten, der bedeutende Aktivitäten der angloamerikanischen Geheimorganisation Skull & Bones in China erwähnte. Leider hat es Sutton es nie geschafft, sein geplantes Buch zu dem Thema zu schreiben. Der entscheidende Einfluss der sowjetrussischen Geheimdienste auf die chinesische Revolution wird in der Geschichtsforschung ebenfalls ungenügend behandelt. Die Bibel des Sozialismus ist ausgerechnet das Gesamtwerk von Karl Marx, ein fast unlesbarer pseudowissenschaftlicher Kauderwelsch. Wieso ausgerechnet er? Wie konnte einer der schlechtesten Texte der modernen Gesellschafts- und Wirtschaftsphilosophie zum Fundament einer weltweiten Bewegung werden? Die klassischen Verschwörungstheoretiker antworten auf diese Fragen, dass Marx ein Jude gewesen sei und zwangsläufig Teil der jüdisch-satanischen Weltverschwörung. Da aber die jüdische Weltverschwörung nur eine Erfindung der angloamerikanischen und russischen Propaganda war, müssen wir bessere Antworten finden. Karl Marx, der Zersetzer. Der 200. Geburtstag von Karl Marx im Jahr 2018 zeigte erneut, wie wenig die Menschen die Person und dessen Werk verstehen. Die politische Mitte in der deutschen Gesellschaft zeigte sich offen für den Mann, der wie ein Prophet schon zu seinen Lebzeiten die kommende Krise des Kapitalismus vorhergesehen haben soll. Die Linken huldigten ihrem Säulenheiligen, der sich, anders als Lenin, Stalin oder Mao, nicht die Finger schmutzig gemacht hatte, mit massenhaften brutalen Säuberungsaktionen und der Unterdrückung ganzer Völker. Die Sünden des real existierenden Sozialismus seien durchgehend nur handwerkliche Fehler gewesen, dummes Pech und ein Resultat der Verschwörungen des kapitalistisch-imperialistischen Gegners. Die Rechten hatten wenig Lust, Marxes Geburtstag zu feiern, obwohl sich doch der Antikapitalismus immer stärker in rechten Kreisen verbreitet und man mit einer Orientierung nach Moskau noch weitere Gemeinsamkeiten mit den Linken aufweist. Die Russenpropaganda auf Sputnik sowie das Neurechte-Magazin Kompakt predigen dem Publikum, dass Marx nach wie vor aktuell sei und man unbedingt wieder seine Werke wie das Kommunistische Manifest und das Kapital lesen müsse. Ironischerweise verstehen gerade diejenigen, die viele Texte von Marx, Kommentare über Marx und Biografien über Marx lesen, erstaunlich wenig über den Mann. Eine solche Verwirrung und Vernebelung umgeben praktisch alle bedeutenden Sozialistenführer. Die krankhafte Psyche von Marx und mögliche Geheimdienstkontakte fallen dabei unter den Tisch. Er selbst gab in einem privaten Briefwechsel zu, dass er bewusst unverständliches Geschwurbel und Widersprüchlichkeiten benutzt hatte, um immer irgendwie argumentieren zu können, Recht zu haben. Eine Taktik der Sozialisten ist es, den Buchmarkt zu überschwömmen mit Werken, die schamlos Marx glorifizieren. Da der Sozialismus automatisch mit dem Guten an sich identifiziert wird, gilt Marx als Mitbegründer und Förderer des Sozialismus als höchst moralisch. Sein destruktives Privatleben wird dementsprechend in ein idyllisches Märchen umgedeutet. Die wohl wertvollste und ausführlichste Studie zu Marxes Persönlichkeitsstruktur ist Karl Marx eine Psychografie von dem Schweizer Politologen Arnold Künzli aus dem Jahr 1966. Die Beschreibungen und Einschätzungen auf rund 800 Seiten lassen sich hervorragend abgleichen mit den modernen Erkenntnissen zur Psychologie und es findet sich eine Menge an Hinweisen auf mögliche Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus und Psychopathie bei Marx. Wir erkennen recht schnell, dass Marx kein brauchbares Verständnis vom Bösen vermittelte, sondern einfachste ideologische Dogmen predigte. Künzli hält fest, Zitat, Die Grundthese von Marx Lebenswerk war, dass der Mensch wesentlich nur durch das Privateigentum schlecht geworden sei und dass das Verbot von Privateigentum den Menschen völlig verändern würde. Was der Lehre diente, war somit gut und was der Heilslehre zuwiderlief, war somit böse. Karls Vater Heinrich war Jurist und extrem unterwürfig gegenüber dem preußischen Staat, träumte aber schwärmerisch von Veränderung. Vor die Wahl gestellt, seinen Beruf aufzugeben oder vom Judentum zum Christentum zu konvertieren, wählte er die zweite Option. Die Mutter wird als freudlose, ängstliche Frau beschrieben, die konstant am Jammern darüber war, dass sie entfremdet von ihrer ursprünglichen Familie und Heimat leben musste. Sie beherrschte Deutsch in Schrift und Sprache nur schlecht, obwohl sie wie ihr Mann aus einer langen Linie hochgebildeter Juden stammte. Wie sehr Karl in der Schule wegen seiner jüdischen Abstammung auf Ablehnung durch seine hauptsächlich katholischen Klassenkameraden stieß, ist unbekannt. Aber wir wissen, dass er sogar selbst Juden entweder als machtlose Versager oder als ausbeuterische Wucherer betrachtete. Etwas Anerkennung erhielt er nur für Streiche und Schmähschriften, die ihm aber keine richtigen Freundschaften einbrachten. Er hielt sich für besonders und zu höheren Berufen, außerwählt von Gott, um Vollkommenheit anzustreben und die unzureichende Menschheit ins Glück zu führen. Solche Fantasien sind Zuflucht und eine psychische Krücke, um den Alltag zu bewältigen und die Ablehnung durch die Mitmenschen zu kompensieren. In dem Alter mit narzisstischen Gedankenmustern und Fantasien zu experimentieren, gilt noch als normal in einem gewissen Rahmen, aber er ließ diese Art zu denken nie hinter sich. Zeit seines Lebens blieb er im Geiste ein narzisstischer Teenager. Der Vater hielt bei Karl den Egoismus bzw. die Egozentrik für vorherrschend, also über das normale Maß hinaus ausgeprägt. Als Karl noch die Schule besuchte, schmeichelte er seinen Eltern in schnulzigen Texten, aber als er zum Studium auszog, ignorierte er sie während seines Studiums in auffälligem Maße. Niemand erwartet von einem Studenten zehn Briefe im Monat, aber von Karl kam trotz bitterer klagende Eltern monatelang kein einziger Brief und dann nur unlesbares Gekritzel. Sogar als sich in der Gegend, wo seine Eltern lebten, gefährliche Krankheiten verbreiteten, zeigte er kein Interesse. Wenn er hingegen Geld brauchte, meldete er sich prompt und ausführlich. Sein Verhalten erklärte er schon früh mit philosophischem Geschwafel, seine Lieblingstechnik, die er für den Rest seines Lebens benutzte. Er beanspruchte prinzipiell, Recht zu haben und gerechtfertigt zu handeln, lieferte dafür aber nur unverständliche Erklärungen und wer dieses Geschwafel nicht verstand, den betrachtete er als zu unfähig. Der als sanft und nachgiebig bekannte Vater fällte ein vernichtendes Urteil. Zitat, ich will und muss dir sagen, dass du deinen Eltern vielen Verdruss gemacht und wenig oder keine Freude. Zitat Ende. Karl schrieb nicht einmal seinem todkranken Bruder Eduard und den übereinstimmenden Beschreibungen zufolge, behandelte er seine Geschwister wie ein Tyrann. Für einen kranken Bruder, der kein Geld zum Verschenken hatte, interessierte sich Karl schlicht nicht. Die Kombination aus Egozentrik und gleichzeitigem Desinteresse für die Bedürfnisse anderer Menschen ist eine der Kernattribute des Narzissmus. Es wurde von christlichen Autoren viel kommentiert zu den Beschreibungen des Vaters über das Wirken eines Dämons in Karl, ohne diese Phrasen angemessen in einem psychologischen Kontext zu rücken. Ein Polizeispitzel sprach unabhängig davon auch von einem dämonischen Gesicht. Im Studium zeigte Karl bereits seine komplette Unfähigkeit, ökonomisch zu agieren und verplemperte mehr Geld, als viele Berufstätige im Jahr verdienten. Immerzu war er pleite und bettelte bei seinen Eltern um mehr Geld, obwohl er sich doch als Außerwählter betrachtete, der dem Pöbel beibringen konnte, wie man vollkommen wird, zum Glück gelangt und ökonomische Freiheit erlangt. Er war nicht einmal fähig, grundlegende menschliche Beziehungen zu pflegen. Die vermeintliche Lichtgestalt des Kommunismus konnte überhaupt nicht haushalten und beutete andere Menschen aus. Karl wusste, dass der Vater zu weich und die Mutter generell zu schwach war, um größeren Widerstand zu leisten. Irgendwann war der Geldhahn aber dann doch zu. Der Vater beschrieb bei Karl kränkelnde Empfindlichkeit und heftige Aufbrausungen, obwohl der Sohnemann doch eigentlich ein relativ entspanntes Leben hätte führen können als Gebildeter aus seinem bürgerlichen Haushalt. Hin und wieder kam ein höchst schleimiger Brief von Karl mit kitschigen, künstlichen Liebesbekundungen, die so übertrieben formuliert sind, dass sie eher wirken wie Satire und beißender Sarkasmus. Im real existierenden Sozialismus hatten sich später Autoren hinreißen lassen, Lobhudeleien auf die kommunistische Partei in ähnlichem Ton zu schreiben als versteckte Kritik und Häme. Bereits im frühen Alter entstanden schon die ersten gesundheitlichen Probleme, die schrittweise eskalierten während dem Rest seines Lebens. Für ihn war das schlicht Pech, während andere seine ungesunde Lebensweise und seine mangelnde Hygiene bemerkten. Immer waren für Karl Marx andere Leute und irgendwelche äußeren Umstände Schuld an seiner Misere, für die er jede Verantwortung abstritt. In diesem Maße erfüllt das Verhalten ein weiteres Kriterium des Narzissmus. Über seinen Vater lernte er den Baron Ludwig von Westfalen kennen, der Macht und Ansehen besaß und Verbindungen aufwies zur Oberschicht Großbritanniens und Schottlands. Der Baron war ganz anders als der duckmäuserische Vater von Karl und ihm widmete Karl später auch seine Doktorarbeit. Man muss vermuten, dass Ludwig dem jungen Karl auf den langen gemeinsamen Spaziergängen deutlich mehr vermittelt hat als nur Shakespeare und andere harmlose Gedanken. Die Familie von Westfalen hatte tiefe Verbindungen zu den Nachrichtendiensten und Geheimgesellschaften, die immer gut informiert sein wollten über revolutionäre Gruppen und ideologische Netzwerke. Karl Marx konnte bei dieser Agenda nützlich sein und wäre leicht zu motivieren gewesen, denn Geheimgesellschaften und Geheimdienste versprechen Exklusivität, große Umwälzungen, Zerstörungswerk, Rache, Vergöttlichung und Vervollkommnung. Hier bot sich nicht mehr nur der individuelle Narzissmus, sondern ein besonderer Gruppennarzissmus, an dem nur Auserwählte teilhaben durften. Das Studium der Philosophie setzte ihm mental und physisch arg zu, denn es brachte ihm keinerlei Anerkennung ein und Gelegenheit, besonders zu sein. Nach dem recht frühen Tod seines Vaters fiel der stabilisierende Faktor in der Familie weg und es brachte offene Streit mit seiner Mutter aus. Anscheinend sei nun keinen Grund mehr, sie als Engelsmutter und große, herrliche Frau zu verherrlichen, sondern nannte sie nur noch die Alte. Ein deutlicher Grund für diesen Wandel war, dass die Mutter als noch viel Spächer wahrgenommen wurde als der Vater, weswegen Karl sich nicht mehr die Mühe machen musste, aufwendig zu schmeicheln. Die Mutter hielt Karl überhaupt nicht zu höheren Berufen, betrachtete Karls Fantasien über sich selbst als Luftblasen und forderte ihn beständig dazu auf, sich mit dem Promovieren zu beeilen und einen bezahlten Beruf auszuüben. Er ließ sich aber jede Menge Zeit mit seiner Promotion und forderte von zu Hause immer mehr Geld. Es handelte sich bei ihm um den klischeehaften ewigen Studenten, der lieber Unnützes liest, fachsimpelt und in den Tag hineinlebt, als sich seiner Kernaufgabe zu widmen. Für seine Promotion wählte er den denkbar einfachsten Weg, den er finden konnte und bemühte sich im Anschluss nicht um eine angemessene Anstellung. Er heiratete Jenny von Westfalen, die Tochter des Barons und lebte erst einmal auf ihre Kosten. Ein Herr Ruge, bei dem er sich kurzzeitig in eine Art Wohngemeinschaft einquartiert hatte, erklärte, er liest sehr viel, er arbeitet mit ungemeiner Intensivität, aber er vollendet nichts, er bricht überall ab und stürzt sich immer wieder von Neuem in ein endloses Büchermeer. Für den Rest seiner Karriere und seines Privatlebens blieb Marx chronisch unzuverlässig. Seinen Anspruchsdenken und seine Ansichten zur Gerechtigkeit waren völlig verzerrt, womit ein weiteres Merkmal des Narzissmus erfüllt ist. Er sprach immerzu von seinem Vermögen, das die gemeine Mutter ihm aus ungerechtfertigten Gründen vorenthalte. Trotz tausender Frans und Taler, die er seiner Mutter und anderen Verwandten abschwatzen konnte, war er wütend, fühlte sich betrogen und vom Pech verfolgt. Er erpresste sogar seine eigene Mutter mit der Drohung, Wechselgeschäfte in ihrem Namen abzuschließen, bei Nichtzahlung nach Preußen zu verschwinden und sich notfalls einsperren zu lassen. Im Dezember 1864 schrieb er an seinen Mitstreiter Engels, vor zwei Stunden erhielt ich ein Telegramm mit der Nachricht vom Tod meiner Mutter. Das Schicksal wollte ein Familienmitglied von uns holen. Ich stand schon mit einem Fuß im Grabe. Unter diesen Umständen werde ich mehr gebraucht als die alte Frau. Ich muss nach Trier wegen ihrer Erbschaft. Ein zerrüttetes, gestörtes Verhältnis zur Mutter ist ein typischer Risikofaktor für eine Bandbreite an psychischen Störungen. Das Verhalten, das er seinen Eltern gegenüber praktizierte, zeigte er auch gegenüber vielen anderen Menschen, die er nur so lange als Genossen betrachtete, wie sie ihm Geld und Aufmerksamkeit gaben. Wir haben es also mit einer tief verwurzelten Charaktereigenschaft zu tun. Immer wieder kam er durch Betteleien zu größeren Summen Geld. Es gelang ihm auch, trotz seines geringen Alters und seiner mäßigen Fähigkeiten gut bezahlte Auftragsarbeiten an Land zu ziehen. Man hätte von den Summen jeweils jahrelang gut leben können auf bürgerlichem Niveau, aber Marx warf das Geld zum Fenster hinaus oder finanzierte damit revolutionäre Aktivitäten. Oftmals wusste er selbst gar nicht, wo all sein Geld hinfloss. Hätte er nur die grundlegendste Vernunft und Organisation an den Tag gelegt, wäre ihm ein bequemer Lebensstandard mit vergleichsweise wenig Arbeit möglich gewesen. Aber stattdessen jammerte er ausführlich und in dramatischen Worten über seine ständige Geldknappheit, wobei er nie persönliche Verantwortung übernahm, sondern nur von Pech redete und eine Art Märtyrer-Legende zimmerte, vom aufopferungsvollen Weltrevoluzzer, der sich voll und ganz seiner Berufung verschrieben hat. Da seine Frau immer mehr Kinder in die Welt setzte und die Familie ständig umzog, wurde die Geldnot schnell lebensgefährlich. Jenny war total ausgebrannt, denn mehrere ihrer Kinder waren verstorben an Krankheiten, die man durch Nährstoffe und medizinische Versorgung in den Griff bekommen hätte. Es war teils nicht einmal mehr Geld für einen Sarg übrig. Die Kinder froren, waren oft krank, sie selbst litt Schmerzen und musste regelmäßig mit ansehen, wie Pfänder in ihre Wohnung kamen, um Sachen mitzunehmen. Marx zeigte zwar einen gewissen momentanen Hauch von Mitgefühl, saß sich aber trotzdem nicht gezwungen, endlich für gesicherte berufliche und finanzielle Verhältnisse zu sorgen. Seine Fans betonen, wie er regelmäßig große Zuneigung zu seinen und fremden Kindern gezeigt habe, wobei dies sein krasses Versagen in keiner Weise aufwiegt und eventuell nur ein Ventil für ihn war und er im Spiel mit den Kindern Zuneigung einstreichen konnte. Der Aufwand für seine Bettelei, seine Manöver und Intrigen, um neues Geld von Verwandten und Bekannten zu beschaffen, war relativ hoch und überstieg wohl den Aufwand, den ein verlässlicher Beruf mit sich gebracht hätte. Wochenlange Reisen und unzählige Gänge zum Pfandhaus verhinderten nicht das Elend der Familie. Selbst ein etwas besser gestellter Handwerker lebte besser. Immer wieder fand er zwischendurch die Zeit, um Unwichtiges zu seinem Vergnügen zu lesen, jede Menge Tratsch auszutauschen und Intrigen gegen andere Kommunisten zu schmieden. An beruflichen Gelegenheiten mangelte es in nichts. Die sehr große amerikanische Zeitung New York Daily Tribune bezahlte ihn für zwei Artikel pro Woche 100 britische Pfund pro Jahr, also ein Viertel bis ein Drittel seines grundlegenden Lebensunterhalts. Er ließ aus angeblichem Zeitmangel diese Arbeit von seinem Bekannten Friedrich Engels schreiben. Und bedeutende Lästereien und überflüssige Streitigkeiten, wie mit einem Herrn Vogt, hatte er gleichzeitig die Muße, hunderte Seiten zu schreiben. Er lernte auch überflüssigerweise eine Fremdsprache nach der anderen. Es handelte sich dabei um Ersatzhandlungen, mit denen er die eigentliche Aufgabe vermeiden und seine Fantasievorstellungen am Leben erhalten konnte. Seine Frau Jenny musste Korrespondenzen und andere Sekretärinnen Aufgaben erledigen. Die Vorstellung eines geregelten Brotberufs war unter seiner Würde, mochte es seiner Familie auch noch so schlecht gehen. Seine sozialistischen Bekannten arbeiteten alle und hatten solche Probleme nicht. Ein grundlegendes Maß an Sparsamkeit, Organisation und kapitalistischer Arbeitsmoral hätte gereicht, um die Familie Marx gedeihen zu lassen. Karl pflegte teils monatelang Faulheit, dann arbeitete er wieder eine Weile lang wie ein Besessener. Der Experte für die narzisstische Persönlichkeitsstörung Sam Wacknen schreibt über genau diese Dynamik von Faulheit und Strebsamkeit. Sein Lotterleben hielt an, bis Engels ihm viele Jahre später jedes Jahr eine Art Rente auszahlte. Für seine großen Werke ließ er sich viele Jahre Zeit, kupferte dabei schamlos von anderen Autoren ab und nutzte bewusst widersprüchliches und unverständliches Kauderwelsch, um eine sogenannte Arbeitswerttheorie zu entwerfen. Das Kapital sowie das kommunistische Manifest galten von vornherein als unvollendet, wurden aber dennoch zu den Bibeltexten der kommunistischen Bewegung. In seinem Beruf benahm er sich wie ein Diktator, intrigierte gegen Kollegen und denunzierte jeden Abweichler als Sektierer und Verräter. Ein Polizeispitzelbericht über ihn hält fest, auf seine Autorität als Parteichef ist Marx eifersüchtig. Gegen seine politischen Rivalen und Gegner ist er rachegierig und unerbittlich. Er ruht nicht, bis er sie zugrunde gerichtet hat. Seine vorherrschende Eigenschaft ist seine grenzenlose Ambition und Herrschsucht. Er war unfähig, über sich selbst zu lachen, hatte aber großen Spaß an Lästereien und niederträchtigen Beleidigungen gegen andere. Verlor er im Schach, bekam er einen Wutanfall. Auffällig sind auch seine ausgiebigen Klagen über seinen desolaten Gesundheitszustand, ohne dass er dies jemals als Warnzeichen begriff, um etwas an seinem Alkoholismus, seinem starken Rauchen und seinem unregelmäßigen Schlaf grundlegend zu ändern. Er beschrieb sich immerzu als mit einem Bein im Grab, ganz ähnlich wie Adolf Hitler immer besessen war von der Idee, bald sterben zu müssen. Wie Hitler drückte sich Marx um den Wehrdienst mit ärztlichen Bescheinigungen. Zwei seiner Töchter und ein Schwiegersohn begingen Selbstmord, mehrere seiner Kinder starben an Mangelerscheinungen und Krankheiten und er hatte zudem noch ein uneheliches Kind mit einem Dienstmädchen, das er an Friedrich Engels abschob. Die drei Töchter hatten ein durchweg kühles Verhältnis zur ausgebrannten Mutter und waren im Bann ihres Vaters gestanden. Das geistige Fundament des Sozialismus basiert auf einem Mann, der in menschlicher Hinsicht komplett gescheitert war. Die ausgebrannte, zerrüttete Frau Jenny starb letztendlich an Darmkrebs. Hinter jedem Tyrannen stecke ein Geldjude, meinte der jüdisch-stämmige Marx. Das Judentum sei eine Sekte von gierigem Wucherern. Jedes Klischee wurde herangezogen, wobei es fraglich ist, ob er je ein Buch über das Judentum gelesen hat. Der berühmte Kommunist Bakunen nannte Marx extrem stolz, bis hin zur Gemeinheit und Wahn. In seinen Gedichten aus Studientagen stellte Marx sich vor, eine Art Rache-Gott zu sein, der im Himmel thront. Sehr düstere und schwammige, okkulte Anspielungen und Kampfansagen an alle Götter werden ihm von seinen Fans meistens ausgelegt als Protest gegen die Großkirchen der damaligen Zeit, sind aber wohl eher ein Fenster in seine Innenwelt. Marx trat sogar für die Sklaverei in Nordamerika ein als Fundament der Zivilisation und hetzte gegen die Nigger. Der Sklavenhandel war in Wirklichkeit natürlich ein Fundament des britischen Kolonialreichs bzw. der angloamerikanischen Supermacht gewesen. Hätte Marx die Ära der kommunistischen Revolution in Russland und China noch miterlebt und die Arbeit der Sklaven in den einem zivilisatorischen Fortschritt dort? Eines der gruseligsten Zitate von Marx drehte sich um Folter und gibt uns einen weiteren starken Hinweis auf mangelnde Empathie. Zitat, allein die Folter hat zu den genialsten mechanischen Erfindungen geführt und vielen ehrbaren Handwerkern bei der Herstellung der entsprechenden Geräte Arbeit gegeben. Zitat Ende. Der Revoluzzer Giuseppe Marzini schrieb, Zitat, er hat einen zerstörerischen Geist besessen, sein Herz war mit Hass und nicht mit Liebe zur Menschheit erfüllt. Zitat Ende. Immer wieder knüpfte Marx neue Kontakte, trat neuen revolutionären Gruppen bei und sorgte dann für Streit und Zersetzung. Marx und Engels zeigten beide in privaten Briefwechseln typische Warnzeichen hochgefährlicher Menschen. Inzwischen liegen uns bisher unveröffentlichte Briefwechsel der beiden vor, die unter dem Titel Marx und Engels intim erschienen sind. Zuvor gab es zwar auch schon bekannte Briefe mit heiklen Inhalten, aber nun haben wir ein vollständigeres Bild. Der schriftliche Nachlass der beiden befand sich lange Zeit im Besitz vom Ostblock und die Sowjets töteten sogar ihren eigenen Historiker Ria Sonov vom Moskauer Marx-Engels-Institut, um die peinliche Wahrheit unter Verschluss zu halten. Die beiden hassten fast alles und jeden, hielten die Arbeiterklasse für dumm, waren rassistisch, hatten Ideen von ethnischen Säuberungen und terrorisierten ihre eigenen Familienmitglieder, um Geld aus jenen herauszupressen. In den Briefen der beiden chronischen Geldnöten befindlichen Schmarotzer ging es auffällig häufig darum, wann endlich wieder ein Verwandter wie die eigene Mutter stirbt, um zu erben und mit welchen Intrigen und Manövern man aus den lebenden Verwandten noch mehr herausholen konnte. Engels stammte aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, war aber ebenfalls ständig klamm und hielt es keine 14 Tage in der Fabrik der Familie aus. Gegen seinen Vater hackte er Intrigen aus, um ihn in Ärger zu verwickeln und um dann abkassieren zu können. Wobei die Details dieser Intrigen so heikel und wahrscheinlich kriminell waren, dass er sie Marx nur persönlich und nicht in Schriftform erzählen wollte. Marx und Engels hassten die Dänen, die Schweizer, die Inder, die Franzosen, Muslime und die Russen. Weil sie vom populären Sozialistenführer Ferdinand Lasalle nichts abgreifen konnten, nannten sie ihn einen jüdischen Nigger und man verglich Juden mit Flöhen, obwohl Marxes zwei Großväter Rabbiner gewesen waren. Deutschland sollte ihren Vorstellungen zufolge den Franzosen wieder Elsass und Lothringen abspenstig machen und den Slaven im Osten das fürchten lehren. Die Bauernschaft sei die dümmste Menschenklasse und die Arbeiter kaum gut genug, um als Kanonenfutter zu taugen. Die Russen waren für sie Barbaren, die zu dumm für Wissenschaft wären und zerstört gehören. Engels hielt es für einen Fortschritt, wenn der nächste Weltkrieg ganze Völker vom Erdboden verschwinden lässt. In einem der Briefe bejammert Marx sich selbst, weil er in einer Kneipe nach einer Beleidigung einem Engländer mit dem Regenschirm ein Auge verletzt hatte und deswegen Ärger bekommen könnte. Kritiker seiner Schriften wollte er schlagen, während er über alles und jeden hemmungslos lästerte. Ein Dichter, der regelmäßig Marx Geld spendete, stellte irgendwann seine Zahlungen ein und wurde dafür als Scheißkerl bezeichnet. Außerdem weigerte er sich in einem Gerichtsprozess zugunsten von Marx auszusagen und er hielt daraufhin die Drohung, dass belastende Briefe gegen ihn verwendet werden würden. Seine Lebensweise führte zu körperlichem und geistigem Verfall. Er starb und wurde posthum von der kommunistischen Bewegung zu einer Art Propheten und zu einem Genie verklärt. Ein Toter kann keine Fehler mehr machen und dient als übernatürliche Heldenfigur. Marx hat praktisch kein Warnzeichen ausgelassen für eine gefährliche, destruktive Persönlichkeitsstruktur. Man kann ihn nicht posthum aus der Distanz diagnostizieren wie einen Patienten in einer psychiatrischen Therapieeinrichtung, aber man kann sehr wohl eine gewisse Einschätzung treffen, so wie es Profiler des FBI oder Analysten von Geheimdiensten regelmäßig tun. Es ist nichts darüber bekannt, dass Karl Marx sich in Logenhäusern herumgetrieben hätte, Mitglied in bekannten Esoterikgruppen war oder in seiner Freizeit gar satanischen Ritualen frönte. Das heißt aber nicht, dass Marx mit Sicherheit kein Okkultist war und wir ihn als Atheisten festlegen können. In seinem Umfeld an sozialistischen Revoluzern gab es so einige, die ein eindeutiges Profil als Okkultisten und Mitglieder von Geheimgesellschaften aufwiesen. Besonders christliche Autorinnen und Autoren aus der klassischen Verschwörungsliteratur stürzen sich auf Marxes Verdammung des Christentums und seine bizarren okkultistischen Gedichte. Seine jüdischen Vorfahren werden in diesem Zusammenhang oft erwähnt, in ihrer Bedeutung übertrieben und eingewoben in Theorien über die Weltverschwörung satanischer Juden, die heimlich christliche Nationen stürzen und dem Teufel in Ritualen huldigen. Manche von Marxes Kollegen und Gefährten hatten einen jüdischen Hintergrund, aber oftmals handelte es sich dabei eher um atheistische Personen. Der bekannte rumänische Priester Richard Wurmbrand, der im kommunistischen Ostblock jahrelang inhaftiert gewesen war, schrieb die Bücher Das andere Gesicht des Karl Marx sowie Karl Marx und Satan war Karl Marx ein Satanist. Diese Bücher stellen lediglich Anstöße zu einer näheren Betrachtung dar, aber natürlich noch längst keine abschließende Untersuchung. Rechtskonservative Christen und Verschwörungsautoren zitieren heute noch gerne Wurmbrand, ohne jedoch eine weitergehende, professionellere Untersuchung vorgenommen zu haben. In seiner Schulzeit schrieb Marx noch wohlwollende Sätze über das Christentum, die sich allerdings eher anhören wie das sture Abspulen von Phrasen, die seine Lehrer hören wollten. Im Studium später wurden dann Verbitterung, Größenwahn, Zerstörungswille und Religionsfeindlichkeit zu den beherrschenden Themen einiger seiner Gedichte. In einem der Gedichte will Marx luzeferähnlich einen Thron im Himmel besteigen, Zerstörungswerk und Gewalt ausüben. Im Laufe seiner Karriere traf er auf den Sozialisten Moses Hess und arbeitete mit jenem später an denselben Projekten. Hess war 1858 als Freimaurer in die Pariser Loge Henri des Dachverbandes Grand Orient de France eingetreten und nannte ihn Dr. Marx, mein Abgott, der der mittelalterlichen Religion und Politik den Todesstoß versetzen wird. Ein weiterer Weggefährte von Marx war der Italiener Giuseppe Mazzini, Mitglied der Genuesa Freimaurer Loge der Carbonari, einem einflussreichen Geheimbund, der in Italien und auch in Frankreich aktiv war und zeitweise bis zu 600.000 Mitglieder hatte. Ein solcher Organisationsgrad ist nicht zu erreichen ohne absolute Profis im Hintergrund. Mazzini war zudem Altgroßmeister des Grande Oriente d'Italia und Großmeister des schottischen Retos. Marx und Mazzini hatten Übereinstimmungen und unterschiedliche Ansichten über ideologische Fragen, während Marxes Mitstreiter Bakunen zeitweise Mazzinis Empfehlungsschreiben und Kontakte benutzte, ohne sich mit dessen nationalistischem Kurs richtig anfreunden zu können. Mazzini unterstützte sieben Jahre lang indirekt die sozialistische Internationale, die auf Marx zurückging, distanzierte sich dann aber von den Sozialisten. Marx schrieb das kommunistische Manifest, zum Teil als Antwort auf Mazzini. Die klassische Verschwörungsliteratur bezeichnet Mazzini oft ohne Quellenangabe als Mitglied des Illuminatenordens und verbreitete die falsche Legende, er hätte in einem Briefwechsel mit dem einflussreichen amerikanischen Freimaurer Albert Pike drei kommende Weltkriege vorhergesagt. Die Legende basierte auf einer Lüge des Schwindlers Leo Taxil und wurde weitergesponnen von suspekten Verschwörungsautoren wie William Guy Carr, ein in England geborener kanadischer Marineoffizier und Geheimdienstler, der in beiden Weltkriegen für das britische Empire kämpfte. Mazzini koordinierte seine revolutionären Aktivitäten zeitweise von London aus, wo auch Marx tätig war. Mazzini kollaborierte mit Giuseppe Garibaldi, ein Freimaurer, der den sogenannten Memphis-Misraim-Ritus auf den Weg brachte, zusammen mit dem britischen Okkultisten John Yarker, der auch mit den Okkultisten Theodor Reuss, Alistair Crowley und Helena Blavatsky zu tun hatte. Blavatsky zitierte in ihrem berüchtigten Buch Isis Unveiled mehrmals aus Werken Yarkers. Der Memphis-Misraim-Ritus geht auf altegyptische, kabbalistische, christliche und hermetische Lehren zurück und gilt bei gewöhnlichen Freimaurern als irregulär. Es gibt Querverbindungen zur britischen Theosophie und zu Rudolf Steiners Anthroposophie. Noch heute sind politisch linksverordnete Menschen oft gleichzeitig in irgendeiner Form Esoteriker. Es gibt aber auch Verbindungen zur politischen Rechten. Der Gründer der berüchtigten Thule-Gesellschaft, Adam Alfred Rudolf Glauer, alias Rudolf von Sebotendorf, wurde Mitglied im Memphis-Misraim-Ritus bei einem Aufenthalt in der Türkei. Wobei der anerkannte britische Historiker Nicholas Goodrich-Clark vermutet, dass diese Loge in Bursa eine Tarnorganisation der illegalen Jungtürken-Bewegung war, die den Sultan stürzen wollte. Die Jungtürken waren wiederum das Projekt des britischen Imperiums, was Sebotendorf recht verdächtig aussehen lässt. Eine weitere wichtige Figur beim Memphis-Misraim-Ritus war Joseph Balsamo, alias Cagliostro, der dem Großmeister des Ordens der Knights of Malta, Manuel Pinto de Fonseca nahestand. Die Organisation Knights of Malta, bekannt auch als Malteser-Orden und Johanniter-Orden, entstand ursprünglich nach der Eroberung Jerusalems durch das Heer des ersten Kreuzzuges im Jahr 1099. 1831 schuf der Hochadel in Europa die Nachfolgeorganisation Most Venerable Order of St. John und erhielt dafür den königlichen Segen der britischen Königin Viktoria. Karl Marx' Schwiegervater Ludwig von Westphalen war ein preußischer Adliger, mit Verbindungen zu einflussreichen Freimauern und dem Illuminatenorden von Weishaupt bzw. der Adelsfamilie Hessen-Kassel. Marx' lange Haare und sein Rauschebart erinnerten unter anderem an den Stil von Bakunin und anderen wichtigen Kommunisten. Bakunin, der Marx als krankhaft stolz beschrieben hatte, stammte aus einer alten russischen Adelsfamilie und äußerte noch deutlicher als Marx diverse Grundüberzeugungen des Okkultismus. Zitat Der Teufel ist der erste Freidenker und Heiland der Welt. Er befreit Adam und drückt ihm das Siegel der Menschlichkeit und Freiheit auf die Stirn, indem er ihn ungehorsam macht. Der christliche Gott gilt in diversen Strömungen des Okkultismus als eifersüchtiger Unterdrücker, der Adam und Eva dumm und in der Gefangenschaft des langweiligen Paradiesgartens halten wollte. Der Teufel in Gestalt der Schlange hingegen ermunterte Adam zur Sünde des Essens vom Baum der Erkenntnis, sodass Adam gottähnlicher und quasi erleuchtet werden konnte. Die üblichen Geheimgesellschaften streben nach Licht, also nach besonderen Erkenntnissen, die den Normalsterblichen nicht zugänglich sind und die dabei helfen sollen, neue Fähigkeiten zu erlangen. Bakunin erklärte weiter, Zitat Weitere sozialistische Bekannte wie Heinrich Heine und Pierre-Joseph Brouton dachten ganz ähnlich. Man muss dabei aufpassen, nicht auf gefälschte Zitate oder gestreute Mythen hereinzufallen. Dem hohen amerikanischen Freimaurer Albert Pike wurde nicht nur ein Briefwechsel mit dem italienischen Freimaurer Giuseppe Mazzini über drei kommende Weltkriege angedichtet, sondern auch diverse Aussagen zu Lucifer, dem Lichtbringer bzw. rebellischen Engel, der sich gegen Gott aufgelehnt haben soll. Unter anderem die Verschwörungsautorin Edith Starr-Miller bediente sich bei einer Spindelgeschichte von Leo Taxil laut der Albert Pike am 14. Juli 1889 einer Kongregation hoher Freimaurer die luciferische Doktrinen verkündet haben soll. Zitat Dieses Fake-Zitat findet man auf unzähligen Webseiten, in Büchern und Internetvideos. Die Person Diana Vaughn, die von Pike ausgewählt worden sein soll, um eine Botschaft über die luciferische Doktrinen zu überbringen, war eine Erfindung des Schwindlers Leo Taxil und nicht etwa, wie von Taxil behauptet, eine Aussteigerin aus dem Kult der Palladisten. Eleanor, Marxes Lieblingstochter, heiratete Edward Aveling, der ein Okkultist gewesen sein soll. Richard Wohmbrandt, der christliche Autor von zwei Büchern über den angeblichen Satanismus von Marx, erkannte, dass die marxistische bzw. kommunistische Ideologie im Ostblock des 20. Jahrhunderts aufgezogen wurde wie eine Religion. Zitat Der Marxismus ist eine neue Religion. Er verwendet die Heilige Schrift. Sein Hauptwerk, das Kapital von Marx, wird die Bibel der Arbeiterklasse genannt. Marx selbst betrachtete sich als Papst des Kommunismus. Der Kommunismus hat den Anspruch der Unfehlbarkeit. Alle, die sich dem kommunistischen Glaubensbekenntnis widersetzen, werden exkommuniziert. Marx schrieb, Bakunin sollte sich vorsehen, sonst exkommunizieren wir ihn. Diejenigen, die im Dienste des Marxismus umgekommen sind, werden als Märtyrer gefeiert. Der Marxismus hat seine Sakramente, die feierliche Aufnahme in die Kleinkinderorganisation Kinder des Oktober, die Eide, die bei der Aufnahme in die Pioniere abgelegt werden und später die höheren Weihen der Einführung in den Komsomol und in die Partei. Die Beichte wird ersetzt durch öffentliche Selbstkritik vor den versammelten Parteimitgliedern. Der Marxismus ist eine Kirche. Er hat alle Merkmale einer Kirche. Zitat Ende. Wurmbrandt erwähnt die Möglichkeit, dass kommunistische Bewegungen selbst Frontorganisationen für den okkultistischen Satanismus sind. Ganz frühe französische Sozialisten waren bereits Esoteriker gewesen und versuchten es mit vegetarischen Kommunen als Keimzelle für das kommende Utopia. Marx und sein Umfeld waren hochgradig suspekt. Nicht nur gab es Querverbindungen zu revolutionär eingestellten Freimorologen und Gruppen wie dem Illuminatenorden von Weishaupt bzw. Hessen-Kassel, sondern die kommunistische Bewegung war immer zu vereinnahmt von der Paranoia, dass Mitglieder Spione sein könnten. Vor allem als später kommunistische Gruppen wie die Bolschewisten aktive Vorbereitungen trafen für die Oktoberrevolution, sahen wir den direkten Einfluss von Geheimdiensten der Zaren des Deutschen Reichs und des angloamerikanischen Imperiums. Nicht nur dieser Hintergrund gebietet es, Marx auf mögliche geheimdienstliche Verbindungen zu untersuchen, sondern man sollte prinzipiell jede einflussreiche geschichtliche Figur dahingehend analysieren. Es gab bisher praktisch nur eine einzige ernsthafte, ausführliche Studie über Marx als möglichen Agenten. Abseits davon existieren nur ein paar interessante Artikel, halbgare Verschwörungstheorien und wenige zweifelhafte Anekdoten. Die Großmutter von Karl mütterlichseits war Nanette Salomon, geborene Cohen, und der Großvater mütterlicherseits war Isaac Heimans Pressburg, ursprünglich aus Ungarn. 1785 heirateten die beiden. Nanette war wiederum die Tochter von Salomon Barent Cohen, Bruder des Wohlhabenden Levi Barent Cohen, der ein Financier in England war. Durch seine Kinder war Levi Barent Cohen mit fast allen führenden jüdischen Familien in England verbunden. Hannah heiratete beispielsweise den Banken-Superstar Nathan Meyer Rothschild, Judith heiratete Moses Montefiore, Jesse heiratete Meyer Davidson, einen Agenten der Rothschilds, und die anderen Kinder heirateten die Familien Goldsmith, Samuel und Lukas ein. Diese entfernten Verbindungen sind interessant, vor allem weil die Rothschilds für Bismarck und Preußen Geld beschafften und sich Bismarck auf das Informationsnetzwerk der Rothschilds im Ausland verließ, anstatt einen eigenen großen Auslandsgeheimdienst aufzubauen. Zudem verwalteten die Rothschilds für die britische Krone hohe Geldsummen und spielten die Rolle der jüdischen neureichen Emporkömmlinge. Man darf nicht den Anfängerfehler begehen, den kleinen Bankenclan als Teil einer jüdischen Weltverschwörung zu interpretieren. Vergessen wir nicht, dass der erste bedeutende Rothschild sich über Jahrzehnte hinweg langsam der Adelsfamilie Hessen-Kassel, eng verwandt mit dem britischen Thron, als eine Art elitärer Buchhalte andienen musste und Geld der britischen Krone zu den hunderte Kilometer entfernten Truppen transportierte. Im Laufe der Zeit wurden die Männer des winzig kleinen Rothschild-Clans zu Strohmännern des britischen Kolonialreichs und zogen mit riesigen Palästen die Aufmerksamkeit der gewöhnlichen Bürger auf sich und lenkten von dem Adel ab. Die mit den Briten konkurrierenden Königshäuser in Europa schöpfen weniger Verdacht bei jüdischen Geldströmen als bei britischen Geldströmen. Aus der vom Freimaurer Jacob Venedig geleiteten Geheimorganisation Bund der Geächteten entwickelte sich der Bund der Gerechten und schließlich der Bund der Kommunisten. Vorbild dieser Geheimorganisationen waren die italienischen Carbonari. Marx und Engels wurden beauftragt, das Manifest der kommunistischen Partei zu schreiben und Marx ergänzte etwas später die darin enthaltenen Ideen zu dem kommunistischen Grundlagenwerk das Kapital. Die Ideen aus Marxes Werken waren alles andere als neu. Beispielsweise hatte Clinton Roosevelt bereits 1841, also 25 Jahre früher, in The Science of Government Founded on Natural Law die wichtigsten Grundzüge der sozialistischen Ideologie niedergeschrieben und sogar eine Arbeitswerttheorie postuliert, laut der nicht Angebot und Nachfrage den Preis seiner Ware festlegen sollen, sondern Experten anhand der Arbeitszeit, die in die Herstellung eingeflossen ist. Wo Roosevelt noch in klaren Worten und kurzen Sätzen schrieb, machte Marx aus den gleichen Ideen einen Berg an Geschwafel mit widersprüchlichen und unnötig komplizierten Schachtelsätzen. Ein Stil, den er sich bei Hegel abgeschaut hatte und den er in privaten Korrespondenzen nie benutzte. In Briefen an Engels sprach er in klaren Worten. In Das Kapital redete er wie ein Professor mit Hirnschaden. 1849 hatten Clinton, Roosevelt und Horace Greeley, der Besitzer der mächtigen Zeitung New York Tribune, Geld beschafft für den Bund der Kommunisten in London. Greeley gab Marx noch regelmäßige Aufträge für Artikel, die in der Zeitung erscheinen sollten. Es wurde immer wieder in der Verschwörungsliteratur behauptet, dass die Grundideen des Sozialismus von Adam Weishaupt erfunden oder zumindest ausformuliert worden sein sollen, dem Leiter des Bayerischen Illuminatenordens. Diese Behauptung klingt spektakulär, vor allem wenn man sie kombiniert mit der Lüge, dass Weishaupt im Auftrag der Rothschilds bzw. der jüdischen Weltverschwörung gehandelt hätte. Die wenigsten Verschwörungsautoren haben jedoch die vielen Texte Weishaupts überhaupt gelesen. Er sprach in dramatischen Worten davon, die Menschen gleicher zu machen und zu befreien von der Kontrolle reicher Monarchen und Priester. Aber Weishaupt war nicht der Erfinder des modernen Sozialismus oder der Stichwortgeber für Marx. Sozialistische Ideen und Experimente gab es bereits in der weit zurückreichenden Vergangenheit, in Griechenland, Persien oder im frühesten Islam. Der US-Gründervater Thomas Paine schrieb Ende der 1790er Jahre in Agrarian Justice über eine Erbschaftssteuer auf Land, deren Einnahmen an die jungen Erwachsenen und die Armen umverteilt werden sollten. Dann gab es noch eine Reihe an frühen französischen Sozialisten, die Konzepte wie die Planwirtschaft ausformulierten. Knigge und Bode von dem bayerischen Illuminatenorden rekrutierten trotz Weishaupts Gefasel gegen die Monarchien eine Reihe an Adeligen aus einflussreichen Familien wie die Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig sowie die Herzöge Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar. Der Historiker Manfred Ageten stellt fest, dass die Illuminaten ihren Gegnern in einer dialektischen Verschränkung verbunden waren. Um das Individuum von der geistigen und geistlichen Herrschaft der Kirche zu emanzipieren, wurden jesuitische Methoden der Gewissensforschung angewandt. Um den Siegeszug der Aufklärung und der Vernunft zu befördern, gab man ein Hochgratsystem und ein mystisches Brimborium, das an den spermerischen Irrationalismus der Rosenkreuze gemahnte. Und um die Menschheit schließlich aus dem Despotismus der Fürsten und Könige zu befreien, unterwarf man die Mitglieder einer nachgerade totalitären Kontrolle und Psychotechnik. Der Bund der Kommunisten versuchte mit Aktionen und Publikationen Einfluss auf revolutionäre Strömungen zu nehmen, darunter die Beteiligung an bürgerkriegsähnlichen Kämpfen in diversen gescheiterten Aufstandsversuchen. Auf dem europäischen Festland loderten überall Tumulte, in Großbritannien herrschte relative Ruhe. 1854 befreundete sich Marx mit David Urquhart, einem britischen Aristokraten, der Lord Palmerston für einen Spion der Russen hielt. In Urquhart's Magazin Free Press behandelte Marx diese These in einer Artikelserie und kam dabei auf die Idee, dass der Krimkrieg wahrscheinlich die wahre Allianz zwischen Russland und Britannien verschleiern sollte. Viele britische Politiker seien Agenten des Zaren. Dass Marx den Russen misstraute und für Russland und Slamen hauptsächlich Verachtung übrig hatte, stellte später ein Problem da für die sowjet-russische Propaganda. Marx glaubte sogar, dass die Kartoffel-Hungersnot in Irland absichtlich durch kapitalistische angloamerikanische Kreise verursacht worden sei, um eine Million Menschen umzubringen. Abseits solcher Thesen denunzierte Marx kreuz und quer seine Gegner und Kritiker als Spitzler und Agenten. So stritt er sich ausführlich mit einem Herrn Vogt, der in einem anonymen Flugblatt als französischer Spion denunziert wurde. Vogt erhob gegen Marx den Vorwurf, jener würde von London aus deutsche Revolutionäre um Gelderpressen mit der Drohung, vertrauliche Informationen an die deutschen Behörden zu liefern. Marx versuchte in diesem Zusammenhang vergeblich die Nationalzeitung in Preußen zu verklagen und schrieb fast ein ganzes Jahr lang an einer Replik auf Vogt. 1850 besuchte ein preußischer Polizeispitzel Marxes Behausung in London und gab sich als deutscher Revolutionär aus. Eine Kopie des Spitzelberichts wurde auch den Briten ausgehändigt. Es hieß darin, dass Marx ein Alkoholiker sei, der sich selten wäscht und pflegt, dass er häufig mehrere Tage lang nichts arbeitet und dann wieder eine Phase lang Tag und Nacht am Schreiben ist. Ohne festen Tagesablauf schläft er bis abends auf dem Sofa und kümmert sich nicht, wer durch seine Wohnung läuft oder was seine kleinen Kinder treiben. Alle Möbel seien beschädigt und schmutzig, überall läge eine dicke Staubschicht, Tabakrauch wegt herum und es herrscht heillose Unordnung. Der Autor Richard Wombrandt erwähnte einen fragwürdigen Bericht aus der rechtsradikalen deutschen Zeitung Reichsruf vom 9. Januar 1960. Der Bericht soll davon handeln, dass der österreichische Kanzler Rabe, dem damaligen Diktator von Russland Nikita Khrushchev, das Original eines Briefes von Karl Marx schenkte. Zitat, Khrushchev hatte keine Freude daran, denn der Brief war der Beweis, dass Marx ein bezahlter Informant der österreichischen Polizei war, der Revolutionäre ausreichte. Der Brief wurde zufällig in einem geheimen Archiv gefunden. Er enthielt Hinweise darauf, dass Marx der Informant während seines Exils in London über seine Genossen Berichte schrieb. Er erhielt für jede Information umgerechnet 40 D-Mark. Seine Angaben bezogen sich auf die Revolutionäre im Exil in London, Paris und in der Schweiz. Zitat Ende. Hatte das rechtsradikale Blatt Reichsruf tatsächlich über eine echte Entdeckung geschrieben? Oder handelte es sich bloß um eine Erfindung? Die Frage ist schwierig zu klären. Dann kursiert im Internet noch der April-Scherz. Ein wichtiger britischer Geheimdienstler namens Thomas Pitt hätte Memos zusammengestellt, aus denen eindeutiger Vorgehe, dass Marx ein britischer Agent gewesen sei, der die Deutschen gegen den Kapitalismus aufbringen sollte. Wolfgang Waldner veröffentlichte eine ausführliche, aber linksideologisch gefärbte Studie in Buchform unter dem Titel Der preußische Regierungsagent Karl Marx, in der sehr viele Zitate zur Veranschaulichung enthalten sind. Die Kernthese lautet, dass Marx im Auftrag seiner adeligen, angeheirateten Verwandtschaft aus Preußen eine Führungsposition in der sozialistischen Bewegung übernahm, um Sozialisten auszuspionieren und um die Bewegung ideologisch in eine Richtung zu treiben, die den preußischen Adeligen nützlich war. Marx schien der geeignete Kandidat zu sein, aggressiv, narzisstisch, aber einnehmend, falls nötig, gerissen, aber nicht zu klug, ehrgeizig, aber ohne wirklich ausdauernde Arbeitsmoral. Marx heiratete, dank der Verbindungen seines Vaters, Jenny von Westphalen. Ihre Familie bzw. ihre Vorfahren beinhalteten hohe Funktionäre aus Preußen, die beispielsweise das Innenministerium leiteten und damit zuständig waren für die Spionage gegen revolutionäre Gruppen. Philipp von Westphalen wurde 1751 Sekretär des preußischen Generalleutnants und Freimaurers Ferdinand von Braunschweig, dem Sparger vom preußischen König und Freimaurer Friedrich II. Ferdinand war zudem Mitglied im Illuminatenorden, wo sich auch Personen tummelten wie der Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Die Familie Hessen-Kassel war enorm eng verwandt mit dem britischen Thron, war aller Wahrscheinlichkeit nach zuständig für wichtige geheimdienstliche Aktivitäten und baute unter anderem die Familie Rothschild im Laufe der Zeit auf. In Marxes Familie gab es eine Querverbindung zu den Rothschilds. Ferdinand von Braunschweig hatte den Oberbefehl über die verbündeten Truppen von England, Hannover, also der Ursprung der britischen Königsdynastie und Preußen. Philipp von Westphalen übernahm ebenso eine wichtige militärische Funktion und der britische König George III aus dem Haus Hannover verliehen dafür einen hohen Titel. Philipp heiratete eine Adelige mit schottischen Vorfahren. Sein Sohn war Ludwig von Westphalen. Dessen Sohn Ferdinand Otto wiederum wurde preußischer Innenminister und war somit verantwortlich für die Spionage gegen revolutionäre Gruppen. Ludwigs Tochter Jenny heiratete schließlich Karl Marx. Ludwig arbeitete als hochbezahlter Justizangestellter in Trier. Die Marx-freundlichen Historiker versuchen es so aussehen zu lassen, als hätte es Spannungen zwischen Jenny und ihrer Familie gegeben, auch wenn die Faktenlage eher normale Familienbeziehungen zeigt. Preußens Polizeibehörden nutzten ruppige Methoden und jede Menge Spitzel, um unbequeme Gruppen zu zersetzen, zu zerstören, zu verhaften und zu vertreiben. Notfalls fälschte man zu diesem Zweck auch Beweise und schleuste Provokateure in Gruppen ein. Da die Sozialisten aus Europa und Russland kreuz und quer miteinander kooperierten, traten sich dementsprechend auch verschiedene Geheimdienstler gegenseitig auf die Füße, ohne voneinander zu wissen. Noch komplizierter wurde die Situation, wenn ein Sozialist gleichzeitig für mehrere Geheimdienste bzw. Polizeibehörden aus verschiedenen Ländern spitzelte und mehrfach Geld für seine Informationen kassierte. Und natürlich konnte ein Sozialist sich in Täuschungsabsicht als Spitzler rekrutieren lassen und seinem Führungsoffizier nur kleine Fische ans Messer liefern und Desinformation füttern. Karl Marxes Vater Heinrich konvertierte formhalber öffentlich vom Judentum zum Christentum, weil er wegen judenfeindlichen Gesetzen nur so weiter als Jurist arbeiten durfte. Heinrich war zwar deshalb bestimmt nicht froh, aber es löste in ihm auch keine revolutionäre Gesinnung und den Wunsch aus, die preußische Obrigkeit zu stürzen. Er war eine Art Verbindungsmann zwischen der preußischen Regierung und der jüdischen Community, was natürlich Raum lässt für Spekulationen, ob in die eine oder die andere Richtung mehr Informationen geflossen waren, als unbedingt notwendig gewesen wäre. Ausgerechnet Ludwig von Westfalen hätte Marx die Ideen des Sozialismus von Saint-Simon nahegelegt und Marx widmete Ludwig später seine Doktorarbeit. Hatte Ludwig wirklich den jungen Marx auf den Weg des Sozialismus gebracht? Meine Vermutung ist hingegen, dass er Marx als Spitzel anwarb und dabei die familiären Beziehungen spielen ließ. Am Gymnasium in Trier kannten sich bereits Marx und Edgar von Westfalen, der Bruder von Jenny und es gibt Hinweise darauf, dass Schüler damals ihre Lehre ausspitzelten und verdächtige Linksrevolutionäre oder anderweitige Tendenzen meldeten. Marx studierte als nächstes lustlos und ziellos in Berlin und horchte nebenbei den oppositionellen Doktorclub aus. Er Marx war ein Zersetzer. Er infiltrierte Organisationen, sorgte dann für Streit, Chaos und rechtlich heikle Provokationen und kam irgendwie selbst immer mit heiler Haut davon. Dies mag seiner narzisstischen bis psychopathischen Persönlichkeit geschuldet sein oder aber er tat dies gezielt im Auftrag der Westfalens und verdiente sich damit ein Zubrot. Für einen wirklich aufwendigen Universitätsabschluss fehlte ihm es an Geld und Ausdauer und so beschaffte er sich schnell einen Doktortitel der Philosophie in Jena, was damals recht einfach gewesen war. Ein Original dieser Arbeit ist nicht mehr aufzutreiben. Hat ihm jemand den Tipp gegeben und ihm vielleicht noch vermittlerisch dabei geholfen? Bei der Rheinischen Zeitung wurde er zu einem inoffiziellen Redaktionsleiter, obwohl er bisher fast gar nichts veröffentlicht hatte und kassierte stolze 600 Taler Jahresgehalt. Bekam er diesen Posten durch Hilfe seiner Verwandten? Marx nutzte seine Position für unnötige Attacken, obwohl der Sozialismus bis dato noch völlig theoretisch war und noch niemand wirklich sagen konnte, welche der Ideen tatsächlich funktionieren würde. Die Rheinische Zeitung war kontrollierte Pseudo-Opposition unter dem wachen Auge der preußischen Behörden und mit im Boot war auch Dagobert Oppenheim aus der berühmten Bankiersfamilie, der Querverbindungen zu Rothschild hatte und als Assessor in der preußischen Justiz arbeitete. Zusammen mit dem Bankhaus Mendelssohn aus Berlin war Oppenheim ab 1818 mit der Organisation der französischen Kriegsentschädigungen an Preußen beauftragt. Die Zeitung wurde schließlich verboten und Marx machte sich auf zum wohlhabenden Arnold Ruge, der eine neue Zeitschrift plante. Marx hatte wieder seine spezielle Wirkung, die sich nur als Sabotage bezeichnen lässt und kassierte dabei noch Spendengelder. Es tauchten junge russische Adlige wie Michael Bakun in Paris auf, die Interesse zeigten am Sozialismus, aber wahrscheinlich eher Agenten des zaristischen Geheimdienstes Ochrana waren. Sie stießen auf europäische Kommunistenkreise, die von europäischen Geheimdiensten unterwandert waren. Es war eine wahre Spitzelorgie. Manche Genossen warfen Marx vor, dass er das ewige Warten auf die Revolution und die Erlösung predigte. Andere beschuldigten ihn zur Unzeit Provokationen anzuschieben und sozialistische Gruppen damit in Schwierigkeiten zu bringen. 1845 ging er dann nach Brüssel und unterwanderte den Bund der Handwerker von Wilhelm Weidling. Eigentlich hätte Marx genügend Geld für mehrere Jahre auf der Bank haben müssen, aber er war ungewöhnlich verschwenderisch und bettelte seine Freunde wie Engels um Geld an, der wiederum Kontakte knüpfte zu Robert Owen, ein britischer Unternehmer und Frühsozialist, der als der Begründer der Genossenschaft gilt. Dessen Fabrik wurde zum Musterbetrieb, den auch Fürstenpolitiker, Zahn Nikolaus I., sowie die österreichischen Prinzen Johann und Maximilian besuchten. Owen hielt sogar Vorträge im US-Kongress. Marx schmeichelte sich immer wieder seinen Weg in eine neue Gruppe hinein und sorgte dann für unnötigen Streit und Spaltungen, wobei er seine Attacke gegen Genossen in demselben verquasten, größtenteils unverständlichen Schreibstil formulierte, den er für seine Traktate benutzte, anstatt in klaren Worten zu sagen, was ihm missfiel. Mit seinen engen Vertrauten wie Moses Hess im Rücken unterwanderte er Weidlings Geheimbund, Bund der Geächteten, und attackierte bald den zuvor hochgelobten Weidling. Selbst Proudhon wurde bekämpft. Marx und Engels übernahmen den Bund der Gerechten und machten daraus den Bund der Kommunisten, aus dem schließlich die sozialistische Internationale erwuchs. Was ausgerechnet diese beiden zu den Propheten des Sozialismus wurden, ist äußerst bizarr, da es wesentlich kompetentere, diplomatischere, verständlichere und weniger dogmatische Genossen gab. Marx stellte sein kommunistisches Manifest und das Kapital fertig. Die Geldpolitik der Bank of England und die daraus resultierenden Krisen wurden von Marx und den Marxisten totgeschwiegen, weil sie selbst eine zentralistische Geldpolitik umsetzen wollten. Einerseits predigte Marx Kauderwelsch und das Abwarten auf die Weltrevolution, andererseits gab er Geld von seiner Mutter aus, um Waffen zu kaufen für revolutionäre Aktionen, die im Chaos endeten. Das heißt, er sabotierte auf der ideologischen und der praktischen Ebene gleichermaßen. Im Kölner Arbeiterverein verschaffte Marx sich mit seinen üblichen Techniken die Kontrolle, machte auf radikal und dogmatisch und zersetzte die Organisation. Bei der Neuen Rheinischen Zeitung machte man ihn zum leitenden Redakteur und holte weitere Vertraute von ihm ins Boot. Das Blatt hatte suspekte Geldgeber. In sehr unruhigen Zeiten polemisierten Marx und seine Leute gegen die hohen Zollern in Preußen. Trotz harscher Gesetze schürten Marx und Engels Radikalismus beim Publikum und trieben Leute in einen aussichtslosen Kampf hinein, worauf die preußischen Behörden dann den Vorwand hatten, um rigoros durchzugreifen. Revolutionsversuche wurden brutal niedergeschlagen, Marx lästerte hinterher noch über die Beteiligten des gescheiterten Aufstandsversuchs und Engels war erschreckend genau informiert über die Schlachten. Die Zeitung war natürlich am Ende. Marx und Engels zogen von Großstadt zu Großstadt in Deutschland, um mitzumischen. Danach ging Marx, dem das Pflaster zu heiß geworden war, nach London und lebte dort in luxuriösen Behausungen mit Dienstboten und Bällen. Seinen Lebensstil versuchte er mit jammernden Bettelbriefen und Spendenaufrufen zu finanzieren, sowie mit den ein oder anderen Autorenaufträgen. Mit ein wenig Sparsamkeit und Buchhaltung hätte er mit seiner Familie bequem leben können, aber ständig drückten ihn die Schulden. Ein weiteres Projekt war eine Hilfskasse für politische Flüchtlinge, die nach London strömten, die seltsamerweise erfolgreich war, während ähnliche Organisationen von anderen Betreibern erfolglos blieben. Wie ist das zu erklären? Als Spion hätte Marx theoretisch Informationen über die politischen Flüchtlinge abgreifen und einen Teil des Geldes veruntreuen können. Möglicherweise bekam Marx von seinem Führungsoffizier Zuschüsse. Von London aus konnte Marx zuschauen, wie Mitglieder des Bundes der Kommunisten, der damit Engels infiltriert und gespalten hatte, nach und nach verhaftet und in Köln vor Gericht gebracht wurden. Marx hatte eine ähnlich große Verachtung übrig für das russische Zarenreich wie der Politiker David Urquhart und die beiden theoretisierten in Urquhart's Magazin Free Press über russische Verschwörungen und russische Spionage. Der russische Geheimdienst infiltrierte nach und nach kommunistische Zirkel in und außerhalb Russlands. Marx und Engels veröffentlichten Artikel gegen Russland in der seinerzeit einflussreichsten Zeitung der USA. Marx holte sich die Kontrolle über die sogenannte Erste Internationale und fuhr die Organisation zuverlässig gegen den Baum. Am 14. März 1883 starb er im Alter von 64 Jahren in London. Lenins Bruder hatte Texte von Marx übersetzt und war angeblich beteiligt an einem Attentatsplan auf den Zaren. Lenin selbst bezog sich auf Marx und erhob jenen zu einer quasi heiligen Figur. Stalin kam 1893 in Kontakt mit marxistischen Zirkeln im Priesterseminar von Tiflis bzw. er wurde rekrutiert vom zaristischen Geheimdienst Ochraner. Bismarck ließ die Sozialisten vordergründig bekämpfen und hintenrum kontrollieren. Wahrscheinlich lag es auch an dem geheimdienstlichen Einfluss Preußens, dass die deutsche Sozialdemokratie und die internationalen Sozialisten sich auf Marxes unverständliche Texte als heilige Schrift festlegten. Die geheime Schlacht um die Romanovs. Die moderne Ära der Romanovs ab Ivan im Schrecklichen war gekennzeichnet von einer ganzen Reihe an innerfamiliären Streitigkeiten und Verschwörungen. Zudem gab es immer wieder Einmischungen durch den gewöhnlichen Adel Russlands. Preußen, Frankreich und Britannien versuchten hartnäckig die Romanovs zu infiltrieren durch Spione und durch strategische Eheschließungen, wobei sich letztendlich dabei die Briten bzw. die Welfen durchsetzen konnten. Man mag vielleicht denken, dass die Romanovs ein geschlossenes geschichtliches Kapitel darstellen, das heute keine Bedeutung mehr hat. Allerdings wurde die Geschichte der Romanovs in der Forschung nie tiefer auf Spionage hin untersucht. Die meisten Romanovs waren im Zuge der kommunistischen Revolution auf britischen Schiffen nach Europa zu ihren Verwandten vom Hochadel gereist und nur ein kleiner Teil der Familie soll ermordet worden sein. Keiner fragt nach geheimen Strukturen, die in Russland zurückgelassen wurden. Die größten Aufbauhelfer des neuen Sowjetregimes waren in der Folgezeit ausgerechnet Konzerne und elitäre Kreise aus den USA und dem britischen Imperium, was im Prinzip bedeutet, dass die engen Verwandten der Romanovs die Revolution gegen die Romanovs bezahlten. Ein gigantischer Familienstreit also? Oder waren die Romanovs planmäßig aus dem Rampenlicht verschwunden und sogar beteiligt gewesen an der kommunistischen Revolution? Die Hannoveraner bzw. Welfen auf dem britischen Thron zeigten ab 1714 ein hohes Maß an Stabilität, Organisationstalent und geheimdienstlicher Fähigkeiten, während die Romanovs dagegen ein chaotischer Haufen waren und es ihnen nie gelang, ihr Reich wirklich zu modernisieren und die vielen Verwaltungsbeamten und Offiziere und gewöhnlichen Adeligen zu kontrollieren. Erst nach ein paar Generationen wuchsen die Welfen und Romanovs eng zusammen. Britannien und die USA waren nie ernsthaft in Gefahr, durch eine Revolution oder Palastverschwörung zu Fall zu kommen, anders als Russland. Die Hannoveraner webten geschickt ein Netz aus Politikern, Oligarchen, Logen und Ideologien, um die Machtverhältnisse zu verschleiern. Im Gegensatz dazu behielten die Romanovs bis zum Ende ihr altmodisches, fast mittelalterliches Regime bei. Und es ergab sich nie die Gelegenheit, die Bauern wirklich aus der Knechtschaft zu befreien, die vielen gewöhnlichen Adeligen zu entmachten und eine breite gesellschaftliche Mittelschicht zu etablieren. Das Einzige, was wirklich eine Umgestaltung Russlands herbeiführen konnte, war die kommunistische Revolution und ein ausführlicher Bürgerkrieg. Jeder Geschichtsinteressierte versteht, wie sich im alten Rom Palastverschwörung auf Palastverschwörung türmte, da Giftmorde und geheime Absprachen viel billiger und einfacher waren als der Versuch einer militärischen Machtergreifung. Wenn es aber um die Romanov-Dynastie geht, stellten sich die Historiker aber recht dumm und beschränkten sich auf Fälle, wo ein Romanov den anderen aus dem Weg räumte, ohne jemals wirklich ausländische Verschwörungen und geheimdienstliche Operationen zu untersuchen. Ivan IV. Der Psychopathische. Ivan der Schreckliche sollte ursprünglich nur die Marionette sein von Clans der sogenannten Bojaren, verstrittene Adelige, die eigene Armeen aufstellten und faktische Unabhängigkeit genossen. Es gelang Ivan, sich zum Alleinherrscher aufzuschwingen und den Bojaren Ländereien und Befugnisse abzujagen, musste sich aber Zeit seines Lebens gegen heftige Verschwörungen zur Wehr setzen. Bei ihm erkennen wie alle typischen Warnzeichen für schwere Persönlichkeitsstörungen. Schon als Kind quälte und tötete er Tiere, hatte ungewöhnliche Wutanfälle, Stimmungsschwankungen und Depressionen. Um eine geeignete Brau zu finden, ließ er 500 Jungfrauen herankarren für einen Schönheitswettbewerb, der über mehrere Runden lief. Die Gewinnerin namens Anastasia Romanovna Zakarina Jurjeva heiratete er in der Erwartung, dass jene möglichst viele Thronfolge auf die Welt bringt. Neben seiner Mutter war sie die einzige Person auf der Welt, für die er tiefere Gefühle hegte. Sie verstarb aber jung und es gab allerhand Gerüchte, sie sei vergiftet worden durch Gegner Ivans, was bei Ivan anscheinend seine Psychopathie noch viel stärker zum Ausbruch brachte. Es war ein Wutanfall für die Geschichtsbücher. Vor versammeltem Hofstaat rammte er seinen eigenen Kopf gegen die Wand. Von seinen nächsten Ehefrauen wurden drei wahrscheinlich vergiftet und weitere auf seinen Befehl hin ermordet. Paranoia und sadistisch-psychopathische Gewalt sollten nicht nur die Feinde einschüchtern, sondern auch Befriedigung bringen. Aber die realen und vermuteten Verschwörungen gegen Zar Ivan kamen nicht nur aus dem Inland. Den Kanzler Ivan Mikhailovich Vyskovati ließ er lebendig zerstückeln wegen Hochverrats. Denn er soll ausländischen Herrschern Versprechungen gemacht haben im Gegenzug für Unterstützung gegen den Zaren. Auch der Schatzmeister Nikita Funikov und hunderte weitere Männer sollen sich an einer Verschwörung beteiligt haben und wurden in aller Öffentlichkeit beispielsweise mit kochendem Wasser übergossen, bis sich ihr Fleisch von den Knochen ablöste. Als der Fürst Dmitri Obolensky einmal Kritik am Herrscher äußerte, geriet jener außer Kontrolle und rammte ihm ein Messer direkt ins Herz. Ein anderer Fürst soll in einem Bärenfell eingenäht und von Hunden zerrissen worden sein. Diverse Opfer bekamen Nasen und Genitalien abgeschnitten. Die Brutalität richtete sich auch gegen seine Bediensteten und man kann kaum eine Trennlinie ziehen zwischen einerseits Paranoia und andererseits der nüchternen Machtstabilisierung durch Einschüchterung von Kritikern und Gegnern. Für Massenhinrichtungen und politische Säuberungen setzte er die sogenannten Opritschniki ein. Der päpstliche Legat Antonio Posevino überlieferte die Erzählung, dass Ivan seinen eigenen Sohn und designierten Thronfolger mit dem Eisenknauf seines Stabes geschlagen hätte und damit einen Schädelbruch und ein tödliches Gehirntrauma verursachte. Laut anderen Quellen verstarb der Sohn an einer plötzlichen schweren Krankheit, wobei es sich auch um eine Vergiftung durch Verschwörer gehandelt haben könnte. Ohne Thronfolger, so die Erwartung der Bojaren, zerfällt die gesamte zaristische Autokratie. Eine chemische Analyse der Überreste des Jungen im Jahr 1963 ergab sehr hohe Werte von Quecksilber, Arsen und Blei. Der Engländer Richard Chancellor traf sich mit dem Zaren in Moskau und es kam zu den ersten Handelsbeziehungen zwischen England und Russland. Ivan soll sogar die Absicht gehegt haben, in das Umfeld des britischen Königshauses einzuheiraten. Verschwörer hätten einer These zufolge dies zu unterbinden versucht, indem sie Ivan mit Quecksilber vergifteten und erwirkten. Auch seine Überreste zeigten auffällige Werte der toxischen Substanz. Eine harmlosere Erklärung ist, dass er Quecksilberhaltige Salden verwendet hätte. Aber die schiere Anzahl an verdächtigen Todesfällen in den kommenden Machtkämpfen deutet viel eher darauf hin, dass Giftmorde ein äußerst beliebtes Werkzeug waren. Michael I. Der Nervöse Der als gemäßigt und nervös geltende Michael übernahm sehr jung das Ruder und regierte von 1613 bis 1645 ein chaotisches Land, das von außen militärisch bedroht wurde und in dem sich innen diverse Verschwörer tummelten. Seine Generäle besiegten die Armee eines Hochstaplers, der sich als Thronfolge Russlands bezeichnete, und verhafteten die polnisch-litauische adelige Marina Nischtschek. Ihr Ehemann wurde durch sein Rektum gefehlt, auf dem Roten Platz, Marinka ließ man verhungern, und das vierjährige Kind wurde an der Kremlmauer aufgehängt. Michael verschwendete viel Zeit für extrem aufwendige religiöse Zeremonien. Um eine Brau zu finden, wurden einige junge Mädchen herbeigeschafft, und es gab hinter den Kulissen allerhand schmutzige Tricks, dass sich die Eltern der Mädchen bzw. diverse adelige Bojaren-Clans gegenseitig ausstechen wollten. So wurde Mädchen Gift untergejubelt, um temporär den Eindruck zu erwecken, sie seien als Braut untauglich und nicht gesund genug, um Nachkommen zu zeugen. Zwar Michaels erste Frau Maria Dolgurukova wurde bereits nach wenigen Monaten vergiftet. Als nächstes heiratete er Jevdokia Lukianowna Streschneva, erhöhte die Sicherheitsmaßnahmen und bestand auf altmodische Regeln, wie die Verhüllung und Isolation wie in einem Harem. Sie gebar zehn Kinder, ohne dass dabei Regelungen hinsichtlich der Thronfolge getroffen wurden. Michael litt an Depressionen, die vielleicht durch eine schleichende Quecksilbervergiftung ausgelöst wurden und verstarb im Alter von 49 Jahren. Alexei I. Der Gläubige. Zar Alexei musste die drei Plagen bekämpfen, Typhus, Tartaren und Polen. Er war hochgewachsen und energetisch, zeigte häufig Wutausbrüche und praktizierte eine extreme zeitraubende Religiosität. Moskau war ein wahrer Sündenfuhl geworden mit wilden Saufereien, grassierender Pädophilie, Prostitution und sogar Sex mit Pferden. Alexei versuchte hier durchzugreifen und die Exzesse zumindest auf Hinterzimmer zu begrenzen, indem er Musikinstrumente, rauchen, trinken und die Benutzung von Schimpfwörtern verbot. Er heiratete Maria Miloslavskaya und hatte mit ihr viele Kinder. Nach ihrem Tod heiratete er die Bojarentochter Natalia Naryshkina. Das Volk war überaus wütend auf den Zaren wegen den hohen Steuern und den gierigen hohen Beamten, die sich bei jeder Gelegenheit die Taschen vollstopften. Eine wütende Menschenmenge konfrontierte sogar den schlecht bewachten Zaren direkt und überfiel die Häuser von Ministern. Der Zar musste sich dem unmittelbaren Druck beugen und händigte der wütenden Meute einen seiner Vertrauten aus, der prompt zu Brei geschlagen und durch den Marktplatz geschleift wurde. In einer tränenreichen Rede musste der Zar darum bitten, dass nicht noch weitere wichtige Beamte umgebracht werden. Wenig überraschend gestand er später den adeligen Landbesitzern neue Rechte ein, um Justiz gegen die Bauernsklaven auszuüben, die 90% der Bevölkerung darstellten. Die Bauern galten als Besitz und konnten durch Verbrennen hingerichtet oder lebendig begraben oder mit einer gefährlichen Knute geschlagen werden. Dennoch, wenn Bojare nicht pünktlich zu einem angeordneten Termin erschienen, wurden sie je nach Laune des Zaren auch schon mal gefesselt ins kalte Wasser geworfen. Der christlich-orthodoxe Patriarch Nikon war besessen von der Idee, Moskau sei das neue Jerusalem und selbstverständlich regierte man über die orthodoxe Kirche in die Köpfe der Menschen hinein. In der Ukraine wurden bis zu 100.000 Juden massakriert und man schloss ein Bündnis gegen Polen. Alexei holte sich große Teile der Ukraine, Belarus, Litauen und Weißrussland. Auffällig war die hohe Anzahl ausländischer Berater und ausländischer Offiziere, rund 2000. Aus der Sicht einer modernen Spionageabwehr war dies damals ein extrem hohes Risiko, unterwandert zu werden. Die Schaffung eines Büros für geheime Angelegenheiten sollte das Risiko mindern, allerdings wuchsen Alexei die Probleme über den Kopf. Die Kriege im Ausland verliefen immer schlechter und Moskau geriet kurzzeitig unter die Kontrolle von Aufständischen. Als der Zar mit seiner Frau in einer Kutsche reiste und spontan von Aufständischen umringt wurde, war die Situation äußerst gefährlich. Gerade noch rechtzeitig kamen Truppen herbei und töteten oder verhafteten die Aufständischen. Alexei ließ sich persönlich in den Folterkammern blicken, um die Verhöre zu verfolgen, ohne dabei wohl irgendwelche tieferen Erkenntnisse gewonnen zu haben. Als er die Kirche erneuern wollte und altmodische Gläubige nicht mitzogen, ließ er jene lebendig begraben, sägte Patriarch Nikon ab und machte sich selbst zum Kriechenoberhaupt. Als ein Aufstand von Sklaven und Altgläubigen niedergeworfen wurde, ließ man die Verantwortlichen am Roten Platz in aller Öffentlichkeit foltern, nach den genauen Vorgaben von Alexei. Schläge mit der Knute, Gelenke ausrenken, Brennen mit heißem Eisen, Ausweiden, Vierteilen, Köpfen. Dem falschen Zarensohn Simon wurden am Roten Platz die Gliedmaßen abgehackt und man pfählte ihn durch sein Rektum. So ganz schien Alexei sich die Verschwörer aber nicht vom Hals gehalten zu haben, denn sein Tod im Alter von 47 Jahren an Herz- und Nierenversagen könnte durch die ein oder andere Giftwirkung gefördert worden sein. Der designierte 14-jährige Nachfolger Fyodor war auch sehr krank und dürr. Fyodor III. Der Kurzlebige. Fyodor war Zar in einer chaotischen Zeit, die gekennzeichnet war von dem Streit mächtiger Familien mit den üblichen Konsequenzen. Er heiratete Agafia, die mit ihrem Kind kurz nach der Geburt verstarb. Eine zweite Ehe blieb kinderlos. Fyodor bis im Alter von nur 21 Jahren ins Gras, wobei seine Schwester andeutete, dass er einem Giftmord zum Opfer gefallen sei. Eine Truppe Musketiere umringte den Palast und ermordete höchste Staatsfunktionäre vor den Augen des jungen Peter, der sich nie wieder davon erholen sollte. Ivan und Peter wurden formhalber zusammen als Zaren ausgerufen und die Schwester des verstorbenen Zaren Fyodor namens Sofia Alexejewna übernahm die Regierungsgeschäfte. Den behinderten Ivan wollte man der Öffentlichkeit nicht präsentieren, während der fast zwei Meter große Peter eine imposante Erscheinung war, wenn er nicht gerade einen epileptischen Anfall hatte. Peter I. Der Große. Peter war fasziniert von moderner Technologie, die man vorwiegend im Ausland fand, denn Russland war wegen den Bauernsklaven und der mittelalterlichen Herrschaft sehr rückständig. Er heiratete Yevdokia Lopukhina und gewann vorläufig den schwelenden Krieg zwischen diversen Familien in Russland. Er war ein Säufer, genau wie seine Vertrauten, und machte das Feiern wie ein Rockstar zur Pflicht, was manche Minister nicht überlebten, weil sie an Organschäden zugrunde gingen oder im Suff grundlos gegeneinander kämpften. Solange Peter sie unter den Tisch saufen konnte, waren sie nicht in der Lage, sich an Verschwörungen zu beteiligen. Zur Sicherheit machte er den gefürchteten Bojaren Fyodor Romodanovski zum Chef der Geheimpolizei und zweitmächtigsten Mann im Land. In Großbritannien neigte sich die Ära der katholischen Stewards dem Ende zu und es erfolgte die Machtübernahme des Hauses von Hannover. Peter unternahm eine damals für Zaren ungewöhnlich weite Reise ins Ausland und traf sich mit Sophia von Hannover, Mutter des späteren Königs George I von England. Peter hatte eine Faszination für die menschliche Anatomie und sah sich begeistert Obduktionen in Holland an. Zuhause war er gerne bei Folterungen anwesend und konnte sich in eigens neu eingerichteten Folterkammern ebenfalls die menschliche Anatomie vorführen lassen. Die nach ihm selbst benannte neue Stadt St. Petersburg ließ er von Sklaven unter furchtbaren Bedingungen bauen. Eines von drei Kindern seiner ersten Frau, Jevdokia Lopuchina, überlebte, sowie zwei von zwölf Kindern seiner zweiten Frau, Marta Skavronskaya, die spätere Katharina die erste, was eine ziemlich magere Ausbeute darstellt und natürlich wegen den Umständen verdächtig erscheint. Einem Angriff der Ottomanen folgte ein erbitterter Krieg und endete in einer Verhandlungslösung. Seinen einzigen Sohn Alexei verheiratete er mit Charlotte, eine Prinzessin aus dem einflussreichen Welfenfürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, in einer Hochzeit auf Schloss Hartenfels in Torgau. Ihre Schwester Antoinette heiratete Herzog Ferdinand Albrecht II. und brachte den Sohn Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel auf die Welt, der geheimdienstlich betrachtet von erheblicher Bedeutung war. Er war englischer Provinzialgroßmeister des Freimaurertums für das Herzogtum Braunschweig, Großmeister aller schottischer Logen und zusammen mit dem Prinzen Karl von Hessen und den Herzögen Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar Mitglied im bayerischen Illuminatenorden. Zudem war er ein bedeutender Militäroffizier, der mit britischem Geld Hannover, den Ursprung der britischen Königsdynastie, und Westdeutschland schützen sollte. König George II von Großbritannien verlieh ihm für diese Dienste später den Order of the Garter. Der Sekretär von Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel namens Philipp von Westfalen hatte eine Enkelin namens Jenny, die die Frau von Karl Marx wurde, Begründer des internationalen kommunistischen Programms, mit dem schließlich die Revolution gegen die Zaren durchgeführt wurde. Auch wenn Charlotte selbst keine Superspionin gewesen war und ihre Ehe mit Alexei ein Desaster war, so bekamen noch die Welfen zum ersten Mal so richtig einen Fuß in die Tür von Russland. Aber die Angelegenheit gestaltete sich recht kompliziert, denn Alexei war ein chaotischer Säufer und Charlotte flüchtete sich wieder nach Hause, wo sie nach der Geburt des späteren Zaren Peter II. verstarb. Zar Peter I. verlor recht schnell das letzte Vertrauen in Alexei und witterte wohl zu Recht eine Verschwörung, worauf Alexei nach Europa flüchtete, von der Thronfolge ausgeschlossen wurde und schließlich nach seiner Heimkehr dermaßen hart ausgepeitscht wurde, dass er nach einem Geständnis bald verstarb. Ab 1714 wurde Großbritannien regiert von König George I. aus dem Haus Hannover, entstanden aus dem Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, ein Welfe. Im Deutschen Krieg von 1866 hatte Hannover den Krieg gegen Preußen verloren und die Welfen wurden zusammen mit dem Haus Hessen-Kassel von den preußischen Hohenzollern entthront. Es überraschte nicht, dass die Hannoveraner, Hessen-Kassel und weitere Verwandte in der Folgezeit massive Gegenschläge gegen Preußen vorbereiteten, auch mit verdeckten Mitteln und einer aggressiven Heiratspolitik in Bezug auf Russland. Es ergab sich ein wahrer Kampf zwischen den Hohenzollern und den Welfen um den Einfluss auf das russische Zarentum. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel war zusammen mit Hessen-Marburg, Hessen-Rheinfels und Hessen-Darmstadt entstanden aus der Teilung der Landgrafschaft Hessen. Besonders aus Hessen-Darmstadt stammten künftig viele Ehefrauen von russischen Zaren. Zar Peter der Große überlegte zeitweise seine Tochter mit einem französischen Monarchen zu verheiraten, was bei dem britischen Königshaus und den anderen Welfen wohl die Alarmglocken schrillen ließ. Peter hatte eine Geliebte namens Mary Hamilton aus einer schottischen Familie, die reichlich Chaos auslöste, indem sie Gegenstände von Peters Ehefrau Katharina stahl, Gerüchte verbreitete und möglicherweise auch Dokumente des Zaren entwendete. Da sie auch eine medikamentöse Abtreibung durchführte und ein weiteres Kind nach der Geburt umbrachte, war das Maß voll und sie wurde zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Der Zar hob ihren abgeschlagenen Kopf auf, dozierte vor dem Publikum über die menschliche Anatomie, küsste den Kopf und ließ ihn fallen. Später ließ er ihn in seinem Kuriositätenkabinet ausstellen. Es ist schwierig abzuschätzen, ob Mary eventuell für eine ausländische Macht spioniert hatte. Zar Peter stürzte sich in neue militärische Abenteuer für die natürlich heftige Steuerzahlungen von den Bauernsklaven und ein verpflichtender Militärdienst notwendig waren. Karl Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Gotthorff, kam nach Russland und wollte die Tochter des Zaren namens Anna Petrovna heiraten, um mit russischer Hilfe Schleswig von Dänemark zurückzugewinnen und möglicherweise den schwedischen Thron zu erlangen. Schleswig-Holstein-Gotthorff war eine Nebenlinie des Hochadelsgeschlechts Oldenburg. Die Linie Schleswig-Holstein- Sonderburg-Glücksburg stellt bis heute die Monarchen von Dänemark und Norwegen sowie bis 1974 von Griechenland. Sie ist auch mit dem britischen Königshaus verbunden, da beispielsweise Prinz Philip, Duke of Edinburgh, der Ehemann von Königin Elisabeth II., ebenfalls dazugehört. Karl Friedrich von Schleswig-Holstein-Gotthorff durfte schließlich die Romanov-Zarentochter Anna heiraten. Allerdings mussten die beiden für sich selbst und ihre Nachkommen die Thronfolge ausschließen. Dennoch wurde der gemeinsame Sohn Karl-Peter-Ulrich später doch noch zum Zar Peter III. Aus dieser Linie Romanov-Holstein-Gotthorff stammten bis zur kommunistischen Oktoberrevolution von 1917 die weiteren Zaren. Die Welfen von Braunschweig-Wolfenbüttel hatten bereits ihre Prinzessin Charlotte verheiratet mit dem Zarensohn Alexei und den männlichen Nachfolger und Thronfolger Peter II. hervorgebracht. Zar Peter der Große machte seine Frau Katharina zur Kaiserin und verstarb in nur 52 Jahren, wahrscheinlich an den Folgen von sexuell übertragbaren Krankheiten. Katharina I., die Platzhalterin. Katharina wollte selbst regieren, anstatt ihre Aufgabe komplett an diverse männliche Beamte abzudelegieren, schuf aber dann doch einen Kronrat, um sich zu entlasten. Sie behielt die Tradition der exzessiven Alkoholfeste bei, ruinierte damit ihre Gesundheit und könnte auch von Verschwörern schleichend vergiftet worden sein. Der britische König George I. schmiedete zeitweise eine Allianz gegen Russland, blockierte das Baltikum und es hatte die Möglichkeit bestanden, die Stadt Petersburg anzugreifen. Der psychopathische Fürst Alexander Menchikow, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, hatte währenddessen immer mehr Macht angehäuft, war der eigentliche Herrscher Russlands geworden und ließ seine Tochter verloben mit dem Romanov-Thronfolger Peter II. Später wurde er aber wegen Hochverrat und weiteren Vorwürfen enteignet und nach Sibirien verbannt. Nach dem Tod von Katharina wurde der erst elfjährige Peter II. der formhalber zum Zaren ernannt, aber Menchikow führte die Regierungsgeschäfte. Katharinas Tochter Anna Petrovna hatte, wie bereits erwähnt, eingeheiratet in das Haus Schleswig-Holstein-Gotthorff und verließ wegen den Machtspielen von Menchikow Russland und ging mit ihrem Mann nach Kiel. Ihre Schwester Elisabeth Petrovna sollte eigentlich Karl August von Schleswig-Holstein-Gotthorff heiraten, allerdings verstarb dieser überraschend. Peter II. Der Kränkliche Als Zar und Kaiser war Peter nur ein Spielball der Drahtzieher Menchikow, Dolgoruki und Golitsin. Peter II. befand sich unter dem Einfluss von Fürst Menchikow und versuchte händeringend, die verschiedenen Machtgruppen im Land zu besänftigen. Er erkrankte an einer Rippenfellentzündung, die man sich durch Bakterien, Viren und Pilze einfangen kann. Irgendwann stellte Peter gegenüber Menchikow klar, dass nur ein Romanov das Land wirklich beherrschen dürfte. Kurz darauf wurde Menchikow überraschend krank, hustete Blut und wurde ins Exil verbannt. Hinter dem Sturz von Menchikow steckte auch die Fürstenfamilie der Dolgoruki. Russland erlebte Chaos, denn kaum jemand hielt besonders viel von Peter. Er bekam kurz vor seiner Hochzeit eine Pockenerkrankung, zumindest diagnostizierten ihn die Ärzte damit und starb am anvisierten Hochzeitstag, was auch bedeuten kann, dass er absichtlich von irgendjemandem infiziert worden war. Der Kronrat traf sich, um über die Nachfolge zu entscheiden. Fast war dies das Ende der Romanovs, denn es waren nur fünf Mädchen übrig geblieben. Anna Ivanovna und die drei Deutschen. Anna Ivanovna wurde nach heftigen Verhandlungen 1730 schließlich Kaiserin und verfügte weder über feste politische Verbindungen noch über feste Meinungen. Die einzige Leidenschaft, die sie aufbrachte, galt im Luxus, dem Jagdsport und bizarren Zirkusaufführungen mit zwergwüchsigen Unterhaltern. Eigentlich hätte man erwartet, dass eine der beiden Töchter von Peter dem Großen, also entweder Anna Petrovna oder Elisabeth, den Thron erhält, aber der Kanzler Heinrich Ostermann einigte sich stattdessen mit den Bojaren auf Anna Ivanovna. Anna Ivanovna war aber beileibe nicht das Dummchen, für das sie gehalten wurde. Sie emanzipierte sich als Alleinherrscherin und führte Machtkämpfe gegen die einflussreichen Familien Dolgoruki und Golitsyn. Sie verließ sich bei ihrer Herrschaft auf die sogenannten Drei Deutschen, dazu gleich mehr. Anna nominierte zu Lebzeiten ihre Nichte als Nachfolger, die 13-jährige Anna Leopoldovna, Tochter von Herzog Karl Leopold von Mecklenburg. Und man vermittelte ihr gleich noch als Ehemann den 14-jährigen Welfen Anton Ulrich Prinz von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bewern, der unter Verdacht stand, bisexuell oder schwul zu sein. Das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel gehörte zu Braunschweig-Lüneburg, das wiederum aufging im Welfenkönigreich Hannover, welches wiederum den britischen Thron ab 1714 besetzte. Zarin Anna Ivanovnas kurze Ehe war kinderlos geblieben und sie wurde krank, was möglicherweise auf eine Vergiftung zurückging. Schlussendlich starb sie an einem Nierenstein im Alter von 47 Jahren. Weder die preußischen Hohenzollern noch die russischen Bojaren wollten dabei zusehen, wie Russland unter die Kontrolle der Welfen geriet. Wer waren die berüchtigten drei Deutschen, auf die sich Anna Ivanovna so sehr verlassen hatte? Biron, Münich und Ostermann. Ernst Johann von Biron war ihr Geliebter, ein dominanter Kontrollfreak und Oberkammerherr, der wichtigste Regierungsgeschäfte wie Außenpolitik und wirtschaftliche Angelegenheiten leitete. Er durfte sogar Vormund von dem Baby Ivan dem Sechsten werden, aber letztendlich pokerte er zu hoch. Sein Vernichtungsfeldzug gegen diverse Adelige und tausende andere unliebsame Gestalten machte ihn höchst unbeliebt und schließlich ließen ihn Prinzessin Anna Leopoldoffner, eingeheiratet in die Welfenlinie Braunschweig-Wolfenbüttel und Burkhard Münich verhaften, enteignen und verbannen. Burkhard Christoph von Münich war in der Grafschaft Oldenburg geboren worden und diente beim Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges als Hauptmann den Adelshäusern Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel. Er war auch betraut mit dem Bau von Kanälen vom Landgrafen Karl von Hessen-Kassel. Verheiratet war er mit einer Hofdame in Hessen-Darmstadt namens Christina Lucrezia von Witzleben, Tochter des Sachsen-Gotha-Altenburgischen Kammerjunkers und Landeshauptmannes Hans Heinrich von Witzleben. Nach ihrem Tod heiratete Münich eine Frau, die zuvor verheiratet waren mit dem russischen Gesandten in Mecklenburg-Strelitz namens Mikhail Alekseevich Graf Saltikow. Es ist durchaus denkbar, dass Münich für die Welfen von Hessen-Darmstadt und oder Hessen-Kassel geheimdienstliche Aufgaben übernommen hatte. In Russland wurde er Graf, General und Oberdirektor der Reichsfestungen, Kabinettsminister, Generalfeldzeugmeister, Kriegsminister und Generalfeldmarschall, wodurch er einerseits an die heikelsten Geheimnisse herankam und andererseits die russischen Truppen vergrößern und verbessern konnte. Er wäre auch in einer idealen Situation gewesen, um weitere Spione anzuwerben. Die gewöhnliche Geschichtsforschung weigert sich standhaft, solche grundlegenden Angelegenheiten zu erforschen und gibt dies nicht einmal zu. Man agiert so, als gäbe es diese Fragen gar nicht. Münich modernisierte die Ausbildung der russischen Offiziere und vergrößerte das Heer, verprasste aber auch ein Vermögen an russischen Steuergeldern für die militärische Aufrüstung. Seine Erfolge bei diversen Eroberungsfeldzügen wurden hauptsächlich durch Seuchen geschmälert, da zu dem damaligen Zeitpunkt die Logistik für Massenkriege noch recht schwach entwickelt war. Von der Bereitstellung von sauberem Wasser über Hygiene bis hin zur medizinischen Versorgung. Er beteiligte sich an dem Sturz von Biron, der entweder seine eigene Suppe gekocht hatte oder vielleicht irgendwelchen verschwörerischen Netzwerken angehörte. Münich war zwar involviert in das Defensivbündnis der Preußisch-Russischen Allianz von 1740, aber dabei ging es nicht wirklich darum, den Preußischen Hohenzollern irgendwelche Geschenke zu machen. Die Preußen sollten sich mit den Österreichern gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich bloß nicht den Franzosen ernähren. Münich wurde schwer krank und wurde durch Heinrich Ostermann abgesägt, verhaftet und verbannt. Erst später unter Zar Peter III. durfte er zurückkehren und arbeitete in der Funktion eines Generalfeldmarschalls. Man verpasste Heinrich Johann Friedrich Ostermann den Spitznamen das Orakel, weil er sich üblicherweise in verschwurbelten und widersprüchlichen Sätzen äußerte. Beschrieben wird er als auffällig hässlich und übelrichend. Er heiratete strategisch eine Dame des russischen Hochadels und passte sich den Gepflogenheiten des Landes an. 1730 räumte er den Titel eines Grafen ab und wenige Jahre später hatte er die Verantwortung über auswärtige Angelegenheiten des russischen Staates. Seine Agenda, Russland näher mit Österreich zusammenzubringen, handelte ihm Feindseligkeit ein. Später unter Zaren Elisabeth wurde er verhaftet und verbannt wegen dem Vorwurf, er hätte das Testament von Katharina I. verschwinden lassen, um die Thronfolge zu manipulieren. Es ist schwierig zu beurteilen, ob er einfach viel zu hoch pokerte, Spion einer ausländischen Macht war oder nur unschuldig unter die Räder eines Machtkampfs geriet. Anna Leopoldowna und ihr Baby-Zar Ivan. Münich, der mögliche Agent der Welfen von Hessen-Kassel und oder Hessen-Darmstadt, ging mit seinen Vertrauten mitten in der Nacht zum Winterpalast und traf sich dort mit Anna Leopoldowna und ihrem Ehemann Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der ein Welfenprinz war. Die Gruppe riss den nackten Biron aus dem Schlaf und verhaftete ihn. Anna rief sich zur Herrscherin aus, wobei ihr Baby als Zar Ivan deklariert wurde. Ihr Mann, Münich und Ostermann erhielten die höchsten Titel im Land. Anna war alles andere als eine Herrscherin, denn sie lag stundenlang herum und las Romane, anstatt sich um wichtige Angelegenheiten zu kümmern. Ihr Lover war der deutsche Diplomat Moritz Karl Graf zu Lüner, Geheimrat von Sachsen. Elisabeth Romanoff, ihre Halbtante zweiten Grades, scharrte währenddessen die Opposition um sich und hatte dabei den Support von Frankreich und Schweden, die jedoch zu große Zugeständnisse forderten. Sie kommentierte dazu, bevor ich meine Krone um diesen Preis kaufe, verzichte ich lieber darauf zu regieren. Sie wagte trotz ihrer Bedenken und trotz des hohen Risikos den Staatsstreich im Dezember 1741, zusammen mit dem Preobraschensker Leibgarde-Regiment. Die Regierung wurde abgesetzt und Anna samt Ehemann und Kind in die Verbannung geschickt, wo sie quasi in Geiselhaft gehalten wurden, um sicherzustellen, dass Karl Peter Ulrich von Holstein-Gotthorp, Peter III., nach Russland reisen konnte, ohne entführt oder ermordet zu werden. Elisabeth veranstaltete in der Folgezeit Schauprozesse gegen die ehemals mächtigen Staatsmänner deutscher Herkunft. Es schien wie ein schwerer Rückschlag für die Welfen und den britischen Thron. Die Schlacht war verloren, aber der Krieg ging weiter. Zarin Elisabeth, die Abgeklärte. Elisabeth Romanova regierte von 1741 bis 1762 als Kaiserin von Russland. Sie ließ ihren 13-jährigen Neffen Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein Gotthoff holen und designierte ihn zum Nachfolger. Sie musste eine Verschwörung niederbügeln, bei der preußische Kreise den kleinen Ivan im Exil entführen und für machtpolitische Manöver benutzen wollten. Einer verhafteten Rädelsführerin sollte die Zunge abgeschnitten werden, die Männer ließ man rädern und der vierjährige Ivan kam in Einzelhaft, ohne jemals seine Eltern wiederzusehen. Zarin Elisabeth hatte immer wieder starke Probleme mit ihrer Gesundheit, was natürlich den Verdacht von Vergiftungen aufwirft. Ihre Paranoia steigerte sich im Laufe ihres Lebens in schwindelige Höhen, sodass sie es vorzog, nachts wach zu bleiben und immer in einem anderen Zimmer schlief. Verlobt war sie mit dem Lübecker Fürstbischof Karl August von Schleswig-Holstein Gotthorff aus dem Haus Oldenburg, der aber überraschend an Pocken bzw. vielleicht einem Attentat mit Pockenerregern verstarb. Es gab keinen weiteren Versuch einer Ehe. Ihre weitere Strategie zur Festigung ihrer Macht bestand darin, treue Militärführer zu Adligen zu machen und ihre Neffen und designierten Nachfolger Karl-Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gothorff mit Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, der späteren Katharina II., zu verheiraten. Karl-Peter erlitt einen schweren Fall von Masern, Sophie eine gefährliche Lungeninfektion und Peter hatte später auch noch die Pocken, was ihn unfruchtbar machte. Steckten die Agenten der Welfen dahinter, waren sie in der Lage und Willens, Krankheitserreger einzusetzen. Man nannte Peter wegen seiner unreifen, aufgekratzten Persönlichkeit den kleinen Holstein-Teufel und ein Monster, was ohnehin eine erfolgreiche Zukunft als späterer Zar unwahrscheinlich machte. Ivan Schuvalov wurde zu Elisabeths Liebhaber und übernahm mehr und mehr die Regierungsgeschäfte, während ihre Gesundheit zugrunde ging. Er korrespondierte mit sogenannten Aufklärern wie Helvetius, Diderot und Voltaire. Der britische Botschafter Sir Charles Hanbury-Williams, ein Träger des britischen Barth-Ordens, wollte Elisabeth ganz offiziell für eine Allianz gegen Frankreich und Preußen gewinnen und erreichte einen Vertrag zum Schutz von Hannover, der Heimat der britischen Königsfamilie, gegen einen möglichen Einmarsch der Preußen. Die Zarin und der britische Botschafter verstanden sich persönlich blendend, auch wenn sie sich Österreich und Frankreich warm hielt. Sein Assistent wurde sogar Liebhaber der Zarin, was unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Spionage höchst heikel war. Die Tatsache, dass sich die Gesundheit von Williams bei seinem Aufenthalt in Russland drastisch verschlechterte, er von Depressionen geplagt war und in seinem Posten abgelöst werden wollte, könnte bedeuten, dass ihm jemand Gift in den Tee schüttete oder einen Teekessel benutzte, dessen Metall gezielt mit Quecksilber verunreinigt war. Die Geschichtsschreibung verweist auf seine Syphilis-Erkrankung, fragte aber erst gar nicht nach einer möglichen Vergiftung. Aus dem Siebenjährigen Krieg, ein Konflikt von globalem Ausmaß, ging Britannien als mächtigstes Reich hervor. Elisabeth agierte an der Seite von Frankreich und Österreich, um Preußen auszubremsen, erlitt aber während den Ereignissen einen Schlaganfall und musste zusehen, wie die Staatskasse immer leerer wurde. Sie verstarben mit 52 Jahren und hinterließ als Thronfolger den kränklichen, preußenfreundlichen Peter Fjodorowitsch. Peter III. und Katharina II., die Zerstrittenen. Peter endete sofort den Kurs, sondierte einen Frieden mit Friedrich dem Großen von Preußen und schickte jenem noch 15.000 russische Soldaten, was Preußen wohl von der Niederlage bewahrte. Mit 34 Jahren benahm es sich immer noch wie ein grässlicher Teenager. Katharina, eigentlich Prinzessin Sophie Auguste von Anhalt Zerbst-Dornburg, war seine Cousine zweiten Grades. Die beiden praktizierten eine Art Scheinehe und hatten beide Affären. Ob der Sohn Paul und die Tochter Anna des Paares wirklich von Peter stammten oder von einer Affäre Katharinas ist fraglich. Möglicherweise hatten wir es in der Folgezeit gar nicht mehr wirklich mit dem Haus Romanov zu tun, sondern mit den Nachfahren von Graf Saltikow oder Graf Poniatowski. Peter plante heimlich Katharina abzusägen und seine Geliebte zu heiraten, aber Katharina kam ihm zuvor mit ihrer eigenen Verschwörung. Ihr Geliebter Grigori Orlov, Anführer der Garde-Regimenter, ließ Peter verhaften und wahrscheinlich im Gefängnis umbringen. Die Quellenlage ist schwammig und man geht davon aus, dass die betrunkenen Werte ihn erwirkten. Münig bearbeitete Peter, der völlig von der Verschwörung überrascht wurde und mit seiner Frau quasi die Bedingungen seiner Kapitulation verhandelte. Die Historiker behaupten, es hätte nur persönliche Gründe gegeben für den Sturz Peters und beharren darauf, dass der gewöhnliche russische Adel keinen Anlass gehabt hätte, sich an dem Sturz zu beteiligen. Was fehlt? Die Frage, ob ausländische Geheimdienste mit der Sache etwas zu tun hatten. Immerhin war Peter begeistert von Preußen gewesen und alarmierte dadurch unter anderem den britischen Thron und die Welfen. Katharina brachte anscheinend einen Sohn von dem adeligen Offizier Grigori Orlov zur Welt und behauptete, dass Kind stamme von Peter und habe deshalb Anspruch auf die Thronfolge. Orlov übernahm die Regierungsgeschäfte, die eigentlich Katharina zustanden, machte sich aber nicht allzu wichtig, vermied zu viel negative Aufmerksamkeit und delegierte wichtige politische Angelegenheiten des Innern an andere Personen. Der Formhalber ließe sich zur Alleinherrscherin krönen und regierte offiziell 34 Jahre lang. Orlov verlor irgendwann seine Spitzenposition und ging ins Ausland. In die Zeit der Regentschaft von Katharina fiel auch die große Pestwelle von 1770, die die halbe Bevölkerung Moskaus auslöschte. Soldaten sollen die Beulenpest aus Südosteuropa eingeschleppt haben. Wie auch ihren Vorgängern gelang es ihr nicht, die Bauernsklaverei zu beenden oder auch nur aufzuweichen, denn die gewöhnlichen Adeligen in Russland stellten sich völlig quer und hätten sich gegen Veränderungen mit allen Mitteln zur Wege setzt. Militärisch konnte sie erhebliche Siege verbuchen gegen die Türken und den Zugang zum Schwarzen Meer sichern. Auch ein Teil Polens sowie die Halbinsel Krim konnten an Russland angegliedert werden. Die Ambitionen in Bezug auf Griechenland scheiterten und sie mischte sich auch in den Unabhängigkeitskrieg der USA ein, um die Handelsrouten zu beeinflussen. Der Plan war ihren Sohn Paul von der Thronfolge auszuschließen, was ihr aber nicht gelang. Sie fand für ihn als Frau die deutsche Welfenprinzessin Wilhelmina Luisa von Hessen-Darmstadt, wie sich fortan Natalia nannte, Tochter des Landgrafen Ludwig IX von Hessen-Darmstadt. Aus der Ehe gingen einige Kinder hervor, von denen Alexander völlig von Katharina dominiert und vereinnahmt wurde. Paul hatte regelrechte Panikattacken wegen seiner Mutter. Alexander bekam als Erzieher und Ausbilder den russischen Militärgeneral und Großmeister des Malteser-Ordens Nikolai Saltikow vorgesetzt, sowie den Schweizer Aufklärer Lahab, der ihm sehr nahe wurde. Der Malteser-Orden geht zurück bis auf Katholiken im 11. Jahrhundert, wurde aber mehrfach Ziel von Infiltrationen, wie etwa durch die vertriebenen Tempelritter. Frédéric César de Lahab war ein Schweizer Politiker, der in hoher Gesellschaft Rom und Malta besucht hatte und in Neapel dem Freimaurer-Orden beigetreten war. Alexander schrieb Lahab, er würde lieber neben ihm auf einer Farm leben, als seinen Rang als Thronfolger zu haben. Lahab wurde letztendlich von der Zaren Katharina in die Schweiz heimgeschickt, weil er ihr die Idee ausreden wollte, Alexander als Thronfolger zu implementieren. Als Braut vorherbestimmt für Alexander war Prinzessin Luise von Baden, die künftig unter dem Namen Elisabeth Alexeyevna auftrat. Luise war das dritte von acht Kindern des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden und seiner Frau Amalie von Hessen-Darmstadt. Paul betrachtete die französische Revolution mit Panik und ihm war anscheinend nicht bewusst, welche Rolle dabei die Geheimdienste der britischen Königsfamilie und der Welfen in Deutschland wie Hessen-Kassel gespielt hatten. Der einzige praktikable Ersatzkandidat für den Thronen war Konstantin. Dieser war aber eine recht instabile Person und seine Ehe mit Juliane von Sachsen-Koburg-Saalfeld, umbenannt in Anna, war eine Katastrophe. Er übertrug eine Geschlechtskrankheit an sie, heiratete nach der Trennung später eine polnische Gräfin und musste auf die Thronfolge verzichten. Julianes bzw. Annas Bruder Leopold heiratete Prinzessin Charlotte, die Anwärterin auf den britischen Thron. Leopold wurde König von Belgien und sein Neffe Prinz Albert von Sachsen-Koburg heiratete die britische Königin Viktoria. Der berühmte preußische Politiker Otto von Bismarck bezeichnete Coburg später spöttisch als die Pferdezucht für den Adel Europas. Aus Sachsen-Koburg-Saalfeld entwickelte sich im Laufe der Zeit das Herzogtum Sachsen-Koburg und Gotha, das nahtlos an Hannover den britischen Thron fortführte. Katharina erlitt letztendlich nach offiziellen Angaben einen tödlichen Schlaganfall, was theoretisch auch ein Attentat gewesen sein könnte und Paul wurde Zar. Paul I., der Abgesägte. Paul hatte ein kurzes Gastspiel von 1796 bis 1801 als Zar von Russland. Er hatte eine große Faszination für nutzlose tägliche Militärparaden im preußischen Stil und wollte die gewöhnlichen Adeligen in Russland einschüchtern, indem er sie nach Lust und Laune bestrafte. Er revidierte alle möglichen Entscheidungen seiner Mutter und heiratete die deutsche Prinzessin Wilhelmine Luise von Hessen-Darmstadt, umbenannt in Natalia Alexejewna, Tochter des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Durch die Ehe konnte sich Hessen-Darmstadt finanziell sanieren. Sie kontrollierte Paul und es wurde das Gerücht gestreut, dass sie von dem französischen Agenten André Razumovsky schwanger wurde. Die Geburt des ersten Kindes war ein Fehlschlag. Der tote Fötus infizierte sie und zwei Tage später war auch sie tot. Man kann nicht ausschließen, dass das Kind tatsächlich von Razumovskys stammte und jemand sie deswegen samt Kind umbrachte. Paul heiratete später eine weitere deutsche Prinzessin, Sophie Dorothee von Württemberg, umbenannt in Maria Fjodorowna, die Wunschkandidatin vom Preußen, Friedrich dem Großen. Möglichst schnell wollte Paul die Thronfolge regeln und viele weitere wichtige Veränderungen einleiten. Von nutzlosen Zeremonien war er sogar noch begeisterter als von preußischem Kasernenhof Getue. Graf Giulio Litta von dem Malteseorden machte Paul zum Großmeister. Paul wurde immer mehr zu einer Bedrohung für den britischen Thron und die Welfen, da er einen Krieg gegen Britannien erwog und den französischen Diktator Napoleon Bonaparte als Held betrachtete. Eine Reihe an pro-britischen Funktionären wurden entlassen. Je erfolgreicher Bonaparte wurde, umso begeisterter wurde Paul. Die beiden planten sogar gemeinsam das Territorium von britisch Indien anzugreifen. Der britische Thron musste handeln. Ein Krieg gegen Russland war zu teuer und zu kompliziert, eine Geheimdienstoperation dagegen viel simpler und billiger. Der britische Botschafter Charles Whitworth meldete, der Zar habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Whitworths russische adelige Geliebte beteiligte sich schließlich an den Attentatsplänen gegen Paul. Selbstverständlich untersuchten die Historiker nicht wirklich, ob die Verschwörung gegen Paul auf die Geheimdienste der britischen Krone und der Welfen zurückging. Graf Nikita Panin, der Außenminister unter Katharina II., und Graf Peter von der Palen, Generalgouverneur von Petersburg und Außenminister unter Paul Debs I., rekrutierten für die Verschwörung den furchtsamen und zögerlichen Alexander Romanov. Von der Palen war Großkanzel des Malteserordens und blieb während der Verschwörung selbst unter höchstem Druck stabil, was so ziemlich die wichtigste Eigenschaft eines Agenten ist. Panin verfolgte eine nordische Allianz zwischen Russland, England, Sachsen, Preußen, Polen und Skandinavien, um die Bourbonen und Habsburger einzudämmen. Weitere Verschwörer waren der russische Adelige Platon Subow und der Graf Lewin von Bennigsen, ein Offizier aus einem niedersächsischen Adelsgeschlecht, der für die Welfen von Braunschweig-Lüneburg bzw. Hannover gearbeitet hatte und später die Truppen Napoleons zurückschlug und Oberbefehlshaber der russischen Armee wurde. Zar Paul witterte, dass etwas nicht stimmte und sich eine Verschwörung gegen ihn zusammenbraute. Er wurde richtiggehend paranoid und versuchte Verräter aufzuspüren. Er misstraute Alexander und Konstantin und überlud sie mit haufenweise Aufgaben, damit sie gar nicht die Zeit fänden, sich zu verschwören. Paul zerstörte ausgerechnet diejenigen Männer, denen er eigentlich noch trauen konnte und erholte sich jene ins Boot, die gegen ihn arbeiteten. Man kann spekulieren, ob dies an seiner Inkompetenz lag oder ob die Verschwörer hier mit einer wohlkalkulierten Desinformationskampagne nachhelfen. Palen rekrutierte die notwendigen Leute für die Verschwörung und nutzte einen gemeinen Trick, um auch endlich Alexander für den Plan zu gewinnen. Er verriet Alexander zu einem gewissen Grad an Paul, was es für Alexander unmöglich machte, weiter auf Zeit zu spielen und passiv abzuwarten. Entweder Alexander machte Nägel mit Köpfen oder er ging unter. Palen war für die Sicherheit des Zaren Paul verantwortlich, kannte die geheimen Codes der Wachen von Pauls Palast und hatte diverse Adjutanten für seinen Plan rekrutiert. Selbst als Palen unter Verdacht geriet und mit verräterischen Zetteln in der Jacke kontrolliert wurde, behielt er seine Fassung und zog andere harmlose Zettel aus seiner Tasche. Palen täuschte Paul vor, erfolgreich gegen eine Verschwörergruppe zu ermitteln und ließ ihn dann mitten in der Nacht verhaften. Man bot ihm an im Gegenzug für eine geordnete Abdankung, auf drastische Maßnahmen zu verzichten, aber es brach ein Gerangel aus, bei dem mehrere Männer den Zaren zu Tode prügelten und wirkten. Pauls Sohn Alexander wartete die ganze Zeit im unteren Stockwerk, heulte vor Schuldgefühlen und hatte eigentlich gar keine Lust auf den Thron. Alexander I. Der Freimaurer. Der neue Zar Alexander war ein gebrochener Mann und tat, was ihm aufgetragen wurde. Er schützte die Adeligen wieder vor physischer Bestrafung, verbot die Folter, rief die Kosaken zurück, die nach Britisch-Indien unterwegs waren und wärmte die Beziehungen zu Britannien wieder auf. Hinter all dem steckte Palen, der Alexander wie ein Kind behandelte. Letztendlich wurden Palen und die anderen Verschwörer aber ins Exil geschickt. Laharp kehrte zurück und es gab ernste Gespräche über eine Verfassung, einen halbgewählten Senat und die Abschaffung der Leibeigenschaft der Bauern. Der Freimaurer Mikhail Speransky, auf dessen Bestreben die Freimaurerei offiziell in Russland erlaubt wurde, wollte gar ein quasi-amerikanisches System. Es wurde aber nichts aus diesen Vorstellungen, weil wie üblich der gewöhnliche Adel Russlands dagegen war, dem Land- und Bauernsklaven gehörten und der über die Untertanen recht sprechen konnte. Napoleon Bonaparte wurde währenddessen immer erfolgreicher mit seinen Eroberungen und so wärmte Zar Alexander die Beziehungen zu den preußischen Hohenzollern wieder auf, um Bonaparte einzudämmen. Alexander und seine Geschwister festigten mit ihren Eheschließungen die Bindungen zum britischen Thron. Zar Alexander I. heiratete Luise, Prinzessin von Baden, die sich umbenannte in Elisabeth Alexejewna. Deren Mutter war Amalie von Hessen-Darmstadt. Keine glückliche Ehe. Konstantin heiratete Juliane, Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld, deren Bruder Leopold 1831 König der Belgier wurde. Über ihre Schwester Viktoria war sie eine Tante der britischen Königin Viktoria. Alexandra heiratete Josef Erzherzog von Österreich, Habsburg-Lothringen. Helene heiratete Friedrich Ludwig, Erbprinz von Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Gotha, heiratete später ein in Hessen-Homburg an Hessen-Darmstadt. Maria heiratete Karl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, also Hessen-Darmstadt, Preußen-Niederlande. Katharina heiratete Georg von Oldenburg und Wilhelm I., König von Württemberg. Anna heiratete Wilhelm II., König der Niederlande, Oranje-Nassau. Nikolaus I., der Kaiser von Russland und König von Polen, heiratete Charlotte, Prinzessin von Preußen bzw. Mecklenburg-Strelitz. Michael heiratete Charlotte, Prinzessin von Württemberg, also Sachsen-Hildburghausen. Der Krieg gegen Napoleon 1812 war eine große Herausforderung, denn die Franzosen drangen tief in die russischen Räume vor, verlängerten damit aber auch ihre Nachschubwege und setzten sich der Kälte und Krankheiten aus. Bei dem Rückzug erlitt das französische Heer starke Verluste. Russland erhielt für den Krieg finanzielle Unterstützung durch Großbritannien. Der Ausgang des Konflikts stand auf Messers Schneide und Alexander sondierte sogar ein Notbündnis mit Napoleon, um Zeit zu gewinnen. Die beiden Männer umschwärmten sich bei gemeinsamen Treffen, allerdings zerbrach die Beziehung relativ schnell. Napoleon eroberte Moskau, aber die Russen blieben hartnäckig. Der Winter nahte, die Briten finanzierten Russland und so mussten die Franzosen wieder abrücken. Russland hatte 150.000 von 250.000 Soldaten verloren, was im Vergleich zu den Massenkriegen des 20. Jahrhunderts überschaubare Maßstäbe waren. Allerdings ging Russland damals an die finanzielle und militärische Leistungsgrenze. Russland und Preußen jagten nun gemeinsam die Truppen Napoleons, der sich nicht geschlagen gab, sondern immer neue Soldaten mobilisierte. Es kamen zu ernsthaften Verhandlungen der Herrscher über einen Waffenstillstand, aber dann ging der Kampf weiter auf deutschem Boden. Der Landgraf von Hessen-Kassel nutzte die Dienste von Maya Amschel Rothschild, um sein Vermögen vor den französischen Truppen zu retten. Zar Alexanders neue Geliebte war eine Frau aus der Bankiersfamilie Bethmann und er nahm auch die Dienste der mächtigen Bank in Anspruch. Der britische Außenminister Viscount Kasselrag, der Russland Geld vermittelte für den Krieg gegen die Franzosen, wollte keine ausgedehnte russische Invasion Frankreichs und den Franzosen auch keine allzu harschen Friedensbedingungen aufdrängen, weil sonst die Bourbonen wieder zu viel Rückhalt in der Bevölkerung erfahren hätten und die Angelegenheit auch viel zu teuer geworden wäre. Der Brite Lord Wellington, dessen Truppen über die Rothschilds mit Geld der britischen Krone versorgt wurden, besiegte Napoleon bei Waterloo und Napoleon dankte ab. Russland wagte in Polen das Experiment, dem Menschen mehr Freiheit zu geben und in Livland wurden sogar Bauern aus der Sklaverei befreit, um zu testen, wie man solch eine Veränderung künftig vielleicht in Russland umsetzen könnte. Diverse Geheimgesellschaften destabilisierten die Lage in Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich und zu einem gewissen Grad auch in Russland. Zar Alexander, der offenbar nicht allzu tief eingeweiht war, vermutete eine satanische jüdische Oktopusverschwörung mit vielen Tentakeln. Er dachte, eine geheime Zentrale namens Komitee Zentrale in Frankreich steckte hinter der Verschwörung. Manche russische Adelige hatten sich zwar tatsächlich in Paris in gewisse Kreise verwickelt und wollten die Zarenherrschaft beseitigen, aber letztendlich waren der britische Thron und die Welfen die treibende Kraft hinter den wichtigen geheimdienstlichen Operationen in Europa. Der russische General Alexander von Benkendorf wurde zum Chef der zaristischen Geheimpolizei und überzog Russland mit einem Netz aus Spionen. Bei einem Kongress in Verona im Oktober 1822 stieg Zar Alexander der einflussreichen Britin Lady Londonderry nach. Obwohl sein Ausbilder ein Freimaurer gewesen war, erlaubte Alexander nicht sofort die Aktivitäten des Ordens, sondern ließ zunächst ein Gutachten in Auftrag geben. Nach einem positiven Befund durften ab 1810 Logen betrieben werden und Alexander selbst wurde ein Maurer. Von irgendeiner Aufklärung und Liberalisierung war jedoch in der Folgezeit nichts zu spüren, denn es folgten neue Überwachungsmaßnahmen, eine Zensur der Wissenschaft und eine Ausweitung der geheimpolizeilichen Maßnahmen. Reformen wurden abgeblasen und die Bauernsklaverei blieb bestehen. 1822 mussten auch die Freimaurerlogen und alle ähnlichen Vereinigungen wieder schließen. Ob Alexander 1825 wirklich in Tang an Rock an gesundheitlichen Problemen starb, lässt sich nicht zuverlässig beantworten. Es entstand die Legende, er hätte sich nur zurückgezogen, aber generell wird angenommen, er sei an Typhus erkrankt. Der schottische Mediziner Dr. James Wiley war sein Leibarzt und hatte zudem noch das Sanitätswesen im russischen Militär erneuert. Da er bereits Leibarzt von Tsar Paul I. gewesen war und den Totenschein gefälscht hatte mit der unwahren Todesursache Schlaganfall, steht er generell unter Verdacht. 1814 begleitete Wiley Tsar Alexander I. als Leibarzt nach England. Dort wurde Wiley zum Ritter geschlagen und ihm dann auch noch der Titel eines Baronets verliehen. Seine Ausbildung hatte er von der Edinburgh University und dem King's College bekommen. Eine Autopsie der Leiche von Alexander sei ohne plausiblen Grund erst 32 Stunden nach dem Ableben vorgenommen worden. Das Gesicht der Leiche wurde auf Anweisung mit einem Tuch verhüllt, der ganze Leichnam einbalsamiert und bei einer Exhumierung 1866 war der Sarg laut einem Mythos leer. Damals sei durch Schlamperei die Leiche stark verwest und das Gesicht nicht mehr erkennbar gewesen. Nikolaus I. der Pragmatische. Weder Konstantin noch Nikolaus wollten den Thron, aber letzterer musste dann schließlich doch ran. Sein Kindermädchen war die Schottin Jane Lyon gewesen und sie beeinflusste ihn frühzeitig mit einer heftigen Dosis anti-jüdischer Verschwörungstheorien und Vorurteile, was ihm später auch den Blick vernebelte. Die Militärverschwörung der Dekabristen dieser Niederbügeln und verließ sich auf die Dienste des Geheimpolizeichefs Alexander von Benkendorf. Er heiratete Charlotte von Preußen, die älteste Tochter von König Friedrich Wilhelm III und Königin Luise, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz. Seine Strategie war, das rückständige System Russlands durch nationalistische Propaganda, die orthodoxe Kirche sowie durch immer größere diktatorische Maßnahmen und immer mehr Überwachung durch die Geheimpolizei abzusichern. Benkendorf wollte endlich die Bauernbefreiung angehen und das Land modernisieren, aber dies scheiterte wie immer an dem Widerstand des gewöhnlichen russischen Adels. Er musste die korrupten Verwaltungsbeamten glücklich stimmen und durfte gleichzeitig die Bauernsklaven nicht überfordern. Der Judenhass des Zaren, taktische Überlegungen und womöglich auch seine Falschvorstellungen über jüdische Verschwörerzirkel bewegten ihn zu heftigen Maßnahmen wie der Zwang zur Bekehrung, die Zwangsverpflichtung von Juden für bis zu 25 Jahre Militärdienst und diverse Diskriminierungen. Es folgte der Krimkrieg, bei dem Russland im Vergleich zu den europäischen Großmächten ziemlich alt und rückständig aussah. Viele russische Soldaten hatten überhaupt keine oder eine schlechte Kampfausbildung, unzureichende Ausrüstung, sie wurden oft noch nicht einmal versorgt und der Mangel an Organisation war verheerend. Zahn Nikolaus verstarb vor Ende des Krieges. Die Ehe mit Charlotte brachte sieben Kinder hervor. Alexander II., der spätere Kaiser von Russland. Maria, sie heiratete Maximilian der Boharnä, dritte Herzog von Leuchtenberg, das ist das bayerische Königshaus in Hessen-Darmstadt. Olga, sie heiratete König Karl I. von Württemberg, also Sachsen-Gote-Altenburg, Hannover, Oranien, Nassau, Preußen. Alexandra, sie heiratete Landgraf Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpenheim. Gemeint ist Hessen-Kassel, Dänemark, Schleswig-Holstein, Sonderburg-Lücksburg. Konstantin, ein Großfürst von Russland. Nikolai, ebenfalls Großfürst von Russland und zuletzt Michael, ebenso Großfürst von Russland. Der designierte Thronfolge Alexander verstand sich prächtig mit der britischen Königin Viktoria und heiratete später Prinzessin Marie von Hessen. Als Zahn Nikolaus zu Lebzeiten gegen die Moslems im Kaukasus kämpfte, ernannte er den 62 Jahre alten Graf Mikhail Voronzov zum Vizekönig des Kaukasus und stattete ihn mit umfangreichen Vollmachten aus. Voronzov war in London aufgezogen worden. Sein Vater Simon war Botschafter, seine Schwester heiratete den Earl of Pembroke. Seinen militärischen Ruf erarbeitete er sich bei der Völkerschlacht bei Leipzig und der Schlacht bei Krauen gegen Napoleon. Unter der Tarnung Graf Orlov machte Zahn Nikolaus eine ungewöhnliche Reise zur russischen Botschaft in London. Er hatte Prinz Albert kontaktiert und ein Meeting mit dessen Ehefrau Queen Viktoria verlangt. Die schwangere Viktoria empfing Orlov gleich am nächsten Morgen. Man sprach über Pläne für das ottomanische türkische Imperium und es ist überliefert, dass Viktoria von ihm nicht allzu begeistert war. Eine Politik wie in westlichen Nationen gab es in Russland nicht, weil sie verboten war. Und ansonsten existierten sogenannte Lese-Clubs, in denen ideologische Debatten geführt wurden und natürlich illegale Geheimgesellschaften. Als Millionen Juden in Russland mit neuen Steuern und Regeln drangsaliert, aus den Großstädten vertrieben und vom Land bis jetzt ausgeschlossen wurden, gaben sich einflussreiche Briten entsetzt. Im April 1846 reiste Sir Moses Montefiore, Baronet und Schwager von NM Rothschild, nach Petersburg mit dem Segen des britischen Premierministers Peel, um zu intervenieren, aber erreichte damit nicht viel. Revolutionsbewegungen in Frankreich, Österreich, Berlin, Frankfurt, Budapest und so weiter sollten davon abgehalten werden, auf Russland überzuspringen. Die Bürokratie brachte aber hauptsächlich Berge an nutzlosem Papier hervor und war genauso rückständig wie die Gewehre der Armee. Der Streit zwischen Katholiken und Orthodoxen in Jerusalem entwickelte sich zu einer internationalen Krise, weil die Stadt eine erhebliche religiöse Bedeutung hatte und mit der Religion wiederum die Menschen kontrolliert werden sollten. Der neue französische Herrscher Napoleon III. brauchte den Support der Katholiken und Zar Nikolaus machte Druck auf den türkisch-ottomanischen Sultan Abdülmesid. Der Sultan hatte Frankreich im Rücken und glaubte auch Britannien auf seiner Seite. Alle erklärten Russland offiziell den Krieg und sogar Österreich ließ Russland im Stich. Über den Krimkrieg sprach Vizkorn Palmerston, Britanniens Innenminister, dass es darum gegangen sei, Russlands Ambitionen zurückzudrängen und die Russen aus dem Schwarzen Meer zu vertreiben. Im September 1854 landeten 400 Schiffe auf der Krim, aus denen 60.000 französische und britische Truppen ausstiegen. Russland war militärisch hoffnungslos veraltet, konnte aber dennoch Siege gegen die britischen Truppen erringen, wie zum Beispiel bei der Battle of Balaklava. Es ging Britannien beim Krimkrieg kaum um eine Zerstörung des Russischen Reichs. Russland verfügte über 1,2 Millionen Soldaten und Britannien musste mit einer schlecht bezahlten Freiwilligenarmee ein weltumspannendes Kolonialreich absichern. Frankreich konnte sich ebenfalls keine allzu großen Abenteuer leisten. Schließlich kam es zu einem Verhandlungsfrieden. Der Zar holte sich eine üble Lungenentzündung und starb. Der Nachfolger Zah Alexander II. konnte die Schwierigkeiten, die man im Krimkrieg erlebt hatte, als gewichtiges Argument benutzen, um die Leibeigenschaft der Bauern endlich zu beenden und damit die Macht des gewöhnlichen russischen Adels zu schwächen. Nicht nur verhinderte die Leibeigenschaft bisher eine breitere Industrialisierung, sondern auch die Einberufung von zu vielen erschöpften Bauern zum Militärdienst war unzeitgemäß und schwächte die Landwirtschaft. Der Krimkrieg passte somit in die Agenda des britischen Throns und der Welfen, die längst mehrfach in die Zarenfamilie Romanov eingeheiratet hatten. Das Ziel war, den gewöhnlichen russischen Adel schrittweise zu entmachten. Die Leibeigenschaft der Bauern versorgte den normalen adeligen Grundbesitzer mit einem steten Strom an Steuergeldern und billigen Soldaten. Wegen dem Krimkrieg konnte Zar Alexander die Leibeigenschaft zumindest auf dem Papier beenden, aber die ganz große Reform scheiterte am erbitterten Widerstand der adeligen Grundbesitzer. So bekamen die Bauern ihr Land nicht einfach geschenkt, sondern hatten nur die Möglichkeit es zu kaufen mit 20% Anzahlung und einem Kredit für die Restsumme. Der gewöhnliche Adel Russlands war und blieb eine erhebliche Konkurrenz zum Hochadel Romanovs und ihrer europäischen Verwandten. Es bestand immer die Gefahr, dass sich beispielsweise Frankreich, Preußen oder Österreich heimlich verschworen mit russischen Adelsfamilien, um die Romanovs abzusägen und ein neues Herrschaftssystem zu etablieren. Erst die kommunistische Revolution und der anschließende Bürgerkrieg vermochten, die alteingesessenen Adeligen zu entmachten und zu vertreiben. Alexander II., der Gehetzte. Alexander wurde von Kindheit an mit Hilfe von Experten aus verschiedenen Feldern auf seine Rolle als späterer Zar vorbereitet. 1839 stieß er auf die junge Prinzessin Marie von Hessen, die er zwei Jahre später heiratete. Ihr Bruder Alexander diente zeitweise als Generalmajor in Russland und musste wegen einer unstandesgemäßen Ehe den Namen Battenberg bzw. Mountbatten annehmen. Sein Sohn Ludwig Mountbatten heiratet eine Enkelin der britischen Königin Victoria und aus dieser Ehe gingen unter anderem der berüchtigte Louis Mountbatten hervor sowie Victoria Alice, deren Sohn Philip Mountbatten, Königin Elisabeth II., heiraten sollte. Drei von den Kindern des Zaren Alexander und der Marie von Hessen heirateten wieder in den europäischen Adel ein. Alexander Alexandrovich heiratete Dagmar von Dänemark. Wladimir Alexandrovich heiratete Marie von Mecklenburg-Schwerin. Maria Alexandrovna heiratete Herzog Alfred von Sachsen, Coburg und Gotha. Die gewöhnlichen Adeligen Russlands überlegten sich nach dem Vorbild der USA ein neues politisches System zu etablieren und die Zaren abzusägen oder alternativ eine konstitutionelle Monarchie einzuführen mit weitgehend entmachteten Zaren als Symbolfiguren. Für die Geheimdienste des Zaren war es daher der naheliegendste Schritt, revolutionäre Bewegungen zu infiltrieren und sogar selbst welche zu starten, um so viel Kontrolle wie möglich zu behalten. Hessen-Darmstadt nutzte die Dienste des jüdischen Finanziers Josef Günzburg, der eine Bank in St. Petersburg eröffnet hatte und machte ihn zum Baron. Zar Alexander musste bald einen großen polnischen Aufstand mit viel Aufwand niederschlagen. Zar Alexanders Sohn Nikolai war als Thronfolger vorgesehen, erkrankte aber auf seinen Bildungsreisen durch das Reich mit mysteriösen Schmerzen, die kein Arzt erfolgreich behandeln konnte. Die überlieferten Diagnosen wie Tuberkulose und später Meningitis und Schlaganfall sind nicht sonderlich verlässlich und man muss die Möglichkeit einer gezielten Vergiftung in Betracht ziehen. Zar Alexander wurde zur Zielscheibe für diverse Attentatsversuche und verfügte nicht über ein lückenloses Sicherheitskonzept. Beispielsweise spazierte er jeden Tag im Sommergarten, wo er nicht ausreichend abgeschirmt war. Am 4. April 1866 zog der junge Revolutionär Dmitri Karakus auf, aus der Geheimgesellschaft der Ischutinisten eine Schusswaffe, schoss aber daneben. Der Graf Peter Schuvalov wurde folglich mit der Aufgabe betraut, einen professionellen Dienst von Leibwächtern zu schaffen. Es folgten dennoch weitere Attentatsversuche von diversen Revolutionsgruppen. Die gewöhnlichen Geschichtsbücher über die Zaren verschweigen meist das Ausmaß der Aktivitäten der zaristischen Geheimpolizei, später als Ochraner bezeichnet. Während manche Werke einen begrenzten Blick auf die Angelegenheit werfen und die dünne Schlussfolgerung ziehen, dass die Ochraner irgendwann gegen die Zaren gearbeitet und sich auf die Seite der Kommunisten geschlagen hätte. Das harsche Vorgehen der zaristischen Behörden nachte viele Revolutionsgläubige zu verbitterten Terroristen und es folgte eine Serie von Anschlägen gegen Funktionäre des Staates. Preußen bezwang Frankreich, dank Kredite der Rothschilds, den Zöglingen von Hessen-Kassel und drängte dem Verlierer harsche Friedensbedingungen auf. Die Preußen waren ein ernsthafter Konkurrent in Europa geworden, konnten aber im Bereich der Spionage nicht mithalten. Britannien und Russland teilten sich derweil Afghanistan und Kiewa zu und hielten sich gegenseitig in einer Art Waage. Ein Sprengstoffattentat auf den Zug des Zaren scheiterte knapp, denn unüblicherweise befand sich der Zar im ersten Zug seines Konvois und nicht im zweiten. Eine Sicherheitslücke im Winterpalast konnte ausgenutzt werden, um hunderte Pfund Sprengstoff einzuschmuggeln, die dann auch detoniert wurden, ohne allerdings wie geplant die gesamte Zarenfamilie zu töten. Die Terroristen hatten viele Sympathisanten im Volk, da es den Massen natürlich nicht verborgen geblieben war, wie sich in anderen Ländern die Lebensumstände nach Revolutionen verbessert hatten. Das sechste Attentat verwundete Alexander schließlich schwer und er starb. Alexander III. Der Antisemitische Es ist fraglich, inwiefern Alexander III. tatsächlich glaubte, dass vorwiegend jüdische Verschwörungen hinter den Revolutionsbewegungen, den Mord an seinem Vater, den wirtschaftlichen Problemen und dem Sozialismus steckten. Immerhin hatten seine Verwandten von Hessen-Kassel schrittweise Bankiersfamilien wie die Rothschilds aufgebaut und damit Geldströme der Welfen bzw. des britischen Throns getarnt. Die Vorstellung, dass der winzige Rothschild-Clan und gewöhnliche Juden tatsächlich in der Lage seien, Königshäuser zu stürzen, war damals eine populäre Verschwörungstheorie, die von britischen und amerikanischen Kreisen munter verbreitet wurde. Hätten die Rothschilds in irgendeiner Form den Wünschen der Welfen und britischen Monarchen zuwidergehandelt, wären sie schleunigst vergiftet oder enteignet worden. Jeder Herrscher wusste, dass man Juden prinzipiell als Sündenböcke missbrauchen konnte und auch Alexander Romanov war sich bewusst, dass die Rückständigkeit seines Landes an der Finanzmisere schuld war und nicht irgendeine vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Auch war klar, dass das Volk Russlands wegen Jahrhunderten der Knechtschaft enorm wütend war und sich nicht einfach nur durch kommunistische Propaganda hatte den Kopf verdrehen lassen. Der Geheimdienst von Alexander hatte nicht nur kommunistische Gruppen in Russland, sondern auch im Ausland infiltriert und wusste gut Bescheid über die Strukturen der Revolutionäre. Da die Zaren lange Zeit die jüdische Bevölkerung besonders unterdrückt hatten, schlossen sich so manche jüdische Russen den Revoluzern an. Die Verschwörungsliteratur streckte nach der kommunistischen Revolution weiter an dem Mythos von jüdischen Illuminaten, die eine weitere christliche Aristokratie zerstört und ersetzt hätten durch ein gottloses System. Alexander heiratete Dagmar von Dänemark, Tochter des Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und seiner Frau Luise von Hessen-Kassel. Dagmas fünf Geschwister heirateten in mehrere europäische Herrscherhäuser ein, darunter ihn mit König Eduard VII. von Großbritannien. Dagmar wurde nach der kommunistischen Revolution 1919 von der Krim mit dem britischen Schiff HMS Marlborough abgeholt und reiste nach Dänemark. Angeblich wusste sie nicht, was mit dem Rest der Zarenfamilie geschehen war und ließ den zarentreuen Weißarmisten Sokolow Nachforschungen durchführen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber enorm hoch, dass auch der Rest der Romanovs von den britischen Verwandten evakuiert und dann an einen geheimen Ort gebracht worden war. Der gemeinsame Sohn Nikolaus von Alexander und Dagmar heiratete später Alex von Hessen-Darmstadt und die gemeinsame Tochter Olga heiratete Peter von Schleswig-Holstein-Gotthof. Alexanders jüngerer homosexueller Bruder Sergei verbrachte Zeit in Hessen-Darmstadt und heiratete die Prinzessin Elisabeth von Hessen, Tochter von Großherzog Ludwig IV. und Prinzessin Alles von Großbritannien und Irland, sowie Enkeltochter der britischen Königin Viktoria. Sergei starb 1905 bei einem Bombenattentat und Alexander ließ die Sicherheitsvorkehrungen zusätzlich verschärfen und drangsalierte die Juden noch stärker, die sich rund 30 Jahre später an der bolschewistischen Revolution beteiligten. Alexander verfolgte größere Ambitionen gegen die Türken, erhielt aber dabei keine Unterstützung vom ehrlichen Makler Otto von Bismarck, der kein Interesse daran hatte, dass Russland mit neuen Gebietsgewinnen nach Europa vorstößt und Zugang zum Mittelmeer erhält. Die Geheimpolizei, auch Rana, sibirische Arbeitslager und ein rückständiger, intoleranter Nationalismus mit der Brechstange waren erneut die Mittel der Wahl, ohne dass dadurch die Kontrolle im Land wirklich besser geworden wäre. Hätten die europäischen Adelshäuser mit diesen Methoden geherrscht, wäre ihnen die Kontrolle entglitten und überall hätten sich Widerstandsnester im Volk gebildet. Russland hatte keine Industrialisierung aus eigener Kraft vermocht, weil der gewöhnliche Adel keine Veränderung wollte. Die Mittelschicht aus korrupten Beamten statt Unternehmern bestand und zu viele Menschen noch als Bauern auf den Feldern standen. Jeder Versuch Alexanders für Disziplin zu sorgen, erregte nur noch mehr Wut in den verschiedenen gesellschaftlichen Klassen. Und diese Wut richtete sich natürlich auf den Alleinherrscher, während in Britannien beispielsweise der König schlauerweise in den Hintergrund getreten war und der Unmut der Bevölkerung sich gegen eine Vielzahl an ständig wechselnden Politikern und politischen Ideen sowie gegen diverse Wählergruppen richtete. Die Zarenherrschaft war ein simpel konstruiertes System und deshalb auch deutlich sichtbar und angreifbar. Die britische Herrschaft hingegen war ein ausgeklügeltes Labyrinth, das fast niemand im Volk wirklich verstand. 1890 verlängerte der deutsche Kaiser Wilhelm II. den Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht und machte sich somit zur Zielscheibe. Die Strategie Bismarcks war es gewesen, andere Großreiche auf Distanz zu halten und keines davon gravierend zu benachteiligen oder zu bevorteilen. Aber letztendlich kam es zu einem Bündnis Russlands mit Frankreich und England plus USA gegen Deutschland. 1888 entgleiste der Zug, in dem Alexander mit seiner Familie reiste, wobei es durchaus sein kann, dass hier Sabotage an den Gleisen durch Revolutionäre bzw. Terroristen vorlag. 1894 starb er an den Spätfolgen seiner Verletzungen. Nikolaus II. der Letzte. Nikolaus war Teil der Familien Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel sowie mit dem dänischen Königshaus verwandt, dem britischen Königshaus und er war sogar ein Neffe dritten Grades des deutschen Kaisers Wilhelm II. Er heiratete seine Cousine Alex von Hessen-Darmstadt, Enkelin der britischen Königin Viktoria in einer großen Hochzeit und handelte sich damit für seinen Sohn Alexei die gefürchtete Bluterkrankheit ein, was eine lange Zeit geheim gehalten wurde. Der zaristische Geheimdienst hatte zwar terroristische Kreise, Streikbewegungen von Fabrikarbeitern, die Bauernklasse und die Kreise von Händlern infiltriert, aber es war nicht durchführbar, alle Unzufriedenen zu überwachen, hinrichten zu lassen, einzukerkern oder zumindest einzuschüchtern. Innenminister Vyacheslav von Plewe, zuständig für Sicherheit, wurde selbst Opfer eines Attentats. Um die Jahrhundertwende wurden die sogenannten Protokolle von Zion in den Umlauf gebracht, ein zusammengefälschter Text, der aus der Perspektive eines Anführers einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung formuliert war. Die Protokolle wurden von dem angloamerikanischen Establishment im Westen massenhaft verbreitet, als Ablenkung und Verschleierung der Vorkommnisse. Der russische Innenminister entlarfte die Protokolle als Fälschung. Den gewöhnlichen Russen sagte das unverständliche Kauderwelsch von Karl Marx nicht viel und deshalb wurde die kommunistische Theorie oft auf einfache Slogans reduziert, über Gemeinschaftseigentum und Teilhabe. Der Zar benötigte erhebliche Kredite aus dem Ausland, um das Land am Laufen zu halten. Der gewöhnliche russische Adel rannte auf den Bankrott zu. Das Zarenpaar gab dem Hochstapler Rasputin Zugang zum Hof, der mit seinen Psychotricks den Wunderheiler mimte und scheinbar dem bluterkranken Sohn des Zaren half. Die verschiedenen Funktionäre des Staates durchschauten seinen Hokuspokus sofort und es ist bis zum heutigen Tage unklar, ob er in irgendeiner Form Kontakt hatte zu ausländischen Geheimdiensten. Im Januar 1902 schloss Japan, Russlands Erzfeind, einen Defensivvertrag mit Großbritannien. Den Briten lagen die Japaner natürlich nicht am Herzen, sondern es ging vielmehr um eine wohldosierte Destabilisierung Russlands. Der Zar verlor den russisch-japanischen Krieg, obwohl die russische Armee auf eine gewaltige Größe aufgeblasen worden war. Der Erste Weltkrieg hatte letztendlich den Effekt, das deutsche Reich zu schwächen und Russland aufzuweichen für die kommende kommunistische Revolution. Zu Beginn setzte der Zar vier Millionen Mann in Bewegung, die aber nicht annähernd über genügend Gewehre und Munition verfügten. Britische Hilfe hielt Russland im Krieg und verlängerte das Massensterben der Soldaten. Ende 1917 hatte Russland einen Überfluss von 18 Millionen Granaten und jede Menge Lebensmittel. Von Interesse ist eine Gruppe von einflussreichen Männern aus dem Umfeld der britischen Elite-Universität Oxford und des Geheimdienstes SIS oder MI6. Der russische Adelige Felix Yusupov, der in den Romanov-Klan eingeheiratet hatte, war während seinem Studium in Oxford von der Studentenvereinigung Bullington Club aufgenommen worden, wo sich im Laufe der Zeit britische Könige tummelten, britische Adelige, künftige Politstars und Geschäftsleute wie Nathaniel Philip Rothschild. Yusupov beteiligte sich an dem Plot Rasputin zu töten, der seinen erheblichen Einfluss genutzt hatte, um Stimmung gegen Russlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg zu machen. Hätte sich Russland aus dem Krieg zurückgezogen, wären die Deutschen nicht länger in dem Zangengriff eines Zwei-Fronten-Kriegs gewesen und hätten so gut wie alle Truppen gegen Britannien, Frankreich und die USA einsetzen können. Nach der gewöhnlichen Überlieferung hätte man Rasputin zunächst eine falsch berechnete Menge Gift untergejubelt und dann in einer chaotischen Verfolgungsjagd erschossen. Laut anderen Hinweisen sei Rasputin hingegen vor seinem Tod gefoltert worden, was Teil eines Verhörs gewesen sein könnte, um an Erkenntnisse über mögliche Geheimdienstverbindungen zu gelangen. Der Brite Samuel Hoare, First Viscount Templewood, war ebenfalls im Bullington Club von Oxford gewesen, lernte als Militäroffizier russisch und wurde vom Geheimdienstchef Mansfield Cumming, SIS MI6, rekrutiert, um Verbindungen zu unterhalten zu dem russischen Geheimdienst in St. Petersburg. Hoares Karriere reichte später bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Captain Stephen Alley, ein SIS MI6-Agent, der höchstwahrscheinlich in das Attentat auf Rasputin verwickelt war, war in einem Haus der Familie Yusupov aufgewachsen. Der SIS MI6-Agent John Scale diente in der Propagandaabteilung Anglo-Russian Commission in St. Petersburg, die außerdem noch beteiligt war an den britischen Nachschublieferungen für das russische Militär. Oswald Rayner hatte an Oxford studiert, sich dort mit Yusupov angefreundet und trat schließlich dem SIS bei. Rayner soll der einzige Mann mit einer Waffe am Tatort vom Mord an Rasputin gewesen sein. Eine weitere Bekanntschaft von Yusupov war der Brite Albert Stopford, der Verbindungen hatte zu Queen Victoria, König Edward VII. und König George V. Stopford spionierte für das britische Kriegsministerium. Der Erste Weltkrieg bedeutete für Russland bereits nach einem Jahr 1,4 Millionen Gefallene oder Verwundete sowie 980.000 Soldaten in gegnerischer Gefangenschaft. Die Generäle von Tsar Nikolaus empfahlen ihm 1917 abzudanken und weder sein Sohn noch sein Bruder stand als Nachfolger zur Verfügung. Bei der Rückkehr nach Petrograd wurde er mit seiner Familie im Alexanderpalast unter Hausarrest gestellt. Dann brachte man sie in den Ural. Der britische König George V. bot seinem Cousin Asyl an und der Premierminister David Lloyd George erklärte brav seine Zustimmung zu dem Vorschlag. Der Plan war recht simpel. Der Zar sollte mit seiner Familie in Murmansk ein britisches Schlachtschiff besteigen und schließlich zum Balmoralpalast in Schottland reisen. Plötzlich aber schrieb Lord Stamfordham an Arthur Balfour, dass der König seine Meinung geändert habe. Bis heute wird blind geglaubt, dass der britische Thron seine engsten Verwandten einfach so im Stich gelassen hätte. Das naheliegendste wäre für König George gewesen, die Zarenfamilie heimlich evakuieren zu lassen und die Umstände zu verschleiern. Die russische Revolution. Man müsste die sogenannte Oktoberrevolution von Lenin und seinen Mitstreitern eher die Ochrana-Revolution nennen. Denn die Kommunisten hatten auffälligerweise die Unterstützung des zaristischen Geheimdienstes Ochrana, der eigentlich die Kommunisten bekämpfen sollte. Wir sollen blind glauben, dass wichtige Funktionäre der Ochrana quasi die Seiten gewechselt hatten. Es ist denkbar, dass Geheimdienstler in der aussichtslosen Endphase der Romanov-Ära ihre Geheimnisse an die Kommunisten verkauften und sich dann vom Acker machten. Aber man kann sich kaum vorstellen, dass abgeklärte Geheimdienstler sich naiv für die kommunistische Ideologie begeisterten und das Risiko eingingen, neuen unbekannten Herren zu dienen. Die Kommunisten hätten die alten Ochrana-Kader nach einer Phase des Abschöpfens schlichtweg ermordet. Zudem kam Geld für die Revolution aus Deutschland, England und den USA, das über verschiedene Kanäle geschleust und getarnt wurde. Das Deutsche Reich verhandelte mit den linken Revolutionären auf geheimdiplomatischer Ebene über den möglichen Separatfrieden mit Russland, der es den Deutschen ermöglicht hätte, die Truppe von der Ostfront abzuziehen und an die Westfront zu verlegen. Die Kommunisten benötigten nicht nur Geld für die Revolution, sondern jede Menge deutsche Technologie für später. Die Einmischung durch Deutschland wurde in den vergangenen Jahren etwas näher untersucht in der gewöhnlichen Geschichtsforschung. Aber die Einmischungen der Anglo-Amerikaner blieben weitestgehend tabu. Die klassische Verschwörungsliteratur presste die Revolution ganz einfach in das schwammige und primitive Denkmuster einer jüdischen Illuminaten-Weltverschwörung. Die Forschungen des professionellen Historikers Anthony Sutton über gewaltige Hilfen des Westens an die Kommunisten im Vorfeld der Revolution und nach der Revolution verbesserten unser Verständnis erheblich. Zunächst identifizierte Sutton eine Reihe an westlichen Oligarchen aus Industrie und Banking. Später konzentrierte er sich zudem auf das Netzwerk der Geheimgesellschaft Skull & Bones, die sich als Studentenverbindung an der Universität Yale tarnte und zurückgeht auf Vertreter des britischen Kolonialreichs. Die Forschungen Suttons fanden während dem Kalten Krieg noch Anklang bei der Szene der Verschwörungstheoretiker, gerieten aber nach seinem Tod völlig in Vergessenheit. Suttons Hauptthese war, dass die Sowjetunion nur deshalb vom angloamerikanischen Establishment großzügig mit Technologie beliefert wurde, damit es einen glaubhaften Feind im Osten gab, der als Vorwand diente für Rüstung und die Zentralisierung von Macht. Suttons Thesen hatten aber gravierende Lücken. Warum sollten die angloamerikaner gleich zwei gigantische Feinde im Osten aufbauen und damit ein gewaltiges Risiko auf sich nehmen? Warum griffen die angloamerikaner nicht entschieden ein, als der Ostblock sein Potenzial an ABC-Waffen im größeren Stil aufbaute? Immerhin verdächtigte Sutton, den chinesischen Kommunistenführer Mao Zedong von westlichen Geheimdiensten geführt worden zu sein, die auf Skull & Bones zurückgehen. Leider konnte Sutton zu Lebzeiten keine weiteren Forschungen über China anstellen. Sutton hatte nicht mehr die Zeit, den nächsten logischen Schritt zu machen, die Adelshäuser der Welfen zu untersuchen und den Fragen nachzugehen, ob China und Sowjetrussland an der Spitze unter der Kontrolle des adeligen Establishments standen. Wie bereits in den vergangenen Kapiteln erwähnt, war es den Zaren der Romanovs und ihren Verwandten aus den Welfen und vom britischen Thron nie gelungen, die Macht des gewöhnlichen alteingesessenen russischen Adels zu brechen. Erst mit der Kommunistischen Revolution und dem anschließenden Bürgerkrieg gelang es, den gewöhnlichen Adel zu zerstören und zu vertreiben. Der letzte Zar aus dem Romanov-Klan, seine unmittelbare Familie und ein paar verwandte Großfürsten sollen in Russland von den Kommunistischen Revolutionären ermordet worden sein. Aber es fehlen uns wirklich belastbare Informationen dafür. Die vermeintlichen Toten sind entweder nie aufgetaucht oder man identifizierte die entstellten Leichen einfach anhand von Ausweispapieren in ihren Taschen oder man untersuchte erst 70 Jahre später Knochenfragmente per Gentechnik und ließ dabei alle Möglichkeiten der Manipulation offen. Der britische König George V hatte seinem Cousin, dem Zaren, noch Asyl angeboten, zog dann aber das Angebot zurück. Wäre Zaren Nikolaus samt seiner Familie einfach so mit öffentlicher Ankündigung nach England gebracht worden, wäre der politische Druck sehr groß gewesen, die zarentreuen weißen Truppen zu unterstützen im Kampf gegen die roten Bolschewisten. Jeder hätte erwartet, dass die Zaren beispielsweise in London eine Exilregierung ausrufen. Wenn die ganze Welt stattdessen dachte, die Zarenfamilie sei ermordet worden, machte dies die Angelegenheit deutlich einfacher. Die Zaren hatten von Generation zu Generation geheimdienstliche Kapazitäten aufgebaut, um möglichst immer frühzeitig gewarnt zu sein vor Stimmungsschwankungen im Volk und möglichen rebellischen Verschwörungen. Dabei hat es wohl auch Hilfe gegeben von den Verwandten auf dem britischen Thron und von den Welfen in Deutschland. Man müsste mit erheblichem Aufwand erforschen, wie stark die Briten einen Austausch betrieben mit Russland, was geheimdienstliche Techniken anbetrifft und wie stark die russischen Dienste durch die britischen Dienste bzw. durch die Netzwerke von Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt unterwandert wurden. Dann müsste man noch dringend klären, welche Spionageringe die Romanovs um Welfen aufbauen konnten bei dem gewöhnlichen Adel in Russland. Vor 1881 gab es in Russland verschiedene Geheimpolizeien und Spionagedienste. Danach fasste man alles Wichtige zusammen zu dem vereinheitlichten Dienst Ochrana. Prinzipiell ging die Ochrana extrem aggressiv und gründlich dabei vor, Widerstandsnester zu infiltrieren und Scheinoppositionsgruppen zu führen, um Widerständler in die Falle zu locken. Das Ausmaß der Überwachung ist vergleichbar mit den späteren Ostgeheimdiensten Stasi oder KGB. Die Faktenlage zeigt, dass alle bedeutenden Organisationen der Kommunisten und Sozialdemokraten unter Kontrolle der Ochrana standen und der Geheimdienst auch duldete, dass das Deutsche Reich Millionenbeträge an die Kommunisten schmuggelte. Der Chef der Moskauer Ochrana gründete beispielsweise im Jahr 1902 eine linke Gewerkschaft, die 50.000 Mitglieder anwerben und überwachen konnte. Das gleiche Spielchen lief in Petersburg mit einer Gewerkschaft, die sogar einen Massendemonstrationszug zum Zarenpalast führte. Auch revolutionäre Terrorgruppen wurden geführt, mitsamt Attentaten auf hohe Politiker. Lenin und Stalin waren Agenten der Ochrana und die gesamte Organisation der Bolschewisten war völlig unterwandert. Beim bolschewistischen Parteitag 1912 waren ein Viertel der Stimmberechtigten entweder Agenten oder Spitzel der Ochrana. Die Ochrana konnte jederzeit Bolschewisten bedrohen, verhaften und ins Exil schicken, die nicht mit der Ochrana zusammenarbeiten wollten. Der Agent Roman Malinowski beispielsweise gelangte ins Zentralkomitee der Kommunisten und schuf die berüchtigte Zeitung Pravda mit dem Geld vom Geheimdienst. Es mag so aussehen, als hätte die Führung der Ochrana letztendlich die Zaren verraten. Allerdings muss man hierbei berücksichtigen, dass britische Geheimdienste mehrere Generationen lang Zeit und beste Gelegenheiten hatten, die russischen Geheimdienste zu infiltrieren. Großbritannien hätte niemals so viel verdeckte und später offene Hilfe an die Kommunisten gegeben, ohne verdeckte und feste Kontrolle auszuüben über die leitenden Kommunisten. Der Sozialismus nach Lenins Vorstellung war absolutistisch und autoritär, also genau das passende, um der russischen Bevölkerung auch in Zukunft Freiheit vorenthalten zu können. Zudem war das Wirtschaftsprogramm dermaßen abstrus, dass der Sozialismus nur durch westliche Technologieverkäufe lebensfähig sein würde. Dies wirkte wie ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus. Die spätere kommunistische Revolution in China war im Endeffekt das Gemeinschaftsprojekt der russischen Geheimdienste und der westlichen Geheimdienste und auch in China war der Kommunismus dauerhaft abhängig von westlicher Technologie. Die Ochrana in Russland verfolgte die Taktik der Spaltung der Sozialdemokraten, schürte Gewalt und Gegengewalt und förderte Paranoia unter den verschiedenen Sozialisten, um zu verhindern, dass sich ein breiter, gemäßigter und unabhängiger Block bilden konnte. Der Ochrana-Agent Malinowski durfte ins Parlament Duma um dort viel heiße Luft reden. Seine Gegenkandidaten waren rechtzeitig verhaftet und nach Sibirien gebracht worden. Lenin störte sich nicht an Malinowski, sondern hielt an ihm fest. Damit die Masche nicht sofort auffiel, wurden auch regelmäßig diejenigen Kommunisten kurzzeitig verhaftet, die für die Ochrana arbeiteten. Dabei konnte man diese Verhafteten gleich noch heimlich weiter ausbilden und ihnen aktuelle Befehle zukommen lassen. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass Lenin nicht in irgendeiner Form für die Ochrana arbeitete. Im zaristischen System war Lenins Vater in den Adelsstand erhoben worden und Lenins Bruder wurde angeblich hingerichtet, weil jener sich einer revolutionären Gruppe angeschlossen haben soll, die einen Attentat auf den Zaren plante. Dennoch zählte Lenin zur begüterten Schicht und konnte Jura studieren. Vielleicht war Lenins Bruder ein Infiltrationsagent der Ochrana gewesen und seine Hinrichtung war nur vorgetäuscht. Mehrfach hielten sich die Kommunistenführer lange Zeit im Ausland auf, womit sie sich den neugierigen Blicken der russischen Bevölkerung entziehen konnten. Die Ochrana war dabei im Ausland stark aktiv, die als Kommunisten auftretenden Agenten zu führen und die unliebsamen Kommunisten auszubremsen. Zudem suchten die Revolutionäre im Ausland den Kontakt zu Geheimdiensten aus Deutschland, Britannien und den USA. Ein detailliertes Archiv der Ochrana im Umfang von 16 Kisten landete 1917 im amerikanischen Besitz, weil ein Botschafter namens Malakow zu den Amerikanern überlief. 1941 kam heraus, dass Josef Stalin bis zum Jahr 1913 als Agent der Ochrana gelistet war, also bis zu seiner Einberufung in das bolschewistische Zentralkomitee durch Lehnen. Die vorhandenen Aufzeichnungen über Stalin lassen eine nachvollziehbare Quelle seines Lebensunterhalts vermissen, was darauf hindeutet, dass der Geheimdienst ihm sein Auskommen finanziert hatte. Mehrfach gelang ihm die Flucht aus Straflagern, in die er verbannt wurde, bzw. man ließ ihn wohl einfach flüchten. Mit den Kommunisten schuf die Ochrana eine neue Machtbasis, die nicht sichtbar vom Zarentum ausging und die dauerhaft das Volk von der Macht fernhalten würde. Bekanntermaßen formte sich eine Allianz aus Großbritannien, Frankreich, Russland und später auch Amerika gegen das Deutsche Reich. Zuvor hatte die bismarckische Taktik lange Zeit funktioniert, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen und sich die anderen Mächte mit Beschwichtigungen vom Hals zu halten. Es ist nichts Substantielles überliefert von irgendwelchen erfolgreichen großen Spionage-Missionen der Deutschen gegen die Russen, die Briten oder die Amerikaner. Umgekehrt war Deutschland von den fremden Diensten unterwandert und konnte unter diesen Voraussetzungen gar keine modernen, professionellen und bürokratischen Geheimdienste schaffen. Die Ochrana hat in Warschau eine Geheimdienstaußenstelle betrieben und erbeutete viele geheime Militärpläne Deutschlands und Österreich-Ungarns. Es gelang die Anwerbung des österreichischen Offiziers Alfred Redl, der gegen Bezahlung Militärpläne lieferte und nutzlos gewordene russische Agenten fangen durfte, um eine Spionageabwehrtätigkeit vortäuschen zu können. Zusätzlich konnte Redl wahrscheinlich noch eine unbekannte Anzahl an weiteren Verrätern anwerben. Der Ochrana-Chef, General Gerasimov, behauptete später in seinen offiziellen Memoiren, dass eine Gruppe in Russland den Zaren überredet hatte, gegen Österreich-Ungarn in den Krieg zu ziehen. Serbien war sich natürlich bei dem Attentat von Sarajevo darüber bewusst, Russland als Schutzmacht im Rücken zu haben und es gab definitiv eine russische Beteiligung bei den Vorbereitungen. Der serbische Oberst Dimitrijevic erklärte vor Gericht 1917 ausführlich, mit Einverständnis des russischen Militärattachés gehandelt zu haben. Die Ochrana kannte die militärischen Geheimnisse von Österreich-Ungarn, während den Briten unter anderem der deutsche Schliefenplan bekannt war. Das Deutsche Reich agierte ausgesprochen amateurhaft bei den Versuchen, bolschewistische Revolutionäre zu fördern, in der Hoffnung, dass jene die kriegswilligen Zaren beseitigen. Die Rollen, die die von Deutschland benutzten Agenten wie Alexander Helphand spielten, sind bis heute äußerst fragwürdig. Es gab für die Deutschen eigentlich keinen vernünftigen Grund, Helphand alias Pavus zu trauen und ihm mehrere Millionen Mark auszuhändigen, in der Hoffnung, Russlands Radikale zu fördern und zu einer Revolution anzutreiben. Das eigentliche Budget des Deutschen Reichs für Geheimdienste war verhältnismäßig klein, aber Helphand und undurchsichtige russische Revoluzzer, die von der Ochrana kontrolliert wurden, überschüttete man mit einem Vermögen. Die Bolschewisten in Russland erhielten ohnehin schon viel Geld von amerikanischen Bankiers. Die Gesamtsituation war für das Deutsche Reich mangels konkurrenzfähige Auslandsspionage nicht erkennbar. Das Deutsche Reich hätte niemals solch ein Risiko eingehen dürfen. Das deutsche Innenministerium, das zumindest grundlegende Fähigkeiten von Geheimpolizeiarbeit besaß, riet davon ab, Helpern zu benutzen. Vergebens. Das Deutsche Reich nutzte seine Botschaft in der Schweiz, Schweden, Dänemark und der Türkei, um Netzwerke zu schmieden gegen die Zaren und Kontakte zu knüpfen mit russischen Revolutionären. Helphand leitete eine Handelsgesellschaft in Dänemark als Tarnung, schickte Ware nach Russland und schmuggelte gleichzeitig Geld dorthin. Hätte die Ochrana Helphand misstraut, hätte sie ihn in Dänemark einfach umbringen können. 1917 waren viele Sozialisten und wichtige sozialistische Organisationen in Russland fest entschlossen, den desaströsen Krieg gegen Deutschland fortzusetzen, was bedeutete, dass die Helphand-Mission ein krasser Fehlschlag war. Einer von Helphands Kollegen in der dänischen Handelsgesellschaft war ein Vertrauter Lenins, der wiederum der Ochrana nahe stand und auch von den Amerikanern unterstützt wurde. Der Historiker Anthony Sutton schilderte in seinem Buch Wall Street and the Bolshevik Revolution, wie der deutsche Generalstaat die Reise von Lenin und 32 weiteren Revoluzern in einem Zug von der Schweiz durch Deutschland gestattet hatte. Das deutsche Oberkommando handelte anscheinend zunächst ohne den Kaiser in die Pläne eingeweiht zu haben. Generalmajor Hoffmann schrieb, wir wussten nicht um die Gefahr für die Menschheit und hatten nicht vorhergesehen, was die Konsequenzen sein würden von dieser Reise der Bolschewisten nach Russland. Einflussreiche Kreise der angloamerikanischen Hochfinanz hatten ihrerseits die Bolschewisten unterstützt. J.P. Morgan, die American International Corporation, die Warburgs und andere förderten die kommunistische Revolution, während US-Präsident Woodrow Wilson am 28. November 1917 anordnete, die bolschewistische Revolution nicht zu torpedieren. Dokumente des US-Außenministeriums zeigen, dass die National City Bank, kontrolliert von den Stillmans und Rockefellers, und der Guarantee Trust, Morgan, substanzielle Kredite vermittelt hatten an die kriegswilligen russischen Zaren, bevor die USA überhaupt offiziell dem Ersten Weltkrieg beitraten. Guarantee Trust, die National City Bank und weitere Vertreter der amerikanischen Hochfinanz benutzen als Tarnung das Rote Kreuz, um in Russland die bolschewistischen Revolutionäre zu fördern. Diese Mission des Roten Kreuzes bestand zum Großteil aus Anwälten, Finanziers und deren Assistenten. Später erfolgte eine inoffizielle diplomatische Anerkennung der neuen kommunistischen Regierung durch die USA, sowie massenhaft Verkäufe amerikanischer Technologie nach Russland. Instrumentell war dabei die Geheimgesellschaft Skull & Bones, aus der später der Geheimdienst OSS und danach die CIA erwuchs. Wichtige russische Revolutionäre arbeiteten wohl nicht nur für die Ochraner, sondern auch für Bones und oder die britischen Dienste. Deutschland konnte sich trotz der Zwei-Fronten-Situation militärisch gegen Russland behaupten und das Osmanische Reich schloss sich dem Krieg an. Es gelang schließlich den britischen Geheimdiensten, das Osmanische Reich zu infiltrieren und den Sultan zu stürzen. Das Deutsche Reich und das Osmanische waren mit ihren gemeinsamen Aktionen und Wirtschaftsprojekten wie der Bagdad-Bahn zur Erschließung von Öl zu einer Bedrohung geworden. Am 15. März 1917 dankte Zaren Nikolaus offiziell ab und es folgte die Bildung einer bürgerlichen Übergangsregierung, die Internierung der Zarenfamilie sowie weitere Verhaftungen. Aber die Ochraner hatte nach wie vor ihre Agenten überall. In Finnland bereiteten Lenin und Trotzki den kommenden Oktober-Militärputsch vor. Lenin kam nach Petrograd stolziert, propagierte Frieden und vor allem ein Ende des Kriegs gegen Deutschland und den Rest der Mittelmächte. Vom Deutschen Reich gab es sogar militärische Hilfe in Form von Immigranten, die zurück nach Russland geschickt wurden, als Kampfbataillone. Auch die passenden Waffenlieferungen von Deutschland nach Finnland wurden organisiert. Ein Bericht des Auswärtigen Amtes an die oberste Heeresleitung vom 29. September 1917 hält fest, die Bolschewiki-Bewegung hätte ohne unsere stetige, weitgehende Unterstützung nie den Umfang annehmen und sich den Einfluss erringen können, den sie heute besitzt. Das Auswärtige Amt verzeichnete Gesamtbeträge von 50 Millionen Mark, die an die kommunistischen Revolutionäre in Russland übergeben wurden. Kerenskys kurzlebige Übergangsregierung ließ Lenin anklagen wegen Hochverrat, aber dieser tauchte problemlos unter, ging nach Finnland und sondierte gemeinsam mit Trotzki und seinen Hintermännern die Lage. Wichtige russische Offiziere waren auf die Seite der Bolschewisten gezogen worden, insbesondere in der Hauptstadt Petersburg. Die Roten Garten zogen los, besetzten wichtige Schaltstellen der Regierung und den Winterpalast. Die Kommunisten folgten dem Standardprogramm für Revolutionen. Bürgerliche Rechte wurden aufgehoben, nicht bolschewistische Parteien und Zeitungen verboten. Eine hastig anberaumte Wahl zur Scheinlegitimierung geriet zum Desaster, denn das russische Volk favorisierte mit überwiegender Mehrheit die gemäßigten Sozialdemokraten. Eine verfassungsgebende Versammlung wurde schnell abgeblasen und mit Waffengewalt ließen sich wütende Proteste ersticken. Die neue Regierung kontrollierte zwar zunächst nur die Metropolen Petersburg und Moskau, schloss aber einen Friedensvertrag mit Deutschland. Zu dem Zeitpunkt war das deutsche Reich bereits gebrochen und musste sich dem Vertrag von Versailles fügen. Es folgten drei Jahre Krieg zwischen den roten Kommunisten und den weißen Anhängern der alten Ordnung. Die Weißen waren zerstritten und wurden von britischen sowie amerikanischen Geheimdiensten systematisch verraten und sabotiert. Dieser Bürgerkrieg zerstörte und vertrieb den traditionellen gewöhnlichen Adel Russlands, der seit ewigen Zeiten existiert und immer ein Gegengewicht zu den Zaren dargestellt hatte. Der angebliche Mord an der Zarenfamilie. Die Zarenfamilie wurde nach Yekaterinburg am Ural gebracht. Der britische Thron kündigte offen an, die eng verwandten Zaren zu sich zu holen, entschied sich dann jedoch dagegen. Das naheliegendste wäre gewesen, den Tod der Zaren vorzutäuschen, die Zarenfamilie aus Russland herauszuschaffen und beispielsweise in Dänemark zu verstecken, wo ebenfalls Verwandte auf dem Thron saßen. Nach der gewöhnlichen Geschichtsschreibung wurden die Mitglieder der Zarenfamilie in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 durch ein Kommando des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes Tschecher im Keller des Ipatiev-Hauses bei Yekaterinburg ermordet, die Leichen weggeschafft oder verbrannt und die Knochenreste teils in Säure aufgelöst. Lenin soll über den Tod der Zarenfamilie entschieden haben, obwohl er angewiesen war auf den Segen des britischen Reichs und sehr verwundbar war. Der Tschechist Ermakov soll angeordnet haben, den Motor eines LKWs im Hof des Ipatiev-Hauses aufzudrehen, um den Mord zu übertönen. Man lockte der Legende zufolge die Zarenfamilie in den Keller, verlass kurz das Todesurteil und eröffnete das Feuer, wobei es mehrere Salven und den Einsatz von Messern brauchte, um alle zu töten. Die Leichen schaffte man überall davon, holte sie kurz darauf wieder hervor, benutzte Feuer und Säure und verbudelte die Reste. Warum hatte die Tschecher nicht einfach Gift benutzt und die Leichen mit Dynamit gesprengt? Wäre das nicht viel simpler und professioneller gewesen? Die angeblichen Mörder machten keine Fotos, keine Filmaufnahmen, es gab kein Geständnis, dass der Zar schreiben musste, keinen Schauprozess, nichts. Erst viele Jahrzehnte später, nach dem Ende der Sowjetunion präsentierten russische, britische und amerikanische Wissenschaftler einen DNA-Beweis anhand von Knochenresten aus einem Waldfund, der aber leicht hätte manipuliert werden können. Die Bolschewissen sagten bis 1926 gar nichts Konkretes zu dem Verbleib der Romanovs und sprachen dann von einer wahrscheinlichen Ermordung. Wir müssen zunächst verstehen, dass eine größere Anzahl an Mitgliedern der Romanov-Dynastie bestätigtermaßen ins Ausland flüchten konnte. Im April 1919 verließ beispielsweise eine Reihe an Romanov-Großfürsten die Krim in einem britischen Marineschef. Königin Alexandra von Großbritannien, also Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg, Königshaus Dänemark, sowie Hessen-Kassel, war die Tante des letzten Zaren, also die Schwester von Maria Fyodorowna. Nach der Revolution wurde Maria auf die dringende Bitte von Alexandra von der Krim mit dem Chef HMS Marlboro in Sicherheit gebracht. Sie reiste über England nach Dänemark und ließ sich in der Sommerresidenz Hvidöre bei Kopenhagen nieder, von wo sie die Untersuchungen des Weißarmisten und ausgebildeten Richters Nikolaj Alexeyevich Sokolov finanzierte. Von Sokolov stammen fast die einzigen verwertbaren Angaben über den Tatort und Zeugenaussagen, die in einem Buch veröffentlicht wurden. Die Weißarmisten konnten zwar rund acht Tage lang nach dem angeblichen Mord an den Zaren das Epatievhaus besetzen und Beweismaterial sammeln, aber acht Tage sind eine lange Zeit. Erst ein Jahr später konnte Sokolov überhaupt erst beginnen, das Material systematisch auszuwerten und es war ihm nicht gelungen, die Leichen zu finden, obwohl es 1979 zwei Amateuren gelungen sein soll, ganz in der Nähe die Überreste aufzuspüren. Da es sich bei Sokolov um den Weißarmisten nicht um Trottel handelte, waren damals wahrscheinlich gar keine Leichen in der Nähe zu finden. Neben Maria Fyodorovna, Mutter des letzten Zaren, waren auch ihre beiden Töchter Xenia und Olga samt Angehörigen aus Russland geflohen. Weitere Flüchtlinge waren die Brüder Nikolaj und Peter Nikolajevich Romanov mit ihren Familien. Nach einem kurzen Aufenthalt bei seinem Schwager, dem italienischen König Viktor Emanuel III, reiste Nikolaj mit seiner Frau in die Nähe von Paris weiter, während Peter nach Südfrankreich ging. Maria Pavlovna flüchtete mit ihren Söhnen Boris und Andrei Vladimirovich sowie deren Geliebten. Ihr ältester Sohn Kirill Vladimirovich türmte mit Frauen und Kindern über eine nördliche Route nach Finnland. Dimitri Pavlovich emigrierte nach Paris. Mikhail Alexandrovich Romanov, der jüngere Bruder des Zaren und somit theoretischer Thronfolger, war inhaftiert, seine Familie unter Überwachung. Bei ihrer Verbannung nach Perm begleitete sie der britische Sekretär Nicholas Johnson. Den Sohn hatte man rechtzeitig über Deutschland nach Dänemark geschmuggelt. Mutter und Tochter türmten in die Ukraine und schließlich über Odessa an Bord eines britischen Kriegsschiffs nach Großbritannien. Die Tschecher fahndete dann auch nach dem verschwundenen Mikhail und seinem Sekretär. Hinterher wurde behauptet, die Kommunisten hätten die beiden im Wald erschossen und vergraben, aber es waren nie irgendwelche Leichen aufgetaucht. Mehrere Romanovs befanden sich zeitweise in der Nähe des Zaren und dessen Familie in Yekaterinburg, so wie Elisaveta Fyodorovna, eine geborene Prinzessin von Hessen-Darmstadt. Andere Romanovs hielten sich auf bei Alpajewsk. In der Nacht sollen sie im Wald in einem Bergwerksschacht gestoßen worden sein. Den Großfürsten Sergej Mikhailovich erschoss man der Legende zufolge, den Rest erledigte bzw. verwundete man mit Granaten und drei Tage später schüttete man den Schacht zu, weil immer noch Personen darin am Leben gewesen sein sollen. Die anrückende Weiße Armee identifizierte die stark entstellten Leichen später nur anhand von Ausweispapieren. Prinzessin Elena Karadorevich von Serbien, in Russland bekannt als Großfürstin Elena Petrovna, durfte nach Norwegen ausreisen, nachdem bereits ihre Verwandten dorthin geflüchtet waren. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1919 wurden noch laut Legende die vier Romanov-Großfürsten Nikolai Mikhailovich, Paul Aleksandrovich, Dmitri Konstantinovich und Georg Mikhailovich in der Peter-und-Paul-Festung an die Wand gestellt und erschossen. Augenzeugen gibt es dafür keine, Fotos erst recht nicht, sondern nur Gerüchte und Hörensagen. Drei der Leichen sollen einfach in einen Massengrab in der Festung geworfen worden sein und wurden dort nie aufgefunden und zweifelsfrei identifiziert. Dimitris Leiche soll laut dem Buch Gilded Prism von Greg King in einem Garten in Petersburg gelandet sein. Der angebliche Mord an Zahn Nikolaus II. und seinen unmittelbaren Angehörigen gilt unter Historikern als aufgeklärt. Allerdings genügt diese Sichtweise keinen modernen Standards der Kriminalistik. Es wurde sowieso von Historikern nie ernsthaft in eine andere Richtung geforscht und richtige Geheimnisse werden prinzipiell nicht angetastet. Die Bolschewisten mussten zeigen, dass ihre Revolution endgültig ist und dass man es nicht die nächsten Jahrzehnte mit einer zaristischen Exilregierung in England oder Dänemark zu tun haben wollte. Dann hätte man aber mindestens kurze Schauprozesse protokollieren und vor allem die Hinrichtungen fotografisch festhalten können, um Macht zu demonstrieren und jede Hoffnung auf eine Rückkehr der Zaren zu zerschlagen. Alles, was man gebraucht hätte, war etwas Papier und eine Fotokamera. Zusätzlich wäre es leicht gewesen, die Leichen einzuäschern oder mit Dynamit zu sprengen, damit niemals die Weißarmisten die Leichen in die Hände bekommen und deren Gräber dann zu heiligen Pilgerstätten machen. Anstatt diese einfachen und naheliegenden Ideen umzusetzen, hatten die Bolschewisten gemäß der Legende ihre wichtigsten Gefangenen monatelang herumsitzen lassen, dann in amateurhaften Nacht- und Nebelaktionen umgebracht, die Leichen nicht gründlich entsorgt und schließlich noch öffentlich zu lange zu der Angelegenheit geschwiegen. Wie bereits erwähnt, hatten die Kommunisten acht Tage Zeit nach dem angeblichen Mord, bevor die Weißen das Epatjev-Haus bei Jekaterinburg erreichten und besetzten. Warum hatte man nicht die Zarenfamilie rechtzeitig fortgeschafft, in eine sichere Gegend? Die Weißen machten Fotos, sammelten Gegenstände auf und befragten einen Haufen Personen, von denen praktisch niemand etwas Konkretes gesehen hat. Erst ein Jahr später konnte Nikolai Sokolov beginnen, das Material systematisch auszuwerten. Ein überliefertes Foto aus dem Keller soll den Tatort zeigen, an dem elf Menschen auf engstem Raum zusammengeschossen und erstochen worden wären. Die Menge Blut hätte mehrere Putzeimer füllen können, aber auf den Fotos ist davon nichts zu sehen. Die Einschusslöcher sind auch nicht mehr vorhanden, weil die entsprechenden Stücke der Wand und wohl auch die Geschosse entfernt wurden. 1977 wurde der Abriss des Hauses befohlen, weil es laut Sowjetlogik nicht genügend historisch bedeutsam war. Zwei Männer namens Avdonin und Ryabov seien in Sokolovs Buch auf ein Foto von der Nähe des Tatorts gestoßen, hätten den Ort schließlich 1979 besucht und spontan die Leichen gefunden. Drei Schädel hätten sie mitgenommen und ein Jahr später wieder zurückgelegt. 1989, also gegen Ende der Sowjetunion, veröffentlichte Ryabov seinen Fund und zwei Jahre später kam es dann zur Exhumierung. Diese Darstellung scheint ein Märchen zu sein. Einer anderen Erzählung zufolge fanden Arbeiter in Yekaterinburg neun Skelette zufällig bei Ausgrabungen. Russische, britische und amerikanische Forensiker waren sich einig, dass die Überreste der Romanovs gefunden worden seien. Die DNS-Prüfungen wurden durchgeführt vom Russen Dr. Pavel Ivanov und von Dr. Peter Gill vom Forensic Science Service in Großbritannien. Großzügigerweise spendete Prinz Philip Mountbatten, der Ehemann von Königin Elisabeth II. von Großbritannien, der engstens mit den Zaren verwandt ist, eine Blutprobe zum Abgleich. Gegengeprüft wurde dies von Dr. Erika Hagelberg von der University of Cambridge. Dies bedeutet, dass die Untersuchungen ausgerechnet von Forschern aus jenen Ländern durchgeführt worden waren, die ein Interesse daran haben, die Zaren für tot zu erklären. Die DNS war bereits weitestgehend zerstört und die Überreste waren in der Obhut des russischen Staates gewesen, wo jemand sie leicht hätte kontaminieren können. Wenn kaum noch brauchbare DNS vorhanden ist, vermehrt man die vorliegenden Fragmente künstlich mit einer Methode wie der PCR. Eine Verunreinigung würde somit auch vermehrt werden. 2004 kritisierten Wissenschaftler aus den USA die Ergebnisse des britischen Forensic Science Service und äußerten die Vermutung, dass die Knochenreste unabsichtlich oder absichtlich kontaminiert worden sind. 2007 sollen Amateurarchäologen nur 70 Meter entfernt von der Fundstelle die Knochenreste von bisher noch nicht aufgetauchten zwei Zarenkindern entdeckt haben. AFDIL wurde herangezogen für die Tests, weil Peter Sarandinaki von der Stiftung Scientific Expedition to Account for the Roman of Children die russische Regierung dazu überreden konnte. In einem Museum soll plötzlich ein altes Hemd vom Zaren mit Blutspuren aufgetaucht sein, das er getragen habe bei einem Attentatsversuch in Japan. Nach anderen Angaben sei es ein Schal oder ein Stofftaschentuch gewesen. Wie durch ein Wunder sei es damals nicht weggeworfen, sondern aufgehoben worden. Und zudem hätte man sogar eine DNS-Probe daraus gewinnen können, obwohl der Stoff und das Blut fast 100 Jahre lang Sonneneinstrahlung und Sauerstoff ausgesetzt waren. Der Wissenschaftler Rogaev war begeistert. Mit der PCR-Methode seien alle einzelnen Leichen identifiziert und mit der Blutspur auf dem Hemd bzw. dem Tuch verglichen worden. Der japanische Wissenschaftler Tatsuo Nagai zweifelte bereits 1997 die Untersuchungsergebnisse an und verglichen 1999 Haarproben von Georgi Romanov mit der Gensequenz, die Dr. Peter Gill vom Forensic Science Service in Großbritannien präsentiert hatte. Es war keine Übereinstimmung. Die kritisierten Forscher erwiderten, dass die Haarprobe verunreinigt gewesen sei, ohne einzugestehen, dass die Russen die angeblichen Romanov-Leichenreste möglicherweise gezielt kontaminiert hatten. Dann gab es noch eine Untersuchung des Teams von Dr. Alec Knight an der Stanford University, die von anderen Wissenschaftlern gegengeprüft und in der Fachpublikation Annals of Human Biology veröffentlicht wurde. Knight kritisierte die Anwendung der PCR-Methode durch Dr. Peter Gill vom Forensic Science Service. DNS aus Knochen, die über 70 Jahre lang in geringer Tiefe unter der Erde lagen, in einer Gegend, wo es im Sommer recht warm wird, müsse dermaßen stark zerfallen sein, dass man kaum längere Stücke als 250 Basenpaare finden kann. Wenn also eine Sequenz von 1000 2223 Basenpaaren in allen neun Leichen nachgewiesen wurde, könne es sich dabei nur um eine Verunreinigung handeln. Dr. Knight und sein Team untersuchten zudem die DNS eines Fingers von Elisabeth, der Schwester von Zahn Nikolauses Frau Alexandra. Peter de Knieff, Leiter des forensischen Labors für DNS-Forschung an dem Leiden University Medical Center in Holland, stimmte zu, dass die ursprünglichen Untersuchungen von Gill und Ivanov nicht wirklich überzeugen. Ivanov weigerte sich zudem, sich in die Karten schauen zu lassen, im Hinblick auf das blutbefleckte Stofftaschentuch oder Hemd, mit dem der Zar angeblich in Japan eine Wunde betuft hatte. Die Details zu dieser angeblichen 100 Jahre alten Blutprobe behielt Ivanov für sich und behauptete, dass nach seiner Untersuchung die DNS nun endgültig zerfallen sei. Der Jurist Daryl Litwin sprach mit einem Experten für russische Geschichte an der Hoover Institution an der Universität Stanford, der im Fall Romanov eine Neubewertung empfahl. Wenn wir also keine überzeugende DNS-Analyse vorliegen haben, überzeugen die Leichenfunde nicht und ohne Leichen ist es nach den Maßstäben der Kriminalistik nicht bewiesen, dass die Zarenfamilie ermordet wurde. Wenn heutzutage ein Staatsanwalt eine Person des Mordes anklagen will, aber keine Leiche aufgetaucht ist, dann hat der Staatsanwalt ganz schlechte Karten. Man muss sich die Tragweite dieser Angelegenheit vor Augen halten. Unser herkömmliches Geschichtsverständnis des 20. Jahrhunderts basiert auf einer lächerlichen DNS-Analyse von uralten Knochen, die in der Obhut des russischen Staates waren und wahrscheinlich bewusst kontaminiert wurden. Wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Zarenfamilie getürmt war, dann wäre sie höchstwahrscheinlich bei den Verwandten in Großbritannien oder Dänemark untergetaucht. Wenn wir dann noch die Fakten mit einbeziehen, wie der britische Thron und generell das angloamerikanische Establishment, die Kommunisten in Russland vor, während und nach der Revolution gefördert hatten. Und wenn wir die Rolle des zaristischen Geheimdienstes Ochrana beim Aufbau der Kommunisten betrachten, dann wirkt die Revolution nicht wie das Ende der Romanov-Herrschaft, sondern wie ein Neubeginn als Schattenherrscher. Mit der Revolution und dem Bürgerkrieg gelang endlich das, was man über Generationen hinweg nicht vermocht hatte, die Zerstörung des gewöhnlichen Adels in Russland. Die russischen Behörden und die orthodoxe, staatlich kontrollierte Kirche starteten 2015 eine lächerliche Untersuchung über die Frage, ob die Zaren durch einen jüdisch-satanischen Ritualmord ums Leben gekommen wären. Diese billigen und kitschigen Verschwörungstheorien sollen nicht nur ablenken von echten Neuuntersuchungen, sondern den uralten Mythos am Leben erhalten, dass die Revolution damals das Werk von satanischen Illuminatenjuden gewesen sei. Da der Diktator Stalin später haufenweise Führungsmitglieder der kommunistischen Partei zum Tode verurteilte und sich auch eine gewisse Quote an Juden darunter befand, seien der Propaganda zufolge die jüdischen Illuminaten in Russland eliminiert worden. Wladimir Putin, das heutige russische Staatsoberhaupt, verkörpere die Tatkraft von Stalin und den traditionellen Edelmut der Zaren. Mit diesem Kniff lädt man den Juden die übelsten Kapitel der sowjetischen Geschichte auf und präsentiert das Putin-Regime gleichzeitig als den schärfsten Gegner der jüdisch kontrollierten NATO-Sphäre. Roter Stern über China Jeder gewöhnliche Historiker für neuere, neueste Geschichte weiß natürlich, dass es bei dem Bürgerkrieg Chinas massive Einmischungen der Russen und der Anglo-Amerikaner gab, weil diese beiden Supermächte es nicht dem Zufall überlassen wollten, wie sich China weiterhin entwickeln wird. Immerhin handelte es sich damals bereits um eine gigantische Landmasse und rund ein Viertel der Weltbevölkerung. Was die Historiker aber wieder einmal fast komplett ausblenden und versäumen, ist das, was auf der geheimdienstlichen Ebene abgelaufen war. Nach der gewöhnlichen Geschichtsbetrachtung verloren die chinesischen Nationalisten trotz der Hilfe der Anglo-Amerikaner wegen Unentschlossenheit und mangelnder Organisation gegen die chinesischen Kommunisten, die von der Sowjetunion unterstützt wurden. Die Sowjets diktierten den Chinesen nach erfolgreicher Revolution recht harsche Bedingungen für die brüderliche Freundschaft, aber China sei dann trotzdem eigene Wege gegangen und zu einer souveränen Supermacht geworden, mit einer viel größeren Wirtschaft als Russland. Mao und Stalin hätten sich nie leiden können und die beiden sozialistischen Staaten trauten sich nie über den Weg. Punkt. Ende der Geschichte. Ein abgeschlossenes Kapitel, das nur noch staubige Historiker interessiert. Sobald man aber grundlegende geheimdienstliche Vorgänge untersucht bei der chinesischen Revolution, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Gerade wenn wir vom Kommunismus sprechen, dann haben wir es mit einer Ideologie zu tun, die nicht in China entstanden und entwickelt worden war, sondern mit einer Ideologie unter Kontrolle der Sowjetunion und der Anglo-Amerikaner, siehe auch Clinton Roosevelt oder die Fabian Society. Wir wissen, dass das britische Kolonialreich lange Zeit vor der Revolution bereits große Kontrolle über China ausübte. Und wir wissen gleichzeitig, dass die britischen Geheimdienste bereits damals sehr professionell agierten und über große Kapazitäten verfügten. Die gewöhnliche Geschichtsforschung spricht höchstens noch über Kommandoaktionen des amerikanischen Geheimdienstes OSS im Zusammenhang mit der chinesischen Revolution, aber nicht über die echte Spionage. Die klassische Verschwörungsliteratur hat fast nichts von Wert über die Revolution hervorgebracht. Antony Sutton, der ein richtiger Historiker war und von der Verschwörungsszene zeitweise gelesen wurde, begann eine interessante Untersuchung, brach dieses Unterfangen aber schon im Frühstadium ab. Sobald die Sowjetunion endete, verloren die Verschwörungstheoretiker das Interesse an der kommunistischen Bedrohung und schenkten auch China keine Beachtung mehr. Heute hat China den Status einer wirtschaftlichen und militärischen Supermacht. Und die Verschwörungstheoretiker wissen nicht recht, wie sie diese Supermacht einschätzen sollen, denn ihr Wissen über China ist fast null. Der einflussreiche Historiker Carol Quigley erklärte in seinem Werk Tragödie und Hoffnung wichtige Gründe und warum das alte kaiserliche China hoffnungslos dem britischen Kolonialreich unterlegen gewesen war, ohne dabei die geheimdienstliche Ebene zu berühren. China war in vielerlei Hinsicht stehen geblieben auf einem nicht mehr zeitgemäßen Niveau, während Großbritannien und andere Mächte sich längst weiterentwickelt hatten. Chinas Führung saß bequem im Sattel, der Adel darunter stopfte sich die Taschen voll und die Masse der gewöhnlichen Menschen arbeitete von früh bis spät. Einen effizienten, straffen Verwaltungsapparat gab es nicht, eine lebendige Mittelschicht auch nicht und sogar die umständliche Sprache samt Schriftsystem war ein Hindernis. Wenn die Kaiser eine Veränderung bewirken wollten, hatten die Adeligen wenig Lust, sich zu bewegen und die Arbeit an Bauern konnten in den Dörfern die staatliche Autorität in einem gewissen Umfang untergraben oder ignorieren. In diesem Klima fehlte es an Wissenschaft und technologischem Fortschritt, was sich besonders fatal auf das Militär auswirkte. Die Kriegsführung endete sich immer schneller, durch die Erfindung der Gewehrpatrone, durch immer genauere Gewehre, die Massenherstellung von Waffen, die ersten Maschinengewehre, moderne Kriegslogistik, die moderne Medizin und so weiter. Da kam das chinesische Regierungssystem einfach nicht hinterher. Zudem genügte der Adel Chinas nicht mehr, um die komplexer und größer werdende Bevölkerung zu überwachen. Die Masse der Bauern und Arbeiter konnte vermehrt lesen und hatte verstärkt Zugang zu Büchern. Der britische Thron hatte rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, zahlreiche politische und wirtschaftliche Frontorganisationen und Stromlinne etabliert, eine erfinderische und produktive Mittelschicht gefördert und mit dem organisierten Freimaurertum ab 1717 einen zweiten Adelsstand geschaffen, zur Verwaltung der Bevölkerung und zu geheimdienstlichen Zwecken. Die leitenden britischen Geheimdienstler konnten jedes denkbare Vehikel zur Spionage nutzen, das Militär, Diplomaten, Handelsmissionen, Unternehmen, christliche Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen, Logen, Touristen, Migration, Universitäten und viele mehr. Sowjetrussland hatte zwar keine lebendige Mittelschicht, noch kein kapitalistisches Unternehmertum, konnte sich aber erstaunlich viel Technologie aus dem Westen kaufen und besaß äußerst fähige Geheimdienste. Professor Quigley deutet die geheimdienstliche Ebene nur ganz leicht an und spricht vorsichtig davon, dass die Briten gewisse Penetrationskräfte besaßen und China dem nichts entgegenzusetzen hatte. Vom Standpunkt einer Spionageabwehr aus betrachtet waren die Zustände für das Kaiserreich katastrophal, denn es gab keine zeitgemäßen Wege, den Fluss an ausländischen Gütern, Personen, Schriften und Gelder zu kontrollieren. Es ist vergleichbar mit dem Fehlen eines Immunsystems, sodass Viren und Bakterien Infektionen verursachen können. Ein weiterer Vergleich wäre die Nutzung des Internets bzw. das Betreiben eines Servers ohne Firewall und Antivirenprogramme. Der Historiker Anthony Sutton vermutete stark, dass das Netzwerk Yale in China von der einflussreichen amerikanischen Yale-Universität und der Geheimorganisation Skull & Bones als Tarnorganisation für geheimdienstliche Aktivitäten benutzt wurde. Die chinesische Regierung beäugte zwar misstrauisch Yale in China, gestattete jedoch die Aktivitäten, weil man von den modernen medizinischen Forschungen des Yale-Personals profitieren konnte. Bei seinem Buch über Skull & Bones konnte Sutton auf umfangreiches Primärmaterial zurückgreifen und er begann, Spuren von Bones nach China zu verfolgen. Die von ihm angekündigte umfangreiche Studie zu China wurde jedoch von Sutton leider nie realisiert. Natürlich war Yale in China bei weitem nicht die einzige Organisation, die sich für subversive geheimdienstliche Operationen nutzen ließ. Und so müssen wir für die Untersuchung unser Netz weiterwerfen. Praktisch jede bedeutende Handelskompanie und Handelsmission. Jede Bildungsorganisation und sogar jede Wohltätigkeitsorganisation gilt von vornherein als Suspekt und muss näher erforscht werden. Revolutionen kosten eine Menge Geld und Revolutionäre müssen ständig mit dem Ausland verhandeln, um Hilfe zu erhalten, was aber die Gefahr von zu starker Fremdkontrolle mit sich bringt. Da ausländische Regierungen nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit mit Revolutionären verhandeln wollen, bleiben für die Revolutionäre meist nur ausländische Geheimdienste als Ansprechpartner. Die Angloamerikaner und Russen suchten über ihre geheimdienstlichen Aktivitäten in China nach jungen Talenten und stießen dabei unter anderem auf Mao Zedong. Dieser hatte ohne die Hilfe ausländischer Geheimdienste keine Chance, irgendeine große Karriere zu machen und tragfähige Netzwerke aufzubauen. Weitere Führungsfiguren der chinesischen Revolutionäre hatten ebenfalls suspekte Verbindungen. Mit Sicherheit hatten die USA und Britannien gleichzeitig Agentennetzwerke gesponnen bei den chinesischen Nationalisten. Russlands Beteiligung einer chinesischen Revolution war so umfangreich, dass man fast schon von einer russischen Revolution in China sprechen muss. Es ist bestätigt, dass Sowjet-Russland mit seinen Geheimdiensten überall im Ausland erheblichen Einfluss ausübte auf kommunistische Bewegungen. Es bestätigt, dass Sowjet-Russland in hohem Umfang die chinesischen kommunistischen Revolutionäre mit Kriegsgütern und Geld versorgte. Es ist bestätigt, dass Sowjet-Russland viele hunderte Berater zu den chinesischen Revolutionären schickte und solche Berater oft auch für den sowjetischen Geheimdienst arbeiteten. Und es ist bestätigt, dass einige führenden chinesischen Militäroffiziere und andere Funktionäre signifikante Zeit in der Sowjetunion verbrachten zu Ausbildungszwecken und dass die sowjetischen Dienste solche Gelegenheiten traditionell ausnutzten, um Personen zu rekrutieren. Unter diesen Voraussetzungen ist es höchst unwahrscheinlich, dass die chinesischen Kommunisten eine nennenswerte Eigenständigkeit und Souveränität entwickeln konnten. Je früher und je gründlicher die Infiltration durch ausländische Geheimdienste durchgeführt wurde, umso mehr handelte es sich bei den Anführern und wichtigen Funktionären der chinesischen Kommunisten um Marionetten. Manche antikommunistischen Forscher und Kommentatoren gingen davon aus, dass Sowjet-Russland und das kommunistische China Zwist und Misstrauen untereinander schauspielerten, um den kapitalistischen Klassenfeind im Westen nicht zu sehr zu beunruhigen. Scheinbar getrennt voneinander konnten Russland und China im Westen auf Einkaufstour gehen und wichtige Technologien beschaffen. Die Anglo-Amerikaner hatten sich vor der chinesischen Revolution immer nach Kräften bemüht, Chaos in China anzurichten und zu verhindern, dass China sich zu einer modernen Großmacht entwickeln könnte. Nach der Revolution wurden die Anglo-Amerikaner langsam aber beständig zu Chinas wichtigstem Förderer. Wer die geheimdienstliche Ebene nicht ausreichend untersucht und die Wahrscheinlichkeiten einschätzt für Fremdkontrolle über China, der fliegt teils blind, arbeitet mit unbestätigten Grundannahmen, schlägt Logik in den Wind und bastelt sich abenteuerliche Theorien. Das Ende der letzten chinesischen Kaiser-Dynastie Die Qing-Dynastie der Manchus in China hatte die Macht übernommen von der Ming-Dynastie mit einer absurden Gewaltorgie, der schätzungsweise 25 Millionen Menschen zum Opfer fielen und die Wirtschaftsleistung Chinas zunächst ruinierte. In der Folgezeit beherrschten die Qing mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung, verfügten wieder über die größte Wirtschaft auf dem Planeten und waren auch flächenmäßig eines der größten Imperien. Chinesische Güter flossen massenhaft nach Europa und europäisches Silber floss nach China. Dieses Handelsdefizit war für das britische Empire ein Desaster und so ließ die britische Krone den Opiumhandel ihrer British East India Company, die über hunderttausende Soldaten verfügte, rücksichtslos ausdehnen. Als Folge gab es immer mehr Opiumsüchtige in China und immer mehr Silber floss aus China ab. Einflussreiche angloamerikanische Familien profitierten von diesem Opiumhandel und erlangten dadurch einen höheren Status im angloamerikanischen Empire. Der Kaufmann und Sklavenhändler walisischer Abstammung namens Elihu Yale machte beispielsweise als Gouverneur der britischen East India Company sein Vermögen. Berüchtigt als narzisstischer Tyrann erhob er beispielsweise in Madras horrende Steuern und bestrafte eingeborenen Revolten mit härtesten Mitteln. In den USA gründete er die Yale Universität, die zu einem zentralen Fixpunkt geheimdienstliche Akteure des angloamerikanischen Imperiums wurde. 1832 wurde an der Universität die Geheimorganisation Skull and Bones gegründet von William Huntington Russell und Alfonso Taft, der als US-Kriegsminister gedient hatte und dessen Sohn später US-Präsident wurde. Skull and Bones rekrutierte die meisten wichtigen Familien aus New England, die ebenfalls am Opiumhandel verdienten, darunter die Coffins, Sloans, Tafts, Bundys, Paynes und Whitneys. Aus der Bones-Gruppe entstanden später im 20. Jahrhundert der offizielle Geheimdienst OSS und die CIA. Die Bush-Familie ist hier auch besonders erwähnenswert. Chinas King-Dynastie erklärte 1839 den Opiumhandel für illegal und ließ 20.000 Kisten Opium konfiszieren. China hatte als souveränes Land das Recht dazu, zu entscheiden, welche Güter gehandelt werden dürfen und welche nicht. Wie reagierte das britische Imperium der Hannoveraner Dynastie? Mit der Entsendung einer Streitmacht. Gleichzeitig lässt sich davon ausgehen, dass die Anglo-Amerikaner ein Spionagenetzwerk in China kontinuierlich aufbauten und diverse Rebellengruppen in China förderten, um die King-Herrscher zusätzlich zu schwächen. China verlor gegen die britischen Truppen und war gezwungen, den desaströsen Vertrag von Nanking zu unterzeichnen, der den britischen Handel wieder in China erlaubte, Reparationszahlungen vorschrieb und Hongkong an das britische Empire abgab. Es folgte noch ein zweiter Opiumkrieg, in den sich die Franzosen und die Russen einmischten. Die permanente Handelspräsenz der Briten in China bedeutete auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine permanente Spionagepräsenz, mit der sich Rebellen in China unterstützen ließen. China konnte unmöglich verhindern, dass Waffen und Geld an Rebellen geschmuggelt wurden. Die sogenannte Boxer-Rebellion und der darauf folgende Krieg fegten die King-Dynastie davon. Historiker weigern sich standhaft die Rolle westlicher und russischer Geheimdienste dabei ausführlich zu untersuchen. Die Europäer zogen sich militärisch aus China zurück, ließen aber ihre Spione mit Sicherheit dort. Die nationalistische Kuomintang setzte sich als nächstes in China durch und wurde zur nächsten Zielscheibe. Moderne Spionageabwehr ist gekennzeichnet von hoher Gründlichkeit und Misstrauen bis hin zu Paranoia. Je wichtiger die Person, die zu überprüfen ist, umso tiefer muss die Hintergrundprüfung ausfallen. Ist die Geburtsurkunde der Person überhaupt echt? Könnte die Person die Identität einer anderen verstorbenen Person gestohlen haben? Sind die Eltern in irgendeiner Form verdächtig? Hat die Person das Vertrauen von vertrauenswürdigen, bereits überprüften Personen? Welche Kontakte zu suspekten Personen und Organisationen hatte die Person? Sind die Geldquellen der Person nachvollziehbar? Hatte die Person irgendwelche verdächtigen Überzeugungen? Welche Geheimnisse und Schwachpunkte hat die Person? Wenn wir betrachten, wie der Brite Morris, Spitzname Tugan Cohen, damals nach China gegangen war, zu Präsident Sun Yat-sen und zu dessen Bodyguard wurde, zu dessen Berater und hohen Militäroffizier, dann sehen wir einen Bruch mit den absoluten Grundregeln der Spionageabwehr. Sun Yat-sen verstarb ziemlich bald, nachdem er Morris in seinen Kreis der Vertrauten aufgenommen hatte. Geboren wurde Morris als Moishe Cohen in Polen, die Familie zog später nach London. Im April 1900 wurde er verhaftet, weil man ihn verdächtigte, ein Taschendieb zu sein. Er landete in der Hayes Industrial School, die extra für straffällig gewordene Jungen aus jüdischen Familien geschaffen wurde. Das Geld für die Schule war gestiftet worden von der Bankerfamilie Rothschild. Cohen hatte damals wahrscheinlich Glück. Denn in gewöhnlichen Besserungsanstalten für kriminelle Minderjährige war Missbrauch und auch sexueller Missbrauch ein gewaltiges Problem. 1905 durfte er die Schule verlassen und wurde von seinen Eltern nach Kanada geschickt, wo er in der Gegend herumzog auf der Suche nach finanziell einträglichen Gelegenheiten, die ihn immer mal wieder kurzzeitig ins Gefängnis brachten. Er freundete sich an mit chinesischen Arbeitern, die die Canadian Pacific Railways bauten und verteidigte sogar den Betreiber eines China-Restaurants vor einem Räuber. Letztendlich vertrauten ihm die Chinesen so stark, dass sie ihn rekrutierten für die Organisation Tong Menghui, die von Sun Yat-sen geleitet wurde und gegen die Manchus kämpfte. In der kanadischen Provinz leitete er eine wichtige Immobilienfirma und bekam durch die Empfehlung vom Justizminister Sir Charles Wilson Cross zusätzlich noch den Posten des Commission of Oaths. Hatte Cohen einfach eine Erfolgsserie? War er einer Freimaurerloge beigetreten und hatte den Support seiner Freimaurerbrüder? Arbeitete er für das britische Imperium als Agent und infiltrierte gezielt die chinesische Community in Kanada? Vor dem Ersten Weltkrieg bildete Cohen eine Reihe an Chinesen militärisch aus für Sun Yat-sens Organisation. Im Ersten Weltkrieg diente Cohen in Europa in einer Einheit, die aus Eisenbahnarbeiten bestand und überwachte dabei chinesische Arbeiter. 1922 ging er nach China und verhandelte ein Geschäft zwischen Sun Yat-sen und der Firma Northern Construction and JW Stewart Limited. Über den Journalisten George Sokolski bekam Cohen einen Job im unmittelbaren Umfeld von Sun Yat-sen. Sokolski war der Sohn eines russischen Immigranten und wie Cohen jüdisch und er studierte an der elitären Columbia University, ursprünglich King's College. Sokolski wurde sogar noch ein enger Freund von Roy Cohen, ein einflussreicher und suspekter Staatsanwalt, der Fälle wie die Atomspionage der Rosenbergs verhandelte und auch für Donald Trump arbeitete. Falls Sokolski ein Agent, der Anglo-Amerikaner war, wäre Cohen höchstwahrscheinlich auch einer gewesen und das Ziel war, Cohen einzuschleusen. Cohen diente als militärischer Ausbilder sowie als Berater und Bodyguard von Sun Yat-sen, was ihm Zugang zu wichtigsten Informationen verschaffte. Als er begann, immer zwei Pistolen mit sich zu führen statt einer, erhielt er den Spitznamen Tugan. Sun näherte seine nationale Volkspartei aus pragmatischen Gründen an die Kommunisten an und versuchte es mit einer vereinigten Front. Sein Plan war, China zuerst ein stabiles Regierungssystem zu verpassen und dieses dann zu modernisieren bzw. zu demokratisieren. Die Aussicht auf ein vereintes, modernes China muss bei den Anglo-Amerikanern und den Russen die Alarmglocken zum Leuten gebracht haben. Sun suchte vor allem deshalb eine Einigung mit den Kommunisten im Norden, um die unfairen Handelsverträge mit dem Westen loszuwerden. China war immer noch gezwungen, Reparationszahlungen zu leisten und seine Häfen zu eröffnen für Großbritannien, das Deutsche Reich, Russland und Japan. Sun Yat-sen war eine Bedrohung geworden für die Ambitionen und Pläne der Anglo-Amerikaner und anderer Großmächte. Passenderweise verstarb Sun 1925 an Krebs und es brach ein verheerender Bürgerkrieg aus zwischen den Nationalisten und Kommunisten. Als Sun bereits unter Beschwerden litt, ließ er sich im Peking Union Medical College Hospital untersuchen und behandeln, das damals auch bekannt war als Rockefeller Hospital, weil die Rockefeller Stiftung das Geld bereitstellte. Eine Gewebeprobe wurde bei Sun entnommen durch den Leiter der chirurgischen Abteilung, Adrian S. Taylor. Die Prognose war sehr schlecht und nach mehreren Behandlungen mit Radium hatte Sun das Vertrauen verloren und ließ sich zum Hauptquartier seiner Partei zurückbringen. Die Originalakten dazu sind verschwunden und nur kurze Beschreibungen aus einem Jahresbericht wurden später dazu gefunden. Nach Suns Tod führte ein Arzt namens James Cash die Autopsie durch. Die Dokumentation davon ist sehr dünn. Es ist nichts bekannt darüber, ob bei den Untersuchungen oder der Autopsie gesucht wurde nach Hinweisen auf ein Attentat bzw. gezielte Vergiftungen. 2016 erschien der Barth Report, in dem neue Details dargelegt wurden, laut denen es sich um hochgefährlichen Gallenblasenkrebs und nicht primär um Leberkrebs gehandelt habe, wie bislang angenommen. Gallenblasenkrebs ist relativ selten und im fortgeschrittenen Stadium extrem tödlich, selbst bei modernsten Behandlungsmethoden. Künstlich auslösen könnte man theoretisch eine solche Erkrankung durch Nitrosamine, Chemikalien, die in der Gummi- und Textilindustrie zum Einsatz kommen. Das Peking Union Medical College Hospital wurde 1906 gegründet von einem Haufen angloamerikanischer Kirchenorganisationen wie dem American Board of Commissioners for Foreign Missions und der London Missionary Society. Das Geld stammte von der Rockefeller Foundation. Die Rockefellers waren über Generationen hinweg eine feste Größe im angloamerikanischen Imperium und verwalteten neben Ölgeschäften auch die Etablierung der modernen medizinischen Industrie. Es wäre theoretisch für einzelne Geheimagenten, die Zugang besaßen zu den entsprechenden Forschungen, relativ leicht gewesen, passende Gifte für Attentate auszuwählen. Nach Suns Tod wurde Cohen zu einer Art Quasi-General und arbeitete für eine Reihe an Führungsfiguren der chinesischen Nationalisten wie Sun Fo, der Sohn von Sun Yat-sen und T.V. Song. Letzterer war Finanzminister und Leiter der chinesischen Zentralbank. Der Vater von Song hatte in den USA auf Schiffen der Küstenwache gedient, wie zum Beispiel der USS Schüller Colfax, konvertierte zum Christentum und durfte unter dem neuen Namen Charlie das Trinity College besuchen, also die Duke University, wegen der Förderung durch den industriellen Julian Carr von Bull Durham Tobacco, der ein rassistischer Unterstützer des Ku Klux Klan war und den Sturz der kaiserlichen Qing-Dynastie in China in erheblichem Umfang mitfinanziert hatte. Zudem besuchte Charlie die Vanderbilt University und wurde konspirativ Mitglied der Widerstandsbewegung Rote Gang. Cohen machte auch früh die Bekanntschaft mit Chiang Kai-shek an der Wampoa Military Academy, wo auch die Kommunisten und die Sowjets mitmischten. Die chinesischen Kommunisten und Nationalisten kooperierten mehrfach miteinander, um gegen die Japaner zu kämpfen. Cohen beschaffte Waffen und arbeitete zusammen mit der britischen Special Operations Executive, SOE, eine Mischung aus Geheimdienst und Sonderkommando. Später zog Cohen nach Kanada zurück und wurde Berater für Vickers, ein wichtiger britischer Rüstungshersteller für Rolls-Royce, deren Motoren für Kriegsgerät benutzt wurden, sowie für Decker Radar. Technologie von solchen Firmen wurde unter anderem an die Sowjetunion verkauft. Der leichte Panzer Carden Lloyd beispielsweise, ein Design von Vickers Armstrong Limited, wurde bei den Russen mit einem Vierzylinder-Motor von Ford in Leningrad gebaut, unter dem Namen T-27. Mao. Das meiste, was über Maos Kindheit an Informationen in Büchern dargelegt wurde, stammt von Mao selbst und muss sehr misstrauisch betrachtet werden. Die Mutter beschreibt er in sehr warmen Tönen, während er beim Vater vorsichtig von Spannung entspricht. Es erinnert ein wenig an die Anfangskapitel von Hitlers Mein Kampf, in denen nichts zu finden ist über die krankhafte Familiendynamik und die labile Persönlichkeit von Hitler in seiner Jugend. Da Mao später außerordentlich psychopathisch und narzisstisch agierte, wird es wohl massive Probleme in seiner Jugend gegeben haben, die er nie jemandem erzählte. Er war nicht in Armut hineingeboren worden, sondern sein Vater besaß Geld, Betrieb Landwirtschaft, einen Getreidehandel und einen Geldverleih. Hitler hasste das bequeme Spießbürgertum, das sein Vater repräsentierte und Mao hasste eventuell das aufstrebende kapitalistische Bürgertum, das von seinem Vater verkörpert wurde. Kurz nach dem Abschluss der Dorfschule wurde Mao im Alter von nur 14 Jahren von seinem Vater standesgemäß verkuppelt mit einer 18-Jährigen aus einem entfernt verwandten Clan aus der Nachbarschaft. Nach nur drei Jahren war es mit der Ehe vorbei und die Frau verstarb früh. 1911, also kurz vor der Sinhai-Revolution, besuchte Mao eine Mittelschule und las, was er in die Finger bekam, denn er betrachtete sich anscheinend zu höheren Berufen. Mit dem Radikalismus machte er erste Berührungen, als er Mitschülern deren traditionelle Zöpfe abschnitt. Ein Abstecher ins Militär der anti-kaiserlichen Armee von Hunan wehrte nur kurz. Es war ihm dabei nicht möglich, sich eine Guerilla-Ausbildung anzueignen oder gar höhere Kenntnisse der Kriegsführung zu erhalten. Dennoch wurde er später zu einem gefeierten Feldherren, einerseits durch die massive Hilfe Sowjet-Russlands und andererseits, weil die Anglo-Amerikaner ihm genügend Freiraum ließen. Es gab viele Männer in China, die sich den Kommunisten anschlossen und die allermeisten davon brachten es nur zu gewöhnlichen Kämpfern und kleinen Parteifunktionären. Warum machte ausgerechnet Mao aber eine Blitzkarriere? Normalerweise war es karrierefördernd, wenn jemand besondere Fähigkeiten zu bieten hatte, wichtige Kontakte im In- und Ausland oder Geld beschaffen konnte. Führende kommunistische Funktionäre hatten, wie wir gleich sehen werden, sehr verdächtige Kontakte. Mao war ein Niemand aus einer bürgerlichen Familie, ein Student mit knappen Finanzmitteln, ohne nennenswerte Bildung und ohne nennenswerte Kontakte. Aufmerksam wurden die Kommunisten deshalb auf ihn, weil er scheinbar großen Erfolg hatte mit einer Reihe an kommunistischen Buchläden. Die Bücher wurden ihm schier aus den Händen gerissen und so hielt die Partei ihn für eine Art Marketing-Genie und einen mitreißenden Propagandisten, den man mit höheren Aufgaben betreuen müsse. Wie schaffte es aber Mao in seiner Zeit als armer Student, ein erfolgreicher, quasi kapitalistischer Unternehmer zu werden mit mehreren Buchläden? Zunächst einmal hatte er Glück, die passenden Räumlichkeiten zu attraktiven Konditionen vermietet zu bekommen und aus einer ungewöhnlichen Richtung Hilfe zu erhalten, beim Sammeln von Erfahrungen eine redaktionell erstellte Publikation zu leiten. Sein Glücksengel war Yale in China, eine wohltätig medizinische Einrichtung, die auf die amerikanische Elite-Universität Yale zurückging und von der Geheimgesellschaft Skull & Bones für Spionagezwecke benutzt wurde. Bones wurde nach der kommunistischen Revolution die inoffizielle diplomatische Schnittstelle zwischen den USA und China, als es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen gab. Später waren auch fast alle offiziellen Botschafter der USA für China Mitglieder von Bones. Unternehmen aus dem Umfeld von Bones wie Bechtel pushten China in den 1990er Jahren zum Weltmachtstatus. Der Gründer von Yale war ein treuer Diener des britischen Kolonialreichs gewesen und verdiente am Opiumhandel genau wie viele spätere Bones-Familien. Wie nahe stand Mao diesem Netzwerk? Das Buch The Yale China Association, A Centennial History von Nancy E. Chapman und Jessica Plump hält sich sehr bedeckt und erwähnt nur am Rande, dass Mao Räumlichkeiten benutzt haben könnte, die Jahre zuvor Yale in China beherbergt hatten. Die Zeitung Yale Daily News vom 29. Februar 1972 war da schon viel deutlicher und brachte einen Bericht mit dem Titel Yale Group Spurs Maos Emergence. Zitat Ohne die Unterstützung von Yale wäre Mao Zetong vielleicht nie aufgestiegen aus der Anonymität zum Herrscher von China. Jonathan Spence, Professor für Geschichte Chinas, war der erste, der Mao Zetongs Verbindung zu Yale entdeckte. An diesem wichtigen Punkt hatte die Student Union von Yale in China Mao dazu eingeladen, die Redaktion ihres Journals zu leiten. Zitat Ende. Als Mao später eine lokale Zelle der kommunistischen Partei gründen sollte, sprang Yale wieder ein und vermietete ihm drei Räume, die er als Kulturbuchladen bezeichnete und von wo er erfolgreiche Werke verkaufte wie eine Einführung in das Kapital von Marx oder das sowjetische System in China. Der Buchverkauf soll dermaßen gut gelaufen sein, dass er sieben weitere Läden starten konnte und sich bei der Partei äußerst beliebt machte. Hierbei besteht die Möglichkeit, einer geheimen Subventionierung durch Agenten unter der Tarnung der Yale-Organisation. Agenten hätten Mittelsmänner mit Geld versorgen können, die dann übermäßig viele Bücher von Mao kauften. Vielleicht existierte ein großer Teil der Buchverkäufe nur auf dem Papier und Mao konnte die Partei mit vollen Kassen und fiktiven Verkaufszahlen beeindrucken und in der Partei aufsteigen. Die Yale China Association betrachtete Horace Tracy Pitkin, den Yale-Absolventen und Nachfahren des Gründers der Universität als eine Art Märtyrer, da er während dem sogenannten Boxeraufstand in China getötet wurde. 1892 ging Horace zum Union Theological Seminary von New York, ein Zentrum für die amerikanische Unterwanderung Asiens. Union Theological wurde 20 Jahre lang dominiert von Henry Sloan Coffin, ein führender US-Nachrichtendienstfunktionär aus den Familien Sloan und Coffin. Er war Mitglied von Skull & Bones wie auch ein Dutzend seiner Verwandten. Die medizinischen Arbeiten und Forschungen von Yale-Organisationen in China erinnern an das Peking Union Medical College Hospital, das von amerikanischen und britischen Kirchenorganisationen gestartet worden war und Geld von der Rockefeller-Stiftung bekam. Yale breite sich enorm stark in China aus, weil die westliche medizinische Forschung dringend gebraucht wurde. Der Historiker Anthony Sutton betrachtete Yale in China als das benötigte Instrument des amerikanischen Geheimdienstes Office of Strategic Services, OSS, um die Maoisten an die Macht zu bringen. Der OSS war wie auch der Nachfolger CIA aus der Geheimorganisation Skull & Bones entstanden. Mao folgte seinem Lehrer Yang Changji nach Peking und bekam durch dessen Vermittlung den Kontakt zu Li Dazhao, ein Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas. Mao erlebte die 4. Mai-Bewegung mit und lernte in Peking seine spätere zweite Ehefrau kennen. Von Auslandsaufenthalten ist nichts bekannt. Viele Führungskräfte der chinesischen Kommunisten hatten hingegen die frühen 1920er Jahre im Ausland verbracht. Entgegen der offiziellen chinesischen Propaganda war Mao keiner der Teilnehmer bei der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas 1920 in Shanghai, sondern war erst ein Jahr später beim ersten Parteikongress als einer der Delegierten anwesend und durfte 1923 ins Zentralkomitee. Die Kommunistische Partei musste zeitweise in den Untergrund und Mao flüchtete in die Berge mit nur 1300 Kämpfern, wo er auf weitere Parteigenossen und deren Kämpfer traf. Bereits in dieser Phase begannen Säuberungsaktionen Maos gegen seine Gegner und Teile der lokalen Bevölkerung. Durch sowjetische Hilfe und auch durch die Zögerlichkeit der Nationalisten konnten die chinesischen Kommunisten recht bald ein Gebiet mit einer halben Million Menschen kontrollieren. 1934 mussten die Kommunisten den berüchtigten Langen Marsch nach Yan'an im Norden antreten, wobei Mao sich in einer Sänfte tragen ließ. In Yan'an baute man eine Menge Mohn an, um sich mit dem Verkauf von Opium zusätzlich zu finanzieren. Bei Mao haben wir es mit absoluter essentieller Psychopathie und einer dicken Dosis Narzissmus zu tun. Sein späterer Leibarzt Li schrieb, soweit ich das beurteilen konnte, gab es in Mao keine menschliche Regungen. Er war unfähig zu Liebe, Freundschaft oder Wärme. Seine unstillbare Sucht nach Aufmerksamkeit führte zu einem ausgewachsenen Personenkult und der Etablierung einer gottähnlichen, idealisierten Mao-Kultfigur. Während der echte Mao am liebsten zurückgezogen und verängstigt in seinen Luxuspalästen herumgammelte, nackt oder halbnackt herumlief, sich mit jungen Mädchen vergnügte und Körperhygiene ignorierte. Li meinte, es sei lebensgefährlich gewesen, Mao öffentlich wie einen normalsterblichen Menschen zu beschreiben. Ähnlich wie bei Stalin konnten auch enge Weggefährten oder wichtige Funktionäre beim Missfallen sofort abgesägt werden. Oftmals nur, weil jene es gewagt hatten, sachliche Kritik zu üben und keinen Führerstaat wollten. Mao war unglaublich rachsüchtig und extrem nachtragend. Fotografieren ließ er sich immer in einfacher Kleidung, zeitweise auch mit einer Arbeitermütze und bei Besuchen von wichtigen Ausländern spielte er den genügsamen Asketen, der seit seiner Zeit als Guerillaführer privat ein einfaches Leben lebt. In Wirklichkeit schwelgte er im Luxus wie ein Kaiser, besaß über 50 Anwesen für die ganze Berge und Seen zum Sperrgebiet erklärt wurden, schaufelte das beste Essen in sich hinein und ließ die hübschesten Mädchen aus den armen Dörfern in seine Schlafzimmer bringen. Der Leibarzt Li, der sich meistens in Maos unmittelbarer Nähe aufhielt, erklärte, dass Mao sich auch einen Stab an jungen Assistenten hielt, die ihn vor dem Schlafen die Leistengegend massieren mussten. 1964 sah er, wie ein nackter Mao einen jungen Wächter befummelte. Chinas erster Premierminister Zhu Enlai war wahrscheinlich schwul. Mao war insgesamt viermal verheiratet. Diverse Kinder verstarben oder verschwanden. Er hielt sich stark isoliert von seinen wichtigen Beratern und Parteifunktionären. Im Privatbereich war er vulgär und unhygienisch. Selbst bei Meetings war er nackt, wenn es heiß war, fummelte sich am Schritt herum wegen Läusen. Der Leibarzt Li musste ihn mehrfach wegen sexuell übertragbaren Krankheiten behandeln und es gab, ähnlich wie bei Hitler, Zahnprobleme mit grün gefärbten Zähnen und eitrigem Zahnfleisch. Mao war auch süchtig nach Schlaftabletten, verbrachte immer wieder monatelang im Bett und litt unter Panikattacken. Maos höchst suspekte Genossen Li Dazao hatte 1918 den unscheinbar wirkenden Job eines Bibliothekars an der Universität Peking, war Maos Vorgesetzter, mauserte sich zum Professor und Sekretär des Universitätskanzlers und hielt Vorlesungen zu den Inhalten von Das Kapital von Karl Marx. Nachdem Dazao 1921 die kommunistische Partei Chinas mitbegründet hatte, reiste er nach Moskau und akzeptierte eine Professur an der dortigen Ostuniversität, was einerseits in der sozialistischen internationalen Bewegung nichts Ungewöhnliches war, aber andererseits die Frage aufwirft, ob er dort von dem sowjetrussischen Geheimdienst rekrutiert wurde und sich fortan unter dessen Kontrolle befand. Innerhalb Russlands galt zwar der Marxismus-Leninismus mit seiner rigiden Sichtweise über den Klassenkampf zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie als heilige Doktrin, aber für die Bürger Chinas mussten gewisse Veränderungen an dem ideologischen Programm vorgenommen werden. Denn es gab in China nur eine kleine und schwache Arbeiterschaft bzw. Proletariat in den Städten und die Masse der Bauern sorgte sich eher um den Imperialismus der Großmächte wie Britannien oder Japan. Dazao passte die kommunistische Lehre an das chinesische Zielpublikum an, was entweder aus seiner eigenen Idee und seinem eigenen Antrieb heraus geschah oder auf Befehl Moskaus. Später geriet er unter die Räder verschiedener konkurrierender Gruppen und Warlords und wurde posthum in China als ein fast schon heiliger Märtyrer gefeiert. 1994 erschien das Buch The Private Life of Chairman Mao von Dr. Li Jizui, der 22 Jahre lang Maos Leibarzt war und sich oft in dessen unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte. Es ist keine polemische, sensationsgeile Beschreibung von Maos medizinischen privaten Angelegenheiten, sondern eine sachliche und ausführliche Beschreibung davon, wie wenig Mao verstand von Wirtschaft und Staatsführung und wie er mit einer Mischung aus Einschüchterungsmethoden und überheblicher Guru-Mentalität den Druck auf untergebene Parteifunktionäre ausübte, völlig unrealistische Erfolgsmeldungen zu machen und die narzisstische Fantasiewelt von Mao zu stützen. Vor einer wichtigen Zugfahrt, bei der Mao sich ein Bild machen wollte von dem Erfolg seiner Wirtschaftspolitik, mussten vorher eilig Reisfelder umgepflanzt werden, damit sie entlang der Bahnstrecke sichtbar waren und den Eindruck erweckten von unendlichen Ernten. In Wirklichkeit waren die großspurigen landwirtschaftlichen Neuerungen allesamt Fehlschläge. Primitive Stahlöfen, mit denen man Großbritannien auf dem internationalen Markt schlagen wollte, wurden ebenfalls in Windeseile entlang der Gleise positioniert und die Frauen, die herumliefen, trugen bunte Kleidung. Zitat, ganz China war eine Bühne und all die Menschen waren Schauspieler in einer Aufführung für Mao. Zitat Ende. Der Reis verrottete auf den Feldern, weil die Männer Stahl produzieren mussten. Der produzierte Stahl bestand nur aus nutzlosen Nuggets, geschmolzenen Metalls. Mao galt als unfehlbar und allmächtig. Die Parteiführer schmeichelten Mao, obwohl hunderte Millionen Bauern in größten Schwierigkeiten waren. Eine ländliche Gegend wurde besteuert, je nachdem, wie viel Ernteerträge sie gemeldet hatte. Wenn also lokale Parteikader sich beliebt machen wollten mit völlig übertriebenen Zahlen, mussten sie alles oder fast alles von der Ernte an Steuern abliefern. Für die Menschen in der Gegend blieb nichts mehr zu essen. Ein Großteil des als Steuern abgeführten Getreides wurde in die Sowjetunion geschickt, weil man damit Schulden zurückzahlte. Ein wenig Spielraum blieb den Kommunen, wenn sie logen, dass ein Teil der Ernte durch Unwetter zerstört wurde. Diese Lügen wurden später von den Kommunisten auf der ganzen Welt als Ausrede benutzt für die Lebensmittelkrisen und die Hungertoten. Das Wetter sei Schuld gewesen. Alles nur Pech. Bürger gaben ihre Töpfe und Pfannen, Messer, Türknäufe und Schaufeln her, damit daraus in den primitiven Öfen Stahlplatten für den Weltmarkt hergestellt werden. Letztendlich kam dabei aber nur geschmolzener Stahlabfall heraus. Da Mao als Psychopath und Narzisst in dem Buch beschrieben wird, versuchen seitdem Kommunisten alle Beschreibungen in Zweifel zu ziehen oder anzuzweifeln, dass Xi Zui überhaupt Maos Arzt gewesen war. Möglicherweise war er aber sogar noch viel mehr als nur Leibarzt. Li machte seine medizinische Ausbildung an einer aus Amerika, Britannien und Kanada finanzierten Einrichtung in China, der West China Union University. Im Alter von 35 Jahren begann er dann für Mao zu arbeiten. Der Zwiespalt ist offensichtlich. Mao wollte einen Arzt, der auf westlichem Niveau arbeitete. Aber gleichzeitig bedeutete eine westliche Ausbildung des Arztes ein hohes Spionagerisiko. Die West China Union University war 1914 gegründet worden auf die Initiative von William Reginald Morse und es hatten sich christliche Organisationen aus den USA, Großbritannien und Kanada beteiligt. Auch die Sichuan University School of Medicine wurde im Jahr 1910 geschaffen von fünf angloamerikanischen Gruppen. Dies erinnert an Yale in China und das Peking Union Medical College Hospital. Es wäre für die Angloamerikaner eines der vielversprechendsten Ziele gewesen, einen Agenten in Maos unmittelbare Nähe zu bringen. Und ein Leibarzt wäre dafür geradezu perfekt, weil dieser sich genauestens auskennt mit Medikamenten und dem Diktator Substanzen verabreichen darf. Zwischen einem mächtigen Mann und seinem Leibarzt existiert eine spezielle Verbindung. Der Leibarzt darf peinliche Geheimnisse kennen und auch die genauen Bedürfnisse und Schwächen seines Patienten. Maos frühe Kontakte mit Yale in China können natürlich auch bedeuten, dass Mao selbst ein Agent der westlichen Geheimdienste war. Auch in diesem Fall wäre es zur Absicherung nötig gewesen, weitere Agenten in dessen Umfeld zu führen. Mao war ein Mann der Gegensätze. Durch den Personenkult war er allgegenwärtig im Land und scheinbar der perfekte Souverän. Aber in Wirklichkeit war er paranoid, lebte die meiste Zeit zurückgezogen in seiner Luxusblase und litt an Panikattacken. Er verlangte konstant Bewunderung und Unterwerfung von anderen. Aber je mehr er diese Dinge bekam, umso mehr wuchs in ihm die Furcht, dass er überall Gegner hätte, die ihn nur in Sicherheit wiegen wollen. Für Treffen mit ausländischen Funktionären benötigte er Barbiturate, um ruhig zu bleiben. Er glaubte, seine Willen seien vergiftet. Im Sommer 1968 wurde Dr. Lee Zizui von Maos Frau beschuldigt, ein Spion zu sein und sie zu vergiften. Sie war bekannt als Hypochonder und als Paranoid, aber vielleicht lag sie mit ihren Anschuldigungen richtig. Zizui füllte 40 Aktenmappen im Laufe der Zeit mit Notizen über Maos Gesundheit und dessen Verhalten. Als die Paranoia im Regime immer stärker um sich griff, verbrannte er das gesamte Material und machte sich damit verdächtig, da er einen speziellen Aktenvernichterofen benutzte und keinen überzeugenden Grund für die Aktion nennen konnte. Später füllte er erneut 20 Ordner mit Erinnerungen, angeblich aus persönlichen Gründen. Anfang der 1980er Jahre zogen seine Söhne mit ihren Frauen in die USA, was der chinesischen Spionageabwehr deutlich hätte auffallen müssen. Wenige Jahre später zog auch Lee Zizui mit seiner Frau nach Amerika, die an Niereninsuffizienz litt. Im Vorwort seines Buches erklärte er, dass er die 20 Aktenmappen mit seinen Aufzeichnungen über Mao ganz einfach in seinem Gepäck transportiert hatte. Wie glaubhaft ist es, dass ein Geheimnisträger wie er einfach so das Land verlassen kann, mit heiklen Daten im Koffer, aus denen sich ein Enthüllungsbuch schreiben lässt. Wenn er andere geheime Wege hatte, um die Daten ins Ausland zu schmuggeln, dann hätte er auch die ganzen letzten Jahrzehnte über in Kontakt stehen können mit dem Ausland. Und dies würde ihn aussehen lassen wie einen Spion westlicher Mächte. Um den Spionageverdacht abzuschütteln, wiederholt Zizui noch das Märchen von dem Streit zwischen Russland und China. Dieser Streit war von den höchsten Ebenen beider Länder inszeniert worden, um nicht den Eindruck einer Vereinigten Kommunistischen Front zu bieten. Die russischen Geheimdienste waren zudem von Anfang an in der idealen Position, um die führenden chinesischen Revolutionäre zu kontrollieren. Zizui trägt viel zu dick auf, wenn er darüber spricht, wie Mao ein heimlicher Bewunderer der USA gewesen sei und wie jener kein Vertrauen gehabt hätte in Männer, die von den Sowjets ausgebildet worden waren. Wir sollen uns also nichts dabei denken, dass Zizui in einer amerikanisch dominierten medizinischen Einrichtung ausgebildet worden war, heimlich eine Menge Akten über Mao führte, dass er mit seiner Familie nach Amerika ging und irgendwie seine Akten mitschmuggeln konnte, daraus ein Buch veröffentlichte. Mao war bei dem historischen Zusammentreffen mit US-Präsident Nixon, ein aufgequollener Mann mit Lungenerkrankungen, Herzversagen und Lou Gehrigs Disease, eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. Henry Kissinger hatte Mao 1971 bei einem geheimen Besuch extra ein Beatmungsgerät aus Amerika mitgebracht. Die Nervenerkrankung kann theoretisch auch künstlich hervorgerufen werden, durch eine Vergiftung mit Chlorkohlenwasserstoffen, unter anderem Pestiziden, polychlorierten Biphanylen und polybromierten Biphanylen, also Flammschutzmittel in Kunststoffen und Textilien. Mao war über viele Jahre hinweg immer wieder in gesundheitlichen Schwierigkeiten und so schien sein Tod nicht überraschend. Xi Zui erklärte in seinem Buch, dass immer ein ausgefeiltes System bestanden hätte, um Vergiftung in Mao zu verhindern. Ein ganzes Team an Medizinern musste sich einigen auf die Verabreichung eines Medikaments und ein Rezept wurde ausgestellt mit der Bestätigung durch mehrere Ärzte und Schwestern. Mit dem Rezept wurde dann das Medikament angefordert von einer speziellen Apotheke für Anführer der Partei. Ein versiegelter Behälter wurde dann ausgeliefert und durfte nur von Ärzten im Beisein Mao geöffnet werden. Allerdings sind Medikamente nur einer von vielen möglichen Wegen, um jemanden zu vergiften. Kleinste Mengen von giftigen Substanzen können Tabak, dem Essen und Getränken beigemischt werden, auf eine Zahnbürste aufgetragen werden, auf Unterwäsche und so weiter. Oftmals wirken Chemikalien als Kontaktgifte, die über die Haut aufgenommen werden können. Bei einer steten Vergiftung sind solche Gifte hinterher bei einer Autopsie fast nicht feststellbar. Außerdem schildert Zizui ja schließlich, in was für einem Saustall Mao zu leben pflegte, was natürlich gewisse Möglichkeiten bot. Zizuis Vater galt in China als Suspekt. Sein ehemals wohlhabender Schwiegervater war komplett enteignet worden von den Kommunisten und seine Frau war zeitweise unter Spionageverdacht, weil sie vor der Revolution für die US-Luftwaffe und den British Council gearbeitet hatte. Zizui erklärt, dass er in seiner Jugend beinahe angeworben worden sei von einer Geheimorganisation der Nationalisten und dass er nach dem Medizinstudium kurz unter den Nationalisten als Militärarzt gearbeitet hatte. Dennoch habe die Spionageabwehr der Kommunisten ihn als vertrauenswürdig eingestuft. Mao rauchte britische Zigaretten der Marke State Express 555. Der Hersteller bekam 1946 einen Royal Warrant von König George VI. Litt und unter konstanter Verstopfung und hatte erhebliche Schlafprobleme. Er blieb immer wieder mal 24 Stunden durchgehend wach, 36 oder sogar 48. Daraufhin schlief er 10 bis 12 Stunden ununterbrochen. Schlaf war für ihn eine Zeitverschwendung und man kann spekulieren, ob er heimlich Amphetamine konsumiert hatte, um länger arbeiten zu können. Amphetamine würden neben seinen Schlafproblemen auch seine zunehmende Paranoia, seinen Realitätsverlust, Angstzustände und seine Verstopfung erklären. Um zu schlafen und um seine Panikattacken in den Griff zu bekommen, ließ er sich bekanntermaßen jahrzehntelang Barbiturate wie Amobarbital verabreichen, die sehr abhängig machen. Immer wieder verausgabte er sich mit Tanzen, Schwimmen oder Laufen, was typisch ist für Konsumenten von Aufputschmitteln. Und es gab lange Phasen der Depression. Cizui gibt sich ahnungslos über den Ursprung von Maos Schlafproblemen und äußert nicht einmal die naheliegende Vermutung, dass Amphetamine der Grund waren, sondern vermutet, dass Maos Schlafrhythmus seit seinen Tagen als Guerillakommandant durcheinander war. Vermutlich begann Maos Amphetaminmissbrauch bereits damals, weil die Aufgabe seine konstante Verfügbarkeit beanspruchte. Bekannt ist, wie die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg im großen Stil Aufputschmittel einsetzte. In seinem Buch erklärt Cizui, dass Mao die Barbiturate in Tablettenform von seiner Leibwache erhielt, also von jungen Männern ohne jegliche Erfahrung. Dies ist ein eklatanter Widerspruch zu Cizuis Beteuerungen an einer anderen Stelle seines Buchs, in der es heißt, dass es ein stringentes System gab, um zu verhindern, dass jemand Mao vergiften könnte. Wenn die jungen Leibwächter die Pillendosen hatten und auf Aufforderung Pillen an Mao gaben, ist dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Nachdem Cizui in die USA ging und sein Buch veröffentlichte, wurde er in China aus den Geschichtsbüchern entfernt. Fotos, auf denen er zu sehen war, wurden retuschiert und man tut im Prinzip so, als habe er nie existiert. Manche Kommunisten weltweit gingen sogar so weit zu behaupten, er sei nie Maos Leibarzt gewesen. Das ist ungefähr genauso Unfug, als wenn jemand behaupten würde, die sowjetrussischen hohen Funktionäre, die Stalin hat töten und aus der Geschichte streichen lassen, hätte es nie gegeben. Sidney Rittenberg war ein jüdisch-amerikanischer Freund Maos, Dolmetscher und Gelehrter und verbrachte 34 Jahre in China. Er arbeitete eng zusammen mit den wichtigsten Parteibossen und dem Oberkommandierenden der Volksarmee. Später saß er für insgesamt 16 Jahre im Gefängnis, die er großteils in Isolationshaft verbringen musste, weil er unter Spionageverdacht geraten war. Er hatte studiert an der Porter Military Academy, infiltrierte die US-Kommunisten bzw. trat diesen bei und ging dann zur US-Armee, die ihn auf die Stanford Armeeschule für fernöstliche Studien schickte. Er wurde zusammen mit Israel Epstein, Elsie Fairfax-Jolmille und Sidney Shapiro verhaftet. Rittenberg und seine Ehefrau leiten Rittenberg & Associates, eine Beratungsfirma für Konzerne, die mit chinesischen Unternehmen kooperieren, wie Intel, Levi Strauss, Microsoft, Hughes Aircraft und Teledesic. Mit 15 Jahren begann Israel Epstein als Journalist für die englischsprachigen Zeitungen Peking Times und Tianjin Times zu arbeiten. Er wurde Mitglied der China Defense League und 1944 durfte er das kommunistische Hauptquartier in Yan'an besuchen, wo er Mao, Su Enlai, Su Dei und andere führenden Kommunisten interviewte und eine Reihe Artikel für die New York Times schrieb. Möglicherweise war der Journalisten Beru für ihn nur eine Legende, um nachrichtendienstliche Tätigkeiten zu tarnen. In Großbritannien und den USA arbeitet er bei linken Blättern wie der Allied Labor News und veröffentlichte das Buch The Unfinished Revolution in China, für das er überschwängliche Werbung in den New York Times bekam. Die kommunistische Überläuferin Elizabeth Bentley sagte 1951 vor dem Ausschuss für Geheimdienstangelegenheiten des US-Senats aus, dass Epstein seit vielen Jahren für die russische Geheimpolizei in China arbeiten würde. Im gleichen Jahr ging er mit seiner Frau Fairfax Chomelay nach China, leitete dort ein Magazin, nahm die chinesische Staatsbürgerschaft an und durfte sogar Parteimitglied werden. 1968, also mitten in der Kulturrevolution, wurde er verhaftet, weil er angeblich an Verschwörungen gegen Zhu Enlai beteiligt war. Jahre später wurde er freigelassen und wieder vollständig rehabilitiert. Edgar Snow veröffentlichte mit Red Star over China ein bedeutendes Propagandawerk, das bei vielen Menschen im Westen Sympathien weckten für Mao und die chinesischen Kommunisten. Während der McCarthy-Ära geriet er unter Verdacht beim FBI, ein gefährlicher Kommunist zu sein, und er zog daraufhin in die Schweiz. Die CIA hatte hingegen keine Berührungsängste bei ihm und empfahl dem Weißen Haus, Snow nach China reisen zu lassen, um die Kommunisten zu besuchen. Im Sommer 1936 konnte er Mao und andere führende Kommunisten interviewen und ließ sich dabei einen Brei auftischen aus Fakten und schamlosen Lügen. Der langjährige vertraute Maos und intellektuell führende Kopf der Kommunistischen Partei Chinas war aus Sicht der Spionageabwehr ein Albtraum. Er studierte in Japan, konnte mit dem Geld seine Eltern nach England reisen, Belgien und Deutschland, wurde bei seiner Rückkehr in China verhaftet, bald wieder freigelassen, dann ging er wieder nach Europa, um zu studieren in Frankreich, England und Deutschland und trat sogar den französischen Kommunisten bei. Gerade Britannien und Frankreich waren Großmächte, die sich seit Ewigkeiten in chinesische Belange einmischten und es war klar, dass die britischen und französischen Geheimdienste alles daran setzten, chinesische Organisationen wie die Kommunisten zu infiltrieren. Die Chinesen hatten nicht die Kapazitäten, seine ganze Vergangenheit zu überprüfen, um herauszufinden, ob er vielleicht von irgendeinem Geheimdienst rekrutiert worden war. Deng Xiaoping hatte in Frankreich und der Sowjetunion gearbeitet und studiert. Eine undurchsichtige Organisation hatte ihn mit rund 1600 anderen Arbeitsstudenten nach Frankreich gebracht, wo es bald hieß, dass das Geld der Stiftung aufgebraucht sei und die jungen Männer ihr Geld selber in Fabriken verdienen müssten. So standen sie dann am Band bei Renault oder in Gummifabriken, wurden schlecht bezahlt und rassistisch behandelt. Daraufhin radikalisierten sich die Studenten und interessierten sich für die kommunistische Ideologie, mit deren Hilfe die geknechteten Arbeiter und Bauern befreit würden und ein Utopia bauen könnten. Das Büro der chinesischen Kommunisten in Paris wurde geleitet von Zhu Enlai. Eines der ersten Dinge, die ein Profi untersuchen würde, ist die Frage, ob es sich bei dieser Stiftung um eine Tarnorganisation der französischen Geheimdienste handelte und ob man absichtlich die jungen Männer in den Fabriken schuften ließ, ohne ihnen eine Chance zu lassen, unter den kapitalistischen Verhältnissen einen erträglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Frankreich hatte jeden Anlass, um vehement China zu infiltrieren mit Agenten. Deng beteiligte sich in einem Überfall auf die chinesische Gesandtschaft in Paris, um seine Radikalität zu beweisen. End ging dann aber knapp, wahrscheinlich durch eine Vorwarnung 1926 einer Razzia durch die französische Polizei. Nur einen Tag vor der Razzia war er nach Moskau aufgebrochen, wo er elf Monate verbrachte. Es heißt, er verbrachte die Zeit mit Studieren, aber die Zeitspanne hätte auch ausgereicht, um sich von den sowjetischen Geheimdiensten rekrutieren und ausbilden zu lassen. Zurück in China ging er nach Wuhan, wo die Partei ihr Hauptquartier hatte, und traf dort seine Bekannten wieder, mit denen er in Frankreich gewesen war, so wie Su Enlai, Li Lisan und Li Weihan. Sein Aufstieg in der Partei war immer wieder von heftigen Rückschlägen gekennzeichnet, weil er bei seinen Kritikern als zeitweiser Fahnenflüchtiger verschrien war. Während der Kulturrevolution wurden er und seine Familie harschen Verhören unterzogen, bei denen sein Sohn aus dem Fenster gestoßen wurde oder sprang und sich eine Querschnittslähmung zuzog. Solche Provokationen waren wahrscheinlich ein Test, mit dem man Deng dazu bringen wollte, im Rausch der Wut seine wahren Gedanken zu offenbaren oder sich anderweitig zu verraten. Deng landete in der Verbannung, aber letztendlich konnte ihm keine Spionage nachgewiesen werden. Er hatte bereits in seiner Zeit in Frankreich keine schriftlichen Notizen angefertigt. Dennoch musste er eine Weile lang als gewöhnlicher Arbeiter in einer Fabrik darben und es wäre für die chinesische Spionageabwehr naheliegend gewesen, ihn während dieser Phase subziel auszuhorchen. In Gefängnissen werden Mithäftlinge oft als Spitzel eingesetzt und sollen die Zielpersonen verräterische Gespräche verwickeln. Deng blieb hartnäckig bei seiner Darstellung, ein treuer Gefolgsmann der Partei zu sein und schließlich wurde er rehabilitiert und wieder in die höchsten Ebenen der Partei aufgenommen. Anscheinend war das Vertrauen in ihn nach dieser Dauertortur stark gewachsen. Wäre er aber ein französischer beispielsweise Agent gewesen, so hätte ihm klar sein müssen, dass seine einzige Chance daran bestand, seine Entdeckung beizubehalten, komme was da wolle. Er wurde schließlich zum Herrscher Chinas und brachte das Land mit westlicher Hilfe an die Schwelle des Supermachtstatus. Der chinesische Revolutionskrieg. Die Vorstellung, dass Mao und seine Genossen auf eigene Rechnung nach eigenen Vorstellungen eine Revolution durchführen und an China regieren konnten, ist völlig absurd. Es ist unglaublich dreist, dass Historiker dieses Märchen verbreiten, anstatt endlich tiefgründig zu erforschen, welche Rolle die angloamerikanischen, französischen und sowjetischen Geheimdienste spielten. Mao und die Kommunisten waren in höchstem Maße abhängig von den Lieferungen, Beratern und Ausbildungseinrichtungen der Sowjetunion. Ähnlich wie einst George Washington abhängig war von Figuren wie dem Baron von Stäuben oder Lafayette, sowie von den Lieferungen der Franzosen für seine Continental Army. Die Sowjetunion hatte von Anfang an das ideologische, organisatorische und geheimdienstliche Fundament kontrolliert für die internationale sozialistische Bewegung. Historiker wissen eigentlich, wie aggressiv die sowjetischen Dienste, Leute und Organisationen rekrutierten und selbstverständlich wollte es Moskau nicht dem Zufall überlassen, in welche Richtung sich China bewegt. Die chinesischen Nationalisten unter der Führung von Chiang Kai-shek hingegen waren hauptsächlich abhängig von den Anglo-Amerikanern und verließen sich auf jene in Bezug auf essentielle Nachschublieferungen und militärische Strategien. Natürlich gab es auch kommunistische Spione bei den Nationalisten, denn Chiang hatte eine Weile lang kooperiert mit Stalin und sich Berater schicken lassen. Man lästerte, dass Chiang in seinem Kabinett mehr Absolventen der amerikanischen Elite-Universität Harvard hatte als US-Präsident Roosevelt. Wie bereits in einem früheren Kapitel dieses Buchs besprochen, starb Chiangs Vorgänger Sun Yat-sen möglicherweise an einem Giftanschlag mit Chemikalien, die bei ihm einen seltenen Krebs auslösten. Die Hauptverdächtigen dabei waren die USA, Britannien und Frankreich. Ebenso hatten die Westmächte die letzte Kaiser-Dynastie Chinas gestürzt, worauf das Land im Chaos versank zwischen Warlords, Nationalisten und schließlich auch Kommunisten. Außerdem hatten die USA über Firmen aus dem Umfeld der Heimorganisation Skull & Bones und über den Agenten John J. McCloy Japans Wirtschaft vor dem Zweiten Weltkrieg und damit Japans Kriegsbereitschaft gefördert. Japan drang mit äußerster Härte nach China vor und sorgte damit für eine kurzlebige Allianz zwischen den chinesischen Nationalisten und Kommunisten. Chiang Kai-shek hat eine ganze Reihe an Warlords besiegt, um die Kommunisten gezwungen, auf dem langen Marsch in die Berge zu flüchten, wo sie ihren Hauptstützpunkt etablierten und die Russen im Rücken hatten. Um 900.000 Guerillatruppen zu organisieren, zu trainieren, durchzufüttern und auszustatten, waren Fähigkeiten und Produktionskapazitäten notwendig, die man von den Russen erbetteln und teuer kaufen musste. Durch Opiumanbau und Opiumhandel konnten Maos Truppen gewisse Summen einnehmen, um die Russen zu bezahlen, aber der Rest wurde durch Kredite abgedeckt und die Ansprüche Russlands auf die Manchurei. Die Besetzung der Manchurei durch die russische Armee war übrigens von US-Präsident Roosevelt genehmigt worden. Aus taktischen Gründen ließ Stalin die chinesischen Nationalisten anerkennen und befahl Mao, den Ball flach zu halten, seine Stellungen auszubauen und offene große Konfrontationen mit den Nationalisten zunächst einmal zu vermeiden. Stalins Idee war zeitweise, sich mit dem nördlichen Teil Chinas zu begnügen und den Süden den Nationalisten und deren amerikanischen Verbündeten zu überlassen. Mao flog ohne große Begeisterung zusammen mit dem US-Botschafter Patrick Hurley zu einem Treffen mit Chiang Kai-shek. Hurley war ein enger Vertrauter von Präsident Franklin Roosevelt und hatte Erfahrungen als Kriegsminister. Hurleys Auftrag lautete offiziell wie folgt. Sie werden hiermit zu meinen persönlichen Repräsentanten bei Generalissimus Chiang Kai-shek ernannt, der mich persönlich unterrichtet. Ihre hauptsächliche Aufgabe ist, dass effektive und harmonische Beziehungen zwischen dem Generalissimus und General Joseph Stilwell herbeizuführen, um General Stilwell die Ausübung seiner Befehlsgewalt über die chinesischen Armeen, die unter seinem Befehl stehen, zu erleichtern. Ihnen werden noch weitere Aufgaben erteilt werden. General Stilwell hatte den US-Präsidenten im Rücken und ein hohes Maß an Kontrolle über die Streitkräfte der chinesischen Nationalisten. Die USA waren produktionstechnisch und technologisch unerreicht und konnten mehr als genügend Material liefern. Mao bekam von den Russen viel Gerät, wobei Russland finanziell in Schwierigkeiten steckte und zuvor im Zweiten Weltkrieg noch viel Material aus Amerika im Zuge des Land-Lease-Programms erbetteln musste, um gegen die deutsche Wehrmacht bestehen zu können. Die russischen Rüstungsprodukte basierten zudem fast komplett auf westlicher Technologie. Unter diesen Voraussetzungen hätte es eigentlich selbstverständlich sein müssen, dass Amerika und die chinesischen Nationalisten sich durchsetzten. Aber am Ende gewannen die Kommunisten. In den USA wurde eine hitzige Debatte geführt um die Frage, wer die Misere zu verantworten hatte. Who lost China? Und manche deuteten mit dem Finger auf die höchsten Ebenen Amerikas. Für dumme Ausreden musste die Politik herhalten, die natürlich immer zerstritten schien und den Eindruck erweckte, sie hätte wirklich etwas zu entscheiden. Die USA hätten in bester Absicht versucht, beide Seiten in China zu vereinen, hieß es. Man sei zu zögerlich gewesen, die chinesischen Nationalisten seien zu unorganisiert und korrupt gewesen, man hätte Mao's demokratische Propaganda geglaubt und so weiter. Der amerikanische Fünf-Sterne-General und Freimaurer George C. Marshall hatte Chiang Kai-Shek quasi befohlen, die Kommunisten nicht weiter zu jagen und zu vernichten, zu einer Zeit, als die Kommunisten schwach waren und hätten besiegt werden können. Dabei war den Amerikanern bestens bekannt, wie einst in Russland die kommunistische Revolution abgelaufen war und was für ein Horror darauf folgte. Es erinnert frappierend daran, wie George Washington bei der amerikanischen Revolution Verschnaufspausen bekam, Siege zugeschanzt bekam und wie der britische General Howe mehrere ideale Gelegenheiten verstreichen ließ, um Washingtons Continental Army zu besiegen. Mao bekam seine Verschnaufpause, konnte seine Truppen neu organisieren, neue Rekruten finden und hunderte wichtige sowjetische Berater integrieren, von denen viele wohl auch einen Spionageauftrag hatten. Mao war genauso wenig essentiell für dieses Unterfangen wie andere prominente chinesische kommunistische Funktionäre. Hätte Mao darauf bestanden, dass Chinas Kommunisten frei bleiben von der Infiltration durch sowjetrussische Agenten hätten die Russen Mao einfach beseitigt und durch eine andere, gefügigere Person ausgetauscht. Die Russen schufen 16 Ausbildungseinrichtungen für chinesische Truppen und einige chinesische Offiziere gingen in die Sowjetunion für ihre Ausbildung und wurden dabei wohl vom sowjetischen Geheimdienst verpflichtet. Es gab eine massive russische Produktion in der Manchurei von Patronen und Artilleriegeschossen für die chinesischen Kommunisten. Die Amerikaner kürzten gleichzeitig unter lausigen Vorwänden die Nachschublieferungen an die chinesischen Nationalisten und veranlassten sogar zeitweise ein Embargo. Die kapitalistischen USA, die angeblich verhindern wollten, dass hunderte Millionen Menschen in China unter die Kontrolle von Kommunisten geraten, ließen die chinesischen Nationalisten am ausgestreckten Arm verhungern, was Nachschub anbetraf. Die Nationalisten mussten mit riesigen Verlusten Schlachten kämpfen und sich mit internen Problemen herumplagen wie Missmanagement, Organisationsmängel und schlechter Bezahlung. Die Mittelschicht der Bevölkerung wurde immer mehr besteuert. Es grassierten Inflation und Korruption, worauf die Amerikaner immer mehr Support zurückzogen. Für überschaubare Geldbeträge hätten die Amerikaner mindestens den Süden Chinas vor den Kommunisten retten können. Für Europa gab es nach dem Zweiten Weltkrieg den Marshallplan mit großen Investitionen und es gab auch viel Geld für Griechenland und die Türkei, um den Kommunismus einzudämmen. Aber bei China waren die Amerikaner plötzlich geizig? Es scheint eher, als hätten die Führungen der USA und der Sowjetunion die Angelegenheit auf höchster Ebene ausgehandelt. Die chinesischen Kommunisten machten große Fortschritte mit der Taktik, große Städte zu belagern und die Bevölkerung daran auszuhungern. Changchun wurde beispielsweise im Jahr 1948 fünf monatelang belagert und beschossen. Lin Biao, der Kommandant der kommunistischen Truppen vor Ort, verwandelte die Stadt in eine Stadt des Todes und ließ die Zivilisten nicht gehen. Hunger und Seuchen führten zum Tod von schätzungsweise 160.000 Zivilisten. 2006 fand man durch Zufall bei Bauarbeiten Massengräber. Die Soldaten der Nationalisten wurden durch Propaganda aufgefordert, zu den Kommunisten überzulaufen. Zehn Monate dauerte die Belagerung von Shenyang, sodass massenhaft Menschen elendig verreckten. Spione unter den Nationalisten verrieten wichtige Informationen an die Kommunisten, während die Amerikaner bei der grotesken Situation auf Abstand gingen. Die Kommunisten holten schließlich die Stadt Peking. Deng Xiaoping zwangsrekrutierte Millionen Zivilisten für verschiedenste Aufgaben, vom Soldaten bis hin zu Arbeitern in der militärischen Versorgungskette. Chiang Kai-shek trat letztendlich zurück. Die Amerikaner in seinem Kabinett hatten ihn im Stich gelassen, möglicherweise noch zusätzlich sabotiert, wobei auch chinesische Offiziere unter Shek suspekt waren, denn diese stammten meist aus der Wampua Militärakademie, in der Offiziere sowohl für die Kommunisten als auch die Nationalisten ausgebildet worden waren. Beide Seiten werden versucht haben, Agenten in die jeweils andere Seite einzuschleusen. Die Amerikaner hatten nicht nur ein signifikantes Maß an Kontrolle über die militärischen Entscheidungen in der Nationalistenarmee, sondern hatten auch noch einige Kämpfe ausgebildet. Zwei Millionen Landbesitzer wurden von den Kommunisten bei ihrem Marsch zur Macht grausam ermordet. Danach kam der große Terror, bei dem nach festgesetzten Quoten vermeintliche Dissidenten und Verräter im Volk verhaftet und umgebracht wurden. Maos Top-Funktionäre hatten bei ihren Ausbildungen in der Sowjetunion gelernt, wie man solchen Massenmord organisiert, Massenpropaganda verbreitet, mit psychologischer Kriegsführung arbeitet, dafür sorgte, dass möglichst viele Bürger in die Säuberungsaktionen verwickelt wurden und wie man ein Spitzelnetz hochzieht. Einzig im Bereich Wirtschaft herrschte gravierende Inkompetenz. Die Sowjets hatten in den ersten Jahrzehnten ihrer Herrschaft in Russland heftige Fehler gemacht und man würde eigentlich an dieser Stelle erwarten, dass den chinesischen Kommunisten bessere Strategien vermittelt wurden, aber nichts dergleichen war erkennbar. Stalins Zwangskollektivierung und Säuberungsaktionen waren nicht nur seiner paranoiden und psychopathischen Persönlichkeit geschuldet, sondern verfolgten auch die knallharte Taktik, einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung zu vernichten. Als unter Mao dann mehrere zehn Millionen Menschen verhungerten, könnte es sich ebenfalls um eine geplante Aktion gehandelt haben, denn man verteilte die knapp gewordenen Lebensmittel je nachdem, wie systemtreu und unterwürfig ein Bürger eingestuft wurde. Viel von dem chinesischen Reis wurde in die Sowjetunion exportiert, während sowjetische landwirtschaftliche Erzeugnisse in den Westen verkauft wurden, um sich für die harten Devisen Technologie einkaufen zu können. Maos Regime ließ insbesondere Intellektuelle beseitigen und Unternehmer, worauf die einst lebendigen Städte Chinas zu drögend deprimierenden Orten wurden. Als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg Japan besiegten, wurde in China gefeiert. Was wenig bekannt war, ist, dass Japans Wirtschaft vor dem Krieg aufgebaut worden war von den USA und geheimen Organisationen wie Skull & Bones. Den Abtransport der geschlagenen japanischen Truppen aus China organisierte der US-General Albert Wedemeyer, ausgebildet an West Point und Fort Leavenworth, der als strammer Antikommunist galt und beteiligt gewesen war an der Invasion der Normandie. 1941 entwarf er das Victory Program zur Vernichtung der deutschen Streitkräfte in Europa. Ein Mann vom Fach also, mit einer antikommunistischen Gesinnung. Eigentlich hätte man erwarten können, dass Offiziere von seinem Kaliber in der Lage wären, die Kommunisten in China zu schlagen. 1943 wurde Wedemeyer Stabschef unter Louis Mountbatten, der die alliierten Streitkräfte in Südostasien befehligte, und den Titel Supreme Allied Commander of the Southeast Asia Command trug. Mountbatten benutzte wegen der unstandesgemäßen Heirat eines seiner Vorfahren nicht seinen eigentlichen Namen in Hessen-Darmstadt, war aber nichtsdestotrotz engstens verwandt mit dem britischen Königshaus. General Wedemeyer war der Nachfolger von General Joseph Stilwell in der Position des Stabschef für Chiang Kai-shek und des Kommandeurs der Südostasien-Streitkräfte in der Republik China. Normalerweise findet eine geordnete Übergabe des Kommandos statt, mit ausführlichen Einweisungen. Aber Stilwell war einfach gegangen und hatte Wedemeyer fast nichts hinterlassen. Das Personal zuckte mit den Schultern und meinte, Stilwell hätte immer alles Wichtige in seiner Hosentasche aufbewahrt. Am 7. Dezember 1945 traf sich Wedemeyer mit General Douglas MacArthur und dem Navy Admiral Raymond A. Spruance. Man hatte den Plan, den Kommunisten anzudrohen, viele weitere nationalistische Truppen nach Norden und sogar an die Manchurei zu verlegen. Damit sollten die Kommunisten dazu bewegt werden, eine gemeinsame Lösung mit den Nationalisten anzustreben. Stilwell plädierte dafür, Mittel der Lend-Lease-Politik auf die Nationalisten und Kommunisten zu verteilen, damit die Japaner dadurch besser bekämpft werden können. Chiang Kai-shek war entsetzt. Stilwell hatte entweder eine abschätzige Meinung gegenüber den Briten und der britischen Militärführung im asiatischen Raum oder er spielte diese abschätzige Haltung nur vor. So lästerte er gegen Mountbatten und die altmodischen Limeys, also Briten, die ihren Tee mit Zitrone tranken, mit ihrem affigen britischen Akzent und gegen das alte britische Imperium. Diese Animositäten wurden später verwendet als eine von vielen Ausreden, um die Niederlage zu erklären. Drei von den USA ausgerüstete Divisionen der Nationalisten liefen zu den Kommunisten über, ohne dass die Spionage der Amerikaner und Nationalisten davon vorher Wind bekommen haben soll. Eine Division besteht aus rund 20.000 Soldaten. Wie man übersehen konnte, dass drei Divisionen planten, sich komplett mit der Ausrüstung aus dem Staub zu machen, ist schleierhaft. Es kann durchaus sein, dass die britische und amerikanische Führung die Sache zugelassen hatte. US-Präsident Truman nahm es als Vorwand, um ein Waffenembargo zu verhängen und den chinesischen Nationalisten nichts mehr zu liefern. Nach der kompletten Niederlage der Nationalisten sagte General Wedemeyer vor dem US-Kongress aus, dass die Nationalisten hauptsächlich wegen dem Mangel an Nachschub durch die USA verloren hätten und weil die westlichen Massenmedien und Politiker keine Sympathien hegten für die Nationalisten. Die Kampfmoral der Nationalisten sei kollabiert. Wären die US-Militärberater weiter unten in der Hierarchie der nationalistischen Streitkräfte zum Einsatz gekommen, wäre viel mehr möglich gewesen. Eine solche Strategie war schließlich erfolgreich beim griechischen Bürgerkrieg zum Einsatz gekommen. Vice Admiral Oscar C. Badger, General Claire Cheneau und Brigadier General Francis Brink gaben ebenfalls zu Protokoll, dass das Waffenembargo ein signifikanter Faktor gewesen sei. Der Historiker und Wirtschaftsforscher Dr. Anthony Sutton dokumentierte in seinen Büchern wie die Geheimgesellschaft Skull & Bones den Ausgang des chinesischen Bürgerkriegs entschied. Der chinesische Regierungsfunktionär Qin Tung Liang schrieb über General Joseph Stilwell, den wichtigsten US-Repräsentanten in China von 1942 bis 1944, Zitat, vom Blickwinkel des Kampfes gegen den Kommunismus aus betrachtet, hat Stilwell China einen großen Bärendienst erwiesen. Zitat Ende. Dabei hatte Stilwell einfach nur seine Befehle aus Washington umgesetzt von General George C. Marshall. Zitat, 1946 benutzt General Marshall die Taktik der Vorenthaltung von Munition, um heimlich, still und leise die chinesischen Streitkräfte zu entwaffnen. Wenn wir General Marshall betrachten, müssen wir uns daran erinnern, dass in den USA der zivile Flügel das letzte Wort hat in militärischen Angelegenheiten. Und das bringt uns zu dem damaligen Kriegsminister Henry L. Stimson, Marshalls Vorgesetzter und Mitglied im Orden von Skull & Bones, Eintritt 1888. Der Koreakrieg. Vier Millionen unnötige Tote. Die Welt fürchtet heute einen neuen Koreakrieg und so manche Trump-Fans, die sich außerhalb des Establishment-Denkens wähnen, hoffen bereits darauf, dass ihr Präsident dem Regime von Kim Jong-un den Chaos machen und einen großen Sieg einfahren wird. Bei dem letzten Koreakrieg, in dem die USA gleichzeitig auch gegen China kämpften, gab es vier Millionen Todesopfer und kaum irgendjemand versteht Amerikas wahre Rolle bei den Ereignissen. Jede Konfliktpartei war durch Einmischung aus Washington und durch westliche Technologieverkäufe überhaupt erst in der Lage und bereit zu kämpfen. Mit geschickten Täuschungsmanövern lockte Washington die koreanischen Kommunisten, Moskau und schließlich China in den Krieg hinein, der nach vorhersehbarem Muster verlief. Um den Koreakrieg zu verstehen, muss man diverse Puzzleteile diplomatischer und militärischer Taktik zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Zunächst holten sich die Amerikaner im Zuge des amerikanisch-spanischen Kriegs 1898 die philippinischen Inseln als Operationsbasis für künftige militärische Unternehmungen in Asien und für Kontrolle über das weitere Schicksal Chinas. William Woodwell Rockhill formulierte die sogenannte Open Door Policy, die Amerika zu einer Art Polizist für die geordnete Ausbeutung Chinas machen sollte. Die Deutschen hielten wenig von dem Deal und so suchten sich die Amerikaner Japan als Verbündeten. Diese Anglo-Japanese Alliance wurde 1902 in London unterzeichnet und mehrfach verlängert. Bei einer Ergänzung 1905 erklärten die Japaner ihr Einverständnis für Britanniens Unternehmungen in Indien, während Britannien sein Einverständnis erklärte, dass die Japaner sich Korea komplett unter den Nagel reißen. Ende 1905 war Korea unterworfen und Japan versuchte über Nacht per Zwang die koreanische Kultur auszulaschen. Viele Koreaner vergaßen diesen Verrat der Amerikaner und Briten nicht. Am 15. August 1945 kapitulierte das japanische Kaiserreich im Zweiten Weltkrieg. Die Soldaten der kaiserlichen japanischen Armee in der nördlichen Zone, also oberhalb des 38. Breitengrats, mussten sich, wie von den Alliierten vereinbart, den Sowjets ergeben, während sich die japanischen Soldaten in der südlichen Zone Koreas den US-Amerikanern ergeben mussten. Eigentlich hätte man sich gleich dauerhaft auf den 38. Breitengrad einigen können als Grenze zwischen den Kommunisten und Antikommunisten. Dann hätte man sich den Korea-Krieg komplett sparen können. Am 13. August 1948 übernahm Ri Sing-man in Südkorea offiziell die Regierungsgeschäfte von der US-amerikanischen Militärregierung. Der sowjetisch kontrollierte Norden beantwortete dies mit der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. September 1948, deren erster Präsident Kim Il-sung wurde. Beide Regierungen sahen sich als rechtmäßige Regierung über ganz Korea an und kündigten darüber hinaus an, diesen Anspruch auch militärisch durchsetzen zu wollen. Sowjetische Überläufe erklärten später, dass den Sowjets von den Amerikanern gezielt die Falschinformationen zugeschanzt wurde, dass Korea sich zu weit entfernt von Amerika befände, als dass Washington im Ernstfall zu Hilfe eilen würde. Gleichzeitig machte US-Außenminister Dean Acheson öffentliche Äußerungen, die dahingehend interpretiert werden konnten, dass die USA nicht um Korea kämpfen würden. Dean Acheson war Mitglied der Geheimgesellschaft Scroll and Key an der Yale-Universität. Sein Sohn wurde Mitglied von Skull and Bones, ebenfalls beheimatet an Yale. Ermutigt von der Aussicht, dass die Amerikaner passiv bleiben würden, griff Nordkorea den Süden am 25. Juni 1950 an. So kam es zum Koreakrieg. Anfang 1949 versuchte bereits der nordkoreanische Diktator Kim Il-sung Stalin zu überzeugen, dass die Zeit für eine Invasion des Südens gekommen sei. Stalin lehnte jedoch zunächst ab, da die nordkoreanischen Truppen noch schlecht ausgebildet waren und dennoch die Einmischung der USA fürchtete. Im Laufe des folgenden Jahres wurde die nordkoreanische Armee zu einer offensiven Organisation nach dem Vorbild der Roten Armee geformt und mit Waffen aus der Sowjetunion ausgerüstet. Die sowjetischen Waffen und anderes Kriegsgerät wie Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe basierten allerdings zu 95% auf westlicher Technologie. Der Historiker Anthony Sutton untersuchte seine gesamte Karriere lang diese Zusammenhänge. In den 30er Jahren waren es wiederum amerikanische Firmen, welche die größten sowjetischen Industriekomplexe der ersten fünf Jahrespläne errichteten. Präsident Roosevelt schloss mit der UdSSR ein Abkommen und fand dann heraus, dass seine Partner ihre politischen Versprechen wenige Monate später schon gebrochen hatten. Aber die Unterstützung durch die USA ging weiter. Die Nordkoreaner verfügten bei ihrer Invasion des Südens über eine Brigade sowjetischer Panzer vom Typ T-34, die unter anderem mit Federungen nach amerikanischer Bauart der Firma Christie liefen. Die Traktoren, die die nordkoreanischen Artilleriekanonen zogen, waren direkte Kopien amerikanischer Caterpillar-Traktoren. Die nordkoreanischen Laster kamen aus den russischen Fabriken Zill und Fort Gorky, die auf die westlichen Autobauer Ford und Fiat zurückgingen. Die Luftwaffe Nordkoreas verfügte über 180 Jagdflugzeuge, die in Fabriken auf Maschinen gebaut wurden, die aus dem amerikanischen Land-Lease-Programm stammten. Später erhielten die Nordkoreaner sowjetische Flugzeuge vom Typ MiG-15, deren Triebwerke Kopien von Rolls-Royce waren, offiziell verkauft an die Sowjetunion im Jahr 1947. Die Dieselmotoren der Schiffe, die den Nachschub an die Truppe brachten, waren westliche Designs. Am 25. Juni 1950 überschritten Truppen der nordkoreanischen Volksarmee die Grenze. Nordkoreanische Flugzeuge attackierten den von den USA aufgebauten Luftwaffenstützpunkt Gimpo und zerstörten eine Douglas C-54 der US Air Force am Boden. Der Koreakrieg löste weltweit größte Beunruhigung aus und viele fürchteten einen dritten Weltkrieg. In Deutschland kaufen die Bürger massenhaft Notvorräte zum Einlagern. Die Nordkoreaner eroberten mit ihrer sowjetischen Ausbildung und ihrem sowjetisch-westlichen Gerät mehr und mehr Gebiete, worauf die siebte US-Flotte von den Philippinen nach Südkorea beordert wurde. Am 30. Juni befahl US-Präsident Truman den Einsatz von US-Bodentruppen in Korea und eine Seeblockade von Nordkorea. Der Bluff war vorbei. Die USA hatten immer die Absicht besessen, im Kriegsfall einzugreifen. Anfang September 1950 kontrollierte die nordkoreanische Volksarmee das ganze Land bis auf ein kleines Gebiet im Südosten um Busan. Die Amerikaner präsentierten sich in ihrer Lieblingsrolle des Underdogs, der im letzten Moment doch noch das Ruder herumreißt. Noch im September 1950 wurde Seoul durch die US-Amerikaner zurückerobert und mit dieser Landung im Rücken der Front waren die Nachschublinien der Nordkoreaner schlagartig unterbrochen. Der gleichzeitige Gegenangriff der 8. US-Armee und südkoreanische Streitkräfte aus dem Busan-Brückenkopf brachte die nordkoreanischen Streitkräfte in eine sehr schwierige Lage. Die eben noch siegreichen Truppen, die sich in einem energisch geführten Angriff gegen den letzten UN-Brückenkopf verausgabt hatten, wurden eingekesselt, zersprengt, gefangen genommen oder getötet. Der amerikanische Angriff wurde anschließend mit Unterstützung südkoreanischer Verbände bis Pyongyang vorangetrieben. In weiten Gebieten Südkoreas waren zu dieser Zeit noch versprengte nordkoreanische Soldaten als Partisanen aktiv. Der folgende blutige Guerillakrieg fordert zahllose Opfer. Nach der weitgehenden Zerschlagung der nordkoreanischen Armee standen dem Süden und den UN-Truppen der Weg nach Norden praktisch offen. Hier wäre der Zeitpunkt gewesen, um einen Deal auszuhandeln und den 38. Breitengrad als Trennungslinie zwischen Nord und Süd endgültig festzulegen. Aber das angloamerikanische Establishment hatte anscheinend andere Pläne, China in den Konflikt hineinzuziehen und den Krieg um zwei weitere Runden zu verlängern. Die Volksrepublik China wollte ein Vereinigtes Korea unter US-amerikanischem Einfluss nicht dulden und warnte wiederholt vor einer Überschreitung des 38. Breitengrades. General Douglas MacArthur versicherte jedoch Präsident Truman, dass die Chinesen so kurz nach dem Ende ihres eigenen Bürgerkrieges nicht eingreifen würden oder zumindest keine ernste Bedrohung darstellen würden. Wie konnte sich MacArthur so sicher sein? Woher nahm er die Einschätzung, dass China kaum Soldaten übrig hatte, um sich in Korea einzumischen? Hatten die amerikanischen Geheimdienste versagt und sich geirrt? Oder hatte man MacArthur bewusst Falschinformationen vorgesetzt? Die südkoreanischen Truppen überschritten auf Geheiß Amerikas am 30. September 1950, den 38. Breitengrad und die Soldaten waren zuversichtlich, das ganze Land einnehmen zu können. Präsident Truman ließ die Offensive mit der 8. US-Armee fortführen und die Demarkationslinie ebenfalls überschreiten, ohne dass dies durch das UN-Mandat gedeckt war. George C. Marshall war zu der Zeit Verteidigungsminister und ertrieb MacArthur zusätzlich an, nach Norden vorzurücken. Mao konnte eine 200.000 Mann starke Volksfreiwilligenarmee mobilisieren und nach Korea entsenden. Die Chinesen trieben die 8. US-Armee bis zum Chongchon-Fluss zurück, hatten aber hohe Verluste zu melden. Stalin, der den Krieg ins Rollen gebracht hatte, gab sich optimistisch und entsandte ab Oktober einige Jagdfliegeinheiten mit Flugzeugen vom Typ MiG-15 nach Nordkorea. Die Piloten flogen in chinesischen Uniformen und unter koreanischen Hoheitszeichen Angriffe gegen US-Kampfflugzeuge. General Douglas MacArthur ging davon aus, dass sich nicht mehr als höchstens 30.000 Chinesen in den Bergen der Grenzregion versteckt halten könnten. Tatsächlich hielten sich dort aber bereits über 180.000 chinesische Soldaten auf und es gelang, hunderttausende Soldaten über den Grenzfluss Yalu zu bringen, um die Amerikaner zu überraschen. Woher nahm MacArthur seine fehlerhaften Informationen? Was hatten die amerikanischen Geheimdienste ihm aufgetischt? Wie konnten die Chinesen unbemerkt ein Heer über den Fluss bringen? Die 8. US-Armee musste sich wieder bis zum berühmten 38. Breitengrad zurückziehen. Hier hätte man wieder eine Verhandlungslösung erwirken können, aber das wurde abgelehnt. MacArthur wurde aller Wahrscheinlichkeit nach aus den eigenen Reihen heraus sabotiert. Er hatte beispielsweise Lieutenant General Stratemeyer befohlen, die sechs Yalu-Brücken zu zerstören, auf denen die Chinesen nach Korea vorstießen, aber Verteidigungsminister George C. Marshall ließ diesen Befehl aufheben. Stratemeyer sagte später aus, uns wurde befohlen, den Krieg zu verlieren. Uns war nicht erlaubt zu gewinnen. MacArthur sah sich gezwungen, mehrere öffentliche Statements zu der Angelegenheit zu machen, die dem Establishment überhaupt nicht gefielen. Daraufhin traf sich Präsident Truman mit Marshall Aitchison von der Geheimgesellschaft Scroll & Key und dem Berater W. Averill Harriman aus der Geheimgesellschaft Skull & Bones. Man vereinbarte, dass man MacArthur kurzerhand absägen werde. Da MacArthur in der Bevölkerung als Held und Superstar galt, machte sich Truman mit dieser Aktion äußerst unbeliebt. Am 1. Januar 1951 begannen 400.000 chinesische und 100.000 nordkoreanische Soldaten eine Offensive, der die 200.000 Soldaten der UN-Streitkräfte nicht standhalten konnten. MacArthur wollte 34 Atombomben auf chinesische Städte abwerfen lassen und eine umfassende Seeblockade. Dies lehnte die Regierung Truman ab. Die UN-Einheiten kämpfen sich wieder bis knapp über den 38. Breitengrad vor und es ergab sich ein festgefahrenes Stellungskrieg. Aus militärischer Sicht ist kaum erklärbar, wieso sich die Front ausgerechnet hier stabilisierte. Manche vermuten daher, dass es geheime Absprachen gab. Im Spätsommer 1951 stießen die UN-Truppen noch einmal nach Norden vor, um die Verhandlungsposition zu verbessern. Dies führte zu der unnötigen, gewaltigen und grausamen Schlacht von Heartbreak Ridge. Es wurden so viele Soldaten und Zivilisten verheizt, dass eine Verhandlungslösung greifbar nahe schien. Bis es aber soweit war, bombardierten die USA mit dem Segen der UN ganze Landstriche. Hunderttausende Zivilisten fielen Bomben und Napalm zum Opfer. Man geht von 500.000 bis einer Million Opfern des Bombenkrieges aus, plus zusätzliche weitere Verluste der Zivilbevölkerung infolge von Hunger und Frost. Genauere Statistiken liegen nicht vor. Vermutlich starben mehr als 10% der nordkoreanischen Bevölkerung.